Kapitel 71 Nach einer halben Stunde war Rostovs Spiel der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit. Von 1600 Rubel war seine Schuld zu einer langen Säule von Ziffern angewachsen, welche er auf 10.000 schätzte, die aber bald nach seiner unbestimmten Vermutung auf 15.000 anwuchs. In Wirklichkeit aber überstieg die Summe schon 20.000 Rubel. Dolochow erzählte keine Anekdoten mehr, folgte jeder Handbewegung Rostovs und überflog zuweilen flüchtig die Ziffern. Er wollte das Spiel so lange fortsetzen, bis er die Summe 43.000 erreicht haben werde. Diese Zahl wählte er, weil sie die Summe seiner und Sonjas Jahre war. Rostov hatte den Kopf auf beide Hände gestützt und saß vor dem mit vielen Zahlen beschriebenen und mit Wein begossenen Tisch. 600 Rubel Ass! Neun! Es ist nicht möglich, den Verlust wieder einzubringen. Und wie vergnügt wäre ich jetzt zu Hause? Und warum hat er mir das angetan? Zuweilen machte er einen großen Einsatz auf eine Karte, den aber Dolochow zurückwies, indem er selbst den Einsatz bestimmte. Nikolai gab nach. Bald betete er wie damals in der Schlacht. Bald blickte er auf eine Karte, die auf dem Tisch lag. Bald zählte er die Schnüre an seiner Jacke. Bald sah er hilfesuchend andere Spieler an oder blickte in das kalte Gesicht Dolochows und bemühte sich zu ergründen, was in ihm vorging. Er weiß, was für mich dieser Verlust bedeutet. Kann er meinen Untergang wünschen? Er war doch mein Freund. Aber er ist nicht schuld daran. Wenn er einmal solches Glück hat, auch ich bin unschuldig, sagte er zu sich selbst. Ich habe nichts Böses getan. Habe ich jemand gemordet oder beleidigt? Warum also dieses entsetzliche Unglück? Und wann hat es angefangen? Ganz vor kurzem, als ich an diesen Tisch trat, mit der Idee, 100 Rubel zu gewinnen, um Mama zu ihrem Namenstag diese Schatulle zu kaufen und nach Hause zu fahren. Ich war so froh und glücklich. Ich begriff selbst nicht, wie glücklich ich war. Wann hat das aufgehört und dieser neue, entsetzliche Zustand angefangen? Ich saß doch immer auf demselben Platz an diesem Tisch, setzte auf die Karten und blickte nach diesen knöchernden, gewandten Händen. Nein, es kann nicht sein. Wahrscheinlich wird das alles in nichts endigen. Sein Gesicht war rot und mit Schweiß bedeckt, obgleich es im Zimmer kühl war. Seine Mine war schrecklich verzerrt, obgleich er sich bemühte, ruhig zu erscheinen. Bald hatte die Summe 43.000 Rubel erreicht. Rostov setzte wieder 3.000 Rubel auf eine Karte. Aber Dolochow legte die Karten weg, ergriff die Kreide und summierte rasch die lange Zahlenreihe. Es ist Zeit zu speisen. Da kommt auch die Zigeunermusikbande. Dunkle Männer und Mädchen traten ein, welche in ihrem Zigeunerdialekt sprachen. Nikolai begriff, dass alles zu Ende war. Nun, du willst nicht mehr? fragte er mit gleichgültiger Stimme. Es ist zu Ende. Ich bin verloren, dachte er. Es bleibt mir nur noch übrig, mir eine Kugel vor den Kopf zu schießen. Nun, noch ein Kärtchen, sagte er mit heiserer Stimme. Kapitel 72 Es war nicht schwer, in gleichgültigem Tone zu sagen, morgen, aber nach Hause zu fahren, die Geschwister und die Eltern zu sehen, seine Schuld einzugestehen und um Geld zu bitten nach seinem Ehrenwort, das war entsetzlich. Zu Hause war alles noch in Bewegung. Die Jugend war aus dem Theater gekommen, speiste und musizierte. Sobald Nikolai in den Salon eintrat, umfing ihn jene poetische Atmosphäre, welche in diesem Winter im ganzen Hause herrschte. Sonja und Nathalie trugen noch die blauen Kleider, mit welchen sie im Theater gewesen waren, und standen heiter und vergnügt am Klavier. Vera spielte mit Chin Chin Schach. Die alte Gräfin legte mit einer alten Dame, die sie aufgenommen hatte, eine Passions, in Erwartung ihres Mannes und ihres Sohnes. Denisov saß mit glänzenden Augen und zerzausten Haaren am Klavier und trug mit seiner dünnen, heiseren Stimme und aufgeschlagenen Augen ein Lied eigener Komposition vor. Herrlich, ausgezeichnet, rief Nathalie. Noch ein Liedchen. Oh, da kommt Nikolai. Nathalie lief ihm entgegen. Ist Papa zu Hause? fragte er. Nein, Papa ist noch nicht gekommen, erwiderte Sonja. Wie freue ich mich, dass du gekommen bist, erwiderte Nathalie. Wir sind hier so vergnügt. Coco, komm her, rief die Gräfin aus dem Nebenzimmer. Nikolai küsste ihre Hand und setzte sich neben sie, während sie Karten legte. Aus dem Saal tönte noch wirres Gelächter herüber. Schön, schön, rief Denisov. Jetzt dürfen Sie nichts abschlagen. Sie sind mir noch die Baccarole schuldig. Die Gräfin blickte sich nach ihrem schweigsamen Sohn um. Was ist hier? sagte sie. Ach, nichts, erwiderte er. Kommt Papa bald nach Hause? Ich glaube. Sie leben wie immer. Sie wissen von nichts. Wohin soll ich mich wenden? dachte Nikolai und ging wieder in den Saal zum Klavier. Sonja spielte die Baccarole, welche Denisov besonders liebte. Nathalie begann zu singen, während Denisov sie mit Entzücken anblickte. Nikolai ging im Saale auf und ab. Das war überflüssig, sie zum Singen zu veranlassen. Sie versteht nicht zu singen, dachte Nikolai. Mein Gott, ich bin ein verlorener, ehrloser Mensch. Eine Kugel vor den Kopf ist das Einzige, was mir übrig bleibt. Soll ich gehen? Aber wohin? Gleich viel. Mögen sie singen. Nikolai, was ist Ihnen? fragten Sonjas Blicke. Sie hatte sogleich bemerkt, dass ihm etwas begegnet war. Nikolai wandte sich ab von ihr. Auch Nathalie hatte sogleich den Zustand ihres Bruders bemerkt, war aber selbst so vergnügt in diesem Augenblick. Nein, ich habe mich wahrscheinlich geirrt, dachte sie. Er wird ebenso vergnügt sein wie ich. Nathalies Stimme war noch ungeübt und unentwickelt, aber sie besaß noch jene mädchenhafte Unbefangenheit und Sametartigkeit, welche alle Kritik entwaffnete. Was ist das, dachte Nikolai, was ist mit ihr vorgegangen? Wie singt sie heute? Ach, ein dummes Leben. Unglück und Geld und Dolochow und Ehre. Alles das ist Unsinn. Nun, Nathalie, mein Täubchen, wie wird sie dieses Haar singen? Richtig, Gott sei Dank. Mein Gott, wie hübsch. Kapitel 73 Seit langer Zeit hatte Rostov nicht mehr mit solchen Vergnügen Musik gehört wie an diesem Abend. Sobald aber Nathalie ihre Baccarole beendigt hatte, erinnerte er sich der Wirklichkeit und zog sich zurück. Nach einer Viertelstunde kam der alte Graf heiter und zufrieden aus dem Club zurück. Nikolai ging sogleich in sein Zimmer. Nun, hast du dich amüsiert? fragte der Alte, indem er strahlend und stolz seinen Sohn anlächelte. Nikolai vermochte nicht sogleich zu antworten. Er war dem Wein nahe. Der Graf zündete eine Pfeife an und bemerkte nichts von dem Zustand seines Sohnes. Es muss sein, dachte Nikolai zum ersten und letzten Mal. Und plötzlich sagte er in einem nachlässigen Ton, der ihm selbst abscheulich erschien. Papa, ich habe ein Anliegen. Ich hätte es beinahe vergessen. Ich habe Geld nötig. Oho, sagte der Graf, der sich in besonders heiterer Stimmung befand. Ich habe dir ja gesagt, dass es nicht reichen wird. Viel? Sehr viel, erwiderte Nikolai errötend und mit einem dummen, nachlässigen Lächeln, dass er sich selbst später lange Zeit nicht vergeben konnte. Ich habe ein wenig verspielt. Sogar ziemlich viel. Sehr viel. 43.000. Wie? Was? Treibst du Scherz? rief der Graf. Ich habe versprochen, morgen zu bezahlen, erwiderte Nikolai. Himmel, rief der alte Graf, die Hände ringend und ließ sich kraftlos auf den Divan nieder. Was ist da zu machen? Wem ist das nicht schon begegnet? sagte der Sohn in dreistem, leichtfertigem Ton, während er sich innerlich selbst einen Elenden nannte, der sein ganzes Leben lang sein Verbrechen nicht wiedergutmachen könne. Er hätte die Hand seines Vaters küssen, ihn auf den Knien um Verzeihung bitten sollen und jetzt sagte er in leichtfertigem, sogar grobem Ton, Das kann jedem passieren. Der alte Graf senkte die Augen bei diesen Worten. Ja, ja, begann er. Schlimm. Ich fürchte, das wird schwer anzuschaffen sein. Ja, wem ist das nicht schon passiert? Er verließ das Zimmer. Nikolai war auf einen Zornesausbruch vorbereitet gewesen, aber dies hatte er durchaus nicht erwartet. Papachen, rief er ihm weinend nach, verzeihen Sie mir. Er ergriff die Hand seines Vaters und drückte sie an seine Lippen. Während dieses Gesprächs zwischen Vater und Sohn hatte die Mutter mit ihrer Tochter eine nicht minder wichtige Verhandlung. Nathalie kam aufgeregt zu ihrer Mutter. Mama, Mama, er hat mir... Was? Einen Heiratsantrag gemacht. Mama, Mama, rief sie. Die Gräfin traute ihren Ohren nicht. Deniz auf einen Antrag gemacht? Diesem schmächtigen kleinen Mädchen Nathalie, welches noch vor kurzem mit Puppen spielte und noch jetzt Stunden nahm. Unsinn, höre auf, Nathalie, sagte sie, noch immer hoffend, dass das ein Scherz sei. Unsinn. Ich spreche die Wahrheit, erwiderte Nathalie lebhaft. Ich kam, um zu fragen, was ich machen soll, und Sie antworten mir Unsinn. Die Gräfin zuckte mit den Achseln. Wenn es wahr ist, dass Denisov dir einen Antrag gemacht hat, so sage ihm, er sei ein Dummkopf. Nein, er ist kein Dummkopf, erwiderte Nathalie empfindlich. Nun, was willst du? Ihr seid jetzt alle verliebt. Bist du verliebt? So heirate ihn, sagte die Gräfin ärgerlich lachend. Nein, Mama, ich bin nicht verliebt in ihn. Nun, dann sage es ihm doch. Mama, sind Sie böse? Ich bin doch nicht schuld. Nein, meine Kleine, ich werde es ihm sagen, erwiderte die Gräfin lächelnd. Nein, nein, ich selbst. Sagen Sie mir nur, was ich sagen soll. Sie nehmen alles so leicht. Aber wenn Sie gesehen hätten, wie er mir das gesagt hat. Ich weiß ja, dass er nicht die Absicht hatte, das zu sagen, und es nur aus Versehen gesagt hat. Nun, also muss man ihm absagen. Nein, es tut mir so leid um ihn. Er ist so liebenswürdig. Nun, dann nimm den Antrag an. Es ist ja auch schon Zeit, dass du heiratest, sagte die Mutter ärgerlich und spöttisch. Übrigens werde ich selbst mit ihm sprechen. Nein, keinesfalls. Ich werde mit ihm sprechen und Sie können an der Tür horchen. Nathalie ging rasch durch das Nebenzimmer in den Saal, wo Denisov am Klavier saß. Er hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. Beim Geräusch ihrer Schritte sprang er auf und ging ihr hastig entgegen. Nathalie, sagte er, entscheiden Sie mein Schicksal. Es liegt in Ihren Händen. Vasil Dimitric, Sie sind so liebenswürdig. Aber es kann nicht sein. Doch ich werde Sie ewig lieben. Denisov beugte sich auf ihre Hand herab und sie küsste seinen schwarzen, lockigen Kopf. Vasil Dimitric, sagte die Gräfin, welche mit raschen Schritten eintrat. Ich danke Ihnen für die Ehre. Aber meine Tochter ist so jung und ich hatte auch geglaubt, Sie würden sich zuerst an mich wenden. In diesem Falle hätten Sie mir die Notwendigkeit einer Absage erspart. Gräfin, sagte Denisov mit niedergeschlagenen Augen und schuldbewusster Miene, während Nathalie laut schluchzte. Ich verdiene Ihren Vorwurf. Aber wissen Sie, dass ich Ihre Tochter und Ihre ganze Familie so verehre, dass ich zwei Leben hingeben würde? Er sah die Gräfin an und bemerkte ihre strenge Miene. Leben Sie wohl, Gräfin. Er küsste ihre Hand und ohne Nathalie anzublicken, verließ er mit raschen Schritten das Zimmer. Am anderen Tag begleitete Nikolai seinen Freund Denisov, welcher keinen Tag länger in Moskau bleiben wollte. Alle seine Freunde in Moskau gaben ihm das Geleit und Denisov erinnerte sich später nicht mehr, wie er in den Schlitten gelegt und noch drei Stationen weit begleitet worden war. Rostov blieb noch zwei Monate in Moskau, in Erwartung des Geldes, welches der alte Graf nicht so schnell anschaffen konnte. Während dieser Zeit verließ er das Haus nicht. Sonja war zärtlicher und hingebender gegen ihn als früher, aber Nikolai hielt sich jetzt für ihrer unwürdig. Er beschrieb die Alben der Mädchen mit Gedichten und Noten. Nachdem endlich die 43.000 Rubel an Dolochow gegen Quittung abgesandt waren, reiste er, ohne von seinen Bekannten Abschied zu nehmen, Ende November zu seinem Regiment ab, welches schon in Polen stand. Kapitel 74 Nach dem Bruch mit seiner Frau fuhr Peter Besuchow nach Petersburg. Auf der Station Torschok waren keine Pferde zu haben und Peter musste warten. Ohne den Pelz abzulegen, warf er sich auf einen ledernen Divan vor einem runden Tisch, legte seine großen Füße mit den Pelzstiefeln auf den Tisch und versank in Nachdenken. Befehlen Sie, die Koffer hereinzubringen, ein Bett zu machen? Wünschen Sie Tee? fragte der Kammerdiener. Aber Peter gab keine Antwort, weil er nichts sah und hörte. Es war ihm alles gleichgültig, ob er früher oder später in Petersburg ankommen werde und wie lange er auf dieser Station warten müsse. Der Postmeister, die Postmeisterin der Kammerdiener boten ihre Dienste an, doch Peter sah sie schweigend durch seine Brille an, ohne seine Lage zu verändern und begriff nicht, was sie wollten und wie sie weiterzuleben vermochten, ohne jene Fragen gelöst zu haben, die ihn so lebhaft beschäftigten. Seit jenem Tage, wo er nach dem Duell von den Sperlingsbergen zurückkam und eine peinliche, schlaflose Nacht verbrachte, war es fast, als ob in seinem Kopf jene wichtige Schraube sich verdreht hätte, welche seinem ganzen Leben Halt gab. Die Schraube drehte sich noch immer weiter, ohne in etwas einzugreifen und es war unmöglich, sie anzuhalten. Der Postmeister trat ein und bat demütig, seine Erlaucht noch zwei Stündchen zu warten, dann werde er Kurierpferde erhalten. Das war augenscheinlich gelogen. Der Postmeister wollte nur den Durchreisenden möglichst viel Geld abnehmen. Ist das böse oder gut, fragte sich Peter. Für mich ist es gut, für einen anderen Reisenden schlimm, aber für den Postmeister ist es notwendig, weil er nicht zu essen hat. Er sagte, ein Offizier habe ihn geprügelt. Der Offizier tat das, weil er schnell weiterreisen musste. Ich aber habe auf Dolochow geschossen, weil ich mich für beleidigt hielt. Was ist böse? Was ist gut? Wozu lebt man? Wo bin ich? Was ist Leben und Tod? Welche Kraft regiert alles? fragte er sich und fand keine Antwort auf diese Fragen, außer der unlogischen Antwort. Wenn du stirbst, ist alles zu Ende. Stirbst du? So wirst du alles erfahren oder du wirst nichts mehr fragen. Aber der Tod erschien ihm schrecklich. Ich möchte eure Durchlaucht ergebens bitten, sagte der Postmeister eintretend, ein wenig Raum zu geben für diesen Herren. Ein anderer Reisender war eingetroffen, welcher auch wegen Mangel an Pferden warten musste. Es war ein kleiner, knöcherner Greis mit gelbem, faltigem Gesicht und grauen, herabhängenden Augenbrauen über den glänzenden Augen. Peter nahm seine Füße vom Tisch herab, stand auf und legte sich auf das Ruhebett, in dem er zuweilen den Eintretenden betrachtete, welcher mit ermüdeter, mürrischer Miene, ohne Peter anzublicken, mit Hilfe seines Dieners schwerfällig den Mantel abnahm. Der Fremde setzte sich auf den Divan, lehnte seinen großen, breiten Kopf an die Rücklehne und blickte Besuchow an, dem der geistreiche und durchdringende Ausdruck des Fremden auffiel. An seinem Finger bemerkte Peter einen großen, eisernen Ring mit einem Adamskopf. Der alte Diener des Fremden brachte einen Reisenessess her, nahm Teezeug heraus und brachte den dampfenden Samovar. Als alles bereit war, öffnete der Alte die Augen, rückte den Stuhl an den Tisch, goss sich ein Glas Tee ein und ein zweites für den alten Diener, das er ihm reichte. Dann fragte der Diener, ob der Herr etwas nötig habe. »Nein«, erwiderte dieser, »gib mir nur das Buch.« Der Diener reichte ihm ein Buch, in das der Fremde sich vertiefte. Nach einiger Zeit legte er das Buch weg, schloss wieder die Augen und lehnte sich an die Rücklehne zurück in seine frühere Lage. Kapitel 75 »Ich habe das Vergnügen, mit dem Grafen Besuch aufzusprechen, wenn ich nicht irre,« begann der Fremde. Peter blickte ihn fragend an. »Ich habe von ihnen gehört,« fuhr der Fremde fort, »und von dem Unglück, das sie betroffen hat.« Peter errötete, nahm hastig die Füße vom Bett herab und lächelte gezwungen. »Ich habe das nicht aus Neugierde erwähnt, mein Herr, sondern aus wichtigeren Gründen. Sie sind unglücklich, mein Herr. Sie sind jung und ich alt und deshalb wünsche ich, nach meinen Kräften Ihnen zu helfen.« »Ach, ich bin Ihnen sehr dankbar, wohin reisen Sie?« Das Gesicht des Fremden war unfreundlich, sogar kalt und streng, aber seine Redeweise und seine Miene hatten etwas Einnehmendes für Peter. »Sie sind wohl Freimaurer,« fuhr Peter fort, als er den Ring mit dem Adamskopf an der Hand des Fremden bemerkte. »Ja, ich gehöre zu der Brüderschaft der Freimaurer,« erwiderte der Fremde, »und im Namen derselben wie in meinem eigenen Namen biete ich Ihnen die brüderliche Hand.« »Ich fürchte, dass meine Vorstellung vom ganzen Weltgebäude der Ihrigen so sehr widerspricht, dass wir uns nicht vereinigen können.« »Ich habe nie behauptet, dass ich die Wahrheit kenne,« erwiderte der Freimaurer. »Niemand kann allein zur Wahrheit gelangen. Nur Stein auf Stein wird durch die Teilnahme aller von Millionen Generationen seit dem Vorvater Adam bis auf unsere Zeit jener Tempel errichtet, welcher zur Wohnung des großen Gottes würdig erscheint.« »Ich muss Ihnen sagen, ich glaube nicht an Gott,« wandte Peter ein. Der Fremde sah Peter durchdringend an und lächelte. »Sie kennen ihn nicht, mein Herr,« erwiderte er, »Sie können ihn nicht kennen, und darum sind Sie unglücklich.« »Ja, ich bin unglücklich,« bestätigte Peter, »aber was soll ich tun?« »Sie kennen ihn nicht.« »Er ist aber hier, in mir, in meinen Worten, in dir und selbst in deinen gotteslästerlichen Reden«, sagte der Greis mit ernster, zitternder Stimme. Wer hätte ihn erkennen können, wenn er nicht wäre? Woher entstand in ihnen die Vermutung, dass es ein solches unbegreifliches Wesen gebe? Warum vermutest du und die ganze Welt das Dasein eines so unerreichbaren, allmächtigen, ewigen und unendlichen Wesens?« Er schwieg lange Zeit. Peter wollte dieses Schweigen nicht unterbrechen. Mit Schrecken fühlte er, wie sich in seinem Inneren Zweifel regten. Er erkannte die Unklarheit und Schwachheit der Gründe des Freimaurers und fürchtete, ihnen nicht glauben zu können. »Ich begreife nicht,« sagte er, »warum der menschliche Geist nicht zu solchem Wissen gelangen könnte, von dem Sie sprechen.« Der Freimaurer lächelte. »Die große Weisheit und Wahrheit ist wie der reinste Quell. Können wir in einem unreinen Gefäß dieses reine Quellwasser schöpfen, um seine Reinheit zu beurteilen? Man kann den innerlichen Menschen reinigen und erneuern. Und darum muss man erst glauben und sich vervollkommenen, um zum Wissen zu gelangen. Und zu diesem Zweck lebt in unserer Seele ein göttliches Licht, das wir Gewissen nennen.« »Na ja«, bestätigte Peter, »betrachte mit geistigem Auge deinen inneren Menschen und frage dich selbst, bist du zufrieden mit dir? Was hast du erreicht, indem du nur dem Verstand folgtest? Wer bist du? Sie sind jung, reich, gebildet, mein Herr. Was haben sie aus all diesen Vorzügen, die ihnen verliehen worden, gemacht? Sind sie zufrieden mit sich und ihrem Leben? »Nein, ich verabscheue mein Leben«, sagte Peter düster. »Wenn du es verabscheust, dann ändere es, reinige dich. Und je weiter die Reinigung vorschreitet, desto mehr wirst du die Weisheit erkennen. Sehen sie ihr Leben an, mein Herr. Wie haben sie es verbracht? In stürmischen Orgien. Sie haben alles von der Menschheit erhalten und ihr nichts geliefert. Was haben sie denn für ihre Nächsten getan? Haben sie an die Zehntausende ihrer Leibeigenen gedacht? Haben sie ihnen ehrlich geholfen? Sie haben Reichtum erhalten. Wie haben sie ihn genutzt? Sie haben ihr Leben in Müßiggang verbracht, haben geheiratet, mein Herr. Sie haben die Verantwortlichkeit auf sich genommen, ein junges Weib zu leiten. Und was haben sie getan? Sie haben ihr nicht geholfen, mein Herr, den Weg der Wahrheit aufzufinden, sondern sie in den Strudel der Lüge und des Unglücks hineingestoßen. Ein Mensch hat sie beleidigt und sie haben ihn getötet. Und sie sagen, sie kennen nicht Gott und verabscheuen ihr Leben. Darin ist kein Kern von Weisheit, mein Herr. Ermüdet vom langen Reden schloss der Alte die Augen. Peter sah in das strenge, unbewegliche alte Gesicht und bewegte die Lippen. Er wollte sagen, ja, ein nichtswürdiges, müßiges, verworfenes Leben. Aber er wagte nicht, das Schweigen zu unterbrechen. Der Diener erschien an der Tür. Sind die Pferde da, fragte der Alte, dann lasse einspannen. Wird er davonfahren und mich allein ohne Hilfe lassen, dachte Peter. Er ging im Zimmer auf und ab und sah zuweilen den Alten an. Ja, dieser Mensch kennt die Wahrheit und wenn er wollte, so könnte er sie mir entdecken. Dies wollte er dem Freimaurer sagen. Der Fremde ordnete seine Sachen und legte den Mantel um. Dann wandte er sich an Besuch auf und fragte in gleichgültig höflichem Tone, Wohin werden Sie jetzt reisen? Ich nach Petersburg, erwiderte Peter. Ich danke Ihnen. Ich bin in allem mit Ihnen einverstanden. Aber glauben Sie nicht, dass ich so dumm sei. Von ganzer Seele wünsche ich, mein Leben zu ändern. Aber niemals und nirgends habe ich Hilfe gefunden. Übrigens bin ich ganz und gar selbst schuld. Helfen Sie mir, belehren Sie mich. Und vielleicht werde ich... Peter konnte nicht weitersprechen und wandte sich ab. Der Freimaurer dachte nach und schien etwas zu überlegen. Die Hilfe kommt von Gott, sagte er. Aber die Unterstützung, welche unser Orden zu bieten vermag, wird er Ihnen gewähren, mein Herr. In Petersburg übergeben Sie dies dem Grafen Vilarski. Er nahm eine Brieftasche heraus und schrieb einige Worte auf ein Blatt Papier. Einen Rat erlauben Sie mir noch Ihnen zu geben. Wenn Sie in der Residenz angekommen sind, so widmen Sie die erste Zeit der Einsamkeit und Selbstbetrachtung und verfallen Sie nicht wieder in Ihre frühere Lebensweise. Ich wünsche Ihnen glückliche Reise, mein Herr, sagte er, als er bemerkte, dass ein Diener ins Zimmer trat. Der Fremde war Ossip Alexeyevich Basteljev, wie Peter aus dem fremden Buch der Station erfuhr. Basteljev war einer der berühmtesten Freimaurer. Lange nach seiner Abreise ging Peter im Zimmer auf und ab, ohne nach Pferden zu fragen, überdachte seine lasterhafte Vergangenheit und stellte sich mit Entzücken seine vorwurfsfreie tugendhafte Zukunft vor, die ihm so leicht erreichbar schien. Er glaubte nur deswegen lasterhaft gewesen zu sein, weil er zufällig vergessen hatte, wie schön es sei, tugendhaft zu sein. In seiner Seele war nicht eine Spur der früheren Zweifel zurückgeblieben. Er glaubte fest an die Möglichkeit einer Verbrüderung der Menschen zum Zwecke der gegenseitigen Unterstützung auf dem Wege der Tugend und dies schien ihm das Ziel der Freimaurer zu sein. Kapitel 76 In Petersburg angekommen, machte Peter niemand Mitteilung von seiner Ankunft, machte keine Besuche und brachte ganze Tage damit zu, Thomas Akempis zu lesen. Eine Woche nach seiner Ankunft trat der junge polnische Graf Iwilarski, den Peter oberflächlich kannte, eines Abends in sein Zimmer mit demselben offiziellen und feierlichen Wesen, mit dem der Sekundant Dolochows bei ihm eingetreten war und nachdem er die Türe geschlossen und sich überzeugt hatte, dass außer Peter niemand im Zimmer war, sagte er, ohne sich zu setzen, Peter war erstaunt über den kalten und strengen Ton dieses Mannes, den er fast immer auf Bällen mit gewinnendem Lächeln und in Gesellschaft glänzender Damen gesehen hatte. Ja, das ist mein Wunsch, erwiderte er. Noch eine Frage, Graf, fuhr Iwilarski fort, auf die ich Sie als ehrlicher Mann aufrichtig zu antworten bitte. Sind Sie von Ihren früheren Überzeugungen zurückgekommen? Glauben Sie an Gott? Peter wurde nachdenklich. Ja, ja, ich glaube an Gott, sagte er. In diesem Fall begann Wilarski, aber Peter unterbrach ihn. Ja, ich glaube an Gott, sagte er noch einmal. Dann können wir fahren, sagte Wilarski. Mein Wagen steht zu ihren Diensten. Während des ganzen Weges schwieg Wilarski. Auf Peters Fragen, was er zu tun und zu antworten habe, sagte Wilarski kurz, würdigere Brüder als er würden Peter erforschen und er habe nur die Wahrheit zu sagen. Als sie vor einem großen Hause vorfuhren, in dem sich die Loge befand, stiegen sie eine dunkle Treppe hinauf und traten in ein kleines Vorzimmer, wo sie die Pelze abnahmen. Dann traten sie in ein anderes Zimmer. Ein Mensch in seltsamer Kleidung erschien an der Tür. Wilarski ging ihm entgegen, sagte ihm leise etwas auf Französisch und trat zu einem kleinen Schrank, in welchem Peter eine noch nie gesehene Kleidung bemerkte. Wilarski nahm ein Tuch aus dem Schrank und verbannt Peter damit die Augen. Dann zog er seinen Kopf zu sich herab, küßte ihn, ergriff ihn an der Hand und führte ihn fort. Die Haare, die in den Knoten mit eingebunden waren, schmerzten Peter so sehr, dass er das Gesicht verzog. Nach etwa zehn Schritten hielt Wilarski an. Was ihnen auch widerfahren mag, sagte er, müssen sie mutig ertragen, wenn sie fest entschlossen sind, in unsere Brüderschaft einzutreten. Peter neigte bestätigend den Kopf. Wenn sie Klopfen an der Tür hören, so nehmen sie die Binde von den Augen ab. Ich wünsche ihnen Mut und Erfolg. Dann drückte er Peter die Hand und ging. Die fünf Minuten, welche er mit verbundenen Augen zubrachte, erschienen ihm wie eine Stunde. Die verschiedenartigsten Gefühle befielen ihn, vorzugsweise Furcht und Neugierde. Endlich hörte er starkes Klopfen an der Tür, nahm die Binde ab und blickte sich um. Im Zimmer herrschte tiefe Finsternis. Nur an einer Stelle brannte ein Lämpchen in etwas Weißem. Peter trat näher und sah, dass die Lampe auf einem schwarzen Tische stand, auf dem ein geöffnetes Buch lag. Das Buch war eine Bibel. Das Weiße, in dem das Lämpchen brannte, war ein Menschenschädel. Er las die ersten Worte des Evangeliums. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Peter ging rings um den Tisch und sah eine große, gefüllte, offene Kiste. Das war ein Sarg mit Gebeinen. Was er sah, setzte ihn nicht in Erstaunen. Gott, Tod, Liebe. Verbrüderung der Menschheit, sagte er, und verband mit diesen Worten unklare, aber freudige Vorstellungen. Die Tür öffnete sich, und jemand trat ein. Bei dem schwachen Licht, an das sich Peter aber schon gewöhnt hatte, erblickte er einen kleinen Mann, der stehen blieb, dann mit vorsichtigen Schritten an den Tisch trat und seine kleinen, mit ledernen Handschuhen bedeckten Hände darauf legte. Er war in einem weißen, ledernen Mantel gehüllt, der seine Brust und einen Teil der Beine bedeckte. Um den Hals trug er eine Art von Halsschmuck, aus dem eine hohe, weiße Blumenkrause hervorsah. Warum sind Sie hierher gekommen, fragte der Eintretende, der Sie nicht an die Wahrheit des Lichts glauben und nicht das Licht sehen. Warum sind Sie hierher gekommen? Was wollen Sie von uns? Weisheit? Tugend? Erleuchtung? Peter empfand ein Gefühl der Ehrfurcht. Er fühlte die Gegenwart eines ihm im Leben Fremden in der Verbrüderung aber nahestehenden Menschen. Peter erkannte in dem Retor, so nennt man in der Freimaurerei den Bruder, der die Neulinge vorbereitet, Smoljanjow. Ja, ja, ich wünsche Erneuerung, brachte Peter nur mühsam hervor. Gut, sagte Smoljanjow. Haben Sie eine Vorstellung von den Mitteln, mit denen unser heiliger Orden Ihnen zur Erreichung Ihres Ziels hilft? fragte er ruhig. Ja, ich hoffe, die Leitung, die Hilfe zur Erneuerung, sagte Peter mit zitternder Stimme. Er stotterte, teils aus Aufregung, teils, weil er nicht gewohnt war, über abstrakte Dinge russisch zu sprechen. Welche Vorstellung haben Sie von der Freimaurerei? Ich stelle mir vor, dass die Freimaurerei die Brüderlichkeit und Gleichheit der Menschen mit tugendhaften Zielen ist, sagte Peter, beschämt darüber, dass seine Worte der Feierlichkeit des Augenblicks so wenig entsprachen. Gut, sagte der Retor rasch. Durch diese Antwort, wie es schien, vollkommen befriedigt. Haben Sie zur Erreichung Ihrer Zwecke Hilfe in der Religion gesucht? Nein, ich hielt Sie für falsch und unzuverlässig, sagte Peter leise. Sie suchen also die Wahrheit, um im Leben Ihren Gesetzen zu folgen. Folglich suchen Sie die Weisheit und die Tugend, nicht wahr? sagte der Retor nach kurzem Schweigen. Ja, ja, bestätigte Peter. Ich muss Ihnen jetzt das Hauptziel unseres Ordens offenbaren, sagte der Retor. Und wenn dasselbe mit Ihrem Bestreben übereinstimmt, so können Sie mit Nutzen in unsere Brüderschaft eintreten. Das erste und höchste Ziel und die Grundlage unseres Ordens, die keine menschliche Macht erschüttern kann, ist die Bewahrung und Überlieferung eines wichtigen Geheimnisses an die Nachkommenschaft, das aus den ältesten Zeiten, ja sogar vom ersten Menschen bis auf uns gelangt ist und von dem vielleicht das Schicksal des Menschengeschlechts abhängt. Aber da dieses Geheimnis solcher Art ist, dass niemand es wissen und anwenden darf, ohne durch langjährige und eifrige Selbstreinigung dazu vorbereitet zu sein, so kann nicht jeder hoffen, es bald zu ergründen. Deshalb haben wir ein zweites Ziel, das darin besteht, unsere Mitglieder vorzubereiten, so viel als möglich ihr Herz zu bessern, zu reinigen und ihren Geist zu erleuchten durch jene Mittel, die uns durch die Offenbarung von Männern entdeckt wurden, die an der Erforschung dieses Geheimnisses arbeiteten. Indem wir unsere Mitglieder reinigen und veredeln, bemühen wir uns auch, das ganze Menschengeschlecht zu bessern. Und dadurch bemühen wir uns auch, aus allen Kräften das Böse zu bekämpfen, das in der Welt herrscht. Denken Sie darüber nach und ich werde wieder zu Ihnen kommen, sagte er und verließ das Zimmer. Das Böse zu bekämpfen, das in der Welt herrscht, wiederholte Peter. Von den drei Zielen, die der Retor erwähnt hatte, war dieses Letztere, die Besserung des Menschengeschlechts, Peter besonders wohlgefällig. Nach einer halben Stunde kam der Retor zurück und teilte dem Neuling jene sieben Tugenden mit, die den sieben Stufen des Tempels Salomonis entsprechen und welche jeder Freimaurer in sich selbst aufziehen soll. Diese Tugenden waren erstens Bescheidenheit, Bewahrung des Geheimnisses des Ordens, zweitens Gehorsam den höchsten Anführern des Ordens, drittens Sittsamkeit, viertens Liebe zur Menschheit, fünftens Mut, sechstens Genügsamkeit, siebtens Liebe des Todes. Bestreben Sie sich, sagte der Retor, durch häufiges Nachdenken über den Tod dahin zu gelangen, dass er Ihnen nicht mehr als schrecklicher Feind, sondern als Freund erscheint, als Befreier von den Mühsalen dieses Lebens. Ja, so muss es sein, dachte Peter, als nach diesen Worten der Retor ihn wieder verließ. Aber ich bin noch so schwach, dass ich mein Leben liebe. Die übrigen fünf Tugenden jedoch, die Peter an den Fingern herzählte, fühlte er in seiner Seele. Mut, Genügsamkeit, Sittsamkeit, Liebe zu den Menschen und besonders Gehorsam, der ihm übrigens nicht als eine Tugend, sondern als ein Glück erschien. Die siebte Tugend hatte Peter vergessen und konnte sich auf keine Weise mehr daran erinnern. Zum dritten Mal kehrte der Retor zurück und fragte Peter, ob er fest in seinem Vorsatz sei, sich allen Forderungen zu unterwerfen. Ich bin zu allem bereit, sagte Peter. Ich muss Ihnen noch mitteilen, sagte der Retor, dass unser Orden seine Lehre nicht nur durch Worte, sondern auch durch andere Mittel lehrt, die auf einen wirklich nach Weisheit und Tugend strebenden vielleicht stärker einwirken als bloße mündliche Erklärungen. Unser Orden gleicht den alten Gesellschaften, die ihre Lehre durch Hieroglyphen offenbarten. Eine Hieroglyphe, sagte der Retor, ist das Merkzeichen einer Sache, die nicht den Gefühlen unterworfen ist und die Eigenschaften enthält, die denen der nachgebildeten Sache gleichen. Peter wusste sehr wohl, was Hieroglyphen sind, wagte aber nicht zu sprechen. Schweigend hörte er den Retor an, mit dem Vorgefühl, dass sogleich die Prüfung beginnen werde. Wenn sie fest entschlossen sind, so muss ich zu ihrer Einführung schreiten, sagte der Retor auf Peter zutretend. Zum Zeichen der Genügsamkeit bitte ich sie, mir alle ihre Kostbarkeiten zu übergeben. Ich habe aber nichts bei mir, sagte Peter, der glaubte, dass man von ihm die Herausgabe alles dessen, was er besitze, verlangte, was sie bei sich haben. Uhr, Geld, Ringe. Hastig nahm Peter seine Geldbörse und Uhr heraus und zog mühsam einen Ring von seinem fleischigen Finger. Zum Zeichen des Gehorsams bitte ich sie, sich auszukleiden. Peter legte auf die Anweisung des Retors den Frack, die Weste und den linken Stiefel ab. Der Freimaurer öffnete das Hemd an der linken Seite seiner Brust, bückte sich und schob seine Beinkleider am linken Fuß über das Knie hinauf. Peter wollte hastig auch den rechten Stiefel und die Beinkleider abziehen, um dem Freimaurer die Mühe zu ersparen, aber dieser sagte, das sei nicht nötig und gab ihm einen Pantoffel für seinen linken Fuß. Mit kindlichem Lächeln, in dem bescheidene Zweifel an Gott oder sich selbst lagen und das gegen seinen Willen auf seinem Gesicht erschien, stand Peter da mit ausgestreckten Armen und Beinen und erwartete die neuen Befehle des Freimaurers. Und endlich als Zeichen der Aufrichtigkeit bitte ich sie, mir ihre hauptsächlichste Leidenschaft mitzuteilen. Meine Leidenschaft? Ich hatte so viele, sagte Peter. Diejenige, die sie mehr als die anderen schwanken machte auf dem Weg der Tugend, sagte der Freimaurer. Peter schwieg und dachte nach. Der Wein, Feinschmeckerei, Müßiggang, Zorn, Wut, Weiber, so zählte er seine Laste auf und wusste nicht, welchem der Vorrang gebührte. Die Weiber, sagte er mit leiser, kaum hörbarer Stimme. Der Freimaurer rührte sich nicht und schwieg lange nach dieser Antwort. Endlich näherte er sich Peter, nahm das Tuch und verband ihm die Augen. Zum letzten Mal sage ich ihnen, richten sie alle ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst, legen sie ihren Gefühlenketten an und suchen sie das Heilen nicht in Leidenschaften, sondern in ihrem Herzen. Die Quelle des Heils ist nicht außerhalb, sondern innerhalb ihrer. Peter fühlte in sich schon diesen befriedigenden Quell des Heils, der schon jetzt sein Herz mit Freude und Wonne erfüllte. Kapitel 77 Bald darauf kam zu Peter in das dunkle Zimmer anstatt des Retours der Bürger Wilarski, den er an der Stimme erkannte. Auf die neue Frage nach der Festigkeit seines Vorsatzes antwortete Peter mit strahlendem, kindlichem Lächeln Ja, ja, ich bin einverstanden und ging vorwärts nach dem von Wilarski auf ihn gerichteten Degen. Dann wurde Peter mit verbundenen Augen auf Umwegen durch verschiedene Korridore geführt und endlich vor die Tür der Loge. Wilarski hustete, worauf Hammerschläge antworteten und die Tür sich vor ihm öffnete. Eine Bassstimme fragte ihn, wer er sei, wo und wann er geboren sei und so weiter. Dann wurde er wieder mit verbundenen Augen fortgeführt und seine Begleiter sprachen in Allegorien von den Mühsalen seiner Reise, von der geheiligten Freundschaft, von dem ewigen Schöpfer der Welt und dem Mute, mit dem er die Mühsale und Gefahren bestehen solle. Peter hörte, wie seine Begleiter uneinig waren und flüsternd über etwas stritten. Der eine bestand darauf, dass er auf den Teppich geführt werden solle. Darauf wurde seine rechte Hand ergriffen und auf etwas Unbekanntes gelegt und man befahl ihm, mit der linken einen Zirkel auf der linken Brust anzudrücken und den Gesetzen des Ordens den Eid der Treue zu leisten, den ein anderer vorsprach. Dann wurde die Kerze ausgelöscht und Spiritus angezündet, was Peter am Geruch bemerkte. Man sagte ihm, er werde das kleine Licht sehen. Die Binde wurde ihm abgenommen und Peter sah wie im Traum im schwachen Licht der Spiritusflamme einige Leute in ebensolchen Gewändern wie der Retor, welche ihm gegenüberstanden und den Degen auf seine Brust gerichtet hielten. Zwischen ihnen stand ein Mann mit blutigem Hemd. Peter bewegte sich vorwärts gegen die Degen, um sich von ihnen durchbohren zu lassen, aber die Degen wichen zurück und die Binde wurde ihm wieder angelegt. Du hast das kleine Licht gesehen, sagte ihm eine Stimme. Dann wurden wieder Kerzen angezündet und man sagte, er möge das volle Licht sehen. Wieder wurde die Binde abgenommen und mehr als zehn Stimmen riefen zugleich, Sieg, Transit Gloria Mundi. Peter begann sich zu fassen und blickte sich im Zimmer um. Um einen langen, mit schwarzem Tuch bedeckten Tisch saßen zwölf Männer, alle in denselben Gewändern, die er vorhin gesehen hatte. Einige waren Peter bekannt. Auf dem Stuhl des Vorsitzenden saß ein unbekannter junger Mann mit einem Kreuz um den Hals. Alle beobachteten ein feierliches Schweigen und hörten auf die Worte des Vorsitzenden, der den Hammer in der Hand hielt. An der Wand sah er glänzende Sterne. Auf der einen Seite des Tisches war ein kleiner Teppich mit verschiedenen Figuren darauf. Auf der anderen Seite stand eine Art von Altar mit der Bibel und dem Menschenschädel. Auf dem Tisch standen sieben große Kirchenkerzen. Zwei der Brüder führten Peter an den Altar, brachten seine Füße in rechtwinklige Stellung und befahlen ihm, sich niederzulegen. Er muss zuerst die Kelle erhalten, sagte flüsternd einer der Brüder. Ach, hören Sie auf damit, erwiderte ein anderer. Peter blickte sich mit seinen kurzsichtigen Augen ringsum und plötzlich entstanden in ihm Zweifel. Wo bin ich? Was tue ich? Wird man nicht über mich lachen? Werde ich mich nicht mit Beschämung dessen erinnern? Aber seine Zweifel dauerten nur einen Augenblick. Peter sah die ernsthaften Gesichter der ihn Umgebenden, erinnerte sich an alles, was er schon durchgemacht hatte und begriff, dass er nicht auf halbem Wege stehen bleiben konnte. Er entsetzte sich über seine Zweifel und bemühte sich, das frühere, wonnige Gefühl wieder zu erwecken. Und wirklich, es erschien noch stärker als zuvor. Nachdem er einige Zeit gelegen hatte, wurde ihm befohlen, aufzustehen. Man legte ihm ein ebensolches weißes, ledernes Gewand um, wie es die anderen trugen, gab ihm eine Kelle in die Hand und drei Paar Handschuhe. Darauf sagte ihm der Großmeister, er solle sich hüten, jemals dieses weiße Gewand zu beflecken, das die Festigkeit und Sitzamkeit vorstelle. Dann sagte er von der Kelle, er solle sich bemühen, damit sein Herz von den Lastern zu reinigen. Endlich teilte er ihm über das erste Paar Handschuhe mit, dass er ihre Bedeutung nicht erfahren könne, die Handschuhe aber behalten solle. Über das andere Paar sagte er, er solle sie in Gesellschaften tragen. Und über das dritte Paar, welches Damen Handschuhe waren, belehrte er ihn, Lieber Bruder, auch diese Frauenhandschuhe sind für sie bestimmt. Geben Sie sie dem Weibe, welches sie mehr als alle anderen verehren. Damit versichern sie diejenige, die sie als würdig eines Freimaurers auswählen, der Sitzsamkeit ihres Herzens. Aber achte wohl darauf, lieber Bruder, dass diese Handschuhe nicht unreine Hände schmücken. Peter blickte sich unruhig um und es entstand ein peinliches Schweigen, welches durch einen der Brüder unterbrochen wurde, indem er Peter auf den Teppich führte und aus einem Heft die Erklärung aller darauf abgebildeten Figuren Sonne, Mond, Hammer, Senkblei, Kelle, Würfel, Säule, Dreifeuer und so weiter vorlas. Dann wurde Peter ein Platz angewiesen. Man zeigte ihm das Zeichen der Loge, nannte ihm das Losungswort zum Eintritt und endlich wurde ihm erlaubt, sich niederzusetzen. Der Großmeister begann die Statuten vorzulesen. Peter war in seiner Freude und Aufregung nicht imstande, alles zu begreifen, was vorgelesen wurde. Mit Freudentränen in den Augen blickte er um sich, ohne zu wissen, was er auf die Begrüßungsworte der Bekannten, die ihn umgaben, antworten sollte. Der Großmeister klopfte mit dem Hammer, alle setzten sich an ihre Plätze und der eine las eine Belehrung über die Notwendigkeit des Gehorsams vor. Der Großmeister forderte ihn auf, die leichten Verpflichtungen zu erfüllen und ein vornehmer Würdenträger begann die Brüder einzeln zu befragen. Peter wollte auf dem Blatt der Almosen alles Geld verschreiben, das er besaß, aber er befürchtete, dass das für Hochmut angesehen werden könnte und unterschrieb daher nur so viel wie die anderen. Die Sitzung wurde aufgehoben und nach seiner Rückkehr glaubte Peter von einer fernen Reise zurückzukommen, gänzlich verändert und fern von den früheren Lebensgewohnheiten. Kapitel 78 Am Tage nach seiner Aufnahme in die Loge saß Peter zu Hause, las und bemühte sich, die Bedeutung eines Quadrats zu erkennen, dessen eine Seite Gott, dessen andere die Sittlichkeit, dessen dritte das Physische und dessen vierte das Lächerliche bildete. Endlich gab er dieses Nachdenken auf und begann, neue Lebenspläne zu entwerfen. Man hatte ihm in der Loge gestern gesagt, der Kaiser hätte von seinem Duell mit Olochow gehört und es wäre vernünftig, wenn Peter sich von Petersburg entfernen würde. Er beabsichtigte daher, auf seine Güter im südlichen Russland zu fahren, um sich dort dem Wohle seiner Bauern zu widmen. Plötzlich wurde er durch den Eintritt des Fürsten Vassil unterbrochen. Mein Lieber, was hast du in Moskau angerichtet? Warum hast du dich mit Helene verfeindet? Du bist im Irrtum, mein bester, rief Fürst Vassil. Du bist im Irrtum. Ich habe alles erfahren und kann dir wirklich sagen, dass Helene unschuldig ist wie ein Kind. Peter wollte antworten, wurde aber unterbrochen. Und warum hast du dich nicht ganz einfach gerade an mich gewandt als Freund? Ich weiß alles und begreife alles. Du hast dich wie ein anständiger Mann benommen, dem seine Ehre teuer ist. Freilich etwas voreilig, aber darüber wollen wir nicht richten. Nun bedenke aber, in welche Lage du sie und mich in den Augen der ganzen Gesellschaft und sogar des Hofes gebracht hast. Sie in Moskau und du hier. Das ist alles nur ein Missverständnis. Ich glaube, das fühlst du selbst. Wir wollen sogleich einen Brief schreiben und sie wird hierher kommen, alles wird sich aufklären. Andernfalls aber, sage ich dir, kannst du in eine schlimme Lage kommen, mein Lieber. Fürst Vassil blickte Peter scharf an. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass die verwitwerte Kaiserin sich für diese Sache ganz lebhaft interessiert. Du weißt, sie ist Helene sehr gnädig gesinnt. Vergeblich hatte Peter versucht, zu Worte zu kommen. Mit düsterer Miene stand er auf, errötete, setzte sich wieder und suchte sich darauf vorzubereiten, was ihm am schwersten im Leben fiel, nämlich einem Menschen etwas Unangenehmes gerade in die Augen zu sagen, der etwas ganz anderes erwartete. Er war so sehr gewöhnt, sich diesem Ton nachlässiger Selbstzufriedenheit des Fürsten Vassil unterzuordnen, dass er auch jetzt nicht die Kraft fand, ihm zu widerstehen, obgleich er fühlte, dass von dem, was er sagen werde, sein ferneres Schicksal abhänge. Nun, mein Lieber, sagte scherzend Fürst Vassil, sage ja und ich schreibe ihr von mir aus und alles ist wieder gut. Aber Peter sprang mit wütender Miene auf. Fürst, rief er flüsternd, ohne ihn anzusehen, ich habe sie nicht hierher berufen, bitte gehen Sie. Er öffnete ihm die Tür. Gehen Sie doch, wiederholte er. Er traute sich selbst nicht und empfand eine düstere Freude über den Ausdruck des Schreckens, der auf dem Gesicht des Fürsten Vassil erschien. Was ist hier? Bist du krank? Gehen Sie, rief er nochmals mit zitternder Stimme. Fürst Vassil musste nach Hause fahren, ohne seinen Zweck erreicht zu haben. Eine Woche später nahm Peter Abschied von seinen neuen Freunden, den Freimaurern, denen er eine große Summe für wohltätige Zwecke hinterließ und fuhr und fuhr auf seine Güter. Seine neuen Freunde hatten ihm Briefe an die Freimaurer in Kiew und Odessa mitgegeben, versprachen auch, ihm zu schreiben und ihn in seiner neuen Tätigkeit zu leiten. Kapitel 79 Das Duell Peters mit Dolochow wurde vertuscht. Der Zwist mit seiner Frau aber bildete den Gegenstand des Gesprächs in der Gesellschaft. Als natürlicher Sohn war Peter vernachlässigt und hochmütig behandelt worden. Danach wurde er mit Schmeicheleien überhäuft, als er die beste Partie im russischen Kaiserreich geworden war und dann wieder vernachlässigt, als nach seiner Hochzeit Mütter und Töchter nichts mehr von ihm zu erwarten hatten. Jetzt aber galt er für einen blutdürstigen Wüterich und als nach seiner Abreise Helene nach Petersburg zurückkehrte, wurde sie freudig und mit einer Schattierung von ehrerbietiger Teilnahme für ihr Unglück empfangen. Wenn von ihrem Mann die Rede war, nahm Helene ein würdiges Aussehen an, das sie, ohne seine Bedeutung zu begreifen, mit dem ihr eigenen Takte sich aneignete. Anna Pavlovna, die Hofdame, versammelte noch immer in ihren Abendgesellschaften die Crème der vornehmen Gesellschaft und die Blüte der Intelligenz, wie sie selbst sagte, und immer wieder hatte sie für ihre Gäste eine interessante Persönlichkeit, wie zum Beispiel den Fürsten Hippolyt Kuragin, den Herrn Krug, den dänischen Gesandten, einen tiefen Geist und einen Herrn Schietow, einen Mann mit großen Verdiensten, wie sie ihren Gästen zuflüsterte. Heute aber war die vorzüglichste Neuigkeit, die sie für ihre Gäste bereithielt, Boris Drubetskoy, welcher eben als Kurier von der preußischen Armee angekommen war. Es war am Ende des Jahres 1806 und die Nachrichten von der Niederlage der flüchtigen Armee bei Jena und von der Übergabe der meisten preußischen Festungen waren eben eingetroffen. Unsere Armee marschierte in Preußen ein und es begann unser zweiter Krieg mit Napoleon. Boris trat in seiner stutzerhaften Adjutantenuniform frisch und rotwangig in den Salon ein, begrüßte die Tante und machte sich wieder mit der Gesellschaft bekannt. Boris hatte um diese Zeit durch die Bemühung seiner Mutter und durch seinen schmiegsamen Charakter schon eine sehr vorteilhafte Stellung im Dienst erreicht. Er war Adjutant einer sehr wichtigen Persönlichkeit und mit einem wichtigen Auftrag nach Preußen gesandt worden und eben erst von dort zurückgekehrt. Er hatte sich jene ungeschriebene Subordination, die ihm so sehr gefiel, ganz angeeignet, nach der ein Fähnrich unvergleichlicher höher stehen kann als ein General und nach welcher nicht Eifer und Mühe Tapferkeit und Ausdauer zum Erfolg im Dienste nötig sind, sondern nur schlaue Gewandtheit in der Behandlung der Personen, welche auf ein Avancement Einfluss haben. Er änderte seine ganze frühere Lebensweise. Seine letzten Mittel wandte er dazu an, sich besser als andere zu kleiden und verzichtete lieber auf Vergnügungen, als dass er in einer schlechten Equipage gefahren wäre oder sich in einer alten Uniform in den Straßen Petersburgs gezeigt hätte. Er suchte nur die Bekanntschaft solcher Leute, die über ihm standen und ihm nützlich sein konnten. Die Erinnerung an seine kindische Liebschaft mit Nathalie war ihm unangenehm und er mied Rostovs Haus. Jetzt begriff er sofort seine Rolle und überließ es der Hofdame, ihn als Schaustück zu benutzen, beobachtete aber jede Persönlichkeit und erwog jeden Nutzen, welcher dieselbe ihm gewähren konnte. Er saß auf dem ihm angewiesenen Platz neben der schönen Helene und horchte auf das allgemeine Gespräch. Die Hofdame sprach von dem Mut und der Festigkeit des preußischen Königs, um das Gespräch dadurch auf Boris überzuführen, der aufmerksam zuhörte und abwartete, bis er an die Reihe käme. Inzwischen aber hatte er seine Nachbarin mehrere Male angeblickt, die dem hübschen, jungen Adjutanten wiederholt zulächelte. Indem die Hofdame über die Lage Preußens sprach, ersuchte sie auf ganz natürliche Weise Boris von seiner Reise nach Glogau und der Lage, in der er das preußische Heer gefunden hatte, zu erzählen. Boris teilte ohne Übereilung in reinem, korrekten Französisch viele interessante Einzelheiten über das Heer und den Hof mit, vermied es aber sorgfältig, eine eigene Meinung darüber zu äußern. Für einige Zeit beherrschte er die allgemeine Aufmerksamkeit und die Hofdame erkannte, dass ihr Schaustück bei allen Gästen Beifall fand. Am meisten Aufmerksamkeit zeigte Helene für die Erzählungen Boris. Mehrmals fragte sie nach Einzelheiten und interessierte sich sehr für die Lage der preußischen Armee. Nachdem er geendigt hatte, wandte sie sich mit ihrem gewöhnlichen Lächeln an ihn. Sie müssen mich durchaus besuchen, sagte sie in einem Ton, als ob das aus sehr wichtigen Gründen ganz unerlässlich wäre. Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr. Es wird mir ein großes Vergnügen sein. Boris versprach ihrem Wunsch nachzukommen und wollte ein Gespräch mit ihr anknüpfen. Aber Anna Pavlovna rief ihn zu sich, unter dem Vorwand, die Tante wünsche, ihn zu sprechen. Sie kennen doch ihren Mann, sagte die Hofdame mit Kummer voller Gebärde. Ach, sie ist eine unglückliche, entzückende Frau. Sprechen Sie nicht von ihm in ihrer Gegenwart, es ist ihr zu peinlich. Fürst Boris und Anna Pavlovna kehrten zur Gesellschaft zurück. Das Gespräch wurde den ganzen Abend lebhaft fortgesetzt und betraf vorzugsweise politische Neuigkeiten. Als alle sich erhoben, um sich zu verabschieden, wandte sich Helene, welche den ganzen Abend sehr wenig gesprochen hatte, wieder an Boris mit der Bitte und einem freundlichen, bedeutsamen Befehl, sie am Dienstag zu besuchen. Es ist sehr notwendig, sagte sie lächelnd. Sie schienen an diesem Abend bei den Erzählungen Boris über die preußische Armee plötzlich die Notwendigkeit entdeckt zu haben, ihn zu sprechen. Am Dienstagabend trat Boris in den prachtvollen Salon Helenes. Er erhielt jedoch keine Erklärung über die Notwendigkeit seines Besuches. Es waren noch andere Gäste anwesend. Die Gräfin sprach wenig mit ihm und erst beim Abschied, als er ihre Hand küsste, flüsterte sie ihm zu, Speisen Sie morgen bei mir, morgen Abend, Sie müssen durchaus kommen. Während seiner Anwesenheit in Petersburg stand Boris in intimem Verkehr mit dem Hause der Gräfin Besuchow. Kapitel 80 Der Schauplatz des schnell entbrennenden Krieges näherte sich den russischen Grenzen. Überall hörte man Verwünschungen des Feindes des Menschengeschlechts Bonaparte. In den Dörfern wurden alte Soldaten und Rekruten ausgehoben und vom Kriegsschauplatz kamen widersprechende Ansichten. Im Leben des alten Grafen Bolkonski, des Fürsten André und der Fürstin Marie hatte sich seit dem vorigen Jahr vieles geändert. Der alte Fürst war zu einem der acht Oberkommandierenden des Landsturms ernannt worden. Trotz seines Alters und seiner greisenhaften Schwäche, welche sich besonders seit jener Zeit bemerkbar machte, wo er seinen Sohn für tot gehalten hatte, hielt er sich nicht für berechtigt, sich von diesem Dienst zurückzuziehen, zu dem er vom Kaiser selbst ernannt worden war und diese neue Tätigkeit belebte und kräftigte ihn. Er fuhr beständig in den ihm unterstellten Gouvernements umher, war pedantisch pünktlich in seinen Obliegenheiten und streng bis zur Grausamkeit gegen Untergebene. Fürstin Marie erhielt keine Lektionen in der Mathematik mehr, besuchte aber morgens ihren Vater, wenn er zu Hause war. Der kleine Fürst Nikolai wohnte mit seiner Amme Savishna in den Zimmern seiner verstorbenen Mutter und die Fürstin Marie brachte den größten Teil des Tages im Kinderzimmer zu, um dem kleinen Neffen die Mutter zu ersetzen, so gut sie konnte. Auch Mademoiselle Bourienne schien den Kleinen leidenschaftlich zu lieben. Bald nach der Rückkehr des Fürsten André hatte der alte Fürst eine Vermögensteilung vorgenommen und ihm das große Gut Bogut-Charavo 40 Werft von Lisigori entfernt übergeben. Die traurigen Erinnerungen und die Schwierigkeit mit dem Charakter des Alten auszukommen sowie das Bedürfnis nach Einsamkeit veranlasste den Fürsten André, sich in Bogut-Charavo niederzulassen, wo er meist seine Tage verbrachte. Am 26. Februar 1807 machte der Alte wieder eine Fahrt im nächsten Landkreis und Fürst André blieb in Lisigori, wie fast immer während der Abwesenheit seines Vaters. Sein kleiner Sohn war schon seit vier Tagen unwohl. Der Kutscher, welcher den alten Fürsten zur Stadt gefahren hatte, kehrte zurück und brachte Zeitungen und Briefe für den Fürsten André, welcher im Kinderzimmer saß und mit zitternden Händen Tropfen aus einer Medizinflasche in ein Glas zählte, das halb mit Wasser gefüllt war. Was gibt's? rief er ärgerlich und eine größere Menge Tropfen floss in das Glas. Er goss es auf den Fußboden aus und begann wieder die Tropfen zu zählen. Im Zimmer stand ein Kinderbett, einige Stühle und ein Tisch, so wie ein Kindertisch mit einem Stühlchen, auf welchem einst Fürst André gesessen hatte. Die Fenster waren verhängt, auf dem Tisch brannte eine Kerze hinter einem Notenheft, das als Lichtschirm diente. Höre André, sagte Marie vom Bettchen her, an dem sie stand, es ist besser noch zu warten. Später. Ach Unsinn, immer warten und warten, flüsterte Fürst André. Es war schon die zweite Nacht, dass die beiden nicht schliefen und bei dem fiebernden Kleinen wachten. Fürst André traute seinem Hausarzt nicht und während er einen Arzt aus der Stadt erwartete, wurde bald dieses, bald jenes Mittel versucht. Ermüdet von den schlaflosen Nächten wälzten sie einander ihren Kummer und ihre Vorwürfe zu und zankten sich. Der Kutscher ist mit Briefen angekommen, flüsterte das Dienstmädchen. Fürst André ging hinaus. Der Kutscher überbrachte ihm einen mündlichen Auftrag von dem alten Fürsten. André nahm die Briefe und Karten und kehrte in das Kinderzimmer zurück. Nun, wie ist's? fragte er. Immer noch wie bisher. Warte noch. Um Himmels Willen. Karl Ivanitsch hat immer gesagt, der Schlaf sei das Kostbarste, flüsterte Marie seufzend. Fürst André ging zu dem Kinde und befühlte es. Es glühte. Geh mir mit deinem Karl Ivanitsch. Er ergriff das Glas mit der Medizin. André, lass es, sagte Fürstin Marie. Aber er sah sie zornig an und beugte sich zu dem Kind herab. Ich will es aber, sagte er. Ich bitte dich, gib es ihm. Marie zuckte die Achseln, ergriff aber gehorsam das Glas, rief die Wärterin herbei und gab dem Kinde die Medizin. Es schrie und röchelte. Fürst André fasste sich in die Haare, verließ das Zimmer und setzte sich im Nebenzimmer auf den Divan. Dort öffnete er die Briefe und begann zu lesen. Der alte Fürst schrieb mit großen, langen Buchstaben Folgendes. Eine sehr freudige Nachricht ist durch den Kurier eingetroffen. Bennigsen hat bei Eilau einen vollen Sieg über Napoleon errungen. In Petersburg ist alles in Jubel. Wenn er auch ein Deutscher ist, ich gratuliere ihm. Wenn sich nicht Unberufene einmischten, so hat auch ein Deutscher den Bonaparte geschlagen. Man sagt, er sei in die Flucht gejagt. Fürst André öffnete einen anderen Brief. Es waren zwei eng beschriebene Blätter von Billy Bean. Er las ihn, ohne auch nur die Hälfte zu verstehen, nur um auf einen Augenblick die Gedanken zu vergessen, die ihn schon lange quälten. Bald aber las er mit steigendem Interesse. Doch plötzlich zerknitterte er den Brief und warf ihn weg. Nicht Wasser las erregte er seinen Zorn, sondern dass die dortigen Vorgänge, die sie ihm jetzt fremde Welt ihn noch erregen konnten. Er schloss die Augen und wischte seine Stirn ab. Plötzlich glaubte er, einen eigentümlichen Laut im anderen Zimmer zu vernehmen. Eine Angst befiel ihn. Er ging auf den Zehenspitzen an die Tür des Kinderzimmers und öffnete diese. Marie stand nicht mehr am Bettchen. André, flüsterte Marie, wie er glaubte in verzweifeltem Tone. Wie es nach vielen Nachtwachen und langer Aufregung vorkommt, befiel ihn eine grundlose Angst. Er glaubte, das Kind sei im Sterben. Alles ist aus, dachte er, und kalter Schweiß trat auf seine Stirn. Er trat an das Bettchen, überzeugt, dass er es leer finden werde, öffnete den Vorhang und erblickte das gerötete Gesicht des Knaben, welcher sich quer über das Bettchen gelegt hatte, im Schlaf schmatzte und gleichmäßig atmete. Fürst André war erfreut, als ob er den kleinen Sohn schon verloren hätte. Die kleine Stirn war feucht, auch die Haare waren nass, so stark schwitzte der Kleine. Er war nicht im Sterben, sondern im Gegenteil. Eine Krise war eingetreten, welche die Wendung zur Genesung herbeiführte. Er wollte das kleine, hilflose Wesen an die Brust drücken, wagte es aber nicht. Neben sich vernahm er ein Rauschen und erkannte Marie, die mit leisen Schritten sich dem Bettchen genähert hatte. Fürst André streckte ihr die Hand entgegen, die sie drückte. Er liegt im Schweiß, sagte sie. Ich war zu dir gegangen, um es dir zu sagen. Das Kind lächelte im Schlaf und wischte die Stirn am Kissen ab. Fürst André blickte die Schwester an. In ihren Augen glänzten Freudentränen. Sie umfasste den Bruder und küsste ihn. Dann drohten sie einander mit dem Finger. Fürst André verließ zuerst das Bettchen. Das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist, sagte er mit einem Seufzer. Kapitel 81 Bald nach seiner Aufnahme in die Brüderschaft der Freimaurer fuhr Peter auf seine Güter im kiewschen Gouvernement, wo sich der größte Teil seiner Leibeigenen befand. Nach seiner Ankunft berief er alle seine Verwalter zu sich, um ihnen seine Absichten und Wünsche mitzuteilen. Er sagte ihnen, es sollten sofort Maßregeln zur vollständigen Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft ergriffen werden. Die Bauern sollten nicht mit Arbeit überlastet werden. Frauen und Kinder sollten nicht zur Arbeit geschickt werden. Man solle den Bauern Unterstützung und Hilfe gewähren und sie nicht mit Leibesstrafen, sondern durch Ermahnungen zu bessern suchen. Und auf jedem Gut sollten Krankenhäuser, Kinderbewahrenstalten und Schulen errichtet werden. Einige Verwalter hörten mit Schrecken zu, da sie den Sinn der Rede so auffassten, der junge Graf sei unzufrieden über ihre Verwaltung und über ihre Unterschleife. Andere fanden nach dem ersten Schrecken das Lispeln Peters und seine neuen, noch nie gehörten Worte spaßhaft. Noch andere fanden einfach Vergnügen daran, zuzuhören, wie der Herr sprach. Die Allerklügsten aber und darunter auch der Oberverwalter lernten aus dieser Rede, auf welche Weise man den Herrn behandeln müsse, um die eigenen Ziele zu erreichen. Der Oberverwalter drückte lebhafte Teilnahme für die Absichten Peters aus, bemerkte aber, dass es notwendig sei, noch vor Einführung dieser Reformen verschiedene Angelegenheiten zu erledigen, welche der Verbesserung bedürftig seien. Trotz des ungeheuren Reichtums des Grafen Besuchhoff, der ihm eine Einnahme von, wie man sagte, fünfmal 100.000 Rubel jährlich lieferte, fühlte sich Peter doch jetzt viel weniger reich als früher, wo er 10.000 Rubel von dem verstorbenen Grafen erhielt. In allgemeinen Umrissen war das Budget folgendes. An den Pupillenrat waren 80.000 zu zahlen von sämtlichen Gütern. 30.000 kostete die Unterhaltung der Häuser in und bei Moskau und der Fürstinnen. An Pensionen wurden 15.000 gezahlt und ebenso viel für Wohltätigkeitsanstalten. Die Gräfin erhielt 150.000 Rubel. An Zinsen für Schulden waren ungefähr 70.000 Rubel zu zahlen. Der angefangene Bau einer Kirche kostete in diesen zwei Jahren etwa 10.000. Der Rest von 100.000 Rubel wurde ausgegeben. Er wusste selbst nicht wie. Und fast jedes Jahr war er genötigt, Anleihen zu machen. Außerdem schrieb noch jedes Jahr der Oberverwalter bald über Feuersbrünste, bald über Missernten, bald über die Notwendigkeit von Neubauten in den Fabriken. Somit war das Erste und Nötigste, was Peter bevorstand, eben das, wozu er am wenigsten Neigung und Fähigkeiten hatte, nämlich die Wahrnehmung von Geschäftsangelegenheiten. Jeden Tag saß Peter mit dem Oberverwalter zusammen, um sich den Geschäften zu widmen. Aber er sah ein, dass seine Tätigkeit die Sache nicht um einen Schritt förderte. Einerseits stellte der Oberverwalter die Sache im schlimmsten Licht dar, wies Peter auf die Notwendigkeit hin, die Schulden zu bezahlen und neue Arbeiten durch Frohnen der Bauern vorzunehmen, wozu Peter nicht seine Zustimmung gab. Andererseits verlangte Peter, dass die Freilassung der Bauern eingeleitet werde, der Verwalter aber setzte diesem Verlangen die Notwendigkeit entgegen, vor allem die Schuld an den Pupillenrat zu bezahlen und auch die Unmöglichkeit einer schnellen Erfüllung dieses Wunsches. Der Verwalter sagte nicht, es sei ganz unmöglich, sondern schlug vor zur Erreichung dieses Zweckes, die Wälder im Kostromarschen Gouvernement und das Gut in der Krim zu verkaufen. Aber alle diese Operationen waren nach der Darstellung des Verwalters mit so viel komplizierten Prozessen und Gerichtsverhandlungen verbunden, dass Peter ganz ratlos nur zu antworten vermochte, nun ja, machen Sie es so. Peter war nicht imstande, unmittelbar in die Geschäfte einzugreifen. Und deshalb suchte er sich nur vor dem Verwalter ein Ansehen zu geben, als ob er die Geschäfte leiten wolle. Der Verwalter aber bemühte sich seinerseits dem Grafen gegenüber, sich das Ansehen zu geben, dass er dieses Eingreifen nützlich für den Herrn, für sich aber sehr hinderlich finde. In der Gouvernementstadt fanden sich Bekannte und solche, die es werden wollten, welche den angekommenen Millionär, den größten Grundbesitzer des Gouvernements, freudig begrüßten. Auch Versuchungen in Bezug auf jene hauptsächliche Schwachheit Peters, zu der er sich bei seiner Aufnahme in die Loge bekannt hatte, waren so stark, dass Peter ihnen nicht Widerstand leisten konnte. Wieder gingen Tage, Wochen, Monate dahin mit Abendgesellschaften, Dines, Bällen, sodass er nicht Zeit fand, zur Besinnung zu kommen. Anstatt des neuen Lebens, das Peter führen wollte, war er jetzt ganz wieder in seine frühere Lebensweise geraten. Im Frühjahr 1807 beschloss Peter, nach Petersburg zurückzureisen. Auf dem Rückweg wollte er alle seine Güter besuchen und sich selbst davon überzeugen, ob seine Vorschriften befolgt werden und in welcher Lage sich jetzt das Volk befinde, das ihm von Gott anvertraut worden war und dem er Wohltaten erweisen wollte. Der Oberverwalter, welcher alle Pläne des jungen Grafen fast für Verrücktheit hielt, die weder für den Herrn noch für ihn noch für die Bauern von Nutzen wären, machte Zugeständnisse. Die Fortschritte der Befreiung vorzuführen war unmöglich, deshalb verfügte er, dass bis zur Ankunft des Herrn auf allen Gütern große Schulgebäude und kleine Häuser aufgerichtet waren, dass überall ein Empfang des Herrn stattfinden solle, nicht mit pomphaftem Gepränge, das, wie er wusste, Peter nicht gefiel, sondern mit dem Ausdruck religiöser Dankbarkeit, mit heiligen Bildern, mit Salz und Brot, überhaupt in solcher Weise, dass der festliche Empfang, wie er den Herrn verstand, auf ihn einwirken musste und ihn täuschen konnte. Der südliche Frühling, die ruhige, rasche Fahrt in einem Wiener Reisewagen und die Einsamkeit erweckten freudige Gefühle in Peter. Von den Gütern, auf welchen er noch nie gewesen war, war immer eins malerischer als das andere. Überall schien das Volk wohlhabend zu sein und mit rührender Dankbarkeit die ihm erwiesenen Wohltaten anzunehmen. Überall waren Empfänge vorbereitet, welche Peter zwar mit finsterer Miene aufnahm, die ihn aber innerlich freudig erregten. An einem Orte brachten ihm die Bauern Salz und Brot als Zeichen der Huldigung und ein heiligen Bild von Peter und Paul und baten um die Erlaubnis zu Ehren seines Schutzengels als Zeichen der Liebe und Dankbarkeit für die ihnen erwiesenen Wohltaten, auf ihre Kosten einen neuen Nebenaltar in der Kirche zu errichten. An einer anderen Stelle wurde er von Frauen mit Brustkindern empfangen, welche ihm für ihre Befreiung von schweren Arbeiten danken. Auf einem dritten Gut erwartete ihn der Pope mit einem Kreuz, umgeben von Kindern, die er nach dem gnädigen Willen des Grafen im Schreiben und Lesen und in der Religion unterrichtete. Auf allen Gütern sah Peter mit seinen eigenen Augen neu errichtete, steinerne Gebäude für Krankenhäuser, Schulen, Armhäuser, welche in nächster Zeit eröffnet werden sollten. Überall sah Peter die Berichte der Verwalter über die Frohnarbeiten, welche gegen Frühe vermindert wurden und nahm den rührenden Dank seiner Deputation von Bauern in blauen Kaftan entgegen. Schade, dass Peter nicht wusste, dass dort, wo man ihm Salz und Brot brachte und ein Nebenaltar für Peter und Paul errichtete, ein Marktflecken lag, dass der Jahrmarkt am Peter-Paul-Tag stattfand, dass der Nebenaltar schon lange durch einige reiche Bauern des Orts errichtet worden war, dieselben, welche vor ihm erschienen und das Neunzehntel der Bauern jenes Dorfes im größten Elend lebten. Er wusste auch nicht, dass die Mütter mit Brustkindern, die auf seinen Befehlen nicht mehr zu schwerer Frohnarbeit geschickt wurden, dafür umso mehr mit anderen Arbeiten überhäuft wurden. Er wusste auch nicht, dass der Pope, der ihm mit dem Kreuz entgegenkam, die Bauern durch seine Erpressungen bedrückte und dass die um ihn versammelten Schüler ihm nur mit Tränen übergeben worden waren und viele andere von ihren Eltern mit schwerem Geld davon losgekauft wurden. Er wusste nicht, dass die steinenden Gebäude durch die Bauern errichtet wurden und ihre Frohnarbeit dadurch vermehrt worden war, die nur auf dem Papier vermindert wurde. Er wusste auch nicht, dass dort, wo der Verwalter ihm aus dem Buch, die auf seinen Willen erfolgte Verminderung der Abgaben um ein Drittel nachwies, dafür die Frohnarbeit um die Hälfte erhöht worden war und deshalb war Peter entzückt über die Reise durch seine Güter und befand sich ganz in jener philosophischen Stimmung, in der er Petersburg verlassen hatte. Er schrieb entzückte Briefe an den Großmeister. Wie leicht ist es, wie geringe Anstrengung erfordert es, so viel Gutes zu tun, dachte Peter, und wie wenig streben wir danach. Er war glücklich über die ausgesprochene Dankbarkeit, die er aber nur mit Beschämung entgegennahm, weil sie ihn daran erinnerte, wie viel mehr er noch hätte tun können für diese guten, einfachen Menschen. Der Oberverwalter, ein sehr dummer, aber listiger Mensch, hatte den geistreichen und naiven Grafen vollkommen erkannt. Er spielte mit ihm wie mit einem Spielzeug und als er die Wirkung sah, welche auf Peter die für ihn bereiteten Empfänge machten, trat er mit mehr Entschiedenheit auf, um die Unmöglichkeit und hauptsächlich die Unnötigkeit der Befreiung der Bauern nachzuweisen, welche auch ohne dies schon ganz glücklich sein. Innerlich stimmte Peter dem Verwalter bei, dass es schwer sei, sich glücklichere Menschen vorzustellen und Gott möge wissen, was sie in der Freiheit erwarten würde. Aber Peter bestand doch darauf, wenn auch etwas unsicher, was er für recht hielt. Der Verwalter versicherte, er werde aus allen Kräften für die Erfüllung des gräflichen Willens sorgen, da er wohl wusste, dass der Graf niemals imstande sein werde, ihn zu kontrollieren, ob alle Maßregeln für den Verkauf der Wälder und Güter zur Bezahlung der Schuld ergriffen worden seien und wahrscheinlich niemals danach fragen oder davon erfahren werde, dass die neu erbauten Gebäude leer standen und dass die Bauern immer noch an Fronen und Geldabgaben so viel zu leisten hatten, als sie leisten konnten. Kapitel 82 Als Rostov aus dem Urlaub zum Regiment zurückkehrte, empfand er, wie stark er mit Denisov und dem Regiment verbunden war. Als er die ersten Husaren seines Regiments sah, als Lavruschka freudig seinem Herrn zurief, der Graf ist gekommen und Denisov ihm entgegenkam und ihn umarmte, konnte er vor Rührung nicht sprechen. Das Regiment war ihm wie sein Elternhaus. Als er sich beim Oberst gemeldet hatte, wurde er wieder derselben Schwadron zugeteilt und fühlte sich glücklich wie unter dem väterlichen Dach. Hier war nicht dieser Wirrwarr des Weltlebens, in dem er keinen Platz finden konnte und sich in seiner Wahl irrte. Hier war nicht Sonja, der eine Erklärung schuldig war oder nicht schuldig war. Hier war auch keine Erinnerung an den schrecklichen Verlust im Kartenspiel mit Dolochow. Hier im Regiment war alles klar und einfach. Die ganze Welt teilte sich in zwei ungleiche Teile. Der eine war unser pavlogratsches Regiment und der andere alles Übrige. Und mit allem Übrigen hatte er nichts zu tun. Im Regiment war alles bekannt und geregelt. Man musste sich nur hüten, etwas zu tun, was im pavlogratschen Regiment für schlecht galt. Man musste nur tun, was klar, bestimmt und befohlen war. Dann war alles gut. Den Verlust an Dolochow konnte er sich nicht vergeben und beschloss, sein Leben anders einzurichten. Von den 10.000, die er jährlich erhielt, wollte er nur 2.000 ausgeben und die Übrigen seinen Eltern zurückgeben, um so seine Schuld in fünf Jahren abzutragen. Nach dem Rückzug und den Schlachten bei Pultusk und bei Eilau sammelte sich unsere Armee bei Badenstein. Man erwartete die Ankunft des Kaisers beim Heer und den Anfang eines neuen Feldzuges. Das pavlogratsche Regiment hatte sich in Russland vervollständigt und war zu den ersten Gefechten des Feldzuges zu spät gekommen. Es war weder bei Pultusk noch bei Eilau. In der zweiten Hälfte des Feldzuges wurde es dem Heeresteil Platovs zugewiesen, welcher unabhängig von der Armee auftrat. Mehrmals hatten die pavlogratschen kleine Gefechte mit dem Feind, machten einige Gefangene und einmal erbeuteten sie sogar die Äquipage des Marschalls Odino. Im April standen sie einige Wochen bei einem gänzlich zerstörten, verlassenen Dorf, ohne sich von der Stelle zu rühren. Es war Tauwetter eingetreten, aber noch kalt. Die Flüsse gingen auf, die aufgeweichten Wege waren unfahrbar und es konnte oft mehrere Tage lang weder für Pferde noch für Menschen Proviant geliefert werden. Da die Zufuhr ausblieb, zerstreuten sich die Leute in den verödeten Dörfern, um Kartoffeln zu suchen, aber auch davon fanden sie wenig. Alles war aufgegessen und die Einwohner entflohen. Die Zurückgebliebenen waren ärmer als Bettler und es war nichts von ihnen zu holen. Das Regiment verlor in Gefechten nur zwei Verwundete, durch Hunger und Krankheit aber fast die Hälfte seiner Leute. In den Hospitälern war der Tod so sicher, dass die fieberkranken Soldaten vorzogen, weiter Dienst zu leisten und sich schwankend umherzuschleppen, anstatt ins Hospital zu gehen. Im Frühjahr suchten die Soldaten auf den Feldern und Wiesen eine Spargelähnliche Pflanze, welche sie Süßwurzel nannten, die aber sehr bitter war. Diese gruben sie mit den Säbeln heraus und aßen sie trotz des Verbots. Da trat eine neue Krankheit unter den Soldaten auf. Hände, Füße, Arme, Beine und die Gesichter schwollen ihnen an, was die Ärzte dem Genuss dieser schädlichen Pflanze zuschrieben. Aber schon seit zwei Wochen waren die letzten Zwiebäcke beinahe aufgezehrt, jedermann erhielt nur noch ein halbes Pfund und die Kartoffeln waren erfroren. Die Pferde wurden auch schon seit zwei Wochen mit Strohdächern der Häuser gefüttert und waren schrecklich abgemagert. Trotz dieser Not lebten die Soldaten ebenso wie immer, wenn auch mit bleichen und geschwollenen Gesichtern und zerrissenen Uniformen, putzten die Pferde, schleppten Stroh von den Dächern herbei und scherzten über ihre schlechte Nahrung und über ihren Hunger. Dann rauchten sie und hörten den Erzählungen der Alten von Patjomkins und Suvorovs Feldzügen zu. Auch die Offiziere lebten wie gewöhnlich zu Zweien und Dreien in halbverfallenen Häusern, ohne Dächer, spielten Karten oder unschuldigere Spiele wie zum Beispiel Zweika. Von dem allgemeinen Verlauf des Feldzuges sprachen sie wenig, weil sie nichts Bestimmtes wussten und hauptsächlich, weil sie eine unbestimmte Ahnung hatten, dass die Sache nicht günstig stand. Rostov lebte wie früher mit Denisov zusammen. Obgleich Denisov nie von der Familie Rostovs sprach, fühlte Rostov wohl, dass die unglückliche Liebe des Husaren zu Natascha zur Verstärkung ihrer Freundschaft mitwirkte. Denisov war sichtlich bemüht, Rostov keiner Gefahr auszusetzen und begrüßte ihn nach einem Gefecht besonders freudig. Bei einem seiner Streifzüge fand Rostov in einem zerstörten Dorf, wo er nach Proviant gesucht hatte, einen alten Polen und seine Tochter mit einem Brustkind. Sie waren fast unbekleidet und hungrig und es fehlten ihnen alle Mittel fortzukommen. Rostov führte sie in sein Quartier und unterhielt sie mehrere Wochen, bis der Alte weiterwandern konnte. Ein Kamerad Rostovs lachte darüber und sagte, Rostov sei der Schlaueste und es wäre keine Sünde, wenn er die Kameraden mit der von ihm geretteten schönen Polen bekannt machen würde. Rostov nahm den Scherz schlecht auf und sagte dem Offizier so zornig unangenehme Dinge, dass Denisov nur mit Mühe ein Duell verhindern konnte. Als der Offizier gegangen war und Denisov, der die Beziehungen Rostovs zu der Polen selbst nicht kannte, ihm über seine Hitzigkeit Vorwürfe machte, erwiderte Rostov, wie kannst du verlangen, sie ist mir wie eine Schwester und ich kann dir nicht beschreiben, wie widerlich es mir war, weil nun wegen... Denisov klopfte ihm auf die Schulter und ging hastig im Zimmer auf und ab, ohne Rostov anzusehen, wie immer in Augenblicken innerliche Aufregung. Ach, was seid ihr für ein merkwürdiges Volk, ihr Rostov, sagte er und Rostov bemerkte Tränen in seinen Augen. Kapitel 83 Im April wurde das Heer neu beliebt durch die Nachricht von der Ankunft des Kaisers beim Heer. Rostov gelang es nicht, zu der Parade zu kommen, welche der Kaiser in Batenstein abhielt, da die Husaren weit vor diesem Städtchen auf Vorposten standen. Denisov und Rostov wohnten in einer von den Soldaten für sie ausgegrabenen Erdhütte. Rostov war auf Wache gewesen und kehrte um 8 Uhr morgens nach einer durchwachten Nacht nach Hause zurück, wechselte seine vom Regen durchnässte Kleidung, betete, trank Tee, wärmte sich und räumte seine Sachen in seinem Winkelchen auf. Dann legte er sich in Hemdsärmeln auf den Rücken, mit den Händen unter dem Kopf, dachte mit Behagen daran, dass er bald einen höheren Rang erhalten werde und erwartete Denisov, der ausgegangen war. Bald vernahm er die Stimme Denisovs, welche mit Heftigkeit sprach. Rostov sah zum Fenster hinaus und erblickte den Wachtmeister Tonchejenko. Ich habe dir doch befohlen, du sollst sie nicht diese Wurzel fressen lassen, schrie Denisov, und jetzt habe ich Lazatschuk auf dem Feld erwischt. Ich habe es verboten, euer Hochwohl geboren, aber sie gehorchen nicht, erwiderte der Wachtmeister. Rostov legte sich behaglich wieder auf sein Bett. Draußen hörte er Denisov rufen, der zweite Zug satteln. Nach fünf Minuten kam Denisov in die Hütte, legte sich mit schmutzigen Stiefeln auf das Bett, rauchte zornig eine Pfeife, warf alle seine Sachen durcheinander, nahm Peitsche und Säbel und ging hinaus. Auf Rostovs Frage, wohin, gab er nur eine unverständliche Antwort. Gott und der Kaiser mögen mich richten, sagte Denisov, und Rostov hörte, wie einige Pferde draußen durch den Schlamm vorübergingen. Rostov kümmerte sich nicht darum, wohin Denisov ritt. Er schlief ein und erst gegen Abend kam er wieder aus der Hütte hervor. Denisov war noch nicht zurückgekehrt. Rostov ging hinüber in die nächste Hütte, wo zwei Offiziere mit einem Junker Zweiger spielten. Plötzlich erblickten sie einen herankommenden Wagenzug, dem etwa 15 Husaren auf abgemagerten Pferden folgten. Seht doch, Denisov hat sich die Sache zu Herzen genommen, sagte Rostov und hat Proviant angeschafft. Wirklich, riefen die Offiziere, wie werden sich die Soldaten freuen. Etwas hinter den Husaren ritt Denisov, begleitet von zwei Infanterieoffizieren, mit denen er sprach. Rostov ging ihm entgegen. Ich warne sie, Rittmeister, sagte der eine, ein kleinerer, schmächtiger, augenscheinlich zorniger Offizier. Ich habe ihnen schon gesagt, ich gebe nichts heraus, erwiderte Denisov. Dafür werden sie zur Verantwortung gezogen werden, Rittmeister. Das ist Gewalttat, den eigenen Kameraden den Proviant wegnehmen. Die Unsrigen haben seit zwei Tagen nichts gegessen und die Meinigen haben seit zwei Wochen nichts gegessen, erwiderte Denisov. Das ist Raub, mein Herr, wiederholte der Infanterieoffizier mit lauter Stimme. Was wollen sie eigentlich von mir, schrie Denisov plötzlich in Zorn geratend. Ich werde es verantworten, nicht Sie. Hören Sie auf mit Ihrem Gefasel. Marsch, schrie er den Offizier an. Gut, rief der kleine Offizier, ohne sich einschüchtern zu lassen. Das ist Straßenraub und ich werde Ihnen zum Teufel. Marsch im Geschwindschritt, solange Sie noch bei heiler Haut sind. Und Denisov wandte sein Pferd gegen die Offiziere um. Gut, gut, sagte der Offizier drohend, wandte sein Pferd und Ritt im Trab davon. Ein Hofhund, sagte Denisov und Ritt lachend Drostov entgegen. Der Infanterie habe ich mit Gewalt einen Transport weggenommen, sagte er. Man kann doch die Leute nicht verhungern lassen. Die Wagen waren für ein Infanterieregiment bestimmt gewesen. Aber Denisov, welcher von Lavruschka benachrichtigt worden war, hatte mit seinen Husaren die Wagen mit Gewalt weggenommen. Die Soldaten erhielten Zwieback so viel sie wollten und teilten sogar den anderen Schwadronen davon mit. Am anderen Tag rief der Oberst Denisov zu sich und sagte ihm, indem er die Augen mit den Fingern bedeckte. Ich will ihnen sagen, wie ich die Sache ansehe. Ich weiß von nichts und werde auch nach nichts fragen, aber ich rate ihnen, zum Stab zu reiten und dort in der Proviantverwaltung die Sache wieder gut zu machen, wenn möglich durch eine Quittung, dass sie so und so viel Proviant erhalten haben, sonst endet die Sache schlimm. Denisov ritt sogleich zum Stab, um diesen Rat zu befolgen. Abends kehrte er in seine Hütte in einem Zustand zurück, wie ihn Rostov noch niemals gesehen hatte. Denisov konnte nicht sprechen und keuchte. Als Rostov ihn fragte, was ihm sei, brachte er mit heiserer, schwacher Stimme nur unverständliche Schimpfworte und Drohungen hervor. Erschrocken sandte Rostov zum Arzt. Man will mich wegen Raub vor Gericht stellen. Gib mir noch Wasser her, mir ist alles gleich, Schurken werde ich immer durchhauen und dem Kaiser werde ich sagen, gib Eis her, rief er. Der Arzt kam und sagte, er müsse durchaus zur Ader lassen. Ein großer Teller voll schwarzen Blutes entfloss dem Arme Denisovs und erst dann war er imstande zu erzählen, was vorgefallen war. Ich komme hin, erzählte Denisov. Nun, wo ist euer Chef, frage ich. Man wies mich zu ihm. Ist es nicht gefällig, ein wenig zu warten? Ich bin 30 Werst weit geritten und kann nicht warten, melde ich. Gut, da kommt dieser Oberräuber heraus und wollte mir den Text lesen. Das ist Raub. Raub, sage ich. Der ist kein Räuber. Der den Proviant nimmt, um seine Soldaten damit zu füttern, sondern der, der ihn in die Tasche steckt. Gut, rechnen Sie ab mit dem Kommissionär, sagt er. Ihre Sache wird dem Kommando übergeben werden. Ich gehe zum Kommissionär, trete ein, an den Tisch. Was meinst du? Nein, du kannst es nicht erraten. Wer lässt uns vor Hunger sterben, schrie Denisov mit einem Faustschlag, dass der Tisch beinahe umfiel. Teljanin. Was, du lässt uns verhungern, rief ich. Dann gab ich ihm eins auf die Schnauze und noch eins. Es war nett. Nun, ich habe meinen Spaß gehabt, kann ich dir sagen, rief Denisov vergnügt und zeigte boshaft seine weißen Zähne. Ich hätte ihn totgeschlagen, wenn man nicht dazwischen gekommen wäre. Was schreist du so, sagte Rostov, beruhige dich. Siehst du, das Blut fließt wieder. Warte, man muss einen neuen Verband umlegen. Denisov wurde verbunden und schlafen gelegt. Am anderen Tag erwachte er vergnügt und ruhig. Um Mittag aber kam der Regimentsadjutant mit ernster Miene in die Erdhütte und zeigte ein formelles Papier an den Major Denisov von dem Regimentskommando, in welchem Auskunft über den gestrigen Vorfall verlangt wurde. Der Adjutant sagte, die Geschichte werde eine sehr schlimme Wendung nehmen, eine kriegsgerichtliche Kommission sei ernannt und bei der jetzigen Strenge gegen Marodeure und Eigenmächtigkeit der Soldaten werde die Sache in glücklichem Fall mit Degradation endigen. Von Seiten der Beleidigten war der Vorfall so dargestellt, dass der Major Denisov nach Wegnahme des Transports ohne jede Aufforderung in trunkenem Zustand beim Oberproviantmeister erschienen sei, ihn Räuber genannt, mit Tätlichkeiten bedroht habe und als er hinausgeführt worden sei, habe er sich in die Kanzlei gestürzt, zwei Beamte geschlagen und dem einen den Arm ausgerenkt. Auf Rostovs Frage sagte Denisov lachend, wahrscheinlich sei da wirklich noch ein anderer Übel weggekommen, aber das sei alles Unsinn, Dummheiten. Er fürchte sich vor keinem Gericht und wenn diese Schurken es wagen sollten, ihn vor Gericht zu ziehen, so werde er ihnen antworten, dass sie daran denken werden. Denisov sprach in übermütigem Ton, aber Rostov kannte ihn zu gut, um nicht zu bemerken, dass er heimlich sich vor dem Gericht fürchtete und die Sache ihm peinlich war, welche dem Anschein nach schlimme Folgen haben konnte. Jeden Tag kamen Papiere und Zitationen vor Gericht und am 1. Mai erhielt Denisov den Befehl, dem nachältesten Offizier die Schwadronen zu übergeben und im Stab der Division zu erscheinen, um sich wegen der Gewalttätigkeit in der Proviantkammer zu verantworten. Am Tage vorher machte Platov einen Streifzug mit zwei Kosakenregimentern und zwei Schwadronenhusaren. Denisov ritt wie immer vor die Kette und prallte mit seiner Tapferkeit und eine französische Kugel traf ihn in das Fleisch des oberen Beins. Zu einer anderen Zeit hätte Denisov eine so leichte Wunde nicht beachtet. Jetzt aber benutzte er diesen Zwischenfall, um nicht vor dem Divisionsstab zu erscheinen und ging ins Hospital. Im Juni wurde die Schlacht bei Friedland geschlagen, an welcher das Pavlov-Gradsche Regiment nicht teilnahm und darauf trat Waffenruhe ein. Rostov empfand schmerzlich die Abwesenheit seines Freundes, von dem er gar keine Nachrichten erhalten hatte und beunruhigt über den Stand seiner Sache und seiner Wunde nahm er Urlaub und ritt nach dem Hospital, um sich zu erkundigen. Das Hospital befand sich in einem kleinen preußischen Städtchen, das zweimal von den russischen und französischen Truppen zerstört worden war. An dem heiteren Sommertag bot das Städtchen mit seinen verbrannten Straßen, zerlummten Einwohnern und den betrunkenen und kranken Soldaten, welche darin umherschwärmten, einen besonders traurigen Anblick. Das Hospital befand sich in einem steinernen Hause, vor dem einige verwundete und bleiche Soldaten in der Sonne saßen. Sobald Rostov in das Haus trat, kam ihm ein fauliger Geruch entgegen. Auf der Treppe begegnete er einem russischen Arzt mit einer Zigarre im Munde, welchem ein Fälscher folgte. Ich kann mich nicht zerreißen, sagte der Arzt zu dem Fälscher, der ihn aber noch um etwas bat. Mach, was du willst. Ist dir nicht alles gleich? Was wünschen Sie? fragte der Doktor, als Rostov an ihm vorüberkam. Weil die Kugel sie nicht getroffen hat, wollen sie sich den Typhus holen? Dies Väterchen ist das Haus des Verderbens. Warum? fragte Rostov. Typhus-Väterchen. Wer eintritt, ist dem Tod verfallen. Nur wir zwei, ich und der Fälscher da, schlagen uns hier herum. Von uns Doktoren sind schon fünf hier gestorben. So wie ein Neuling kommt. Nach einer Woche ist er fertig, sagte der Arzt mit sichtlichem Vergnügen. Rostov sagte ihm, er möchte den hierliegenden Husaren-Major Denisov sehen. Kenn ich nicht, Väterchen. Bedenken Sie, ich allein habe drei Hospitäler mit mehr als 400 Kranken. Es ist noch gut, dass preußische, wohltätige Damen uns Kaffee und Scharpier senden. Zwei Pfund monatlich, sonst wären wir verloren, er lachte. 400, Väterchen. Und mir schickt man alle Neulinge. Sind es 400? Wie? Fragte er den Fälscher. Der Fälscher wartete mit finsterer Miene verdrießlich darauf, dass der schwarzhafte Doktor bald gehen werde. Major Denisov, wiederholte Rostov. Er ist kürzlich verwundet worden. Wahrscheinlich gestorben. Was, Markeyev? Fragte der Doktor gleichmütig den Fälscher. Dieser aber bestätigte die Vermutung des Arztes nicht. Ist es so ein langer, ein bisschen rötlich? Fragte der Arzt. Rostov beschrieb das Äußere Denisovs. Richtig, so einer war da, erwiderte der Arzt vergnügt. Aber er muss gestorben sein. Doch ich will im Verzeichnis nachsehen. Hast du es bei dir, Markeyev? Das Verzeichnis ist drüben, erwiderte der Fälscher. Aber treten Sie in das Offizierszimmer ein. Dort können Sie selbst nachsehen, sagte er zu Rostov. Ach, es ist besser, Sie gehen nicht hinein, meinte der Arzt. Sonst können Sie selbst drinnen bleiben. Aber Rostov wandte sich mit einer Verbeugung ab und bat den Fälscher, ihn zu führen. Sie gingen den Korridor entlang. Der faule Geruch wurde so stark in diesem finsteren Korridor, dass Rostov sich die Nase zuhielt und stehen bleiben musste, um Kräfte zu sammeln. Zur Rechten öffnete sich eine Tür, aus welcher ein hagerer, gelber Mensch mit bloßem Hemd herauskam. Mit funkelnden Augen sah er die Vorübergehenden an. Als Rostov durch die Tür blickte, sah er, dass Kranke und Verwundete dort auf dem Fußboden auf Stroh und Mänteln lagen. Kann ich hineingehen, um nachzusehen, fragte Rostov. Wozu nachsehen, sagte der Fälscher. Aber eben weil dieser ihm augenscheinlich nicht einlassen wollte, ging Rostov in das Soldatenzimmer. Der Geruch, an dem er sich auf dem Korridor schon gewöhnt hatte, war hier noch unerträglicher. In einem langen, hell erleuchteten Zimmer lagen in zwei Reihen die Köpfe nach der Wand gekehrt, Kranke und Verwundete. Die meisten von ihnen lagen in Ohnmacht, die anderen erhoben sich und sahen mit demselben Ausdruck von Hoffnung auf Hilfe, von Vorwurf und Neid dem fremden, gesunden Rostov nach. Er ging in den Durchgang in der Mitte des Zimmers und hatte zu beiden Seiten immer denselben Anblick. Schweigend blieb er stehen und blickte sich um. Einen solchen Anblick hatte er nicht erwartet. Vor ihm lag quer über dem mittleren Durchgang auf dem kahlen Fußboden ein kranker Kosak auf dem Rücken mit ausgebreiteten Armen und Beinen. Sein Gesicht war dunkelrot, die Augen ganz verdreht, sodass nur das Weiße zu sehen war. Und auf seinen nackten Füßen und den noch roten Händen traten die Adern wie Stricke hervor. Er sprach etwas mit heiserer Stimme und wiederholte dieses Wort. Rostov heuchte, was er sagte und vernahm endlich, trinken, trinken. Er blickte sich um, um jemanden zu suchen, der den Kranken wieder auf seine Stelle legen und ihm Wasser geben konnte. Wer wartet hier, die Kranken, fragte er den Fälscher. In diesem Augenblick kam aus dem Nebenzimmer ein Krankenwärter und richtete sich vor Rostov auf. Wünsche Gesundheit, euer Hochwohlgeboren, rief der Soldat, indem er die Augen aufrisst, da er augenscheinlich Rostov für den Chef des Krankenhauses hielt. Nimm diesen auf und gib ihm Wasser, sagte Rostov auf den Kosaken deutend. Zu Befehl, euer Hochwohlgeboren, sagte der Soldat mit Diensteifer und riss noch mehr die Augen auf, aber ohne sich zu rühren. Nein, hier ist nichts zu machen, dachte Rostov, senkte die Augen und wollte schon gehen. Da fühlte er aber einen durchdringenden Blick auf sich gerichtet und blickte sich um. Fast in der Ecke saß auf einem Mantel mit einem gelben, skelettartig abgemagerten, strengen Gesicht ein alter Soldat, der Rostov starr anblickte. Der Nachbar des alten Soldaten flüsterte ihm etwas zu und deutete auf Rostov. Rostov begriff, dass der Alte ihn um etwas bitten wollte. Er trat näher und sah, dass dem Kranken das eine Bein über dem Knie abgenommen war. Der andere Nachbar des Soldaten lag unbeweglich mit zurückgebogenem Kopf da. Es war ein junger Soldat mit wachsbleichem, sommersprossigem Gesicht. Beim Anblick desselben überlief Rostov ein Frost. Dieser da scheint mir, wandte er sich an den Fälscher. Wie oft haben wir gebeten, euer Wohlgeboren, sagte der alte Soldat mit zitternder Kinnlade. Schon heute Morgen ist er gestorben. Wir sind doch auch Menschen und keine Hunde. Sogleich werde ich ihn vortragen lassen, sagte hastig der Fälscher. Belieben Sie einzutreten, euer Wohlgeboren. Komm, sagte hastig Rostov und ging mit gesenkten Augen zwischen den Reihen dieser vorwurfsvollen und neidischen Blicke, die auf ihn gerichtet waren, hindurch. Sie gingen durch den Korridor in das Offizierszimmer, welches aus drei Räumen mit offenen Türen bestand. Verwundete und kranke Offiziere lagen und saßen auf Betten, einige gingen in Schlafröcken umher. Die erste Person, welcher Rostov hier begegnete, war ein kleiner, hagerer Mensch mit einer Zipfelmütze in einem Krankenhausschlafrock, dem ein Arm fehlte. Er ging im ersten Zimmer mit einer Pfeife im Munde umher. Rostov blickte ihn an und suchte sich zu erinnern, wo er ihn schon gesehen habe. Sehen Sie, wo Gott uns Wiedersehen verleiht, sagte der kranke Mann. Tuschin, Tuschin, erinnern Sie sich, bei schönen Graben habe ich Sie herausgefahren. Jetzt haben Sie mir ein Stückchen abgeschnitten, sehen Sie, sagte er lachend und deutete auf den leeren Ärmel seines Schlafrocks. Sie suchen Denisov? Der ist auch hier. Und Tuschin führte ihn in das andere Zimmer, von wo er einige lachende Stimmen vernahm. Wie ist es möglich, hier zu leben und sogar zu lachen, dachte Rostov, der immer noch denselben Leichengeruch wahrnahm wie im Soldatenhospital und immer noch dieselben neugierigen Blicke sah, die ihn von den Soldaten begleiteten. Denisov lag in einem Bett, obgleich es schon zwölf Uhr mittags war. Rostov, hey da, bist du gesund, rief er mit derselben Stimme wie beim Regiment. Aber Rostov bemerkte mit Trauer, wie in dieser gewohnten Munterkeit und Lebhaftigkeit eine neue, verborgene, trübe Schattierung in dem Gesichtsausdruck, in dem Ton und der Stimmung Denisov sich äußerte. Die unbedeutende Wunde war noch immer nicht geheilt, obgleich schon sechs Wochen verflossen waren. Doch darüber war Rostov weniger erstaunt, als dass Denisov über sein Kommen kaum erfreut schien und nur gezwungen ihm zulächelte und weder nach dem Regiment noch nach dem Gang der Ereignisse fragte. Rostov glaubte sogar zu bemerken, dass es Denisov unangenehm war, wenn man vom Regiment sprach und überhaupt von jenem anderen freien Leben außerhalb des Hospitals. Er schien dieses Leben vergessen zu wollen und interessierte sich nur noch für seine Angelegenheit mit dem Proviantamt. Auf die Frage Rostovs, wie die Sache stehe, zog er sogleich unter seinem Kissen ein Papier hervor, das er von der Kommission erhalten hatte, und den Entwurf seiner Antwort darauf. Er wurde lebhaft, begann sein Papier vorzulesen und machte Rostov besonders aufmerksam auf die Anzüglichkeiten, die er seinen Feinden in diesem Papier gesagt hatte. Die Nachbarn Denisovs, welche sich anfangs um Rostov gesammelt hatten, begannen sich zu zerstreuen, sobald Denisov vorzulesen begann. An ihren Gesichtern sah Rostov, dass alle diese Herren das alles schon mehr als einmal gehört hatten und dass die Geschichte sie langweilte. Nur der nächste Nachbar, ein dicker Ulan, welcher auf seinem Bett saß und mit finsterer Miene seine Pfeife rauchte, und der kleine, einarmige Tuschin hörten zu und wiegten missbilligend den Kopf. Mitten im Lesen unterbrach der Ulan Denisov. Nach meiner Ansicht, sagte er zu Rostov, müsste man ganz einfach den Kaiser um Begnadigung bitten. Man sagt, es werden jetzt große Belohnungen ausgeteilt und wahrscheinlich... Ich soll um Begnadigung bitten, sagte Denisov mit krankhaft erregter Stimme, der er vergeblich die frühere Energie zu verleihen sich bemühte. Warum? Wenn ich ein Räuber wäre, meinetwegen. Aber jetzt will man mich verurteilen, weil ich die Räuber ans Licht geführt habe. Meinetwegen. Aber ich fürchte mich nicht. Ich habe dem Kaiser und dem Vaterland ehrlich gedient und nicht gestohlen. Das schreibe ich ihnen gerade zu. Sehen Sie, wenn ich ein Dieb wäre, der die Krone bestiehlt. Fein geschrieben. Nichts einzuwenden, sagte Tuschin. Aber darum handelt es sich nicht, Denisov. Er wandte sich auch an Rostov. Man muss sich beugen, sehen Sie, aber das will Denisov nicht. Der Auditor hat Ihnen ja schon gesagt, dass Ihre Sache schlecht steht. Meinetwegen mag sie schlecht stehen, sagte Denisov. Der Auditor hat Ihnen eine Bittschrift aufgeschrieben, fuhr Tuschin fort. Und diese müssen Sie unterschreiben. Und dieser Herr wird Sie mitnehmen, er deutete auf Rostov. Eine bessere Gelegenheit finden Sie nicht. Ich habe schon gesagt, dass ich mich nicht bücken werde, unterbrach ihn Denisov und las weiter. Rostov wagte nicht, Denisov zu überreden, obgleich er einsah, dass Tuschin recht hatte. Er kannte den unbeugsamen Willen Denisovs und seine gerechte Entrüstung. Als Denisov die Vorlesung seines boshaften Papiers beendigt hatte, die mehr als eine Stunde dauerte, äußerte Rostovs nichts darüber und verbrachte den Rest des Tages in düsterer Stimmung in der Gesellschaft der sich wieder um ihn sammelnden Offiziere. Erzählte, was er wusste und hörte die Erzählungen anderer an. Denisov beobachtete während des ganzen Abends ein düsteres Schweigen. Spät am Abend machte sich Rostov auf den Heimweg und fragte Denisov, ob er ihm keinen Auftrag zu geben habe. Ja. Warte ein wenig, sagte Denisov, blickte sich nach den Offizieren um und nahm seine Papiere unter dem Kissen hervor. Dann ging er zum Fenster, wo ein Tintenfass stand und setzte sich nieder, um zu schreiben. Man kann nicht gegen den Strom schwimmen, sagte er und reichte Rostov ein großes Kuvert. Das war die Bittschrift an den Kaiser, welche der Auditor verfasst hatte, in welcher Denisov, ohne die Proviantverwaltung zu beschuldigen, nur um Begnadigung bat. Sende es ab, sagte er mit gezwungenem, krankhaften Lächeln. Kapitel 86 Nachdem Rostov zum Regiment zurückgekehrt war und dem Oberst über den Stand der Sache Denisovs berichtet hatte, fuhr er mit dem Brief an den Kaiser nach Tilsit. Am 15. Juni, in Klammern 25. Juni, hatten der französische und der russische Kaiser eine Zusammenkunft in Tilsit. Boris hatte den General, bei dem er Adjutant war, gebeten, ihn der Suite, die in Tilsit anwesend sein sollte, zuzuteilen. Ich möchte den großen Mann sehen, sagte er. Sie meinen Bonaparte, fragte ihn lächelnd der General. Boris sah seinen General fragend an und begriff sogleich, dass das eine Scherzprobe war. Fürst, ich spreche vom Kaiser Napoleon, erwiderte er. Der General klopfte ihm lachend auf die Schulter. Du wirst es weit bringen, sagte er und nahm ihn mit sich. Boris befand sich unter den wenigen, welche Zeugen der Zusammenkunft der beiden Kaiser auf dem Niemann waren. Er sah die Flöße mit dem Namenszeichen und die Überfahrt Napoleons nach dem anderen Ufer, an der französischen Garde vorbei. Er sah das nachdenkliche Gesicht des Kaisers Alexander, während er schweigsam in einem Krug am Ufer des Niemanns saß und die Ankunft Napoleons erwartete. Er sah, wie beide Kaiser in Boote stiegen und wie Napoleon, der zuerst auf dem Floß ankam, mit raschen Schritten Alexander entgegenging, ihm die Hand reichte und wie beide in dem Pavillon verschwanden. Seit seinem Eintritt in die höhere Welt hatte Boris die Gewohnheit angenommen, aufmerksam zu beobachten, was um ihn her vorging und es aufzuzeichnen. Er hörte auch aufmerksam auf die Worte, welche vornehme Personen sprachen. Als die Kaiser in den Pavillon traten, blickte er auf die Uhr und vergaß nicht, wieder darauf zu sehen, als Alexander heraustrat. Die Zusammenkunft hatte eine Stunde und 53 Minuten gedauert und dies schrieb er noch an demselben Abend mit anderen Tatsachen nieder, welche ihm von historischer Bedeutung zu sein schienen. Da die Suite der beiden Kaiser sehr klein war, so war es wichtig für einen Menschen, der nach Erfolg im Dienst strebte, sich zu dieser Zeit in Tilsit zu befinden und Boris hatte das Gefühl, dass seine Stellung sich schon sehr befestigt habe. Man kannte ihn nicht nur, sondern man gewöhnte sich auch an ihn. Zweimal hatte er Aufträge an den Kaiser selbst, sodass auch der Kaiser ihn von ansehen kannte und alle der höchsten Personen nahestehenden nicht wie früher für ihn unzugänglich waren, da sie ihn für eine neue Persönlichkeit hielten, sondern sich sogar gewundert hätten, wenn er nicht zugegen gewesen wäre. Boris wohnte mit einem anderen Adjutanten, einem reichen polnischen Grafen Czellinski zusammen, der in Paris erzogen worden war und die Franzosen leidenschaftlich liebte. Fast jeden Tag während ihrer Anwesenheit in Tilsit waren französische Offiziere von der Garde und dem Generalstab bei Czellinski und Boris zu Gast. Am 24. Juni, in Klammern 6. Juli, gab Czellinski ein Souper, an welchem ein Adjutant Napoleons, einige Garde-Offiziere und ein junger Mann aus einer alt-aristokratischen französischen Familie, ein Page Napoleons, teilnahm. An demselben Abend kam Rostov unter dem Schutze der Dunkelheit in bürgerlicher Kleidung in Tilsit an und trat in das Quartier von Czellinski und Boris. Rostov, wie die ganze Armee, vermochte die früheren Feinde noch nicht als Freunde anzuerkennen, wie das Hauptquartier und Boris. Noch vor kurzem hatte Rostov mit einem Kosakenoffizier sich darüber gestritten, ob Napoleon, wenn er gefangen würde, nicht wie ein Kaiser, sondern wie ein Verbrecher behandelt werden würde. Daher war Rostov erstaunt, bei Boris französische Offiziere zu finden. Er blieb auf der Schwelle stehen und fragte auf Russisch, ob hier Fürst Drubitzkoy wohne. Als Boris eine fremde Stimme im Vorzimmer hörte, kam er heraus und als er Rostov erkannte, drückte sein Gesicht im ersten Augenblick Missvergnügen aus. Ach, du bist sehr erfreut, sehr erfreut, dich zu sehen, sagte er lächelnd, aber Rostov hatte den ersten Eindruck wohl bemerkt. Es scheint, ich komme ungelegen, sagte er. Ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht ein Anliegen hätte. Nein, durchaus nicht. Ich wundere mich nur, wie du vom Regiment aus hierher kommst. Ich stehe gleich zu Diensten, erwiderte er einer Stimme, die ihn rief. Ich sehe, dass ich ungelegen komme, wiederholte Rostov. Die verdrießliche Miene Boris hatte sich schon verwandelt. Er ergriff Rostovs Hand und führte ihn ins nächste Zimmer. Ach, höre doch auf! Wie kannst du ungelegen kommen, sagte Boris. Er machte ihn mit den Gästen bekannt und bemerkte dabei, er sei ein alter Freund, ein Husarenoffizier. Rostov blickte während der Vorstellung die Franzosen finster an und verbeugte sich nur widerwillig. Schelinski war die Ankunft Rostovs augenscheinlich wenig willkommen und er sprach nichts mit ihm. Boris schien dies nicht zu bemerken und bemühte sich, das Gespräch zu beleben. Einer der Franzosen wandte sich mit der, den Franzosen eigenen Höflichkeit an den hartnäckig schweigenden Rostov und sagte, er sei wahrscheinlich gekommen, um die Kaiser zu sehen. Nein, ich habe hier etwas zu besorgen, erwiderte Rostov kurz. Rostov war in schlechter Stimmung, seitdem er in der Mine Boris jenes Missvergnügen bemerkt hatte und wie es immer bei Leuten in schlechter Stimmung der Fall ist, schien es ihm, dass ihn alle missfällig anblickten und er alle störe. Dies war auch wirklich der Fall. Und er allein nahm an dem neu angeknüpften Gespräch keinen Anteil. Endlich stand er auf und ging zu Boris. Ich sehe, ich störe nur, sagte er leise. Ich habe dir nur etwas zu sagen über die Angelegenheit, die mich hierher führte und dann gehe ich. Nein, nein, erwiderte Boris. Aber wenn du müde bist, so komm in mein Zimmer und ruhe dich aus. Nun ja, wirklich. Sie ging in das kleine Zimmerchen, in dem Boris schlief. Rostov erzählte ihm Denisovs Angelegenheit. Mit aufgeregtem Wesen fragte er, ob Boris bei seinem General und dem Kaiser sich für Denisov verwenden und den Brief abgeben wolle. Boris hörte Rostov an, wie ein General die Meldung eines Untergebenen anhört. Rostovs Verdruss stieg. Ich habe von Sachen derart schon gehört, sagte Boris, und weiß, dass der Kaiser in solchen Fällen sehr streng ist. Ich glaube, es wäre besser, dies nicht vor seine Majestät zu bringen und lieber an den Chorgeneral eine Bittschrift zu richten. Überdies meine ich, du willst also nichts tun, dann sage es, rief Rostov fast heftig, ohne ihm in die Augen zu sehen. Boris lächelte. Im Gegenteil, ich werde alles tun, was ich kann. Ich meinte nur, in diesem Augenblick wurde Boris von Schädinski gerufen. Nun, geh, 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 sagte Rostov. Er lehnte die Einladung zum Abendessen ab und blieb allein in dem kleinen Zimmerchen, in dem er lange auf- und abging, während er die heiteren Stimmen der Franzosen aus dem Nebenzimmer hörte. Kapitel 87 Der Tag, an welchem Rostov in Tilsit ankam, war sehr ungeeignet, um für Denisov zu wirken. Er selbst konnte nicht zum dejurierenden General gehen, da er im Frack und ohne Erlaubnis nach Tilsit gekommen war. Boris aber, wenn er auch gewollt hätte, hätte das erst am Tage nach der Ankunft Rostovs tun können. An diesem Tag, dem 27. Juni, in Klammer 9. Juli, wurden die Friedenspreliminarien unterzeichnet. Die Kaiser beschenkten sich gegenseitig mit Orden. Alexander erhielt den Stern der Ehrenlegion und Napoleon den Andreasorden 1. Klasse. Und an diesem Tage sollte auch ein Diner stattfinden, an welchem ein Bataillon der französischen Garde und ein Bataillon des präobraschenskischen Garde-Regiments teilnahm. Die Kaiser wollten an diesem Bankett ebenfalls teilnehmen. Rostov war die Gegenwart Boris so unbehaglich, dass er sich schlafend stellte, als Boris am anderen Morgen ins Zimmer blickte. Am anderen Tag verließ er früh am Morgen das Haus, ohne Boris gesehen zu haben. Im Frack mit rundem Hut schlenderte Nikolai durch die Stadt und besah die Franzosen und ihre Uniform. Auf einem Platz waren Tische aufgerichtet und es wurden Vorbereitungen zu dem Festessen gemacht. Die Stadt war geschmückt mit russischen und französischen Fahnen, mit verschlungenen Namenszügen A und N. Boris will mir nicht helfen und ich werde mich auch nicht an ihn wenden, dachte Nikolai. Zwischen uns ist alles aus, aber ich gehe nicht fort von hier, ehe ich nicht alles Mögliche für Denisov getan und wenigstens den Brief dem Kaiser übergeben habe. Dem Kaiser? Da ist er, dachte Rostov, indem er sich unwillkürlich wieder dem Hause näherte, welches Alexander bewohnte. Vor dem Hause standen Reitpferde, die Suite sammelte sich in Erwartung des Erscheinens des Kaisers. Jeden Augenblick kann ich ihn sehen, dachte Rostov. Wenn ich ihm nur den Brief übergeben und alles sagen könnte, ob man mich wohl des Fracks wegen arretieren würde? Unmöglich. Er würde begreifen, auf welcher Seite das Recht liegt. Er begreift alles und weiß alles. Da gehen sie hinein, dachte er, als er einen Offizier in das Haus treten sah, das der Kaiser bewohnte. Ach, Unsinn, ich gehe auch hinein und gebe dem Kaiser den Brief. Und plötzlich ging Rostov mit einer Entschlossenheit, über die er sich selbst wunderte, gerade auf das Haus zu. Nein, jetzt werde ich die Gelegenheit nicht wieder versäumen, wie bei Austerlitz, dachte er. Bei dem Gedanken, dass er jeden Augenblick dem Kaiser begegnen könne, strömte sein Blut zum Herzen. Ich werde ihm zu Füßen fallen, er wird mich aufheben, mich anhören und mir noch dafür danken. Ich bin glücklich, wenn ich Gutes tun kann. Und Unrecht wieder gut zu machen, ist das höchste Glück, wird der Kaiser sagen. Von der Eingangstür führte eine breite Treppe nach oben. Rechts war eine verschlossene Tür. Unter der Treppe, welche in den oberen Stock führte, war noch eine Tür sichtbar. Was wünschen Sie? fragte jemand. Einen Brief abgeben, eine Bittschrift an seine Majestät, sagte Nikolai mit zitternder Stimme. Eine Bittschrift? Zum Dejurierenden? Bitte dorthin. Man deutete auf die Tür unter der Treppe. Aber sie wird nicht angenommen werden. Ein Kammerfourier öffnete ihm die Tür zum Dejurierenden und Rostov trat ein. Ein kleiner, dicker Mann von etwa 30 Jahren mit weißen Beinkleidern und Reiterstiefeln stand im Zimmer. Ein Kammerdiener legte ihm gestickte Tragbänder um. Dieser Mann sprach mit jemand, der sich im nächsten Zimmer befand. Was wollen Sie? fragte er Rostov. Eine Bittschrift? Was gibt's? fragte jemand aus dem anderen Zimmer. Noch ein Bittsteller, erwiderte der Mann mit den Tragbändern. Sagen Sie ihm, er solle später kommen. Gleich wird der Kaiser herauskommen. Wir müssen fort. Später, später, morgen. Rostov wandte sich um und wollte gehen, aber der Mann mit den Tragbändern hielt ihn an. Von wem? Wer sind Sie? Von Major Denisov, rief Rostov. Wer sind Sie, Offizier? Leutnant Graf Rostov. Welche Kühnheit! Geben Sie es auf dem Kommando ab! Und nun gehen Sie! Gehen Sie! Er zog hastig den Uniformrock an, den ihm der Kammerdiener reichte. Rostov ging wieder auf den Flur hinaus und bemerkte, dass auf der Vortreppe schon viele Generale in voller Uniform standen, an welchen er vorübergehen musste. Seine Dreistigkeit verwünschend und halb erstarrt bei dem Gedanken, dass er jeden Augenblick dem Kaiser begegnen könne und dass er schimpflich behandelt und in Arrest geschickt werden könne, verließ Rostov das Haus, das von der glänzenden Suite umgeben war, als eine bekannte Stimme ihn anrief. »Oho, Väterchen, was machen Sie hier im Frack?« fragte eine Bassstimme. Das war ein Kavalleriegeneral, der in diesem Feldzug die besondere Gewogenheit des Kaisers erworben hatte, der frühere Divisionsgeneral Rostovs. Erschrocken begann Rostov, sich zu entschuldigen, aber beim Anblick der gutmütigen, scherzhaften Mine des Generals, der ihn beiseite führte, teilte er ihm mit aufgeregter Stimme die ganze Sache mit und bat um seine Unterstützung für den ihm bekannten Denisov. »Schade, schade um den Jungen«, sagte der General, den Kopf wiegend. »Gib den Brief her!« Kaum hatte Rostov ihm den Brief übergeben, als man von der Treppe her rasche Schritte vernahm. Der General verließ Rostov und ging auf die Haustür zu. Die Herren der Suite eilten zu ihren Pferden und auf der Treppe hörte Rostov leichte Schritte, welche er sogleich erkannte. Rostov vergaß die Gefahr, erkannt zu werden, näherte sich mit einigen neugierigen Einwohnern der Vortreppe und jetzt sah er wieder nach zwei Jahren die von ihm verehrten Züge, dasselbe Gesicht, denselben Blick und Gang, dieselbe Majestät und Milde. Entzücken und Liebe zum Kaiser erfüllte Rostovs Herz. Der Kaiser in der Uniform des preobraschenskischen Garderegiments mit hohen Stiefeln und einem Rostov-unbekannten Orden, dem Stern der Ehrenlegion, trat auf die Vortreppe hinaus mit dem Hut unter dem Arme und zog sich Handschuhe an. Er betrachtete und erleuchtete alles um sich her mit seinem Blick. Er erkannte auch den früheren Divisionsgeneral Rostovs, lächelte ihm zu und rief ihn zu sich. Die ganze Suite trat zurück und Rostov sah, wie der Kaiser ziemlich lange mit dem General sprach. Der Kaiser machte endlich einen Schritt nach seinem Pferd. Ich kann nicht, General, sagte er ziemlich laut, augenscheinlich mit dem Wunsche, von allen gehört zu werden, denn das Gesetz ist stärker als ich. Er stellte den Fuß in den Steigbügel. Der General neigte ehrerbietig den Kopf, der Kaiser stieg zu Pferde und ritt im Galopp die Straße entlang. Außer sich vor Entzücken lief Rostov mit der Menge ihm nach. Kapitel 88 Auf dem Platz, nach welchem der Kaiser ritt, standen einander gegenüber rechts ein Bataillon vom Priobraschenskischen Garderegiment und links ein Bataillon der französischen Garde mit Bärenmützen. Während der Kaiser den einen Flügel erreichte, galoppierte ein anderer Reitertrupp vom anderen Flügel her und an der Spitze desselben erkannte Rostov Napoleon. Es konnte kein anderer sein. Er ritt im Galopp, trug einen kleinen Hut und das Band des Andreas-Ordens über der Schulter. Als er sich Alexander näherte, zog er den Hut und bei dieser Geste bemerkte das Kennerauge Rostovs, dass Napoleon schlecht und unsicher auf dem Pferde saß. Die Bataillone schrie Hurra und Vive l'Empereur! Napoleon sagte etwas zu Alexander. Beide Kaiser stiegen ab und reichten sich die Hände. Auf Napoleons Gesicht lag ein unangenehmes, gezwungenes Lächeln. Alexander sprach einige Worte mit freundlicher Miene. Rostov wandte keinen Blick von der Gruppe ab, ungeachtet des Drängens der französischen Gendarmen mit ihren Pferden. Mit Erstaunen sah er, dass Bonaparte mit dem russischen Kaiser ganz unbefangen sprach, als ob diese Ernährung für ihn etwas ganz Natürliches und Gewohntes wäre. Alexander und Napoleon begaben sich mit dem langen Schweif ihrer Suiten auf den rechten Flügel des russischen Gardebataillons. Die Menge, darunter auch Rostov, befand sich unerwartet in der unmittelbaren Nähe der Kaiser. Sire, ich bitte um die Erlaubnis, dem tapfersten ihrer Soldaten den Orden der Ehrenlegion zu geben, sagte die scharfe Stimme Napoleons. Alexander hörte aufmerksam auf diese Worte und lächelte freundlich. Demjenigen, der sich in diesem Krieg am tapfersten erwiesen hat, fuhr Napoleon fort, jede Silbe betonend. Rostov war entrüstet über die Ruhe und Selbstgefälligkeit, mit der Napoleon die Reihe der Russen überblickte, welche mit präsentiertem Gewehr unbeweglich nach dem Gesicht ihres Kaisers sahen. Erlauben Sie mir, Majestät, den Oberst nach seiner Meinung zu befragen, sagte Alexander und trat mit einigen raschen Schritten auf den Grafen Koslowski zu, der das Bataillon befehligte. Inzwischen nahm Bonaparte von seiner weißen, kleinen Hand den Handschuh ab, wobei er ihn zerriss und wegwarf. Ein Adjutant kam eilfertig herbei und hob ihn auf. Wen soll man vorschlagen, fragte Alexander mit leiser Stimme ruhig den Obersten. Wie Sie befehlen, Majestät. Der Kaiser faltete ungeduldig die Stirn. Man muss ihm doch antworten, sagte er. Koslowski überblickte die Reihen und dabei fiel sein Auge auch auf Rostov. Etwa ich, dachte Rostov. Basarev rief der Oberst und der Flügelmann Basarev trat rasch vor. Wohin gehst du, flüsterten verschiedene Stimmen Basarev zu, welcher nicht wusste wohin. Er blieb stehen und blickte erschrocken den Obersten an. Napoleon wandte etwas den Kopf zur Seite und griff mit seiner kleinen Hand nach rückwärts, als ob er etwas ergreifen wollte. Die Adjutanten begriffen, um was es sich handelte, flüsterten untereinander und reichten sich etwas zu und derselbe Page, welchen Rostov gestern bei Boris gesehen hatte, eilte vorwärts und legte einen Orden mit rotem Band in die Hand des Kaisers. Ohne sich umzublicken, drückte Napoleon zwei Finger zusammen und der Orden befand sich zwischen diesen. Dann trat er auf Basarev zu, welcher mit weit aufgerissenen Augen hartnäckig nur nach seinem Kaiser blickte. Die kleine weiße Hand mit dem Orden bewegte sich nach einem Knopfloch des Soldaten Basarev. Russische und französische dienstfertige Hände hefteten das Kreuz an die Uniform. Basarev blickte finster nach dem kleinen Mann mit den weißen Händen, stand unbeweglich mit präsentiertem Gewehr da und blickte Kaiser Alexander an, als ob er fragen wollte, ob er noch länger da stehen solle, ob er nicht zurücktreten oder sonst etwas anderes tun solle. Aber er erhielt keinen Befehl und blieb ziemlich lange in dieser unbeweglichen Stellung. Die Kaiser stiegen zu Pferde und ritten weiter. Die Russen öffneten die Reihen, mischten sich mit den französischen Gardisten und setzten sich an die Tische, welche für sie errichtet worden waren. Basarev saß auf einem Ehrenplatz. Er wurde umarmt und beglückwünscht. Französische und russische Offiziere drückten ihm die Hände. Von den Tischen her erschallte ein Stimmengewirr. Man hörte russische und französische Worte und Gelächter. Zwei Offiziere gingen heiter und glücklich an Rostov vorüber. Was das für eine Bewirtung ist, alles von Silber, sagte der eine. Haben Sie Basarev gesehen? Ja. Morgen, sagt man, wird die russische Garde die französische bewirten. Nein, was dieser Basarev für ein Glück hat. Lebenslänglich 1200 Franken Pension. Seht, Kinderchen, was für eine Mütze, rief ein russischer Gardist mit einer französischen Bärenmütze auf dem Kopfe. Merkwürdig, hübsch, famos. Boris kam mit seinem Kameraden Schelinski auch, um das Bankett anzusehen. Als Boris wieder zurück trat, bemerkte er Rostov, welcher an der Ecke eines Hauses stand. Rostov, guten Tag, rief Boris. Wir haben uns noch nicht gesehen. Er konnte sich nicht enthalten, zu fragen, was ihm begegnet sei. So finster und seltsam war Rostovs Miene. Nichts, nichts, erwiderte Rostov. Ja, später. Du kommst doch zu mir. Rostov stand lange an der Ecke und sah von Ferne dem Gelage zu. In seinem Innern ging eine angestrengte Arbeit vor sich, welche er nicht zu Ende bringen konnte. Schreckliche Zweifel erhoben sich in ihm. Er erinnerte sich an Denisov mit seinem veränderten Wesen und an das Hospital mit diesen abgeschnittenen Armen und Beinen, mit diesem Schmutz und den Krankheiten und er glaubte wieder, diesen Leichengeruch wahrzunehmen. Dann dachte er wieder an diesen selbstzufriedenen Bonaparte mit seinen weißen Händchen, welcher jetzt Kaiser war und vom Kaiser Alexander geliebt und verehrt wurde. Wozu nun die abgeschnittenen Arme und Beine und die Menge der getöteten Menschen? Dann fiel ihm ein, wie Basarev belohnt, Denisov aber bestraft wurde und er tappte sich selbst auf so schrecklichen Gedanken, dass er davor erschrak. Der Geruch der Speisen und der Hunger erinnerten ihn an seinen eigenen Zustand. Er musste etwas essen vor der Abreise und trat in ein Gasthaus, das er am Morgen gesehen hatte. Es war so überfüllt von Leuten aller Art und auch von Offizieren, welche wie er in Zivilkleidung gekommen waren, dass er kaum Platz finden konnte. Zwei Offiziere von derselben Division wie er setzten sich zu ihm. Bald kam das Gespräch auf den Frieden. Die Offiziere, Rostovs Kameraden, wie der größte Teil der Armee waren unzufrieden darüber, dass nach der Schlacht bei Friedland Friede geschlossen wurde. Sie meinten, man hätte noch standhalten sollen. Napoleon wäre verloren gewesen, seine Truppen hätten weder Proviant noch Munition mehr. Nikolai aß schweigend und trank allein zwei Flaschen Wein. Seine innerliche Arbeit, die zu keiner Lösung gelangte, beunruhigte ihn noch immer. Er fürchtete sich, seinen eigenen Gedanken sich hinzugeben und konnte sich ihrer doch nicht entledigen. Nach einer missfälligen Bemerkung eines der Offiziere über die Franzosen fuhr Rostov plötzlich auf mit einer Heftigkeit, welche durch nichts gerechtfertigt war und daher die Offiziere sehr in Erstaunen setzte. Wie können Sie darüber urteilen, was besser wäre? rief er mit hochrotem Gesicht. Mit welchem Recht urteilen Sie über die Handlungen des Kaisers? Wir können weder die Absichten noch die Handlungen des Kaisers begreifen. Ich habe kein Wort vom Kaiser gesagt, rechtfertigte sich der Offizier, der sich den Ausbruch Rostovs nur dadurch erklären konnte, dass er ihn für betrunken hielt. Aber Rostov hörte ihn nicht an. Wir sind keine diplomatischen Beamten, wir sind Soldaten, weiter nichts, fuhr er fort. Befiehlt man uns zu sterben, so sterben wir. Und wenn jemand bestraft wird, so heißt das, dass er schuldig sei. Nicht uns kommt es zu, darüber zu urteilen. Wenn es dem Kaiser gefällt, Bonaparte als Kaiser anzuerkennen und ein Bündnis mit ihm zu schließen, so bedeutet das, dass es so sein muss. Wenn wir über alles urteilen und resonieren wollen, so gibt es nichts Heiliges mehr. Ebenso gut können wir sagen, es gibt keinen Gott und nichts mehr, schrie Nikolai und schlug auf den Tisch. Was nach den Begriffen der Zuhörenden ganz verworren war, erschien ihm durchaus konsequent und zu seiner Gedankenreihe passend. Wir haben nur unsere Pflicht zu erfüllen. Uns zu schlagen, aber nicht nachzudenken, schloss er. Und zu trinken, sagte einer der Offiziere, der Streit vermeiden wollte. Ja, und zu trinken, wiederholte Nikolai. Kellner, noch eine Flasche, schrie er. Kapitel 89 Im Jahre 1808 fuhr Kaiser Alexander nach Erfurt zu einer neuen Zusammenkunft mit dem Kaiser Napoleon und in den höchsten Kreisen Petersburgs sprach man viel über die Pracht und Großartigkeit dieses feierlichen Kongresses. Im Jahre 1809 war die Annäherung der beiden Beherrscher der Welt, wie Napoleon und Alexander genannt wurden, so weit gelangt, dass nach der Kriegserklärung Napoleons an Österreich ein russisches Chor an die Grenze rückte, um seinem früheren Feind Bonaparte gegen den früheren Verbündeten, den Kaiser von Österreich, beizustehen. Man sprach sogar in den höchsten Kreisen von einer Heirat zwischen Napoleon und einer Schwester des Kaisers Alexander. Aber außer den politischen Ereignissen war die Aufmerksamkeit der russischen Gesellschaft mit großer Spannung auch auf die inneren Reformen gerichtet, welche zu dieser Zeit in allen Teilen der kaiserlichen Regierung eingeführt werden sollten. Fürst André lebte still und zurückgezogen zwei Jahre lang auf dem Lande. Alle diese Arbeiten und Unternehmungen in der Verwaltung seiner Güter, welche Peter bei sich anfing, ohne sie zu irgendeinem Resultat zu bringen, da er beständig von einer Sache zur anderen überging, alle diese Arbeiten wurden auch vom Fürsten André begonnen und durchgeführt, ohne die geringste bemerkbare Mühe. Er besaß im höchsten Grade jene praktische Geschicklichkeit, welche ohne Anstrengung und Unruhe alles in Bewegung setzt, die aber Peter gänzlich fehlte. Die 300 Seelen, welche eines seiner Güter bewohnten, wurden in freie Bauern verwandelt. Das war eines der ersten Beispiele in Russland. Auf anderen Gütern wurde die Frohnarbeit in eine Geldabgabe verwandelt. In Bogutscher Ravo wurde auf Kosten des Fürsten eine gelernte Hebamme angestellt und der Geistliche unterrichtete die Kinder der Bauern in Lesen und Schreiben. Die eine Hälfte seiner Zeit verbrachte Fürst André in Lisigori bei seinem Vater und seinem Sohn, der noch in weiblicher Obhut war. Die übrige Zeit verlebte er auf seinem eigenen Gut Bogutscher Ravo. Die Weltereignisse verfolgte er eifrig, las viele Bücher und bemerkte zu seinem Erstaunen, wenn Gäste aus Petersburg kamen, dass diese Leute, welche Gelegenheit hatten, alle Ereignisse der inneren und äußeren Politik an der Quelle kennenzulernen, in der Kenntnis derselben gegen ihn sehr zurückstanden, obgleich er einsam auf dem Lande lebte. Neben der Verwaltung seiner Güter und der Lektüre von Büchern aller Art beschäftigte sich Fürst André um diese Zeit auch mit einer kritischen Beschreibung unserer beiden letzten unglücklichen Feldzüge und mit der Ausarbeitung eines Projekts über die Reform unserer Gesetze und Bestimmungen über das Heerwiesen. Im Herbst kam er auf den Gedanken, nach Petersburg zu reisen und erdachte sich eine ganze Reihe von vernünftigen, logischen Gründen, warum er durchaus nach Petersburg reisen und sogar in den Dienst treten müsse. Er konnte jetzt nicht mehr begreifen, wie er früher an der Notwendigkeit, tätigen Anteil am öffentlichen Leben zu nehmen, hatte zweifeln können. Es war ihm klar, dass alle seine Lebenserfahrungen verloren gehen mussten und es sinnlos wäre, wenn er sie nicht zur Anwendung bringen und wieder tätigen Anteil am Leben nehmen würde. Er begriff nicht mehr, wie er früher aufgrund ebenso armseliger Vernunftgründe davon überzeugt gewesen war, dass er sich erniedrigt hätte, wenn er nach seinen Lebenserfahrungen wieder an die Möglichkeit geglaubt hätte, dem allgemeinen Wohl nützlich zu sein und an die Möglichkeit von Glück und Liebe. Jetzt sprach die Vernunft in ihm ganz anders. Er begann sich auf dem Lande zu langweilen, seine bisherigen Beschäftigungen interessierten ihn nicht mehr und oft, wenn er allein in seinem Kabinett saß, stand er auf, trat zum Spiegel und betrachtete lange Zeit sein Gesicht. Dann wandte er sich ab und blickte das Bild der verstorbenen Lisa an. Kapitel 90 Fürst André reiste im August nach Petersburg. Es war die Zeit des Ruhms des jungen Speranski, welcher mit eifere Formen einführte. In demselben August wurde der Kaiser mit der Äquipage umgeworfen, am Bein beschädigt und blieb drei Wochen in Peterhof, wo er alltäglich und ausschließlich mit Speranski verkehrte. Zu dieser Zeit wurden außer minder wichtigen Reformen wie Einführung von Beamtenexamen, die Einführung einer Konstitution vorbereitet, welche Gerichtsverwaltung und Finanzwesen Russlands gänzlich neu gestalten sollte. Jetzt verwirklichten sich jene unklaren liberalen Ideen, mit welchen Kaiser Alexander den Thron bestiegen hatte und welche er mithilfe von Chaturischki, Novosilcev, Kotschubey, Stroganov ins Leben rufen wollte, die er selbst im Scherz das Komitee der Gesellschaftsrettung nannte. Jetzt wurden diese alle durch Speranski im Zivilwesen und durch den Kriegsminister Arektscheyev ersetzt. André erschien bald nach seiner Ankunft als Kammerherr bei Hofe. Der Kaiser sah ihn zweimal, würdigte ihn aber keines Wortes. Schon früher hatte Fürst André zu bemerken geglaubt, dass er dem Kaiser missfalle und dass sein Gesicht und Wesen dem Kaiser unangenehm seien. Die Höflinge erklärten Fürst André dies dadurch, dass der Kaiser unzufrieden darüber sei, dass Bolkonski seit 1805 nicht mehr diene. Ich weiß selbst, wie ohnmächtig wir gegenüber unseren Sympathien und Antipathien sind, dachte Fürst André. Darum ist auch nicht daran zu denken, meine Abhandlung über das Heerwesen dem Kaiser selbst zu überreichen. Aber die Sache wird für sich selbst sprechen. Er machte einem alten Feldmarschall, der mit seinem Vater befreundet war, Mitteilung darüber. Der Feldmarschall empfing ihn sehr freundlich und versprach, dem Kaiser darüber Meldung zu machen. Nach einigen Tagen wurde Fürst André angekündigt, er habe sich beim Kriegsminister Grafen Araktschelyev zu melden. Dort erfuhr er, dass er zum Mitglied der Kommission für Bearbeitung der Gesetze über das Heerwesen ernannt worden sei und, was er nicht erwartet hatte, auch zum Abteilungsvorsteher der Kommission für Zusammenstellung der Gesetze. Auf die Bitte Speranskis übernahm er den ersten Teil der Zivilgesetze und mithilfe des napoleonischen Gesetzbuches und des Kodex Justinians bearbeitete er die Abteilung Zivilrecht. Kapitel 91 Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1808, stand Peter bei seiner Rückkehr von seinen Gütern nach Petersburg an der Spitze der Petersburger Freimaurerei. Er veranstaltete Logenversammlungen, warb neue Mitglieder und bemühte sich für Vereinigung der verschiedenen Logen. Er gab reichliche Mittel zu Wohltätigkeitszwecken und ergänzte so viel als möglich die Einsammlung der Almosen, mit welchen die Mitglieder geizig und unpünktlich waren. Er unterhielt fast allein ein Krankenhaus, das der Orden in Petersburg errichtet hatte. Dabei aber führte er dasselbe vergnügungssüchtige Leben wie früher, liebte gut zu speisen und zu trinken und konnte sich von den Vergnügungen der Lebemänner, an denen er teilnahm, nicht fernhalten, obgleich er sie für sittenlos und erniedrigend ansah. In dem Taumel der Vergnügungen fühlte aber Peter nach Verlauf eines Jahres wohl, wie der Boden der Freimaurer, auf dem er stand, desto mehr unter seinen Füßen verschwand, je mehr er sich bemühte, darauf zu fußen. Als er der Freimaurerei beitrat, hatte er das Gefühl eines Menschen empfunden, welcher gläubig den Fuß auf die gleichmäßige Oberfläche eines Sumpfes setzt. Er war eingesunken. Um sich ganz von der Festigkeit des Bodens, auf dem er stand, zu überzeugen, setzte er auch den zweiten Fuß auf und sank noch tiefer ein. Alle Brüder, die er kannte, teilte er in vier Klassen ein. Zur ersten Klasse rechnete er die Brüder, welche ohne tätigen Anteil an den Arbeiten der Loge und an den menschlichen Angelegenheiten zu nehmen, sich ausschließlich mit den Geheimnissen der Lehre des Ordens beschäftigten, mit den Fragen von der dreifaltigen Benennung Gottes, von den drei Anfängen der Dinge, Schwefel, Merkur und Salz oder von der Bedeutung des Quadrats und aller Figuren des Salomonischen Tempels. Diese Klasse verehrte Peter. Zu ihr gehörten hauptsächlich alte Brüder. Aber Peter nahm nicht Anteil an ihren Interessen. Sein Herz wandte sich nicht der mystischen Seite der Freimaurer zu. Zur zweiten Klasse rechnete Peter sich selbst und die ihm ähnlichen Brüder, welche die Wahrheit suchten, schwankten, aber den wahren Weg zu finden hofften. Zur dritten Klasse rechnete er diejenigen Brüder, die in der Maurerei nichts sahen als die äußerlichen Formen und Zeremonien und diese äußeren Formen streng beobachteten, ohne sich um ihre Bedeutung zu kümmern. Zu dieser Klasse gehörte selbst Vilarski und sogar der Großmeister der Hauptloge und der größte Teil der Mitglieder. Zur vierten Klasse endlich rechnete er jene gleichfalls große Anzahl von Brüdern, welche besonders in der letzten Zeit der Brüderschaft beigetreten waren. Das waren nach Peters Beobachtung Leute, die an nichts glaubten, nichts wünschten und der Freimaurerei nur beigetreten waren, um jungen, reichen, durch ihre Verbindungen und ihre Vornehmheit wichtigen Brüdern sich zu nähern, deren es in der Loge sehr viele gab. In Peter regte sich Unzufriedenheit mit solcher Tätigkeit. Die Freimaurerei, wenigstens wie er sie kannte, schien ihm nur auf Äußerlichkeiten zu beruhen. Er dachte nicht daran, an der Freimaurerei selbst zu zweifeln, konnte sich aber der Befürchtung nicht erwehren, dass die russische Freimaurerei auf falschen Wegen wandelte. Kapitel 92 Peter wurde wieder von derselben Schwermut überfallen, die er so sehr fürchtete. Eines Tages lag er allein auf seinem Divan, empfing niemand und ging nicht aus. Da erhielt er einen Brief von seiner Frau, welche ihn um eine Zusammenkunft anflehte, von ihrer Sehnsucht zu ihm und von ihrem Wunsche, ihm ihr ganzes Leben zu weinen schrieb. Am Ende des Briefes benachrichtigte sie ihn, dass sie in einigen Tagen aus dem Ausland in Petersburg ankommen werde. Bald darauf wurde die Einsamkeit Peters durch den Besuch eines der weniger angesehenen Freimaurer unterbrochen, der das Gespräch auf die ehelichen Umstände Peters lenkte und ihm als Bruder mitteilte, dass seine Strenge gegen seine Frau ungerecht sei und dass Peter von dem ersten Gesetze der Freimaurerei abweiche, wenn er Reugen nicht vergeben wollte. Um dieselbe Zeit ließ seine Schwiegermutter, die Frau des Fürsten Vassil, ihm sagen, sie lasse ihn dringend bitten, sie wenigstens auf einige Minuten zu besuchen, um eine sehr wichtige Angelegenheit zu besprechen. Peter sah, dass eine Verschwörung gegen ihn bestand, dass man ihn mit seiner Frau wieder vereinigen wollte und in dem Zustand, in dem er sich befand, war ihm dies so gar nicht einmal unangenehm. Alles war ihm gleichgültig. Nichts in seinem Leben erschien ihm als eine Sache von Wichtigkeit und unter dem Einfluss der Schwermut, die ihn jetzt beherrschte, lag ihm nichts an seiner Freiheit noch an seiner Beharrlichkeit in der Bestrafung seiner Frau. Niemand hat Recht, niemand ist schuldig, also ist sie wohl auch unschuldig, dachte er. Nur weil er in seinem trübsinnigen Zustand nicht imstande war, etwas zu unternehmen, erklärte er sogleich seine Einwilligung zur Wiedervereinigung mit seiner Frau. Wäre sie zu ihm gekommen, er hätte sie jetzt nicht zurückgestoßen. War es nicht gleichgültig im Vergleich mit dem, was ihn beschäftigte, ob er mit seiner Frau lebte oder nicht? Ohne seiner Frau noch seiner Schwiegermutter zu antworten, machte er sich eines Abends spät auf den Weg und reiste nach Moskau, um seinen Freund Josef Alexejewitsch zu besuchen. In sein Tagebuch schrieb er Moskau, den 17. November Soeben komme ich von dem Edlen und beeile mich, alles aufzuzeichnen, was ich dabei empfand. Josef Alexejewitsch lebt in Armut und leidet schon im dritten Jahr an einer schmerzhaften Krankheit. Niemand hat ihn stöhnen oder murren gehört. Er empfing mich gnädig und ließ mich auf das Bett sitzen, in dem er lag. Ich machte ihm das Zeichen der Ritter des Orients und von Jerusalem und er antwortete ebenso. Mit mildem Lächeln fragte er mich, was ich erfahren und erworben habe in dem preußischen und schottischen Lande. Ich erzählte ihm alles, wie ich es verstand. Er schwieg lange und dachte nach. Dann teilte er mir seine Ansicht darüber mit, welche die ganze Vergangenheit und zugleich meinen künftigen Weg beleuchtete. Er setzte mich in Erstaunen durch die Frage, ob ich mich erinnere, worin der dreifache Zweck des Ordens bestehe. Erstens in der Bewahrung und Erkenntnis des Geheimnisses, zweitens in der Reinigung und Besserung unserer Selbst zu unserer Erhebung, drittens in der Veredelung des Menschengeschlechts durch das Streben nach dieser Reinigung. Welches ist der wichtigste und erste Zweck von diesen dreien? Natürlich die eigene Besserung und Reinigung. Nur nach diesem Ziel können wir immer streben, unabhängig von allen Umständen. Aber oft verfehlen wir dieses Ziel, irregeführt durch unseren Stolz, und beschäftigen uns mit der Besserung des Menschengeschlechts, während wir selbst noch in Sünde und Laster leben. Die Illuminaten haben nicht die reine Lehre, weil sie von Stolz erfüllt ist. Ich stimmte ihm von Herzen bei. Über meine ehelichen Umstände sagte er, die erste Pflicht eines wahren Freimaurers besteht darin, wie ich Ihnen schon gesagt habe, sich selbst zu vervollkommenen. Wir denken oft, wenn wir alle Mühsale unseres Lebens von uns fernhalten, so werden wir dieses Ziel schnell erreichen. Aber im Gegenteil. Nur inmitten der Aufregungen des Weltlebens können wir die drei wichtigsten Ziele erreichen. Erstens die Selbsterkenntnis, denn der Mensch kann sich nur durch Vergleichung kennenlernen. Zweitens die Vervollkommnung, welche nur durch den Kampf erreicht wird. Und drittens Aneignung der hauptsächlichsten Tugend, der Liebe zum Tod. Dann erklärte mir der Edle ausführlich die Bedeutung des großen Quadrats des Weltgebäudes und wies darauf hin, dass die dreifache und siebenfache Zahl Grundlage von allem sind und riet mir, mich nicht von der Gemeinschaft mit den Petersburger Brüdern zu trennen und sie von den Verführungen des Stolzes fernzuhalten. Außerdem riet er mir, für mich persönlich, vor allem mich selbst zu erforschen. Und dazu gab er mir ein Heft, dasselbe, in das ich jetzt schreibe und in dem ich auch ferner alle meine Handlungen verzeichnen werde. Petersburg, den 23. November Ich lebe wieder mit meiner Frau. Meine Schwiegermutter kam in Tränen zu mir und sagte, Helene sei gekommen und lasse mich anflehen, sie anzuhören. Sie sei unschuldig und unglücklich darüber, dass ich sie verlassen habe und noch vieles andere. Ich wusste, wenn ich einwilligte, sie zu sehen, so werde ich nicht mehr die Kraft haben, die Erfüllung ihres Wunsches abzulehnen. In meinem Zweifel wusste ich nicht, an wen ich mich um Hilfe und Rat wenden könnte. Wenn der edle Josef Alexejewitsch hier wäre, so hätte er mir geraten. Ich zog mich in die Einsamkeit zurück, las den Brief von Josef Alexejewitsch, erinnerte mich an meine Gespräche mit ihm und gelangte zu dem Schluss, dass ich die Bittenden nicht zurückweisen dürfe und dass ich jedem die Hand zur Hilfe reichen müsse, umso mehr einem mit mir so eng verbundenen Menschen und dass ich mein Kreuz tragen müsse. Aber meine Wiedervereinigung mit ihr soll nur ein geistiges Ziel haben. So war mein Entschluss, den ich Josef Alexejewitsch mitteilte. Kapitel 93 Wie immer teilte sich auch damals die höchste Gesellschaft bei Hofe und auf den großen Bällen in mehrere Kreise mit besonderen Schattierungen. Der umfangreichste dieser Kreise war der französische, welcher für das Bündnis mit Napoleon wirkte. Graf Rumjanzow und Coulencourt. Eines der angesehensten Mitglieder dieses Kreises war Helene, sobald sie sich mit ihrem Manne in Petersburg niedergelassen hatte. Die Herren der französischen Gesandtschaft und eine große Anzahl von Persönlichkeiten, welche für ihren Geist und ihre Liebenswürdigkeit bekannt waren, gehörten dieser Richtung an. Helene war in Erfurt zur Zeit des berühmten Kongresses und von da brachte sie jene Verbindungen mit allen napoleonischen Größen Europas mit. In Erfurt hatte sie glänzenden Erfolg. Napoleon selbst bemerkte sie im Theater, fragte, wer sie sei und bewunderte ihre Schönheit. Ihr Erfolg als schöne, elegante Dame setzte Peter nicht in Erstaunen, denn sie war mit den Jahren noch schöner als früher geworden. Aber mit Verwunderung hörte er, dass es ihr in diesen zwei Jahren gelungen war, den Ruf einer entzückenden, mit ebenso viel Geist als Schönheit begabten Dame zu erwerben. Der berühmte Duc de Ligne schrieb ihr acht Seiten lange Briefe. Bilibin sparte seine Wortspiele auf, um sie zum ersten Mal bei der Gräfin Besuchow auszusprechen. Es galt, für ein Diplom von Geist bei der Gräfin Besuchow Zutritt zu haben. Junge Leute lasen Bücher vor den Abendgesellschaften Helenes, um im Salon etwas zu sprechen zu haben, und die Gesandtschaftssekretäre und sogar die Gesandten selbst vertrauten ihr diplomatische Geheimnisse an, sodass Helene in gewisser Beziehung eine Macht war. Peter, welcher wusste, dass sie sehr beschränkt war, nahm an diesen Gesellschaften und Dines mit einem seltsamen Gefühl der Verwunderung teil. In diesen Gesellschaften, in welchen von Politik, Poesie und Philosophie gesprochen wurde, empfand er ein Gefühl wie ein Zauberkünstler, welcher jeden Augenblick die Aufdeckung seines Betrugs fürchtet. Aber der Trug wurde nicht entdeckt. Vielleicht, weil zur Führung eines solchen Salons eben Dummheit nötig war, oder weil die Betrogenen Selbstvergnügen daran fanden. Bald befestigte sich ihr Ansehen als entzückende, geistreiche Frau so unerschütterlich, dass sie die größten Plattheiten und Unsinnigkeiten reden konnte und doch dadurch alle Zuhörer in Entzücken versetzte, welche einen tiefen Sinn darin suchten, von dem sie selbst keine Ahnung hatte. Peter war ein Ehemann, wie er für diese glänzende Weltdame unentbehrlich war. Er war der zerstreute Sonderling, der niemand störte und nicht nur den Eindruck des hohen Tons des Salons nicht verdarb, sondern durch seinen Kontrast mit dem vornehmen Takt seiner Frau ihr als vorteilhafter Hintergrund diente. Während dieser zwei Jahre hatte Peter durch seine beständige, eifrige Beschäftigung mit immateriellen Interessen und bei seiner aufrichtigen Verachtung für alles Übrige sich in der ihm gleichgültigen Gesellschaft seiner Frau jenen Ton des Gleichmuts, der Nachlässigkeit und Nachgiebigkeit angeeignet, welcher nicht künstlich zu erwerben ist und deshalb unwillkürlich Ehrfurcht einflößt. Er trat in den Salon seiner Frau wie ins Theater, war mit allen bekannt und allen in gleichem Maße gleichgültig. Zuweilen ließ er sich in ein Gespräch ein, das ihn interessierte und ohne Rücksicht darauf, ob die Herren Gesandten zugegen waren oder nicht, sprach er seine Meinung offen aus, welche zuweilen dem herrschenden Ton durchaus nicht entsprach. Aber die Meinung über den wunderlichen Mann, der bemerkenswertesten Frau Petersburgs, stand schon so fest, dass niemand seine Ausfälle ernst nahm. Unter den vielen jungen Leuten, die täglich im Hause Helenes verkehrten, war Boris Drubitzkoy, der schon viel Erfolg im Dienste erzielt hatte, nach der Rückkehr Helenes aus Erfurt einer der Intimsten. Helene nannte ihn meinen Page, sie lächelte ihn ebenso an wie alle anderen, zuweilen aber war Peter dieses Lächeln unangenehm. Boris benahm sich gegen Peter mit einer besonderen, würdevollen, ernsten Höflichkeit. Auch diese Schattierung von Ehrerbietigkeit beunruhigte Peter. Er hatte vor drei Jahren durch die Beleidigung, die ihm seine Frau zufügte, so sehr gelitten, dass er sich jetzt vor der Möglichkeit einer Wiederholung dadurch schützte, dass er nicht der Mann seiner Frau war und dann auch dadurch, dass er sich nicht erlaubte, eifersüchtig zu werden. Nein, jetzt, wo sie Blaustrumpf geworden ist, hat sie sich von den früheren Verirrungen abgewendet, sagte er sich selbst. Es gibt kein Beispiel, dass Blaustrümpfe Herzensverirrungen gehabt hätten, wiederholte er sich selbst. Ein Ausspruch, den er einmal irgendwo gelesen hatte und an den er unbedingt glaubte. Aber die Gegenwart Boris im Salon seiner Frau, wo er fast beständig war, wirkte physisch auf Peter, fesselte seine Glieder und vernichtete die Freiheit seiner Bewegungen. Solch eine seltsame Antipathie, dachte Peter, und früher hat er mir doch sogar sehr gefallen. In den Augen der Welt war Peter ein großer Herr, ein etwas blinder und lächerlicher Ehemann einer berühmten Frau, ein geistreicher Sonderling, der nichts tat und niemand schadete, ein prächtiger, guter Kerl. In seiner Seele aber ging während dieser Zeit eine komplizierte, mühsame Arbeit innerlicher Entwicklung vor sich, die ihm vieles entdeckte, ihm viele Zweifel, aber auch Freuden brachte. Kapitel 94 Die Vermögensumstände Rostovs besserten sich nicht während der zwei Jahre, die er auf dem Lande zubrachte. Obgleich Nikolai seinem festen Vorsatz zufolge sparsam lebte, war es durch das verschwenderische Leben in Otratno und besonders durch die Verwaltung Mitenkers dahin gekommen, dass die Schuldenlast mit jedem Jahre mächtig anwuchs. Die einzige Rettung, die der alte Graf finden konnte, war, in den Staatsdienst zu treten und er fuhr nach Petersburg, um sich eine Stelle zu suchen und zugleich, wie er sagte, zum letzten Mal das Mädchenvolk zu amüsieren. Bald nach ihrer Ankunft in Petersburg erhielt Vera einen Heiratsantrag von Berg, welcher angenommen wurde. Obgleich in Moskau Rostovs zu der höchsten Gesellschaft gehörten, waren ihre Bekanntschaften in Petersburg gemischt und ohne bestimmte Grenze. In Petersburg waren sie nur Provinziale, zu welchen sich manche derjenigen Leute nicht herabließen, die sich in Moskau von ihnen füttern ließen, ohne zu fragen, zu welcher Gesellschaft sie gehörten. In Petersburg führten sie ein ebenso großes Haus wie in Moskau und ihre Diners wurden von den verschiedenartigsten Persönlichkeiten besucht. Gutsnachbarn, alte Beamte ohne Vermögen mit Töchtern, das Hoffräulein Peronski, Peter Besuchow und der Sohn des Kreispostmeisters, der in Petersburg diente. Boris wurde bald alltäglicher Gast bei Rostovs, ebenso Peter, der dem alten Grafen auf der Straße begegnete und von ihm mitgezogen wurde, und Berg, welcher ganze Tage lang bei Rostovs Verwalte und der ältesten Tochter Vera Aufmerksamkeiten erwies, wie ein junger Mann, der entschlossen ist, einen Heiratsantrag zu machen. Berg zeigte allen seine Wunder an der Hand aus der Schlacht bei Austerlitz und hielt ganz unnötigerweise den Degen in der linken Hand. Mit solcher Beharrlichkeit und so bedeutsamem Wesen erzählte er allen dieses Ereignis, dass alle überzeugt waren von der Erhabenheit und Würde dieser Tat. Obgleich einige Freigeister lachten, wenn von den Verdiensten Berg's die Rede war, galt er doch für einen pünktlichen, tapferen Offizier, der bei seinen Vorgesetzten vortrefflich angeschrieben war, und für einen soliden, jungen Mann, der eine glänzende Karriere vor sich habe. Der Antrag Berg's wurde anfangs bei Rostovs mit einem Erstaunen aufgenommen, das wenig schmeichelhaft für ihn war. Man wunderte sich, wie der Sohn eines unbedeutenden, liefländischen Edelmannes einer Gräfin Rostov einen Antrag machen könne. Aber ein vorherrschender Charakter zu Berg's war ein so naiver, gutmütiger Egoismus, dass die Eltern unwillkürlich glaubten, es werde alles gut werden, wenn er selbst so fest davon überzeugt sei. Überdies waren die Umstände des Grafen sehr zerrüttet. Und Vera war schon 42 Jahre alt. Und obgleich sie viele Gesellschaften besuchte und unzweifelhaft hübsch und vernünftig war, hatte sie bis jetzt noch nie einen Antrag erhalten. Der Antrag wurde angenommen. In der Familie herrschte die bei solchen Ereignissen übliche Feiertagsstimmung und Freude. Aber diese waren nicht aufrichtig, sondern nur äußerlich. Die Eltern schienen anfangs verlegen und beschämt zu sein, als ob sie sich selbst Vorwürfe darüber machten, dass sie Vera nicht liebten und sie so leicht weggaben. Am meisten erschien der Graf sorgenvoll und verdüstert. Er hätte wahrscheinlich selbst nicht angeben können, was die Ursache dieser Stimmung war, aber diese war unzweifelhaft durch seine Geldverlegenheit hervorgerufen worden. Er wusste selbst nicht mehr, wie viel er besaß, wie viel Schulden er hatte und welche Mitgift er Vera geben könne. Bei der Geburt der Töchter war jeder ein Gut mit 300 Seelen als Mitgift bestimmt worden. Aber das eine dieser Güter war schon verkauft und das andere so hoch verpfändet, dass es auch verkauft werden musste. Es war also unmöglich, Vera einen Landbesitz als Mitgift zu geben. Und Geld war auch nicht vorhanden. Schon seit einem Monat war Berg Bräutigam und es fehlte nur noch eine Woche bis zur Hochzeit. Der Graf aber konnte die Frage der Mitgift nicht entscheiden und sprach auch mit seiner Frau nicht darüber. Bald wollte er Vera das Gut im Ressanschen Gouvernement abtreten. Bald wollte er Wald verkaufen oder Geld auf Wechsel entlehnen. Einige Tage vor der Hochzeit trat Berg frühmorgens in das Kabinett des Grafen und bat mit freundlichem Lächeln ehrerbietig, seinem zukünftigen Schwiegervater ihm Auskunft darüber zu geben, was er der Gräfin Vera mitgeben wolle. Der Graf war so verwirrt bei der schon lange vorhergesehenen Frage, dass er nicht sofort eine Antwort fand. Das gefällt mir, dass du an alles denkst. Das gefällt mir. Du wirst zufrieden sein. Er klopfte Berg auf die Schulter, stand auf und wollte das Gespräch abbrechen. Aber Berg erklärte mit höflichem Lächeln, wenn er nicht bestimmt und sicher erfahren könne, was Vera bestimmt sei und wenn er nicht einen Teil davon voraus erhalte, so sei er genötigt zurückzutreten. Denn sehen Sie, Graf, wenn ich mir jetzt erlauben würde, zu heiraten, ohne bestimmte Mittel zur Unterhaltung meiner Frau zu haben, so würde ich niederträchtig handeln. Die Unterredung endigte damit, dass der Graf, um großmütig zu erscheinen und nicht neuem Drängen ausgesetzt zu sein, erklärte, er werde einen Wechsel über 80.000 Rubel geben. Berg lächelte milde, küsste den Grafen auf die Schulter und sagte, er sei sehr dankbar, aber er könne auf keine Weise sich einrichten, wenn er nicht an wahrem Gelde 30.000 erhalte. Meinetwegen auch 20.000, Graf, fügte er hinzu, und dann einen Wechsel über 60.000. Gut, gut, erwiderte hastig der Graf. Aber du musst mir erlauben, Freundchen, ich gebe 20.000 und außerdem gebe ich einen Wechsel über 80.000. Nun, siehst du, küsse mich. Nathalie war 16 Jahre alt und jetzt war das Jahr 1809 herangekommen, dasselbe, bis zu welchem sie vor vier Jahren mit Boris die Jahre an den Fingern aufgezählt hatte, nachdem sie sich geküsst hatten. Seit der Zeit hatte sie Boris nicht wiedergesehen, obgleich er mehrmals in Moskau gewesen war. Wenn Sonja oder ihre Mutter von Boris sprachen, so sagte sie ganz unbefangen, die frühere Kinderei sei längst vergessen, aber in der Tiefe ihres Herzens quälte sie die Frage, ob sie nur im Scherz oder in verbindlicher Weise mit Boris verlobt sei. Anna Michalnovna hatte in letzter Zeit Rostov selten besucht und beobachtete immer eine gewisse Würde. Jedes Mal aber sprach sie feierlich und dankbar von den Verdiensten ihres Sohnes und seiner glänzenden Karriere. Als Rostovs in Petersburg lebten, machte Boris einen Besuch. Er war nicht frei von Aufregung. Die Episode mit Nathalie war die glänzendste poetische Erinnerung Boris, aber er erschien mit dem festen Vorsatz, sowohl ihr als auch den Eltern anzudeuten, dass ihre Jugendbekanntschaft weder für Nathalie noch für ihn verbindlich sein könne. Er hatte Pläne zur Verheiratung mit einer der reichsten Erbinnen Petersburgs, welche sich sehr leicht verwirklichen konnten. Als Boris in den Salon Rostovs trat, war Nathalie in ihrem Zimmer. Sobald sie von seiner Ankunft hörte, eilte sie errötend und strahlend in den Salon. Boris erinnerte sich nur jener Nathalie im kurzen Kleidchen, mit schwarzen glänzenden Augen, mit mutwilligem kindlichen Lachen, die er vor vier Jahren gekannt hatte. Und deshalb wurde er beim Eintritt einer ganz anderen Nathalie verlegen und sein Gesicht drückte entzückte Bewunderung aus. Nathalie war erfreut, als sie dies bemerkte. Nun, erkennst du deine kleine, mutwillige Freundin wieder? fragte die Gräfin. Boris küßte Nathalie die Hand und sagte, er sei erstaunt über die mit ihr vorgegangene Veränderung. Wie schön sind sie geworden! Das will ich meinen, erwiderten die strahlenden Augen Nathalies. Ist Papa alt geworden? fragte sie. Nathalie nahm nicht weiter am Gespräch teil und betrachtete genau ihren Bräutigam aus den Kinderjahren. Er fühlte, wie ihr freundlicher Blick beständig auf ihm ruhte und blickte zuweilen nach ihr hin. Uniform, Sporen, Halsbinde, Frisur, alles war elegant und komilfaux an Boris, das bemerkte Nathalie sofort. Er sprach von den Vergnügungen der höchsten Petersburger Welt und erwähnte mit mildem Spott die früheren moskauischen Zeiten und Bekannten. Nicht ohne Absicht, wie Nathalie wohl bemerkte, sprach er auch von der höchsten Aristokratie, von dem Ball eines Gesandten, auf dem er gewesen war, von Einladung zu NN und SS. Die ganze Zeit überschwieg Nathalie. Ihr Blick brachte Boris mehr und mehr in Erregung und Verlegenheit. Immer öfter blickte er nach Nathalie hinüber. Nach kaum zehn Minuten erhob er sich, immer noch blickten ihn diese neugierigen, herausfordernden und etwas spöttischen Augen an. Nach seinem ersten Besuch gestand sich Boris, dass Nathalie für ihn noch immer ebenso verführerisch sei wie früher, dass er sich aber diesem Gefühl nicht hingeben dürfe, weil eine Verbindung mit ihr, einem Mädchen fast ohne Vermögen, seine Karriere ruinieren würde und weil es nichts würdig wäre, die früheren Beziehungen zwecklos zu erneuern. Er beschloss Nathalie zu vermeiden. Trotzdem aber kam er nach einigen Tagen wieder und dann immer öfter und brachte endlich ganze Tage bei Rostovs zu. Er sagte sich selbst, dass es notwendig wäre, sich mit Nathalie auszusprechen und ihr zu sagen, dass alles Frühere vergessen sein müsse, dass sie seine Frau nicht sein könne, dass er kein Vermögen habe und dass man sie ihm nie zur Frau geben werde. Aber dazu kam er nicht. Mit jedem Tag verwickelte er sich tiefer. Die Mutter und Sonja bemerkten wohl, dass auch Nathalie noch ebenso wie früher in Boris verliebt war. Sie sang ihm seine Lieblingslieder vor, zeigte ihm ihr Album, forderte ihn auf zu einer Inschrifterin und erlaubte nicht, an die frühere Zeit zu erinnern, wodurch sie ausdrückte, wie schön die neue Zeit sei. Jeden Tag fuhr er davon, ohne gesagt zu haben, was er sich vorgenommen hatte, ohne zu wissen, was er tat, warum er gekommen war und wie das endigen werde. Bei Helene erschien er seltener und erhielt fast täglich briefliche Vorwürfe von ihr, dennoch aber verbrachte er ganze Tage bei Rostovs. Eines Abends kam Nathalie wie gewöhnlich in Jacke und Pantoffeln zu ihrer Mutter. Die Gräfin war eben bei ihrem Abendgebet. Wird nicht vielleicht dieses Lager mein Grab sein? fragte sie mit einem Fußfall auf einem kleinen Teppich. Nathalie ging auf Zehenspitzen nach dem Bett, warf die Pantoffel ab und grub sich in dieses Lager ein, von dem die Fürstin befürchtete, es könnte ihr Grab sein. Es war ein hohes Federbett mit fünf Kissen. Die Gräfin beendete ihr Gebet und ging zu Bett, wo sie Nathalie unter der Decke vergraben fand. Nun, nun, sagte die Mutter mit strenger Miene. Mama, kann ich sprechen? Und sie umfasste den Hals der Mutter und küßte sie auf das Kinn. Nun, von wem heute? fragte die Gräfin. Diese Abendbesuche Nathalies vor der Rückkehr des Grafen aus dem Club waren das Entzücken von Mutter und Tochter. Von Boris. Deshalb bin ich gekommen, sagte sie. Mama, ist er nicht liebenswürdig? Nathalie, du bist 16 Jahre alt. In deinen Jahren war ich verheiratet. Du sagst, Boris sei liebenswürdig? Nun ja, ich liebe ihn wie einen Sohn, aber was willst du? Woran denkst du? Du hast ihm ganz den Kopf verdreht, das sehe ich, aber du weißt ja, dass du ihn nicht heiraten kannst. Warum nicht? fragte Nathalie, ohne ihre Lage zu verändern. Weil er jung ist, weil er arm ist, weil du ihn selbst nicht liebst. Wie wissen sie das? Ich weiß es und das ist nicht hübsch, Kleine. Es schickt sich nicht. Nicht alle werden eure Jugenderinnerungen begreifen und es kann dir in den Augen anderer Leute schaden, wenn man sieht, wie er beständig um dich ist. Er hat vielleicht eine reiche Partie gefunden, aber jetzt wird er den Verstand verlieren. Den Verstand verlieren? wiederholte Nathalie. Ja, das sage ich dir. Ich hatte einen fetter, ich weiß, Kirila Matjejevic. Ist er schon alt? Er war nicht immer ein Greis, aber siehst du, Nathalie, es geht nicht an, dass Boris so oft kommt. Warum nicht, wenn er Lust hat? Weil ich weiß, dass das zu nichts führen kann. Begreifst du denn das nicht? Mama, ist er sehr verliebt? Was meinen sie? Waren junge Leute auch so in sie verliebt? Er ist sehr, sehr liebenswürdig, nur nicht ganz nach meinem Geschmack. Er ist so schmal wie eine Tischuhr. Begreifen sie nicht, schmal, wissen sie, und grau. Was sprichst du da, erwiderte die Gräfin. Begreifen sie mich nicht? Nikolai würde es begriffen haben. Besuchow ist dunkelblau, aber er ist viereckig. Und doch kokettierst du mit ihm, sagte lachend die Gräfin. Nein, er ist Freimaurer, wie ich gehört habe. Er ist ein vortrefflicher Mensch, dunkelblau. Wie soll ich es ihnen erklären? Mamachen, rief die Stimme des Grafen von der Tür her, schläfst du noch nicht? Nathalie sprang auf, nahm die Pantoffel in die Hand und lief in ihr Zimmer. Lange konnte sie nicht einschlafen. Immer dachte sie daran, dass niemand begreifen könne, was in ihr sei. Am anderen Tage lud die Gräfin Boris zu sich ein und sprach mit ihm. Und von diesem Tage an stellte er seine Besuche ein. Kapitel 97 Am Neujahrsabend des Jahres 1810 fand bei einem Hohen Würdenträger ein Ball statt. Man sagte, das diplomatische Chor und auch der Kaiserwerde kommen. Auf dem englischen Kai erglänzte das bekannte Haus des Hohen Herrn in einer Illumination von zahllosen Flammen. Der Eingang war mit rotem Tuch belegt. Gendarmen, ein Dutzend Polizeioffiziere und sogar der Polizeimeister standen auf der Straße. Zahllose Wagen fuhren vor. Herren in Uniform, mit Ordensbändern und Sternen, sowie Damen in reichen Atlaskleidern stiegen vorsichtig aus und traten rasch und schweigend in das Haus. Schon war ein Drittel der Gäste versammelt, aber im Hause Rostov herrschte noch aufgeregte Geschäftigkeit als Folge der Befürchtungen, dass keine Einladungen kommen würden, dass die Kleider nicht fertig werden würden, dass nicht alles so gelingen werde, wie es sein sollte. Um 10 Uhr abends sollte Rostov am Taurischen Garten vorfahren, um Maria Pirovska, eine Freundin und Verwandte der Gräfin, ein hageres, gelbes Hoffräulein vom früheren Hof abzuholen. Es fehlten nur noch zehn Minuten an zehn und noch waren die Damen nicht angekleidet. Es war der erste Ball, den Nathalie in ihrem Leben besuchte. Sie war um 8 Uhr morgens aufgestanden und hatte sich den ganzen Tag über in fieberhafter Aufregung befunden. Alles Wesentliche war schon getan. Füße, Hände, Hals, Ohren waren besonders sorgfältig gewaschen und ballmäßig parfümiert und gepudert, die Frisuren waren beinahe vollendet, jedoch war noch lange nicht das letzte Hindernis beseitigt. Das Kleid war zu lang und eine Kammerzofe lag auf den Knien und war beschäftigt, es einzunähen. Himmel, rief Sonja verzweifelt, es ist noch zu lang. Nathalie betrachtete sich im Spiegel, das Kleid war zu lang. Nun, in einer Minute wird es geändert sein, sagte die entschlossene Dunjascha, die Zofe und warf sich wieder auf die Knie. Mit leisen Schritten trat die Gräfin ein. Nun, meine Schönheit, rief der Graf, schöner als ihr alle. Er wollte sie umarmen, aber sie zog sich errötend zurück. Um ein Viertel elf Uhr endlich saßen sie alle im Wagen und fuhren ab, aber sie mussten noch zum Taurischen Garten fahren. Das Hoffräulein war schon bereit, gewaschen, parfümiert, gepudert und geschminkt, trotz ihres Alters und ihrer Hässlichkeit. Auch ihre alte Zofe bewunderte, entzückt ihre Toilette, als sie mit gelbem Kleid und einer Scherpe in den Salon trat. Man bewunderte gegenseitig die Toiletten und den Geschmack und um elf Uhr bestieg man vorsichtig den Wagen und fuhr ab. Kapitel 98 Beim Eintritt in den ersten Saal wurde Nathalie betäubt von dem gleichmäßigen Geräusch der Stimmen und Schritte und geblendet vom Lichtglanz. Der Herr und die Dame des Hauses, welche schon seit einer halben Stunde an der Eingangstür standen und jedem Gast immer dieselben Worte wiederholten, sehr erfreut, sehr erfreut, sie zu sehen, empfingen auch Rostovs und das Hoffräulein. Im Saal drängten sich die Gäste bei den Eingangstüren in Erwartung des Kaisers. Die Gräfin nahm in den ersten Reihen Platz. Nathalie hörte, wie mehrere Stimmen nach ihr fragten. Das alte Hoffräulein bezeichnete der Gräfin die bedeutendsten Persönlichkeiten unter den Anwesenden. Hier ist der holländische Gesandte, sagte sie und deutete nach einem Greis mit silbergrauen Haaren. Und hier ist die Beherrscherin von Petersburg, die Gräfin Besuchow. Wie schön! Sehen Sie, wie die jungen und alten Leute sie bewundern. Sie ist schön und geistreich, sagt man. Der Prinz sei wahnsinnig in sie verliebt. Aber diese zwei dort, obgleich sie nicht hübsch sind, werden noch mehr bestürmt. Sie deutete auf eine Dame, welche durch den Saal ging mit einer sehr hässlichen Tochter. Das ist eine Millionenerbin, sagte das Hoffräulein, und da kommen auch Freier. Das ist der Bruder der Gräfin Besuchow, Anatol Kuragin, sagte sie und deutete nach einem hübschen Offizier der Chevaliergarde, der mit hoch erhobenem Kopf bei ihnen vorüberging und über die Damen wegblickte. Wie schön, nicht wahr? Man sagt, er werde diese reiche Erbin heiraten. Und da ist ihr Vetter Drubitzkoy, der ihr auch sehr den Hof macht. Man sagt, sie habe Millionen. Da kommt auch der französische Gesandte, sieht aus wie der Kaiser, aber diese Franzosen sind doch sehr nett. Und hier dieser Dicke mit der Brille, das ist der allerweltsfreie Maurer, fuhr das Hoffräulein fort, als sie Besucher verblickte. Stellen Sie ihn neben seine Frau, die reine Vogelscheuche. Peter wälzte seinen dicken Körper weiter und nickte nachlässig und gleichmütig nach rechts und links. Er schien jemand zu suchen. Nathalie sah erfreut das bekannte Gesicht Peters und wusste, dass Peter die ihrigen und besonders sie selbst in der Menge suchte. Er hatte ihr versprochen, auf dem Ball zu sein und ihr Tänzer vorzustellen. Doch Peter kam nicht, sondern blieb vor einem kleinen, sehr hübschen Offizier in weißer Uniform stehen, der am Fenster mit einem hochgestellten Herrn mit Sternen und Ordensband sprach. Nathalie erkannte sogleich den kleinen, jungen Mann in der weißen Uniform. Es war Bolkonski, welcher ihr sehr vergnügt und hübscher geworden zu sein schien. Da ist noch ein Bekannter, Bolkonski. Sehen Sie, Mama, sagte Nathalie nach dem Fürsten André deutend. Ach, Sie kennen ihn? fragte das Hoffräulein. Ich kann ihn nicht ausstehen. Alle Welt ist jetzt vernaht in ihm und ein Stolz ohne Grenzen ergleicht seinem Vater, hat sich an Speranski gehängt und schreibt Prospekte. Sehen Sie, wie er sich gegen Damen benimmt. Sie spricht mit ihm und er kehrt sich um. Ich würde ihn abtrumpfen, wenn er sich gegen mich so benehmen würde wie gegen diese Damen. Kapitel 99 Plötzlich geriet alles in Bewegung. Die Menge teilte sich und in der dadurch entstandenen Gasse erschien bei den Klängen des Orchesters der Kaiser, gefolgt von dem Herrn und der Dame des Hauses. Der Kaiser grüßte nach rechts und links. Die Musik spielte eine Polonaise. Während der Kaiser in den Saal trat, wogte die Menge an den Türen. Einige Personen eilten hastig mit aufgeregten Minen dahin und dorthin. Dann wogte die Menge wieder von der Saaltür zurück, in welcher der Kaiser erschien, im Gespräch mit der Dame des Hauses. Ein junger Mann mit ganz aufgeregtem Gesicht stürzte auf einige neugierige Damen zu, die sich allzu sehr davor drängten, ohne auf ihre Toilette Rücksicht zu nehmen und bat sie, zurückzutreten. Ein Schwarm von Generalen, Gesandten, Ministern folgte dem Kaiser. Mehr als die Hälfte der Damen hatten Tänzer und Schritten in der Polonaise mit. Natascha ließ ihre dünnen Arme hängen und während ihr unbestimmter Busen sich gleichmäßig hob und senkte, blickte sie mit glänzenden, erschreckten Augen auf die Menge. Sie sah nicht den Kaiser, noch alle die vornehmen Personen, welche das alte Hofbräulein nannte. Nur ein Gedanke nahm sie ein. Wird wirklich niemand zu mir kommen? Werde ich nicht mit den Ersten tanzen? Bemerkt mich keiner dieser Herren, welche jetzt mich nicht zu sehen scheinen? Nein, das kann nicht sein, dachte sie. Sie müssten wissen, wie gern und wie schön ich tanze. Die Klänge der Polonaise, die ziemlich lange dauerte, klangen traurig in ihren Ohren. Sie war dem Wein nahe. Das Hofbräulein verließ sie. Der Graf war am anderen Ende des Saales, die Gräfin stand mit Sonja und Nathalie allein, wie im Walde, in dieser fremden Menge, von niemand beachtet. Fürst André ging mit einer Dame an ihnen vorüber und erkannte sie nicht. Der schöne Anatol sagte lächelnd etwas zu der Dame, die er führte, und blickte Nathalie mit einer Mine an, als ob er die Wand ansehe. Boris kam zweimal an ihnen vorüber und wandte sich jedes Mal ab. Berg und seine Frau, welche nicht tanzten, traten auf sie zu, aber Nathalie sah sie nicht an. Endlich blieb der Kaiser neben seiner dritten Tänzerin stehen, die Musik schwieg. Ein geschäftiger Adjutant eilte auf die Gräfin zu und bat sie, noch mehr zurückzutreten, obgleich sie schon an der Wand standen. Jetzt ertönten die verführerischen, gemessenen Klänge eines Walzers. Der Kaiser blickte sich lächelnd in Saale um, eine Minute verging, niemand fing an. Der diensteifrige Adjutant und Tanzordner trat auf die Gräfin Besuchhoff zu und lud sie zum Tanzer ein. Lächelnd erhob sie den Arm und legte ihn auf die Schulter des Adjutanten, ohne ihn anzusehen. Der Adjutant, ein Meister des Tanzes, umfasste die Dame und begann nachlässig mit gemessenen Schritten eine Glissade. Dann an der Ecke des Saales ergriff er ihre linke Hand, wandte sich um und unter den sich beschleunigenden Klängen der Musik hörte man nur das gemessene Klirren der Spuren an den schnellen und gewandten Füßen des Adjutanten. Nathalie sah nach ihnen und war dem Wein nahe. Der Fürst André in seiner weißen obersten Uniform mit Strümpfen und Schuhen stand heiter angeregt in den ersten Reihen des Kreises, nicht weit von Rostov. Baron Vierhof sprach mit ihm über die gestrige Sitzung des Staatsrats, aber André hörte nicht darauf und blickte bald nach dem Kaiser, bald nach den Tänzern, die nicht in den Kreis zu treten wagten. Peter kam auf Fürst André zu und erfasste ihn am Arm. Sie tanzen ja immer, dort ist mein Schützling, die kleine Rostov, fordern Sie sie auf, sagte er. Wo? fragte Bolkonski. Entschuldigen Sie, sagte er zu dem Baron, wir werden dieses Gespräch an einer anderen Stelle fortsetzen, auf dem Balle aber muss man tanzen. Er ging in der Richtung, welche Peter ihm anzeigte und erblickte bald das verzweifelte Gesichtchen Nathalies. Jetzt erkannte er sie und erriet ihre Gefühle. Mit einer tiefen Verbeugung gegen die Gräfin trat er auf Nathalie zu und erhob den Arm, um ihre Taille zu umfassen, noch ehe er seine Aufforderung zum Tanz ausgesprochen hatte. Nathalies betrübte Miene erhellte sich mit einem glücklichen, dankbaren, kindlichen Lächeln. Schon lange habe ich dich erwartet, sagten ihre in Tränen schimmernden Augen, indem sie ihren Arm auf die Schulter des Fürsten André legte. Sie waren das zweite Paar, das in den Kreis trat. Fürst André war einer der vortrefflichsten Tänzer seiner Zeit und Nathalie tanzte nicht minder vorzüglich und ihre Füßchen in den Atlas-Tanzschuhen taten leicht und ganz unabhängig von ihr ihre Pflicht, während ihr Gesicht in Entzücken strahlte. Ihr entblößter Hals und ihre Arme waren hager und nicht schön im Vergleich mit den Schultern Helenes, aber auf Helene schien durch die tausend Blicke, welche ihre Gestalt überflogen, ein Anflug von Firnis abgelagert worden zu sein, während Nathalie als junges Mädchen erschien, das man zum ersten Mal so entblößt hatte und welches darüber sehr beschämt gewesen wäre, wenn man ihm nicht versichert hätte, das müsse durchaus so sein. Kapitel 100 Nach Fürst André kam Boris und forderte sie zum Tanz auf, dann auch jener Adjutant und Tanzordner und noch andere junge Leute. Nathalie gab ihre überflüssigen Tänze an Sonja ab und tanzte den ganzen Abend glücklich und strahlend. Sie bemerkte nichts und sah nichts von dem, was alle Welt auf den Ball in Anspruch nahm. Sie bemerkte nicht, wie der Kaiser lange mit dem französischen Gesandten sprach, wie er besonders gnädig mit einer Dame sprach, was Prinz Sohn so machte und sagte, welch großen Erfolg Helene hatte. Sie sah auch nicht den Kaiser und bemerkte, dass er abgefahren war, erst daran, dass der Ball sich mehr belebte. Den Cotillon vor dem Souper tanzte Fürst André mit Nathalie. Wie alle Leute, welche in der Welt aufgewachsen sind, schätzte er das, was nicht das allgemeine, weltliche Gepräge hatte und eine solche Ausnahme war Nathalie mit ihrer naiven Freude und Schüchternheit und ihrem fehlerhaften Französisch. Er sprach besonders zärtlich und bedächtig mit ihr über ganz einfache Gegenstände und ergötzte sich an dem freudigen Glanz ihrer Augen und ihrem Lächeln, das mit dem Gegenstand des Gesprächs nichts zu tun hatte, sondern aus ihrer innerlichen Glückseligkeit entsprang. Er beobachtete ihre schüchterne Grazie. Während des Cotillons hatte Nathalie zwei Damen auszuwählen. Fürst André sah ihr nach, während sie durch den Saal ging. Wenn sie zuerst zu ihrer Cousine geht und dann nach einer anderen Dame, so wird sie meine Frau, sagte Fürst André plötzlich zu sich selbst. Sie ging zuerst auf Sonja zu. Auf welchen Unsinn man zuweilen verfällt, dachte Fürst André. Aber dieses Mädchen besitzt wirklich eine so eigentümliche Liebenswürdigkeit und Grazie, dass sie kaum einen Monat tanzen, dann aber heiraten wird. Das ist hier eine Seltenheit, dachte er, als Nathalie die Rose auf ihrer Brust feststeckend sich neben ihn setzte. Am Ende des Cotillons trat der alte Graf in seinem blauen Frack zu den Tanzenden, lud Fürst André ein, ihn zu besuchen und fragte die Tochter, ob sie vergnügt gewesen sei. Nathalies Blicke antworteten, wie kann man so fragen? So vergnügt wie nie in meinem Leben, erwiderte sie und Fürst André bemerkte, wie rasch sich ihre dünnen Arme erhoben, um ihren Vater zu umarmen. Sie befand sich auf jener höchsten Stufe der Glückseligkeit, wo der Mensch vollkommen gut und edel wird und nicht an die Möglichkeit des Bösen, des Unglücks und des Kummers glaubt. Auf diesem Balle fühlte sich Peter zum ersten Mal verletzt durch die Stellung, die seine Frau in den höchsten Sphären einnahm. Zerstreut und finster blickte er durchs Fenster hinaus. Als Nathalie an ihm vorüberging, fiel ihr sein düsteres, unglückliches Gesicht auf. Sie blieb stehen, sie wünschte ihm zu helfen und ihm etwas von dem Überfluss ihres Glückes abzutreten. Wie prächtig, wie heiter Graf, sagte sie, nicht wahr? Peter lächelte zerstreut. Er hatte augenscheinlich nichts verstanden. Ja, ich bin sehr erfreut, sagte er. Wie ist es möglich, dass man über irgendetwas unzufrieden sein kann, dachte Nathalie, besonders ein so guter Mensch wie dieser Besuch auf. In den Augen Nathalies waren alle auf diesem Balle Anwesenden ohne Ausnahme gute, liebenswürdige, prächtige Menschen, die alle einander liebten und sich nicht beleidigen konnten und darum alle glücklich sein mussten. Kapitel 101 Am anderen Tage machte Fürst André Besuche in verschiedenen Häusern, wo er noch nie gewesen war und darunter auch bei Rostovs. Es waren nicht nur die Gesetze der Höflichkeit, die in ihm den Wunsch rege machten, dieses lebhafte, eigentümliche Mädchen zu Hause zu sehen. Nathalie begegnete ihm zuerst. Sie trug ein blaues Hauskleid, in dem sie Fürst André noch vorteilhafter erschien als im Baldstaat. Fürst André wurde wie ein alter Freund einfach und herzlich empfangen. Die ganze Familie, welche Fürst André früher so streng beurteilt hatte, erschien ihm jetzt in vorteilhaftem Licht. Der alte Graf lud ihn so herzlich zu Tisch ein, dass er nicht ablehnen konnte. Ja, es sind gute, vortreffliche Menschen, dachte er. Natürlich haben sie keine Ahnung davon, welchen Schatz sie in Nathalie besitzen. Nach Tisch ging Nathalie auf Fürst Andrés Bitte zum Klavier und sang. Fürst André stand beim Fenster und sprach mit den Damen, während er zuhörte. Plötzlich verstummte er und fühlte, wie Tränen in seine Kehle traten. Etwas Neues, Glückseliges, ging beim Anblick Nathalies in ihm vor. Er hatte durchaus keine Ursache zu weinen, war aber nah daran. Warum? Um seine frühere Liebe? Um die kleine Fürstin? Um seine Enttäuschungen oder wegen seiner Hoffnungen für die Zukunft? Ja und nein. Als Nathalie aufgehört hatte zu singen, fragte sie ihn, wie ihm ihre Stimme gefalle und wurde darauf selbst verlegen über ihre Frage. Er lächelte und sagte ihr Gesang gefalle ihm ebenso gut wie alles, was sie tue. Spät am Abend kam Fürst André nach Hause und legte sich schlafen, sah aber bald ein, dass er nicht schlafen konnte. So freudig war ihm zumute, als ob er aus einem dumpfen Zimmer in das freie Tageslicht gekommen wäre. Er dachte nicht an sie, er dachte nicht, dass er verliebt sei. Zum ersten Mal nach langer Zeit begann er glückselige Pläne für die Zukunft zu machen. Er wollte sich der Erziehung seines Sohnes widmen und ihm einen Erzieher suchen, dann Urlaub nehmen und ins Ausland reisen, nach England, Italien und der Schweiz. Ich muss meine Freiheit benutzen, solange ich noch so viel Jugendkraft in mir fühle, sagte er zu sich selbst. Peter hatte Recht, als er sagte, man müsse an die Möglichkeit des Glückes glauben, um glücklich zu sein. Und jetzt glaube ich daran. Lasset die Toten ihre Toten begraben. Solange man lebt, muss man leben und glücklich sein. Kapitel 102 Am anderen Tage erschien Fürst André wieder bei Rostovs zu Tisch, da ihn der alte Graf dringend eingeladen hatte und brachte den ganzen Tag dort zu. Alle im Hause wussten, warum der Fürst kam und er suchte auch unverhohlen Nathalies Gesellschaft. Die Gräfin blickte besorgt und mit ernster Miene den Fürsten an, wenn er mit Nathalie sprach, und machte schüchtern einige undeutliche Bemerkungen, so wie er sich nach ihr umsah. Sonja fürchtete sich, Nathalie zu verlassen, fürchtete aber auch, überflüssig zu sein, wenn sie bei ihr blieb. Nathalie erbleichte in freudiger Erwartung, wenn sie auf einen Augenblick mit ihm allein blieb. Sie war erstaunt über Andrés Schüchternheit und fühlte, dass er ihr etwas sagen wollte, sich aber nicht dazu entschließen konnte. Als der Fürst abends nach Hause fuhr, rief die Gräfin Nathalie zu sich und fragte sie flüsternd, Nun, was? Mama, ich bitte Sie, fragen Sie mich jetzt nicht. Ich kann nicht sprechen, sagte Nathalie. Aber an diesem Abend lag Nathalie bald aufgeregt, bald erschrocken, mit starren Augen, lang auf dem Bette der Mutter. Sie erzählte, wie er sie belobt habe, wie er ihr erzählt hatte, er werde ins Ausland reisen und gefragt habe, wo sie diesen Sommer zubringen werden. Dann habe er sie nach Boris gefragt. Aber solch ein Gefühl habe ich niemals gehabt, sagte sie. Ich fürchte mich immer in seiner Gegenwart. Was bedeutet das? Mama, schlafen Sie? Nein, mein Kind, ich bin selbst in Angst, erwiderte sie. Nun, ich werde schlafen. Was ist das für eine Dummheit zu schlafen? Mama, Mama, konnten wir das denken? Er musste auch jetzt gerade nach Petersburg kommen, wo wir hier leben. Und dann mussten wir ihn auf dem Ball treffen. Das ist Schicksalsfügung. Schon damals, als ich ihn sah, hatte ich ein eigentümliches Gefühl. Was hat er dir noch gesagt? Lies die Gedichte vor, die er in dein Album geschrieben hat, sagte die Mama gedankenvoll. Mama, das ist doch keine Schande, dass er Witwer ist. Unsinn, Nathalie. Ihnen werden im Himmel geschlossen, sagte die Mutter. Zu derselben Zeit saß Fürst André bei Peter und sprach von seiner Liebe und seinem festen Entschluss, Nathalie zu heiraten. An diesem Abend war bei der Gräfin Helene eine Abendgesellschaft, welche von dem französischen Gesandten, von dem Prinzen, der in letzter Zeit häufiger Besucher der Gräfin war und einer glänzenden Gesellschaft vornehmer Herren und Damen besucht war. Peter war unten, ging durch die Seele und fiel allen Gästen auf durch sein zerstreutes, düsteres Wesen. Zu dieser Zeit wurde Peter häufig von Hypochondrie befallen, die er verzweifelt bekämpfte. Seitdem der Prinz sich seiner Frau genähert hatte, war Peter ganz unerwartet zum Kammerherrn ernannt worden und seit dieser Zeit empfand er eine peinliche Beschämung in der großen Welt und immer häufiger stiegen Gedanken über die Eitelkeit der ganzen Menschheit in ihm auf. Um zwölf Uhr verließ er die Gemächer der Gräfin, setzte sich oben in einem vollgerauchten, niedrigen Zimmer an den Tisch in einem abgetragenen Schlafrock und vertiefte sich in freimaurerische Studien, als jemand in das Zimmer trat. Es war Fürst André mit strahlender, entzückter Mine. Im Egoismus seines Glücks sah er nicht die schwermütige Mine Peters. Nun, Freund, sagte er, gestern wollte ich dir etwas sagen und deshalb bin ich heute gekommen. Ich habe niemals etwas Ähnliches empfunden. Ich bin verliebt, mein Freund. Peter ließ sich mit einem schweren Seufzer auf dem Divan nieder, neben dem Fürsten André. In Nathalie Rostov? fragte er. Ja, ja, in wen sonst? Ich hätte es niemals geglaubt, dass dieses Gefühl stärker ist als ich. Erst jetzt fange ich an zu leben, aber ich kann nicht ohne sie leben. Wird sie mich lieben können? Bin ich nicht zu alt für sie? Was meinst du? Ich, ich, sagte Peter. Ich habe das immer gedacht. Dieses Mädchen ist solch ein Kleinod, ein seltenes Mädchen. Lieber Freund, ich bitte Sie, überlegen Sie nicht länger, werfen Sie alle Zweifel beiseite. Sie müssen heiraten, heiraten, heiraten. Und ich bin überzeugt, dass es keinen glücklicheren Menschen als Sie geben wird. Aber Sie, Sie liebt Sie, sagte Peter, das weiß ich. Nein, höre mich an, sagte Fürst André. Begreifst du meinen Zustand? Ich möchte jemand alles sagen. Nun, nun, sprechen Sie. Ich freue mich sehr, sagte Peter. Und wirklich veränderte sich seine Mine. Auch Fürst André schien ein ganz neuer Mensch zu sein. Wo war diese Schwermut, diese Verachtung des Lebens? Peter war der einzige Mensch, dem er sich entschließen konnte, alles anzuvertrauen. Und deshalb sagte er ihm auch alles, was er auf dem Herzen hatte. Er machte Pläne für die Zukunft, sprach davon, wie er sein Glück nicht der Laune seines Vaters opfern könne, wie er den Vater zur Einwilligung zu dieser Heirat bringen wolle. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so lieben könne, sagte Fürst André. Die ganze Welt ist für mich in zwei Hälften geteilt. Die eine ist sie und dort herrscht Glück, Hoffnung und Licht. Die andere Hälfte ist alles, wo sie nicht ist und dort herrscht Jammer und Finsternis. Kapitel 103 Zur Hochzeit war die Einwilligung des Vaters nötig und deshalb reiste Fürst André am folgenden Tage ab zu seinem Vater. Der alte Fürst nahm die Mitteilung seines Sohnes mit äußerlicher Ruhe, aber innerlicher Wut auf. Er konnte nicht begreifen, dass jemand sein Leben ändern, ein neues Element in dasselbe einführen wollte, während sein Leben schon zu Ende ging. Wenn man mich nur leben lassen wollte, wie ich will, bis an mein Ende, nachher können sie machen, was sie wollen, sagte der Alte zu sich selbst. Seinem Sohn gegenüber wandte er jedoch die Diplomatie an, die er in wichtigen Fällen beobachtete. Er besprach die ganze Sache in ruhigem Ton. Erstens sei die Heirat nicht glänzend in Bezug auf Reichtum und Vornehmheit, sagte er. Zweitens sei Fürst André nicht mehr in der ersten Jugend und von schwacher Gesundheit, was er besonders betonte, sie aber noch sehr jung. Drittens habe er einen Sohn, den man nicht den Weibsleuten überlassen könne. Viertens endlich, sagte der Alte, indem er seinen Sohn spöttisch anblickte, muss ich dich bitten, die Sache noch ein Jahr aufzuschieben. Fahre ins Ausland, stärke deine Gesundheit, suche einen passenden Deutschen für den Fürst Nikolai und dann, wenn die Liebe, die Leidenschaft und was noch alles so groß sind, dann heirate. Und das ist mein letztes Wort, hörst du? Mein letztes, schloss der Fürst in einem Ton, mit dem er ausdrückte, dass ihn nichts von seinem Entschluss abbringen könne. Fürst André sah klar, dass der Alte hoffte, seine Gefühle für seine zukünftige Braut werden die Probe eines Jahres nicht aushalten. Oder er selbst, der alte Fürst, werde während dieser Zeit sterben. Deshalb beschloss er, den Willen seines Vaters zu erfüllen, seinen Antrag zu machen und die Hochzeit auf ein Jahr aufzuschieben. Drei Wochen nach seinem letzten Besuch bei Rostovs kehrte Fürst André nach Petersburg zurück. Den ganzen Tag nach dem letzten Besuch des Fürsten erwartete ihn Nathalie vergebens. Der zweite und dritte Tag vermehrte die Spannung. Auch Peter kam nicht und da Nathalie nicht wusste, dass Fürst André zu seinem Vater gereist war, konnte sie sich sein Ausbleiben nicht erklären. So vergingen drei Wochen. Nathalie wollte nicht ausgehen und ging wie ein Schatten in den Zimmern umher. Am Abend weinte sie heimlich und ging nicht mehr zu ihrer Mutter. Sie wurde sehr reizbar, sie glaubte, alle wüssten von ihrer Enttäuschung, würden sie verlachen und bedauern und ihr verwundeter Stolz vermehrte noch ihren Kummer. Eines Abends ging sie zur Gräfin und noch ehe sie sprechen konnte, brach sie in Tränen aus. Es waren Tränen eines beleidigten Kindes, das nicht weiß, warum es bestraft wurde. Die Gräfin suchte Nathalie zu beruhigen und diese hörte anfangs ruhig zu. Plötzlich aber unterbrach sie ihre Mutter. Hören Sie auf, Mama. Ich will an nichts mehr denken. Er ist davon gefahren und ausgeblieben. Ihre Stimme zitterte, aber sie fuhr fort. Und ich will überhaupt nicht heiraten. Ich fürchte mich vor ihm und jetzt habe ich mich ganz beruhigt. Am anderen Tage legte Nathalie ihr altes Kleid an und nahm wieder ihre frühere Lebensweise auf, von der sie nach dem Ball abgewichen war. Nach dem Tee ging sie in den Saal und begann ihre Gesangsübungen. Es ist auch gut so. Wozu noch daran denken, sagte sie zu sich selbst, stand auf und ging im Saale auf und ab. Vor dem Spiegel blieb sie stehen und betrachtete sich selbst. Das bin ich, sagte ihre Mine. Nun, es ist gut und ich habe niemand nötig. Ein Diener wollte eintreten, um etwas im Saale zu ordnen, aber sie ließ ihn nicht ein, schloss wieder die Tür hinter ihm und setzte ihren Spaziergang fort. Entzückend, diese Nathalie, wiederholte sie sich die Worte, die sie gehört hatte. Schön, hübsche Stimme, jung und sie stört niemand. Man muss sie nur in Ruhe lassen. Aber so sehr man sie auch in Ruhe ließ, sie konnte nicht ruhig sein und empfand dies sogleich selbst. Im Vorzimmer wurde eine Tür geöffnet. Jemand fragte zu Hause und dann vernahm sie Schritte. Nathalie blickte in den Spiegel. Ihr Gesicht war bleich. Sie hörte Geräusche im Vorzimmer. Das war er. Sie wusste es, obgleich seine Stimme durch die verschlossene Tür kaum vernehmlich war. Nathalie eilte bleich und aufgeregt zur Tür. Mama, Bolkonski ist gekommen, rief sie. Mama, es ist schrecklich, ich kann es nicht ertragen, was soll ich tun? Noch ehe die Gräfin ihr antworten konnte, trat Fürst André mit besorgter, ernster Miene in den Salon. Sobald er Nathalie erblickte, strahlte sein Gesicht. Er küßte der Gräfin und Nathalie die Hände und setzte sich neben den Divan. Wir hatten lange nicht das Vergnügen, begann die Gräfin, aber Fürst André unterbrach sie. Ich bin diese ganze Zeit über nicht gekommen, weil ich bei meinem Vater war. Ich hatte mit ihm eine sehr wichtige Sache zu besprechen. Erst heute Nacht bin ich zurückgekehrt, sagte er, Nathalie anblickend. Ich habe mit Ihnen zu sprechen, Gräfin, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu. Die Gräfin seufzte schwer und schlug die Augen nieder. Ich stehe zu Diensten, sagte sie. Nathalie wusste, dass sie das Zimmer verlassen sollte, konnte sich aber nicht dazu entschließen. Ihre Kehle war wie zugeschnürt und sie blickte den Fürsten starr an. Jetzt diesen Augenblick. Nein, das kann nicht sein, dachte sie. Geh, Nathalie, ich werde dich rufen, flüsterte die Gräfin. Nathalie blickte mit erschreckten, bittenden Augen den Fürsten André und ihre Mutter an und ging. Ich bin gekommen, Frau Gräfin, um die Hand ihrer Tochter zu bitten, sagte Fürst André. Die Gräfin fuhr zusammen. Ihr Antrag, begann sie mit Würde, er schwieg und sah sie erwartend an. Ihr Antrag, sie wurde verwirrt, ist uns angenehm. Ich nehme ihren Antrag an und freue mich sehr und meinen Mann hoffe ich, aber es hängt von ihr selbst ab. Ich werde sogleich mit ihr sprechen, sobald ich ihre Einwilligung habe. Werden sie sie mir geben, fragte Fürst André. Ja, erwiderte die Gräfin, streckte ihm die Hand entgegen und mit einem gemischten Gefühl der Entfremdung und Zärtlichkeit, drückte sie ihre Lippen auf seine Stirn, während er sich auf ihre Hand herabbeugte. Sie wünschte ihn, wie einen Sohn lieben zu können, aber sie konnte ein Gefühl des Zweifels und der Kälte nicht unterdrücken. Ich bin überzeugt, mein Mann wird einwilligen, sagte die Gräfin. Aber ihr Vater? Mein Vater, dem ich meine Absicht mitgeteilt habe, hat zur Bedingung gemacht, dass die Hochzeit nicht früher als in einem Jahr stattfinden soll. Und das wollte ich ihnen mitteilen, sagte Fürst André. Es ist wahr, Nathalie ist noch sehr jung, aber so lange? Es ist nicht anders möglich, sagte Fürst André seufzend. Ich werde sie zu ihnen senden, sagte die Gräfin und verließ das Zimmer. Nathalie saß bleich und mit trockenen Augen auf ihrem Bett, blickte nach dem heiligen Bild und bekreuzigte sich. Komm, komm zu ihm, sagte die Mutter. Er hat um deine Hand angehalten. Nathalie fiel ihre Kälte auf. Später konnte sich Nathalie nicht erinnern, wie sie in den Saal getreten war. Als sie ihn anblickte, blieb sie stehen. Soll wirklich dieser Mann mir alles sein? fragte sie sich selbst. Ja, er allein ist mir teurer als alles auf der Welt. Fürst André kam ihr entgegen. Ich liebe sie seit dem Augenblick, wo ich sie zuerst gesehen habe. Darf ich hoffen? Er blickte sie an mit ernster Leidenschaft. Ihre Miene antwortete, wozu Fragen und Zweifeln, wozu sprechen, wenn man mit Worten nicht ausdrücken kann, was man empfindet. Sie näherte sich ihm. Er ergriff ihre Hand und küßte sie. Lieben Sie mich? Ja, erwiderte Nathalie schluchzend und weinte. Warum? Was ist Ihnen? Ach, ich bin so glücklich, erwiderte sie durch Tränen lächelnd. Dann trat sie näher, überlegte einen Augenblick, als ob sie sich selbst fragte, ob sie dürfe, und küßte ihn. Fürst André hielt ihre Hände und blickte ihr in die Augen und fand aber in seinem Herzen nicht mehr die frühere Liebe zu ihr. In seinem Innern hatte sich plötzlich etwas umgewandt. Es war nicht mehr das frühere poetische geheimnisvoll Entzücken, sondern Mitleid mit ihrer Weiblichkeit und kindlichen Schwachheit, ein drohendes und zugleich freudiges Bewusstsein der Pflicht, die ihn auf immer mit ihr verbannt. Das jetzige Gefühl war nicht so hell und poetisch wie das frühere, aber ernster und stärker. Hat Ihnen Mama gesagt, dass es nicht früher als in einem Jahr sein kann, fragte er. Ist es möglich, dass ich jetzt in dieser Minute Frau geworden bin und in diesem fremden, liebenswürdigen, klugen Mann, den selbst der Vater verehrt, gleichstehe? Ist es wahr, dass ich jetzt für jede Handlung und jedes Wort verantwortlich bin? Aber was hat er gefragt? Nein, antwortete sie, ohne sich zu erinnern, was er gefragt hatte. Vergeben Sie mir, sagte Fürst André, aber Sie sind so jung und ich habe so viel im Leben gesehen. Ich fürchte für Sie. Sie erkennen sich selbst noch nicht. Nathalie hörte mit gespannter Aufmerksamkeit auf seine Worte, bemühte sich aber vergeblich ihren Sinn zu erfassen. Wie schwer wird mir dieses Jahr sein, dass mein Glück aufschiebt, fuhr er fort. Während dieser Zeit werden Sie sich selbst kennenlernen. Ich bitte Sie, nach einem Jahr mein Glück zu machen. Aber Sie sind frei, unsere Verlobung bleibt geheim. Und wenn Sie sich überzeugen sollten, dass Sie mich nicht lieben oder, sagte der Fürst mit gezwungenem Lächeln, warum sagen Sie das, unterbrach ihn Nathalie. In einem Jahr werden Sie sich selbst kennenlernen. Ein ganzes Jahr, rief plötzlich Nathalie, welche er jetzt erst begriff, dass die Hochzeit auf ein Jahr aufgeschoben werden solle. Aber warum das? Er erklärte ihr den Grund dieses Aufschubs. Es ist schrecklich, es ist schrecklich, rief Nathalie und brach in Tränen aus. Ich werde sterben, wenn ich ein Jahr warten soll. Es ist unmöglich, es ist entsetzlich. Sie blickte ihren Bräutigam an und las in seiner Miene Mitleid und Verwunderung. Nein, es ist gut, sagte sie, ihre Tränen trocknend. Ich bin so glücklich. Der alte Graf und die Mutter traten ins Zimmer und segneten Braut und Bräutigam. Von diesen Tage an verkehrte Fürst André als Bräutigam bei ihnen. Kapitel 104 Eine kirchliche Verlobung fand nicht statt und niemand wurde Mitteilung von der mündlichen Verlobung gemacht, da Fürst André darauf bestand. Er sagte, da er die Veranlassung des Aufschubs sei, so müsse er auch die ganze Schwere desselben tragen. Er sei auf ewig an sein Wort gebunden, aber er wolle Nathalie nicht binden und ihr volle Freiheit lassen. Wenn sie nach einem halben Jahr fühle, dass sie ihn nicht lieben könne, solle es ihr freistehen, zurückzutreten. Natürlich wollten weder die Eltern noch Nathalie davon hören, aber Fürst André bestand darauf. Er kam jeden Tag, benahm sich aber nicht wie ein Bräutigam im Verkehr mit Nathalie. Er redete sie mit sie an und küsste nur ihre Hand. Anfangs herrschte in der Familie einiger Zwang im Verkehr mit Fürst André, doch nach einigen Tagen hatte sich die Familie an ihn gewöhnt und die frühere Lebensweise wurde wieder aufgenommen. Er verstand es, mit dem Grafen über Landwirtschaft zu sprechen und mit den Damen über Kleidung, Album und Stickereien. Es herrschte jene poetische Schwermut und Schweigsamkeit im Hause, wie immer bei Anwesenheit einer Braut und eines Bräutigams. Oft saßen alle schweigend beisammen. Auch wenn die Eltern aufstanden und hinausgingen und das Brautpaar allein blieb, herrschte dasselbe Stillschweigen. Sie sprachen selten von ihrem zukünftigen Leben. Es war ihm peinlich davon zu sprechen und Nathalie teilte dieses Gefühl wie alle seine Gefühle, die sie beständig erriet. Einmal fragte ihn Nathalie nach seinem Sohn. Er errötete, was bei ihm jetzt oft vorkam und Nathalie besonders gefiel und sagte, sein Sohn werde nicht bei Ihnen leben. Warum? fragte Nathalie erschreckt. Ich kann ihn von seinem Großvater nicht wegnehmen und außerdem... Ach, wie würde ich ihn lieben, sagte Nathalie, die sogleich seine Gedanken erriet. Sonja fürchtete immer lästig zu sein und suchte Vorwände, sie allein zu lassen, auch wenn sie dies nicht wünschten. Fürst André verstand gut zu erzählen. Nathalie hörte ihm mit Stolz zu und erschrak nur zu weilen, wenn sie sah, dass er sie forschend anblickte. Was sucht er in mir? fragte sie sich verwundert. Er lachte selten, aber dann gab er sich ganz der Fröhlichkeit hin und jedes Mal fühlte sie sich ihm näher. Nathalie wäre vollkommen glücklich gewesen, wenn nicht der Gedanke an die bevorstehende Trennung sie gequält hätte. Am Tage vor seiner Abreise brachte Fürst André Peter mit, der seit dem Ball nicht mehr bei Rostovs gewesen war. Peter schien zerstreut zu sein und sprach mit der Mutter. Nathalie saß mit Sonja beim Schach und rief den Fürsten André zu sich. Sie kennen den Grafenbesuch schon lange? fragte er. Wie gefällt er Ihnen? Er ist ein vortrefflicher Mann, aber sehr lächerlich. Sie erzählte Anekdoten über seine Zerstreutheit, von denen manche sogar erdacht waren. Sie wissen, dass ich ihm unser Geheimnis anvertraut habe? fragte Fürst André. Ich kenne ihn von Jugend auf, er hat ein goldenes Herz. Nathalie, sagte er plötzlich ernstwerdend. Ich reise, Gott weiß, was geschehen kann. Sie werden vielleicht aufhören, mich. Nun, ich weiß, dass ich darüber nicht sprechen soll, aber was Ihnen auch zustoßen mag in meiner Abwesenheit. Was soll mir zustoßen? Ich bitte Sie, Fräulein Nathalie, was auch vorfallen mag, wenden Sie sich an ihn allein um Rat und Hilfe. Er ist ein höchst zerstreuter und lächerlicher Mensch, hat aber ein goldenes Herz. Niemand vermochte vorauszusehen, wie auf Nathalie die Trennung von ihrem Bräutigam wirken werde. Ängstlich, mit gerötetem Gesicht und trockenen Augen ging sie an diesem Tag im Hause umher. Sie weinte nicht, als er beim Abschied zum letzten Mal ihre Hand küsste. Reisen Sie nicht, sagte sie nur mit so verzweifelter Stimme, dass er sich fragte, ob er nicht wirklich bleiben solle. Noch lange erinnerte er sich dieses Augenblicks. Als er abgefahren war, weinte sie nicht, aber tagelang saß sie in ihrem Zimmer und wiederholte nur zuweilen, ach, warum ist er abgereist? Aber zwei Wochen später erwachte sie ganz unerwartet von ihrer Betäubung und wurde wieder dieselbe wie früher. Kapitel 105 Die Gesundheit und der Charakter des alten Fürsten Bolkonski waren in diesem letzten Jahr nach der Abreise des Sohnes sehr angegriffen. Er wurde noch reizbarer als früher und die Ausbrüche seiner Wut richteten sich zumeist auf Marie. Er schien absichtlich die empfindlichsten Stellen aufzusuchen, um sie so grausam als möglich zu verwunden. Die Fürstin Marie hatte zwei Leidenschaften und darum zwei Freuden und darum zwei Freuden, ihren Neffen, Nikoluszka und die Religion. Und beide machte der alte Fürst vorzugsweise zum Gegenstand seiner Ausbrüche und Spottreden. Du willst wohl aus dem Kleinen eine eben solche alte Jungfer machen, wie du selber bist. Aber das ist falsch. Fürst André braucht seinen Sohn und kein Mädchen, sagte er. Oder er wandte sich an Mademoiselle Bourienne und fragte sie in Maries Gegenwart, wie ihr unsere Popen und Heiligenbilder gefallen und scherzte darüber. Beständig beleidigte er Marie auf das Grausamste, aber es kostete sie nicht einmal eine Anstrengung, ihm dies zu vergeben. Konnte ihr Vater Unrecht haben? Alle menschlichen Gesetze vereinigten sich für sie in dem einen einfachen und klaren Gesetz, im Gesetz der Liebe und Selbstverleugnung. Sie wollte nur leiden und lieben. Als Fürst André im Winter nach Lisiguri gekommen war, war er heiter und zärtlich, wie sie ihn noch nie gesehen hatte. Sie fühlte, dass mit ihm etwas vorgefallen war, aber er sagte ihr nichts von seiner Liebe. Vor der Abreise hatte er lange mit dem Vater gesprochen und Fürstin Marie hatte bemerkt, dass beide miteinander unzufrieden waren. Kapitel 106 Im Sommer erhielt Marie einen Brief von ihrem Bruder aus der Schweiz mit einer unerwarteten Nachricht. Fürst André teilte ihr seine Verlobung mit Nathalie mit. Sein ganzer Brief atmete Entzücken und eine Liebe zu seiner Braut und zärtliche Freundschaft und Zutrauen zur Schwester. Er schrieb, er habe sie nie so geliebt wie jetzt und jetzt erst das Leben verstehen gelernt. Er bat sie um Entschuldigung, dass er bei seiner Abreise von Lisiguri von seinem Entschluss nichts gesagt habe, obgleich er denselben dem Vater mitteilte, weil Marie sonst den Vater gebeten haben würde, seine Einwilligung zu geben, wodurch sie ihn gereizt und die ganze Last seines Unmuts zu tragen gehabt hätte. Übrigens, schrieb er, war die Sache damals noch nicht entschieden. Damals hat der Vater einen Aufschub von einem Jahr verlangt. Jetzt sind sechs Monate verflossen und ich bin mehr als je fest in meinem Entschluss. Wenn die Ärzte mich hier nicht zurückhalten würden, so wäre ich schon in Russland. Aber ich muss meine Abreise noch auf drei Monate aufschieben. Du kennst mich und mein Verhältnis zum Vater. Ich verlange nichts von ihm. Aber wenn ich gegen seinen Willen handeln und seinen Zorn erregen würde, während er vielleicht nur noch kurze Zeit bei uns ist, so wäre mein Glück zur Hälfte vernichtet. Ich schreibe jetzt einen Brief an ihn und bitte dich, einen günstigen Augenblick zu benutzen, um ihm den Brief zu übergeben. Benachrichtige mich, wie er ihn aufnimmt und ob Hoffnung vorhanden ist, dass er einwilligt, den Termin um drei Monate abzukürzen. Nach langem Schwanken übergab Marie den Brief dem Vater. Am anderen Tag sagte er ihr ruhig, schreibe deinem Bruder, er solle warten, bis ich sterbe. Es wird nicht lange dauern. Die Fürstin wollte etwas erwidern, aber er ließ sie nicht zu Worte kommen und fuhr immer lauter fort. Heirate! Heirate doch, mein Täubchen! Schöne Verwandtschaft! Kluge Leute! Wie? Reich? Wie? Dein Nikoluschka wird eine nette Schwiegermutter bekommen. Schreibe ihm, er möge sich meinetwegen morgen verheiraten. Wenn Nikolai eine Stiefmutter bekommt, werde ich die Bourienne heiraten. Ha ha ha! Er muss auch eine Stiefmutter bekommen. Aber eins sage ich dir, in meinem Hause will ich kein Weibervolk weiterhaben. Er mag heiraten, aber dann soll er für sich leben. Vielleicht wirst du auch zu ihm ziehen? Meinetwegen! Frostig, frostig, frostig. Nach diesem Gespräch sprach der Fürst nicht mehr über die Sache, aber der verhaltene Zorn über den Kleinmut des Sohnes äußerte sich in seinen Beziehungen zu seiner Tochter. Zu den früheren Gegenständen des Spottes war jetzt ein neuer gekommen, das Gespräch über die Stiefmutter und die Liebenswürdigkeiten gegen Mademoiselle Bourienne. Warum soll ich sie nicht heiraten, sagte er zu Maria. Sie wird eine prächtige Fürstin sein. Und zu ihrem unangenehmen Erstaunen bemerkte Marie in der letzten Zeit, dass der Vater wirklich sich mehr und mehr der Französe näherte. Marie schrieb André darüber, wie der Vater seinen Brief aufgenommen habe, suchte ihn aber zu trösten und äußerte Hoffnung, den Vater mit diesem Gedanken zu versöhnen. Je mehr die Fürstin Marie vom Leben sah, desto mehr war sie verwundert über die Kurzsichtigkeit der Menschen, welche hier auf Erden das Glück und Genüsse suchten, sich abmühten, kämpften und einander Böses zufügten, um dieses unmögliche, nebelhafte und lasterhafte Glück zu erreichen. Fürst André liebte seine Frau, sie ist gestorben. Nun will er sein Glück mit einer anderen verbinden. Der Vater will das nicht, weil er für André eine vornehmere und reichere Gemahlin wünscht und so streben und kämpfen sie, quälen sich und verscherzen das Heil ihrer Seelen, um ein vergängliches Glück zu erjagen. Wie kommt es, dass niemand das begreift? Niemand außer dieser verachteten Gottesmenschen, die mit dem Bündel auf den Schultern durch die Hintertür zu mir kommen, weil sie sich vor dem Fürsten fürchten, die Familie und Heimat verlassen und alle Sorgen um das irdische Wohl hinter sich lassen unter fremden Namen in die weite Welt wandern, den Menschen nichts Böses tun, sondern für sie beten, auch für diejenigen, welche sie verfolgen. Höheres gibt es nicht im Leben. Eine Pilgerin, Theodosia, eine 50-jährige, kleine, stille, pockennarbige Frau, kam schon seit 30 Jahren barfuß und mit Ketten aufs Schloss. Fürstin Marie liebte sie besonders. Einmal, als sie in einem dunklen Zimmer saßen, das nur von dem Lämpchen vor dem Heiligenbild erleuchtet wurde, erzählte Theodosia von ihrem Leben und in Marie erwachte mit so überwältigender Kraft der Gedanke, Theodosia allein habe den wahren Lebensweg gefunden, dass sie beschloss, selbst auf die Pilgerfahrt zu ziehen. Sie vertraute ihren Vorsatz nur einem Mönch, dem Vater Akinfi an, der ihn billigte. Unter dem Vorwand, ein Geschenk für eine Pilgerin zu kaufen, verschaffte sich Fürstin Marie ein vollständiges Pilgergewand, ein Hemd, Pilgerschuhe, einen Kaftan und ein schwarzes Tuch. Oft blieb sie unentschlossen vor der Kommode stehen, in der sie alles verwahrte, und fragte sich, ob die Zeit schon gekommen sei, ihr Vorhaben auszuführen. Kapitel 107 Die biblische Überlieferung sagt, dass die Freiheit von aller Arbeit, der Müßiggang, die Vorbedingung des wonnigen Zustandes des ersten Menschen vor dem Sündenfall gewesen sei. Die Liebe zum Müßiggang blieb dann auch dem gefallenen Menschen, aber der Fluch lastet noch immer auf ihm, nicht nur deshalb, weil wir im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen sollen, sondern auch deshalb, weil wir nach unseren Charaktereigenschaften nicht ruhig und müßig sein können. Eine geheime Stimme klagt uns an, wenn wir müßig sind. Wenn der Mensch einen Zustand finden könnte, in dem er müßig sein und zugleich sich für nutzbringend und pflichtgetreu anerkennen könnte, so hätte er die eine Seite der Grundlage des Wohls gewonnen. Einen solchen Zustand des gebotenen und vorwurfsfreien Müßiggangs genießt ein Stand, der Kriegerstand. In diesem gebotenen und vorwurfsfreien Müßiggang besteht und wird bestehen die hauptsächlichste Anziehungskraft des Kriegsdienstes. Nikolai Rostov genoss diese Wonne, während er im Pavlov-Gradschen Regiment noch 1807 weiter diente. Er befehligte schon eine Schwadron, die er von Denisov übernommen hatte. Rostov war ein kräftiger, guter Junge geworden, dessen Ton die Moskauer Bekannten vielleicht etwas rau gefunden hätten, der aber von seinen Kameraden und Vorgesetzten geliebt und geachtet wurde und mit seinem Leben zufrieden war. In den Briefen aus der Heimat fand er mehr und mehr Klagen der Mutter darüber, dass die Verhältnisse schlechter und schlechter wurden und es Zeit sei, nach Hause zu kommen, zur Freude seiner alten Eltern. Beim Lesen dieser Briefe empfand Nikolai die Befürchtung, dass man ihn aus dieser Mitte, in der er so ruhig lebte, entführen wollte. Er fühlte, dass er früher oder später wieder zurückkehren müsse in dieses alte Leben mit den zerrütteten und notdürftig wiederaufgebesserten Umständen, mit den Abrechnungen der Verwalter, mit Streit, Intrigen, Freundschaften, Gesellschaften, mit der Liebe zu Sonja und dem Verlöbnis mit ihr. Alles war voll Verwirrung und Schwierigkeiten und er antwortete auf die Briefe der Mutter Kühl in klassischem Französisch. Die Briefe fingen an mit Liebe Mutter und schlossen ihr gehorsamer Sohn. Darüber aber schwieg er, wann er zurückkehren wolle. Im Jahre 1810 erhielt er einen Brief aus der Heimat mit der Nachricht von der Verlobung Nathalies mit Bolkonski und von dem Aufschub der Hochzeit auf ein Jahr, weil der alte Fürst nicht einwilligen wolle. Nikolai las das mit Zorn. Er dachte mit Trauer daran, Nathalie zu verlieren, die er von allen Familienmitgliedern am meisten liebte. Von seinem Husarenstandpunkt aus bedauerte er, dass er nicht dabei zugegen war, denn er hätte diesen Bolkonski klargemacht, dass die Verwandtschaft mit ihm durchaus keine so große Ehre sei und wenn er Nathalie liebe, so könne er auch die Erlaubnis seines halbverrückten Vaters entbehren. Er schwankte, ob er nicht Urlaub erbitten sollte, um Nathalie als Braut zu sehen. Aber es standen Manöver bevor. Er dachte auch an Sonja und schob die Sache wieder auf. Im Frühjahr dieses Jahres erhielt er einen Brief von seiner Mutter, der ihn zum Entschluss brachte. Sie schrieb ohne Wissen des Grafen, Wenn Nikolai nicht komme und sich der Geschäfte annehme, so werde das Ganze gut unter den Hammer kommen. Der Graf sei so schwach und gutmütig und verlasse sich auf Mitenka und werde so sehr bestohlen, dass es immer schlimmer und schlimmer gehe. Um Gottes Willen, komme schnell, wenn du nicht mich und deine ganze Familie unglücklich machen willst, schrieb die Gräfin. Dieser Brief war entscheidend. Jetzt musste er fahren. Und wenn er deshalb seinen Abschied nehmen sollte, seinem Burschen sowie den Kameraden, die ihn abends besuchten, kündigte er an, er werde Urlaub erbitten und nach Hause fahren. Gern hätte er sich noch beim Stab erkundigt, ob er zum Rittmeister befördert worden sei, ob er den Annenorden für das letzte Manöver erhalten habe. Gern hätte er auch zuvor noch dem Grafen Goluchowski einen Dreigespann verkauft, das der polnische Graf von ihm haben wollte. Und es fiel ihm sehr schwer, nicht mit auf dem Ball sein zu können, den die Husaren geben wollten, den Ulanen zum Trotz. Aber er wusste, dass er aus dieser schönen, hellen Welt fort musste, dahin, wo nur Unsinn und Konfusion herrschte. Nach einer Woche erhielt er Urlaub. Die Kameraden gaben ihm ein Abschiedsdenet zu 15 Rubel das Kuvert, wobei zwei Musikchors spielten und zwei Sängerköre sangen. Rostov tanzte Trepack mit dem Major Bassov. Die betrunkenen Offiziere umarmten schwankend Rostov und warfen ihn um. Die Soldaten der dritten Schwadron hoben ihn auf die Arme und schrien Hurra. Dann wurde Rostov in den Schlitten gelegt und bis zur nächsten Station begleitet. Bis zur Hälfte des Weges von Krimentschuk bis Kiew weilten alle Gedanken Rostovs noch an dem Ort, den er verlassen hatte. Aber nachdem er die Hälfte überschritten hatte, vergaß er, was hinter ihm lag und dachte nur mit Unruhe daran, was er auf dem elterlichen Gut Otradno vorfinden sollte, wo seine Eltern sich aufhielten. Auf der letzten Station vor Otradno gab er dem Kutscher drei Rubel Trinkgeld und bald lief er keuchend die Stufen vor dem elterlichen Hause hinauf. Nach dem ersten Entzücken und nach jenem seltsamen Gefühl der Enttäuschung im Vergleich mit dem, was man erwartet hatte, lebte sich Nikolai in die alte Welt wieder ein. Vater und Mutter waren dieselben, nur etwas gealtert. Neu war ihm an ihn nur eine gewisse Unruhe und zuweilen eine Meinungsverschiedenheit, wie er sie früher nicht gekannt hatte und die von den schlechten Umständen verursacht wurde, wie Nikolai bald erkannte. Sonja war 20 Jahre alt, sie wurde nicht mehr hübscher und versprach nicht mehr, als was schon in ihr war, aber auch das war genug. Sie war voll Glück und Liebe, als Nikolai ankam und die treue, unerschütterliche Liebe dieses Mädchens wirkte freudig auf ihn ein. Der kleine Peter war schon ein großer, 13-jähriger, hübscher, vergnügter und mutwilliger Junge, dessen Stimme schon brach. Über Nathalie wunderte sich Nikolai am meisten. Ganz verändert, sagte er lachend. Wie, bin ich hässlich geworden? Im Gegenteil, aber ich bemerke eine gewisse Würde, Fürstin, flüsterte er. Ja, 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 erwiderte Nathalie freudig. Sie erzählte ihm ihren Roman mit dem Fürsten André und zeigte ihm seinen letzten Brief. Bist du erfreut darüber? fragte Nathalie. Ich bin jetzt so ruhig und glücklich. Ich freue mich sehr, erwiderte Nikolai. Er ist ein vortrefflicher Mensch. Liebst du ihn sehr? Wie soll ich es dir sagen, erwiderte Nathalie. Ich war verliebt in Boris, in den Lehrer, in Denisov, aber das war alles nicht das Richtige. Jetzt bin ich ruhig und zuversichtlich. Ich weiß, dass es keinen besseren Menschen gibt. Nikolai sprach Nathalie sein Missfallen darüber aus, dass die Hochzeit auf ein Jahr aufgeschoben war, aber sie bewies ihm mit Eifer, dass das nicht anders sein könne, dass es nicht angehe, in die Familie einzutreten gegen den Willen des Vaters. Nikolai stimmte ihr bei. Er war verwundert über ihre ruhige Heiterkeit, glaubte aber nicht, dass ihr Schicksal schon entschieden sei. Wozu dieser Aufschub und warum keine kirchliche Verlobung, dachte er. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, dass auch die Mutter zuweilen dieselben Gedanken hatte. Lies, was er schreibt, sagte die Gräfin, mit jenem verborgenen Gefühl der Missgunst, dass die Mütter immer gegen das zukünftige Eheglück ihrer Töchter hegen. Er schreibt, er könne vor Dezember nicht kommen. Was kann ihn dort zurückhalten? Wahrscheinlich Krankheit, seine Gesundheit ist sehr schwach. Gott gebe, dass alles noch gut wird, schloss sie jedes Mal. Er ist ein unvortrefflicher Mensch. Kapitel 108 Die erste Zeit nach seiner Ankunft war Nikolai ernst und sogar verdrießlich. Die Notwendigkeit, sich in diese einfältigen Wirtschaftsangelegenheiten zu mischen, war ihm peinlich. Um die Sache schnell vom Halse zu schaffen, ging er am dritten Tage zornig und ohne auf die Frage, wohin er gehe, zu antworten, mit finsterer Miene in das Nebengebäude zu Mitenka und verlangte, die Bücher und Rechnungen zu sehen. Aber die Abrechnung dauerte nicht lange. Der Aufseher und der Schreiber, welche im Vorhaus warteten, hörten mit einem Gemisch von Schrecken und Vergnügen, wie der junge Graf lärmte. Sie vernahmen schreckliche Schimpfworte in rascher Folge. Räuber, undankbares Pack, ich schlage den Hund nieder, hat geraubt und gestohlen und so weiter. Dann sahen die Leute mit demselben Schrecken und Vergnügen, wie der junge Graf mit rotem Gesicht Mitenka am Kragen hinauszog, ihn mit den Füßen und dem Knie stieß und schrie, hinaus, lasse dich nicht wiedersehen, Schurke. Mitenka flog die sechs Stufen hinab und lief in ein Gebüsch, in dem er sich immer verbarg, wenn er betrunken aus der Stadt kam und welches vielen Bewohnern von Otratno als Zuflucht vor Mitenkas Zorn bekannt war. Die Frau Mitenkas und ihre Schwester kamen aus dem Wohnzimmer erschrocken auf den Flur hinausgelaufen. Nikolai lief wutschnaubend an ihnen vorüber, ohne auf sie zu achten. Die Gräfin erfuhr sogleich durch ihre Zofe, was im Nebengebäude vorgegangen war. Einerseits war sie nun darüber beruhigt, dass jetzt ihre Vermögensumstände sich bessern werden. Andererseits aber war sie besorgt, dass der Zorn ihrem Sohn schaden könne. Sie ging mehrmals auf Zehenspitzen nach seinem Zimmer und horchte. Am anderen Tag rief der alte Graf seinen Sohn zu sich und sagte ihm mit schüchternem Lächeln, »Weißt du, mein Seelchen, Du hast Dich Du hast Dich Unnütz geärgert. Mit Tänke hat mir alles aufgeklärt.« »Ich weiß«, dachte Nikolai, »dass ich in dieser einfältigen Welt niemals etwas begreifen werde.« »Du bist zornig darüber geworden, dass er diese 700 Rubel nicht einschrieb, aber er hat sie im Transport mit aufgeführt und Du hast die andere Seite nicht angesehen. Papa, er ist ein Schurke und Räuber, das weiß ich und was ich getan habe, das habe ich getan, aber wenn Sie wollen, werde ich ihm nichts weiter darüber sagen.« »Nein, mein Seelchen«, erwiderte der alte Graf verwirrt und verlegen, weil er fühlte, dass er ein schlechter Verwalter und Frau und Kindern gegenüber nicht vorwurfsfrei war. »Nein, ich bitte Dich, nimm Dich der Geschäfte an. Ich bin schon alt. Ich, ich. Nein, Papachen, entschuldigen Sie mich. Nein, Papachen, entschuldigen Sie mich, wenn ich Ihnen Unabnehmlichkeiten verursacht habe, aber ich verstehe noch weniger als Sie davon. Zum Teufel mit diesem Bauernvolk, diesen Geldsachen und Büchern«, dachte er. »Ich verstehe nichts davon. Ich verstehe nichts davon.« Von dieser Zeit an mischte er sich nicht mehr in die Geschäfte ein. Nur einmal berief die Gräfin ihren Sohn zu sich und teilte ihm mit, dass sie einen Wechsel von Anna Michalowna über 2000 Rubel besitze und fragte Nikolai, wie sie damit verfahren solle. »Das ist einfach«, erwiderte Nikolai. »Sie sagen mir, das hänge von mir ab? Nun, ich liebe weder Anna Michalowna noch Boris, aber sie sind mit uns befreundet und arm, also sehen Sie.« Er zerriss den Wechsel und die alte Gräfin vergoss Freudentränen darüber. Für die Folge aber kümmerte er sich durchaus nicht mehr um irgendwelche Geschäftsangelegenheiten und überließ sich mit Leidenschaft dem ihm noch neuen Vergnügen der Jagd, welche der alte Graf auf großem Fuß unterhielt. Kapitel 109 Der Graf gab seine Würde als Landmarschall auf, weil sie mit zu vielen Ausgaben verbunden war. Aber in seinen Angelegenheiten trat keine Besserung ein. Oft bemerkten Nathalie und Nikolai geheime Unterredungen der Eltern, in welchem von dem Verkauf des reichen Stadthauses und des Gutes bei Moskau die Rede war. Nach Aufgabe der Landmarschallwürde brauchte er nicht mehr so viele Besuche zu empfangen und das Leben in Otratno wurde stiller als in früheren Jahren. Aber das große Haus mit seinen Nebengebäuden war dennoch voll von Leuten und am Tische saßen täglich mehr als 20 Personen. Das waren Leute, die an das Haus gewöhnt waren und fast als Familienmitglieder angesehen wurden. Oder solche, welche anscheinend durchaus im Hause des Grafen wohnen mussten, wie zum Beispiel Dummler, der Musiklehrer mit seiner Frau, Vogel, der Tanzlehrer mit seiner Familie, ein altes Fräulein Bielow und noch viele andere wie die Lehrer des kleinen Peter, die frühere Gouvernante der Fräulein und solche, welche es vorteilhafter fanden beim Grafen zu wohnen als zu Hause. Es kamen nicht mehr so viele Besuche, aber in der Hofhaltung wurde derselbe Aufwand beibehalten, ohne welchen der Graf und die Gräfin sich das Leben nicht vorstellen konnten. Es war dieselbe Jagd, welche Nikolai noch vergrößerte. Es waren wie bisher 50 Pferde und 15 Kutscher, dieselben teuren Geschenke zu den Namenstagen und dieselben Dinees, die im ganzen Landkreis gerühmt wurden, dieselben Kartenpartien, bei welchen der Graf alle in seine Karten blicken ließ und täglich Hunderte verspielte an Nachbarn, die das Recht, am Kartenspiel des Grafen teilzunehmen, wie eine sehr einträgliche Revenue ansahen. Der Graf war in seinen Angelegenheiten verwickelt wie in einem ungeheuren Netz. Er wollte selbst nicht daran glauben, verwickelte sich bei jedem Schritt tiefer und tiefer und war nicht imstande, es zu zerreißen oder sich durch Umsicht und Ausdauer daraus zu befreien. Die Gräfin sah mit liebendem Herzen, dass ihre Kinder dem Untergang entgegengingen, aber sie vermochte den Grafen nicht darüber zu tadeln, weil er nicht anders sein konnte, als er war. Sie sah, dass er selbst litt, wenn er es auch verbergen wollte. Unter der Voraussicht des herannahenden Untergangs suchte sie nach einem Ausweg und von ihrem weiblichen Standpunkt aus fand sie nichts Besseres als eine Heirat Nikolais mit einer reichen Erbin. Dies war ihre letzte Hoffnung und sie wusste, dass die letzte Möglichkeit, ihre Umstände wieder in Ordnung zu bringen, schwinden musste, wenn Nikolai die Partie, die sie für ihn gefunden hatte, ausschlug. Diese Partie war Julie Karagin, die Tochter vortrefflicher, tugendhafter Eltern, welche sie von Jugend auf kannte und die jetzt nach dem Tode des letzten ihrer Brüder eine reiche Erbin war. Die Gräfin schrieb an die Fürstin Karagin in Moskau und teilte ihr ihren Heiratsplan mit, worauf sie eine günstige Antwort erhielt. Die Fürstin erwiderte, ihrerseits sei sie einverstanden, aber alles hänge von den Neigungen ihrer Tochter ab. Sie lud Nikolai ein, nach Moskau zu kommen. Mehrmals sagte die Gräfin mit Tränen in den Augen zu ihrem Sohn, jetzt, wo beide Töchter versorgt seien, wäre es ihr eigener Wunsch, auch ihn verheiratet zu sehen, dann würde sie sich ruhig ins Grab legen. Sie habe schon ein junges Mädchen im Sinn. Bei anderen Gelegenheiten lobte sie Julie und riet Nikolai, zu den Feiertagen nach Moskau zu fahren, zu seiner Erholung. Nikolai erriet, wohin die Absichten seiner Mutter zielten und bei der nächsten Gelegenheit forderte er sie zu vollkommener Aufrichtigkeit heraus. Sie sagte ihm, ihre ganze Hoffnung beruhe jetzt auf seiner Heirat mit Julie. Und wenn ich nun ein Mädchen ohne Vermögen lieben würde, Mama, würden sie dann etwa verlangen, dass ich meine Gefühle und meine Ehre wegen des Vermögens aufopfere, fragte er, ohne die Grausamkeit seiner Frage zu begreifen, nur in dem Wunsche, seinen Edelmut an den Tag zu legen. Nein, da hast du mich nicht verstanden, sagte die Mutter, da sie nicht wusste, wie sie sich rechtfertigen sollte. Ich wünsche nur dein Glück. Aber sie wurde verlegen und brach in Tränen aus. Mama, weinen Sie nicht. Sagen Sie mir nur alles, was Sie wollen. Ich bin bereit, alles, auch meine Gefühle aufzuopfern für Ihre Ruhe, sagte Nikolai. Aber die Gräfin wünschte nicht, die Frage so hinzustellen. Sie wollte kein Opfer von ihrem Sohn, sondern war selbst bereit, sich für ihn aufzuopfern. Nein, du hast mich nicht verstanden. Sprechen wir nicht weiter davon. Ja, vielleicht liebe ich ein armes Mädchen, sagte sich Nikolai. Soll ich deshalb Sonja nicht lieben, weil sie arm ist? Ich werde sicher mit ihr glücklicher sein als mit solch einer Puppe wie diese Jolie. Nikolai fuhr nicht nach Moskau und die Gräfin erneuerte ihre Gespräche über eine Heirat nicht mehr. Mit Kummer und zuweilen mit Groll sah sie die Anzeichen einer wachsenden Annäherung zwischen ihrem Sohn und Sonja. Sie wurde zänkisch und hart gegen Sonja, redete sie mit sie und meine Liebe an, obgleich sie sich selbst darüber Vorwürfe machte. Nikolai blieb bis zum Ende seines Urlaubs bei den Eltern. Von Fürst André kam der vierte Brief aus Rom, in dem er schrieb, er wäre schon längst auf dem Wege nach Russland, wenn nicht ganz unerwartet in dem warmen Klima seine Wunde aufgegangen wäre, was ihn genötigt habe, seine Abreise bis zum Anfang des folgenden Jahres aufzuschieben. Nathalie liebte ihren Bräutigam noch ebenso und war empfänglich für alle Freuden des Lebens, aber am Ende des vierten Monats der Trennung traten Augenblicke des Kummers ein, den sie nicht bekämpfen konnte. Im Hause Rostov wurde es immer trüber. Kapitel 110 Zu Beginn des neuen Jahres kündigte Nikolai seiner Mutter seinen festen Entschluss an, Sonja zu heiraten. Die Gräfin hatte schon lange bemerkt, was zwischen Sonja und Nikolai vorging und diese Erklärung erwartet. Schweigend hörte sie ihren Sohn an und sagte ihm, er könne heiraten, wen er wolle, aber weder sie noch der Vater würden ihm ihren Segen dazu geben. Zum ersten Mal sah Nikolai, dass seine Mutter unzufrieden mit ihm war und dass sie bei aller Liebe für ihn nicht nachgeben werde. Kalt und ohne ihren Sohn anzusehen, sandte sie nach ihrem Mann und als dieser kam, wollte die Gräfin ihm in Gegenwart Nikolais kurz und gut erklären, um was es sich handelte, aber sie konnte sich nicht halten, brach in Tränen des Verdrusses aus und verließ das Zimmer. Der Graf begann Nikolai mit zaghaften Worten ins Gewissen zu reden und bat ihn, sein Vorhaben aufzugeben. Nikolai aber antwortete, er könne sein Wort nicht brechen. Der Vater schloss seufzend und augenscheinlich verlegen seine Ermahnungen und ging zur Gräfin. Bei allen Zusammenstößen mit seinem Sohn verließ den Grafen nicht sein Schuldbewusstsein wegen seiner schlechten Wirtschaftsführung und deshalb vermochte er nicht gegen seinen Sohn zornig aufzutreten. Er musste sich sogar sagen, wenn seine Umstände nicht zerrüttet wären, so könnte man für Nikolai keine bessere Frau als Sonja wünschen. Er wusste, dass an diesem Zustand nur er allein mit seinem Mitenker seiner Lässigkeit und Bequemlichkeit die Schuld trage. Die Eltern sprachen nicht mehr über die Sache mit dem Sohn, aber einige Tage darauf rief die Gräfin Sonja zu sich. Mit einer Erbitterung, die beiden unerwartet war, warf die Gräfin ihrer Nichte vor, dass sie ihren Sohn ins Netz ziehen wolle und ein undankbares Geschöpf sei. Schweigend hörte Sonja die grausamen Worte der Gräfin an und begriff nicht, was man von ihr verlangte. Sie war bereit, alles für ihre Wohltäter zu opfern, aber in diesem Fall begriff sie nicht, wen und was sie opfern sollte. Sie liebte die Gräfin und die ganze Familie, konnte aber nicht aufhören, auch Nikolai zu lieben und musste sich gestehen, dass ihr Glück von dieser Liebe abhänge. Gedrückt und kummervoll fand sie keine Antwort. Nikolai glaubte, dieses Leben nicht länger ertragen zu können. Bald flehte er seine Mutter an, ihm und Sonja zu vergeben und in diese Heirat zu willigen. Bald drohte er ihr, wenn sie Sonja verfolgen würde, sich sogleich im Geheimen mit ihr zu verheiraten. Die Gräfin erwiderte ihm mit einer Kälte, wie er sie noch nie bei ihr gesehen hatte. Er sei volljährig und könne ebenso gut wie Fürst André ohne die Einwilligung seines Vaters heiraten, aber niemals werde sie diese Intrigantin als Tochter empfangen. Entrüstet über das Wort Intrigantin erwiderte Nikolai heftig, er habe nie geglaubt, dass seine Mutter ihn nötigen wolle, seine Gefühle zu verkaufen und wenn es so sei, so spreche er zum letzten Mal, aber er vermochte die entschlossenen Worte, welche die Mutter mit Entsetzen erwartete und welche vielleicht auf immer für beide eine schreckliche Erinnerung gewesen wären, nicht auszusprechen, weil Nathalie mit bleichem Gesicht ins Zimmer trat, nachdem sie an der Tür gehorcht hatte. Nikolai, du sprichst unbedacht, schweige, sage ich dir, rief sie, um seine Stimme zu übertönen. Mama, liebe Mama, das ist nicht so gemeint, sagte sie zur Mutter, welche mit Entsetzen ihren Sohn anblickte, aber in der Hartnäckigkeit des Kampfes nicht nachgeben mochte. Nun also, Nikolai, ich werde mit dir sprechen, geh, aber hören sie mich an, Mama. Nun also, Nikolai, ich werde mit dir sprechen, geh, aber hören sie mich an, Mama. Ihre Worte waren zusammenhanglos, hatten aber den Erfolg, den sie beabsichtigte. Die Gräfin verbarg tief seufzend ihr Gesicht an der Schulter der Tochter. Nikolai stand auf, fasste sich an den Kopf und verließ das Zimmer. Nathalie suchte sogleich eine Versöhnung zustande zu bringen, was ihr auch so weit gelang, dass Nikolai das Versprechen von seiner Mutter erhielt, Sonja solle nicht rau behandelt werden und dass er dagegen versprach, nichts ohne Wissen der Eltern zu tun. Mit dem festen Entschluss, seinen Abschied zu nehmen, sobald er seine Angelegenheiten im Regiment geordnet habe und dann Sonja zu heiraten, reiste Nikolai im Anfang Januar ab zum Regiment. Kummervoll und ernst, aber, wie er glaubte, leidenschaftlich verliebt. Nach seiner Abreise wurde es noch trübseliger als jemals im Hause. Die Gräfin erkrankte infolge der Aufregung. Sonja war betrübt nicht nur über die Trennung von Nikolai, sondern noch mehr über den feindseligen Ton der Gräfin gegen sie. Der Graf war mehr als je durch seine üble Lage in Anspruch genommen, welche entschiedene Maßregeln erforderlich machte. Es war unumgänglich notwendig geworden, das Haus in Moskau und das Gut bei Moskau zu verkaufen. Zu diesem Zweck musste er nach Moskau reisen. Der Gesundheitszustand der Gräfin jedoch veranlasste ihn, die Abreise von Tag zu Tag aufzuschieben. Nathalie, welche in der ersten Zeit die Trennung von ihrem Bräutigam leicht und sogar heiter ertragen hatte, wurde jetzt mit jedem Tag aufgeregter und ungeduldiger. Der Gedanke, dass ihre beste Zeit, die sie auf die Liebe zu ihm hätte verwenden können, jetzt nutzlos verging, peinigte sie beständig. Über seine Briefe war sie meist erzurned. Sie dachte mit Verdruss daran, dass er den Vorzug hatte, ein wirkliches Leben zu genießen, neue Städte, neue interessante Menschen zu sehen, während sie nur in dem Gedanken an ihn lebte. Es gewährte ihr keinen Trost, an ihn zu schreiben, sondern es erschien ihr als eine langweilige Verpflichtung. Sie verstand nicht zu schreiben, weil sie nicht verstand, in den Briefen wenigstens den tausendsten Teil dessen richtig auszudrücken, was sie mit der Stimme, mit einem Lächeln und einem Blick auszudrücken gewohnt war. Sie schrieb ihm klassisch einförmige, trockene Briefe, denen sie selbst keine Bedeutung beilegte, und in welchen die Gräfin ihre orthografischen Fehler verbesserte. Der Gesundheitszustand der Gräfin wurde nicht besser, aber endlich konnte die Reise nach Moskau nicht länger aufgeschoben werden. Man musste die Aussteuer besorgen, man musste das Haus verkaufen und überdies erwartete man den Fürsten André zuerst in Moskau, wo in diesem Winter sein Sohn lebte und Nathalie war überzeugt, er sei schon gekommen. Die Gräfin blieb auf dem Gut und der Graf fuhr Ende Januar mit Sonja und Nathalie nach Moskau. Kapitel 111 Nach der Verlobung des Fürsten André mit Nathalie empfand Peter ohne sichtlichen Anlass plötzlich die Unmöglichkeit, sein früheres Leben fortzusetzen. So fest er auch von den Wahrheiten überzeugt war, die ihm sein Freund Josef Alexejewitsch geoffenbart hatte, so freudig er sich auch in der ersten Zeit der innerlichen Arbeit der Selbstvervollkommenung widmete, nach der Verlobung des Fürsten André mit Nathalie und nach dem Tode von Josef Alexejewitsch hatte dieses Leben plötzlich allen Reiz für ihn verloren. Er hörte auf, sein Tagebuch zu führen, mied die Gesellschaft der Freimaurer, besuchte wieder den Club, trank viel, schloss sich wieder an leichtsinnige Lebemänner an und führte ein solches Leben, das seine Frau nötig fand, ihm ernste Vorwürfe zu machen. Peter fühlte, dass sie im Recht war und um seine Frau nicht zu kompromittieren, reiste er nach Moskau. Sobald er in Moskau seinen großen Palast mit den vertrockneten Fürstinnen und der großen Dienerschaft betrat, fühlte er sich ruhig und behaglich, wie in einem altgewohnten, schmutzigen Schlafrock. Von der Gesellschaft wurde er freudig empfangen. Für die Moskauer Welt war Peter der liebenswürdigste, gutherzigste, klügste, heiterste und großherzigste Sonderling, ein echt russischer, großer Herr nach alter Art. Seine Börse war immer leer, weil sie allen offen stand. Benefize, schlechte Gemälde und Statuen, Wohltätigkeitsgesellschaften, Zigeuner, Schulen, Festessen, Gelage, Kirchen, Bücher, nichts und niemand wurde abgewiesen. Und wenn er nicht zwei Freunde gehabt hätte, welche viel Geld von ihm entlehnten und ihn unter ihre Vormundschaft nahmen, so hätte er alles weggegeben. Er versäumte kein Diner, keine Abendgesellschaft im Club. So wie er nur seinen gewohnten Platz auf einem Divan einnahm, nach den ersten beiden Flaschen Margot bildete sich eine Gruppe um ihn, in welcher Gespräch, Streit und Scherzreden nicht aufhörten. Wenn er sich nach dem Abendessen mit gutmütigem Gelächeln erhob, um der Bitte der lustigen Gesellschaft, mitzufahren, zu entsprechen, wurde er mit Freudenrufen fortgeführt. Er tanzte auf den Bällen, wenn es an Tänzern fehlte. Die jungen Damen liebten ihn dafür, weil er, ohne ihnen den Hof zu machen, gegen alle gleich liebenswürdig war, besonders nach dem Abendessen. Er ist entzückend und hat kein Geschlecht, sagten sie unter sich auf Französisch. Wie hätte er sich entsetzt, wenn man ihm vor sieben Jahren, als er eben aus dem Ausland zurückkam, gesagt hätte, er brauche nichts zu suchen und zu denken, sondern nur sich im längst vorgezeichneten Geleise fortzubewegen. Und wie er sich auch drehen möge, er werde immer ebenso sein, wie alle in seiner Lage. Er hätte nicht daran glauben können. Hatte er nicht damals von ganzer Seele gewünscht, die Republik in Russland einzuführen, bald Napoleon, bald ein Philosoph, bald ein Taktiker, der Besieger Napoleons zu sein? Hatte er nicht die Überzeugung von der Möglichkeit und den glühenden Wunsch gehegt, das lasterhafte Menschengeschlecht zu bessern und für sich selbst die höchste Stufe der Vollkommenheit zu erreichen? Hatte er nicht Schulen und Krankenhäuser errichtet und seine Bauern freigelassen? Stattdessen war er jetzt der reiche Gemahl einer untreuen Frau, ein Feinschmecker und Trinker, der über die Obrigkeit murrte, ein allgemein beliebtes Mitglied des englischen Clubs von Moskau und der moskauischen Gesellschaft überhaupt. Lange konnte er sich nicht mit dem Gedanken versöhnen, dass er jetzt nichts weiter als ein verabschiedeter Kammerherr sei und diesem Typus angehöre, den er vor sieben Jahren so tief verachtet hatte. Er wurde nicht mehr wie früher von Augenblicken der Verzweiflung und des Lebensüberdrusses befallen, aber dieselbe Krankheit, die sich früher in scharfen Anfällen äußerte, lag in ihm und verließ ihn keinen Augenblick. Wozu? Warum? Was geht in der Welt vor? fragte er sich oftmals am Tage. Er wusste aus Erfahrung, dass es auf diese Fragen keine Antwort gab und griff dann hastig zu einem Buch, um sich davon loszumachen, oder er eilte in den Club. Helene, welche niemals etwas geliebt hat außer ihren eigenen Körper, dachte Peter, und eine der dümmsten Frauen in der Welt ist, erscheint den Leuten begabt mit Geist und der höchsten Verfeinerung und alles verneigt sich vor ihr. Napoleon wurde von allen verachtet, bis er eines Tages ein großer Mann war. Die Spanier sandten Dankgebete zum Himmel durch ihre katholischen Priester dafür, dass sie am 14. Juni die Franzosen besiegt haben. Die Franzosen aber sandten durch dieselbe katholische Geistlichkeit Dankgebete nach oben dafür, dass sie am 14. Juni die Spanier besiegt haben. Meine Brüder, die Freimaurer, schwören, sie seien bereit, alles für den Nächsten zu opfern und zahlen nicht ihre Beiträge von einem Rubel zu den Sammlungen für die Armen, intrigieren gegeneinander, zerbrechen sich die Köpfe über einen echten schottischen Teppich und über einen Aktus, der für niemand nötig ist und dessen Sinn niemand versteht, auch der nicht, der ihn geschrieben hat. Er hatte die unglückliche Fähigkeit vieler, besonders russischer Leute, an die Möglichkeit des Guten und der Wahrheit zu glauben, dabei aber doch zu deutlich das Böse und die Lüge im Leben wahrzunehmen, um ernsthaften Anteil am Leben nehmen zu können. Aber er musste doch leben und eine Beschäftigung haben. Es war zu schrecklich, unter dem Druck dieser ungelösten Lebensfragen zu bleiben und er gab sich den Zerstreuungen hin, nur um jene zu vergessen. Er besuchte Gesellschaften aller Art, trank viel, kaufte Bilder, baute und las alles, was ihm in die Hände fiel. Kaum hatte ihm der Diener beim Nachhausekommen den Mantel abgenommen, so griff er schon nach einem Buch und las, bis er einschlief. Wein zu trinken wurde ihm immer mehr eine physische und zugleich geistige Notwendigkeit. Obgleich ihm die Ärzte sagten, bei seiner Korpulenz sei der Wein für ihn gefährlich, trank er doch sehr viel. Erst wenn er einige Gläser Wein in seinen großen Schlund hinabgegossen hatte, empfand er eine angenehme Wärme, eine Zärtlichkeit für seine Nebenmenschen. Erst wenn er eine oder zwei Flaschen getrunken hatte, erkannte er in unbestimmter Weise, dass jener schrecklich verwirrte Knoten des Lebens nicht so schrecklich sei, wie ihm sonst schien. Zuweilen dachte Peter daran, dass man ihm erzählt hatte, wie die Soldaten im Kriege, wenn sie im Feuer stehen, ohne etwas tun zu können, sich bemühen, eine unbedeutende Beschäftigung für sich zu finden, um die Gefahr leichter zu ertragen. Und so erschienen ihm auch alle Menschen nur bemüht, sich vor der Last des Lebens zu retten durch Ehrgeiz, durch Karten, durch Arbeit an der Gesetzgebung, durch Weiber, durch irgendein Spielzeug oder durch Pferde, durch Politik, Jagd, Wein oder Staatsangelegenheiten. Nein, es gibt nichts Unbedeutendes und nichts Wichtiges. Es ist alles gleich. Nur muss man sich vor dem Druck des Lebens retten, so gut man kann. Kapitel 112 Am Anfang des Winters war der alte Fürst Bolkonski mit seiner Tochter nach Moskau gereist. Seiner Vergangenheit, seinem Geist und seiner Originalität zufolge und besonders, weil das Entzücken über die Regierung des Kaisers Alexander sich abschwächte, wurde er sogleich der Gegenstand besonderer Verehrung der Moskauer und der Mittelpunkt der moskauischen Opposition gegen die Regierung. Der Fürst war in diesen Jahren sehr gealtert. Plötzliches Einschlafen, Vergesslichkeit und die kindische Ehrfurcht, mit der er die Rolle eines Hauptes der moskauischen Opposition übernahm, waren scharfe Anzeichen des Alters. In letzter Zeit war für Marie das Leben schwer geworden. In Moskau fehlten ihr ihre gewohnten Freuden, die Unterredungen mit gottesfürchtigen Pilgersleuten und die Einsamkeit. Sie verkehrte nicht in der Welt. Alle wussten auch, dass ihr Vater sie nicht ohne seine Begleitung ausgehen lasse und er selbst wegen seiner Kränklichkeit nicht ausgehen könne. Deswegen erhielt sie auch keine Einladungen. Die Hoffnung auf eine Heirat hatte die Fürstin Marie ganz aufgegeben. Sie sah, mit welcher Kälte und Bosheit der alte Fürst die jungen Leute empfing, die vielleicht mit Heiratsabsichten kamen. Freundinnen hatte Marie auch nicht, denn auf dieser Reise hatte sie zwei Enttäuschungen erfahren. In Bezug auf Mademoiselle Bourienne, welche ihr ganz widerlich geworden war und von der sie sich jetzt fernhielt. Dann auch in Bezug auf Julie, mit der sie fünf Jahre lang korrespondiert hatte, die sich ihr aber jetzt ganz fremd erwies, als Marie sie persönlich vor sich sah. Julie befand sich in einem Strudel von gesellschaftlichen Vergnügungen. Sie war als reiche Erbin von jungen Leuten umgeben, welche, wie sie glaubte, plötzlich ihre Vorzüge erkannt hatten. Sie befand sich in der Periode einer alternden Weltdame, die fühlt, dass die letzte Chance der Verheiratung gekommen sei und jetzt oder niemals ihr Schicksal sich entscheiden müsse. Fürstin Marie hatte in Moskau niemand, mit dem sie sprechen und dem sie ihren Kummer anvertrauen konnte und die Ursache zum Kummer hatte sich in dieser Zeit sehr vermehrt. Der Termin zur Rückkehr des Fürsten André und seiner Heirat kam heran, aber sein Auftrag, den Vater darauf vorzubereiten, konnte nicht ausgeführt werden und die Sache erschien im Gegenteil ganz hoffnungslos. Die Erwähnung der Gräfin Rostow brachte den alten Fürsten außer sich, welcher meist in böser Laune war. Zu ihrem Schrecken bemerkte Marie auch, wenn sie den kleinen Nikolai unterrichtete, dass sie die Reizbarkeit ihres Vaters geerbt hatte. Bei der geringsten Unaufmerksamkeit des Kleinen fuhr sie auf, geriet in Hitze, zog ihn zuweilen an der Hand und stellte ihn in die Ecke. Dann aber begann sie über sich selbst und ihre böse Natur zu weinen und der Kleine kam ohne Erlaubnis aus seiner Ecke heraus und begann sie zu trösten. Am meisten Kummer aber machte ihr die böse Laune ihres Vaters, die sich in letzter Zeit bis zur Grausamkeit steigerte und immer gegen die Tochter gerichtet war. Dazu kam in letzter Zeit noch ein neuer Zug, der Marie mehr als alles Übrige ängstigte, seine Annäherung an Mademoiselle Bourienne. Seine Drohung, sie zu heiraten, wenn Fürst André heirate, gefiel ihm augenscheinlich sehr. Einmal küsste der alte Fürst Mademoiselle Bourienne die Hand in Gegenwart von Marie. Dann zog er sie an sich und umarmte sie. Marie fuhr auf und lief aus dem Zimmer. Kurz darauf kam Mademoiselle Bourienne zu ihr und erzählte ihr lächelnd etwas mit ihrer angenehmen Stimme. Marie wischte hastig die Tränen ab, trat auf sie zu und schrie sie zornig an. Das ist niedrig, abscheulich, unmenschlich, die Schwachheit zu benutzen. Sie sprach nicht zu Ende. Hinaus aus meinem Zimmer, rief sie und brach in Tränen aus. Am anderen Tag sagte der Fürst seiner Tochter kein Wort, aber sie bemerkte, dass er beim Mittagessen die Speisen zuerst Mademoiselle Bourienne reichen ließ. Nach Tisch, als der Diener wie gewöhnlich wieder den Kaffee zuerst Marie reichte, geriet der Fürst plötzlich in Wut, schlug mit dem Krückstock nach Philipp und befahl sofort, ihn unter die Soldaten abzugeben. Man hört nicht. Zweimal hab ich's gesagt. Sie ist die Erste in diesem Haus. Sie ist meine beste Freundin, schrie der Fürst. Und wenn du dir erlaubst, noch einmal wie gestern frech zu werden gegen sie, so werde ich dir zeigen, wer Herr im Hause ist. Fort aus meinen Augen. Bitte sie um Verzeihung. Fürstin Marie bat Mademoiselle Bourienne und den Vater um Verzeihung für sich und den Diener, welcher um ihre Fürsprache gebeten hatte. Er ist alt und schwach und ich sollte ihn verurteilen, dachte sie mit Abscheu gegen sich selbst. Kapitel 113 Im Jahre 1811 lebte in Moskau ein französischer Arzt namens Metivier, der schnell in Mode kam und in der höchsten Gesellschaft nicht nur als Arzt, sondern auch als Gleichstehender empfangen wurde. Der alte Fürst, welcher die Medizin verlachte, hatte in letzter Zeit auf den Rat von Mademoiselle Bourienne diesen Arzt zu sich gerufen und sich an ihn gewöhnt. Metivier kam allwöchentlich ein oder zwei Mal zum Fürsten. Am Namenstag des Fürsten drängte sich ganz Moskau an der Einfahrt seines Hauses, aber er ließ niemand vor. Er übergab Marie ein Verzeichnis einiger weniger Personen, welche zu Tisch eingeladen werden sollten. Metivier kam am Morgen, um zu gratulieren. Der alte war sehr schlechter Laune und ging zänkisch im Hause umher. Fürstin Marie kannte diesen Zustand, welcher gewöhnlich mit einem Wutausbruch endigte, und erwartete, wie vor einem geladenen Gewehr mit gespanntem Hahn, den ganzen Morgen über den unvermeidlichen Schuss. Bis zur Ankunft des Doktors ging alles gut. Marie saß mit einem Buch im Salon, aus welchem sie hören konnte, was im Kabinett vorging. Anfangs hörte sie nur Metiviers Stimme, dann die ihres Vaters, und endlich sprachen beide zugleich. Die Tür wurde aufgerissen, und auf der Schwelle erschien Metivier und die Gestalt des Fürsten mit Nachtmütze und Schlafrock und von Wut verzerrtem Gesicht. Du verstehst nicht, schrie der Fürst, aber ich verstehe, französischer Spion, Kreatur von Bonaparte, Spion, hinaus aus meinem Hause, sage ich, und er schlug die Tür zu. Metivier zuckte mit den Achseln. Der Fürst ist nicht ganz wohl, Galle und Blutandrang nach dem Kopf. Beunruhigen Sie sich nicht, ich komme morgen wieder. Spion, Betrüger, überall Betrüger, im eigenen Hause hat man keine Minute Ruhe, schrie der Alte in seinem Zimmer. Nachdem Metivier gegangen war, rief der Alte Fürst seine Tochter zu sich und seine ganze Wut entlud sich über sie. Sie war an allem schuld. Er hatte ja gesagt, man solle niemand einlassen. Warum hatte sie diesen Schurken eingelassen? Ihretwegen habe er keinen Augenblick Ruhe und könne nicht ruhig sterben, sagte er. Nein, Mütterchen, mach, dass du fortkommst, schrie er. Ich kann es nicht mehr aushalten. Auf der Schwelle wandte er sich nochmals um, als ob er befürchtete, sie könne seine Worte nicht recht verstanden haben. Glaube nicht, dass ich dir das nur im Zorn gesagt habe. Ich bin ganz ruhig und habe alles überlegt. Mache, dass du fortkommst. Suche dir eine Stelle. Wenn doch irgendein Dummkopf käme und sie heiraten möchte. Er schlug die Tür zu, rief Mademoiselle Bourienne zu sich und dann wurde es still im Kabinett. Um zwei Uhr kamen die sechs erwählten Personen zu Tisch. Die Gäste waren der bekannte Graf Rostopchin, Fürst Lupuchin mit seinem Neffen, General Tshatrov, ein alter Kriegskamerad des Fürsten und von jungen Leuten Peter Besuchow und Boris Drubitzkoy. Boris war vor einigen Tagen auf Urlaub in Moskau angekommen, ließ sich dem Fürsten vorstellen und verstand es so sehr, seine Gunst zu erlangen, dass der Fürst eine Ausnahme machte, da er sonst niemals unverheiratete junge Leute einlud. Das Haus des Fürsten war nicht das, was man die Welt nannte, aber es war ein so kleiner Kreis, von welchem man in der Stadt fast nichts hörte, dass es umso schmeichelhafter war, daran Zutritt zu erhalten. Die kleine Gesellschaft sammelte sich vor Tisch in dem altmodischen, hohen Salon mit alten Möbeln und erwartete den Fürsten. Alle schwiegen oder sprachen flüsternd. Fürst Bolkonski erschien ernst und schweigsam und Fürstin Marie war noch schüchterner als gewöhnlich. Die Gäste wandten sich nur selten an sie, weil sie sahen, dass sie nicht zur Unterhaltung aufgelegt war. Fürst Rostopchin allein führte den Faden des Gesprächs. Er sprach von den letzten städtischen und politischen Neuigkeiten, das Gespräch verstummte keinen Augenblick. Nach dem Braten wurde Champagner gebracht, die Gäste erhoben sich und beglückwünschten den alten Fürsten. Auch Fürstin Marie trat zu ihm. Ein kalter, böser Blick aber sagte ihr, dass seine Stimmung gegen sie sich nicht gebessert habe. Als man in den Saal trat, zum Café, setzten sich die Alten zusammen. Fürst Bolkonski wurde lebhafter und äußerte seine Ansichten über den bevorstehenden Krieg und sagte, unsere Kriege mit Bonaparte werden so lange unglücklich sein, als wir Bündnisse mit den Deutschen suchen und uns in europäische Angelegenheiten einmischen, in die uns der Friede von Tilsit hineingezogen habe. Wir hätten weder für noch gegen Österreich Krieg zu führen. Unsere Politik liege nur im Osten. Und gegen Bonaparte haben wir nur nötig, unsere Grenzen zu besetzen und entschieden aufzutreten. Dann werde er niemals wagen, die russische Grenze zu überschreiten, wie im Jahre 1807. Wie sollten wir gegen die Franzosen kämpfen, unsere Lehrer und Abgötter, sagte Graf Rostopschin. Sehen Sie doch unsere Jugend und unsere Damenwelt an. Unsere Abgötter sind die Franzosen. Unser Himmelreich ist Paris. Er sprach sehr laut, um von allen gehört zu werden. Die Kostüme sind französisch, die Gedanken französisch, die Gefühle französisch. Den Metivier haben sie hinausgejagt, weil er ein Franzose und ein Schurke ist. Aber unsere Damen kriechen vor ihm. Gestern war ich in einer Gesellschaft, da waren unter fünf Damen drei katholische, welche mit Erlaubnis des Papstes auch sonntags sticken. Da sitzen sie halbnackt wie Aushängeschilder vor einer Badeanstalt, mit Erlaubnis zu sagen. Ach, wenn man unsere Jugend ansieht, Fürst, möchte man den alten Knüppel Peter des Großen aus der Kunstkammer nehmen und ein wenig russisch mit ihnen reden und ihnen die Narreheit austreiben. Alle schwiegen. Der alte Fürst blickte Rostopschin beifällig lächelnd an. Nun, leben Sie wohl, erlaucht, bleiben Sie gesund, sagte Rostopschin mit der ihm eigenen Bewegung. Lebe wohl, mein Täubchen, sagte der Alte und reichte ihm die Hand. Mit Rostopschin erhoben sich auch die anderen. Kapitel 114 Die Fürstin Marie saß im Salon und hörte dem Gespräch der Alten zu, ohne etwas davon zu verstehen. Sie dachte nur daran, ob die Gäste etwas vom Zorn ihres Vaters gegen sie bemerkten. Sie nahm auch nichts von der besonderen Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit wahr, welche ihr Boris widmete, der schon zum dritten Mal das Haus des Fürsten besuchte. Zerstreut und fragend blickte sie Peter an, der als letzter der Gäste mit dem Hute in der Hand lächelnd auf sie zutrat, als sie allein im Salon zurückgeblieben waren. Kann ich noch einen Augenblick bleiben, sagte er. Ach ja, erwiderte sie. Haben Sie nichts bemerkt, fragte ihr Blick. Peter ließ sich auf einen Stuhl nieder. Er befand sich in der heitersten Stimmung, wie immer nachtisch, und blickte lächelnd vor sich hin. Kennen Sie Drubitzkoy schon lange, fragte er. Nein, erst seit kurzem. Gefällt er Ihnen? Ja, er ist ein angenehmer junger Mensch. Warum fragen Sie mich das? Weil ich eine Beobachtung machte. Der junge Mensch reist gewöhnlich von Petersburg nach Moskau auf Urlaub, nur mit der Absicht, eine reiche Heirat zu machen. Diese Beobachtung haben Sie gemacht, fragte sie. Ja, fuhr Peter lachend fort. Wo eine reiche Erbin ist, da ist er auch. Jetzt ist er unschlüssig, auf wen er seinen Angriff richten soll. Auf sie oder auf Mademoiselle Julie Karagin. Er ist sehr aufmerksam gegen sie. Verkehrt er dort? Ja, sehr häufig. Und kennen Sie die neue Art, den Hof zu machen? sagte Peter mit vergnügtem Lächeln. Nein, erwiderte Marie teilnahmslos. Um den moskauischen Mädchen zu gefallen, muss man jetzt melancholisch sein. Er ist sehr melancholisch bei ihr. Ja, wirklich, fragte Marie, immer mit dem Gedanken an ihren Kummer beschäftigt. Es würde mir leichter werden, dachte sie, wenn ich jemandem anvertrauen könnte, was ich fühle. Und Besuch auf könnte ich alles sagen. Er ist so gutmütig und ehrlich. Es würde mir leichter werden und er könnte mir vielleicht raten. Würden Sie ihn heiraten? fragte Peter. Ach, mein Gott, es gibt Augenblicke, wo ich jeden heiraten würde, rief Fürstin Marie mit Tränen voller Stimme. Ach, wie schwer ist es, einen Nahestehenden zu lieben und doch zu fühlen, dass man nichts für ihn tun kann und dass man das nicht ändern kann. Dann bleibt nichts übrig, als fortzugehen. Aber wohin sollte ich gehen? Was ist Ihnen, Fürstin? Ich weiß nicht, was mir heute ist, sagte sie weinend. Hören Sie nicht auf mich. Vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Alle Heiterkeit Peters war verschwunden. Teilnehmend bat er sie, ihm ihren Kummer anzuvertrauen. Aber sie bat ihn nur wiederholt, alles zu vergessen, was sie gesagt habe. Sie habe keinen Kummer außerdem, dass die Heirat ihres Bruders Vater und Sohn entzweien werde. Ich habe gehört, Rostovs werden bald hier sein. Auch André erwarte ich jeden Tag. Ich wünschte, dass sie sich hier sehen würden. Wie sieht der alte Fürst die Sache jetzt an? fragte Peter. Marie wiegte den Kopf. Was ist zu machen? In wenigen Monaten ist das Jahr abgelaufen. Ich wünschte, ich könnte meinem Bruder die ersten Augenblicke ersparen. Möchten Sie doch bald kommen. Kennen Sie sie schon lange? fragte Marie. Sagen Sie mir die volle Wahrheit, sagte sie, die Hand aufs Herz legend. Was ist sie für ein Mädchen? Aber die ganze Wahrheit, denn Sie wissen, André riskiert so viel, indem er dies gegen den Willen des Vaters tut, dass ich wissen möchte, ein unbestimmtes Gefühl, sagte Peter, dass in diesen Fragen und Bitten, die ganze Wahrheit zu sagen, sich Abneigung gegen Nathalie verberge und dass sie von ihm erwarte, er werde die Wahl ihres Bruders nicht gutheißen. Aber Peter sprach, wie er fühlte. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, erwiderte er errötend, ohne zu wissen, warum. Ich weiß entschieden nicht, was sie für ein Mädchen ist und kann sie nicht analysieren. Sie ist bezaubernd, aber warum, das weiß ich nicht. Und das ist alles, was ich von ihr sagen kann. Fürstin Marie seufzte und ihre Miene sagte, ja, das habe ich erwartet und befürchtet. Peter dachte nach. Ich glaube nicht, sagte er, oder eigentlich doch. Sie hält nichts darauf, für klug zu gelten. Doch nein, sie ist verführerisch und weiter nichts. Marie wiegte bedenklich wieder den Kopf. Ach, ich wünschte so sehr, sie lieben zu können. Sagen sie ihr das, wenn sie sie früher sehen als ich. Ich hörte, sie werden in einigen Tagen hier sein, erwiderte Peter. Marie teilte ihm ihren Plan mit, wie sie sich, sobald Rostoffs ankommen, ihrer zukünftigen Schwägerin nähern und sich bemühen wolle, den alten Fürsten an sie zu gewöhnen. Kapitel 115 Die Heirat mit einer reichen Erbin in Petersburg war Boris nicht gelungen und deshalb kam er in derselben Absicht nach Moskau. Hier schwankte er zwischen den beiden reichsten Mädchen, Julie Karagin und Fürstin Marie. Obgleich die Fürstin Marie, ungeachtet ihres unschönen Äußeren, ihm angenehmer erschien als Julie, vermochte er doch nicht, ihr den Hof zu machen. Bei seinem letzten Besuch am Namenstag des alten Fürsten waren alle seine Bemühungen, von Gefühlen mit ihr zu sprechen, vergeblich gewesen. Sie hatte augenscheinlich nicht gehört, was er sagte. Julie dagegen nahm seine Aufmerksamkeiten gern an. Sie war 27 Jahre alt und sehr reich. Jetzt war sie vollkommen hässlich geworden, hielt sich aber nicht nur für schöner, sondern sogar für verführerischer, als sie früher war. In diesem Irrtum wurde sie dadurch bestärkt, dass sie erstens sehr reich geworden war und zweitens dadurch, dass sie mit dem zunehmenden Alter ungefährlicher für die Männer wurde und diese sich unbefangen mit ihr unterhielten und ohne irgendeine Verpflichtung zu übernehmen ihre Diners und Abendgesellschaften besuchen konnten. Mancher, welcher vor zehn Jahren sich gescheut hätte, jeden Tag ein Haus zu besuchen, in dem ein 17-jähriges Mädchen wohnte, um sie nicht zu kompromittieren und sich zu binden, kam jetzt unbefangen jeden Tag. Eines der angenehmsten und gastfreundlichsten Häuser Moskaus war in diesem Winter das Haus Karagin. Außer zu den Gala-Diners und Gesellschaften sammelte sich auch jeden Tag hier eine große Gesellschaft, besonders von Herren, welche um zwölf Uhr nachts speisten und bis drei Uhr sitzen blieben. Julie versäumte keinen Ball, kein Theater, ihre Toiletten waren immer die modernsten. Aber dennoch schien sie blasiert, sagte jedem sie glaube weder an Freundschaft noch an Liebe noch an irgendwelche Lebensfreude und erwarte Ruhe nur dort. Sie nahm den Ton eines Mädchens an, dass große Enttäuschungen erfahren, dass vielleicht einen Geliebten betrauerte oder grausam von ihm betrogen worden war. Obgleich nichts der Art ihr zugestoßen war, glaubte sie doch selbst schon viel im Leben erduldet zu haben. Diese Melancholie, die sie nicht abhielt, zuweilen sehr heiter zu werden, war auch für die jungen Leute, welche das Haus besuchten, kein Hindernis, die Zeit angenehm zuzubringen. Jeder Gast erfüllte seine Pflicht gegen die melancholische Stimmung der Dame und überließ sich dann weltlichen Gesprächen, dem Tanze und geistreichen Spielen. Einige junge Leute, worunter auch Boris, vertieften sich mehr in den melancholischen Gemütszustand von Julie und diesen öffnete sie nach längeren Gesprächen über die Eitelkeit alles Irdischen ihr Album, das mit trübsinnigen Gedanken und Gedichten gefüllt war. Julie war besonders freundlich gegen Boris, beklagte seine frühzeitigen Enttäuschungen im Leben und bot ihm jene Tröstung der Freundschaft, die sie ihm bieten konnte, nachdem sie selbst im Leben so viel erlitten hatte, und öffnete ihm ihr Album. Boris zeichnete darin zwei Bäume und schrieb darunter, ländliche Bäume, eure düsteren Zweige überschatten mich mit Finsternis und Melancholie. Auf einer anderen Stelle zeichnete er ein Grab und schrieb darunter, »Der Tod ist erlösend, der Tod ist still. Ach, gegen die Schmerzen gibt es kein anderes Asyl.« Julie sagte, das sei entzückend. »Es liegt etwas unendlich Verführerisches im Lächeln der Melancholie«, sagte sie zu Boris. Sie hatte diese Stelle Wort für Wort in seinem Buch gelesen. Darauf schrieb Boris, »Giftige Nahrung für eine empfindsame Seele. Du, ohne die für mich das Glück unmöglich wäre, zarte Melancholie, komm und tröste mich, gebiete dem Sturm in meiner düstern Einsamkeit und mische eine geheime Süßigkeit mit dieser Tränenflüssigkeit.« Julie spielte Boris auf der Hafe einige melancholische Noturnen vor. Boris las ihr vor, häufig unterbrochen von empfindsamer Aufregung. In größerer Gesellschaft sahen Boris und Julie einander an, wie die einzigen Menschen in der gleichgültigen Welt, welche einander begriffen. Anna Michalowna war oft bei Karagins und spielte Karten mit der Mutter, wobei sie es verstand, sich darüber zu versichern, dass Julie als Mitgift die beiden Güter bei Penza und den Wald im Nizhni-Novogorodschen Gouvernement erhalte. Mit Ergebung in den Willen der Vorsehung war sie gerührt über die tiefe Schwermut, welche ihren Sohn mit der reichen Julie verbannt. »Unsere Julie ist immer so entzückend und melancholisch«, sagte sie zur Tochter. Boris sagt, er atme wieder frei auf in ihrem Hause. Er hat so viel Enttäuschung erlebt und ist so gefühlvoll, sagte sie zur Mutter. »Ach, mein Lieber, wie intim ich mit dieser Julie das letzte Mal geworden bin«, sagte sie zu ihrem Sohn. »Ich kann es dir nicht beschreiben. Wie wäre es möglich, sie nicht zu lieben? Sie ist so ein überirdisches Wesen.« »Ach, Boris, Boris«, sie schwieg einen Augenblick. »Und wie mir ihre Mutter leid tut«, fuhr sie fort. »Heute zeigte sie mir Abrechnungen und Briefe aus Penza. Sie hat ein ungeheures Vermögen, aber die Arme weiß sich nicht zu helfen. Sie wird so viel betrogen.« Boris lächelte mit Verständnis über die naive Schlauheit der Mutter, fragte aber zuweilen aufmerksam nach den Gütern und Wäldern. Julie erwartete schon lange einen Antrag von ihrem melancholischen Verehrer und war bereit, ihn anzunehmen. Aber ein geheimer Abscheu vor ihr, vor ihrem leidenschaftlichen Wunsch zu heiraten und ihrem gezierten Wesen, hielt Boris zurück. Sein Urlaub war dem Ablauf nahe. Ganze Tage brachte er bei Karagins zu und sagte sich jeden Tag, »Morgen werde er einen Antrag machen.« Aber wenn er ihr rotes Gesicht, ihr fast immer gepudertes Kinn, ihre wässrigen Augen sah und ihre Miene beobachtete, welche stetige Bereitwilligkeit ausdrückte, von tiefster Melancholie sogleich zu dem Entzücken ehelichen Glücks überzugehen, vermochte Boris nicht, die entscheidenden Worte auszusprechen. Obgleich er schon lange sich für den Besitzer der Güter und Wälder ansah und über die Verwendung ihrer Einkünfte in seiner Fantasie Bestimmungen getroffen hatte. Julie sah seine Unentschlossenheit und zuweilen kam ihr der Gedanke, sie sei ihm widerlich. Sogleich aber beruhigte sie ihre weibliche Selbstgefälligkeit und sie sagte sich, er sei nur aus Liebe blöde. Ihre Melancholie aber begann in Reizbarkeit überzugehen und nicht lange vor Boris' Abreise fasste sie einen entscheidenden Plan. Als der Urlaub Boris zu Ende ging, erschien in Moskau und natürlich auch bei Karagin Anatolkuragin. Julie gab plötzlich ihre Melancholie auf und wurde sehr heiter und aufmerksam gegen Karagin. Mein Lieber, sagte Anna Mikhailovna zu ihrem Sohn, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Fürst Vassil seinen Sohn hierher gesandt hat, um Julie zu heiraten. Ich liebe Julie so sehr, dass sie mir leidtun würde. Wie denkst du, mein Lieber, fragte sie. Der Gedanke, mit langer Nase abzuziehen und diesen ganzen Monat umsonst mit schwerem Dienst bei Julie verloren zu haben und dazu noch alle Einkünfte aus Gütern und Wäldern in die Hände eines anderen übergehend zu sehen, besonders in die Hände dieses einfältigen Anatol, war Boris sehr schmerzlich. Er fuhr zu Karagins mit dem festen Entschluss, einen Antrag zu machen. Julie kam ihm heiter und unbefangen entgegen und fragte, wann er reisen werde. Obgleich Boris mit der Absicht gekommen war, von seiner Liebe zu sprechen und zärtlich zu sein, begann er in zänkischem Tone über die weibliche Unbeständigkeit zu reden und wie leicht die Damen von Kummer zur Freude übergehen und dass ihre Gemütsstimmung nur davon abhänge, wer ihnen den Hof mache. Julie war beleidigt und sagte, das sei wahr, die Damen verlangten Mannigfaltigkeit, immer ein und dasselbe sei ihnen langweilig. Dann würde ich ihnen raten, begann Boris in der Absicht, ihr eine Bosheit zu sagen, aber sogleich erinnerte er sich daran, dass er Moskau vielleicht mit leeren Händen verlassen müsse und unterbrach sich. Er schlug die Augen nieder, um nicht ihr unangenehmes, zänkisches Gesicht zu sehen und sagte, ich kam nicht zu ihnen, um mit ihnen zu streiten, im Gegenteil. Er blickte sie an, um sich zu überzeugen, ob er fortfahren könne. Alle Verdrießlichkeit verschwand plötzlich aus ihrer Miene und ihre unruhigen, fragenden Blicke waren mit gieriger Erwartung auf ihn gerichtet. Ich kann es ja immer so einrichten, dass ich sie selten zu sehen brauche, dachte Boris. Die Sache ist einmal angefangen und muss nun ausgeführt werden. Sie kennen meine Gefühle für sie, sagte er tief errötend und schlug die Augen auf. Mehr war nicht nötig. Julies Gesicht strahlte triumphierend, aber sie wollte Boris nötigen, ihr alles zu sagen, was man in solchen Fällen sagt, dass er sie liebe und noch nie ein Weib mehr als sie geliebt habe. Sie wusste, dass sie für ihre Güter bei Penzer und für den Wald bei Nischnilnovgorod das wohl verlangen konnte und ihr Verlangen wurde befriedigt. Braut und Bräutigam, welche nicht mehr an die Bäume dachten, die sie mit Finsternis und Melancholie überschütteten, machten Pläne für die zukünftige Unterhaltung eines glänzenden Hauses in Petersburg, machten Besuche und bereiteten alles für eine glänzende Hochzeit vor. Graf Rostov kam Ende Januar mit Nathalie und Sonja in Moskau an. Das Rostovsche Haus in Moskau war nicht vorbereitet. Außerdem waren sie nur auf kurze Zeit gekommen und deshalb beschloss der Graf, in Moskau die Gastfreundschaft von Maria Dimitrevna Akrosimov anzunehmen, die sie ihm schon lange angeboten hatte. Maria Dimitrevna war eine rüstige, energische Frau, welche ein Gut ganz in der Nähe von Otradno besaß und dort den Sommer zubrachte, im Winter aber in Moskau lebte. Spät am Abend kamen die vier Fahrzeuge Rostovs vor dem Hause von Maria Dimitrevna vorgefahren. Sie wohnte allein, ihre Tochter hatte sich schon verheiratet und ihre Söhne waren im Dienst. Ihre Haltung war noch immer so gerade und sie sprach ebenso gerade, laut und entschieden ihre Meinung aus wie früher. Am frühen Morgen widmete sie sich in ihrer Pelzjacke den Wirtschaftsangelegenheiten, dann fuhr sie an Feiertagen zur Messe und von der Messe in die Gefängnisse, wo sie Angelegenheiten hatte, von denen sie mit niemand sprach. Werktags aber nach dem Ankleiden empfing sie zu Hause Bittstelle aller Art, deren sich jeden Tag eine Anzahl bei ihr einfanden und dann speiste sie. Bei Tische waren immer drei oder vier Gäste zugegen. Nach Tische spielte sie eine Partie Boston und abends ließ sie sich Zeitungen und neue Bücher vorlesen, während sie strickte. Sie fuhr selten aus und dann nur, um Besuche bei sehr vornehmen Personen in der Stadt zu machen. Sie hatte sich noch nicht niedergelegt, als Rostovs ankam. Mit der Brille auf der Nase und zurückgeworfenem Kopf stand sie in der Tür des Saales und blickte die Eintretenden mit strenger Miene an. Man konnte glauben, dass sie über die Ankunft der Gäste entrüstet sei. Die gräflichen Koffer? Hierher damit, sagte sie, ohne jemanden zu begrüßen. Der Koffer des Fräuleins hier nach links. Nun, was rennst du da umher? schrie sie eines der Mädchen an. Man soll den Samovar anzünden. Nun, fett und hübsch geworden, sagte sie, indem sie die vom Frost gerötete Nathalie an sich zog. Pfui, wie kalt! Nun lege ab, rief sie dem Grafen zu, der ihre Hand küssen wollte. Du wirst erfrieren. Bringt Rum zum Tee. Sonja, bonjour, sagte sie mit herablassender Freundlichkeit. Als sie alle am Teetisch saßen, küßte Maria Dimitrevna sie der Reihe nach ab. Ich bin von Herzen erfreut, dass ihr gekommen seid und bei mir wohnt, sagte sie. Es war schon lange Zeit dazu. Der Alte ist hier und man erwartet seinen Sohn von Tag zu Tag. Man muss mit ihm Bekanntschaft machen. Nun, davon sprechen wir später. Aber jetzt höre, sagte sie zum Grafen, was hast du morgen vor? Wen wirst du besuchen? Schin-Schin, damit bog sie einen Finger. Die weinerliche Drubitzkoll? Nun, das sind zwei. Sie wohnt hier mit ihrem Sohn. Er soll heiraten. Dann Besuchow, nicht wahr, ist auch hier mit seiner Frau. Er ist ihr davongelaufen, aber sie ist ihm nachgaloppiert. Mittwoch hat er bei mir gespeist. Nun, und diese da, sie deutete auf die Mädchen, führe ich morgen zur Kirche und dann fahren wir zur Oberschelm. Es wird natürlich alles neu angeschafft. Neulich war die junge Fürstin Irena Vassiljevner bei mir. Merkwürdig anzusehen, als hätte sie zwei Fässchen über die Arme gezogen. Jeden Tag gibt's eine neue Mode. Nun, und was hast du selbst hier vor? fragte sie mit strenger Miene den Grafen. Es hat sich sehr eilig gemacht, erwiderte Rostov. Da ist ein Käufer für mein Gut bei Moskau und für mein Haus. Wenn es ihnen recht ist, so werde ich auf einen Tag nach Marinskoje fahren und lasse ihnen so lange das Mädchenvolk auf dem Halse. Gut, gut, ich werde sie schon behüten. Bei mir sind sie sicher wie auf einem Vormundschaftsgerichte. Am anderen Morgen führte Maria Dimitrevna die Mädchen nach der Kirche und dann zu Madame Oberschelm, welche Maria Dimitrevna so fürchtete, dass sie ihr alles zum niedrigsten Preise überließ, um sie nur schnell loszuwerden. Maria Dimitrevna bestellte fast die ganze Aussteuer. Zu Hause angekommen, jagte sie alle außer Nathalie aus dem Zimmer und rief ihren Liebling an ihren Stuhl. Nun, jetzt wollen wir sprechen. Ich gratuliere dir zu deinem Bräutigam. Hast einen feinen Jungen gefangen. Ich freue mich für dich. Ich kenne ihn von Jugend auf. Nathalie errötete freudig. Aber nun höre. Du weißt, der Alte will nicht haben, dass sein Sohn heiratet. Ein kluger Mensch. Natürlich ist Fürst André kein Kind und könnte ohne seine Einwilligung auskommen. Aber es ist nicht gut für dich, gegen seinen Willen in die Familie einzutreten. Das muss alles in Frieden und Liebe geschehen. Du bist ein kluges Mädchen und verstehst dich zu benehmen, wie es sein muss. Also sei klug und gutherzig. Dann wird auch alles gut werden. Nathalie schwieg, wie Maria Dimitrevna glaubte, aus Schüchternheit. In Wirklichkeit aber war Nathalie verdrießlich über diese Einmischung in ihre Liebesaffäre, welche ihr als eine von allen menschlichen Angelegenheiten so verschiedene Sache erschien, dass nach ihrer Meinung niemand sie begreifen könne. Sie liebte und kannte nur den Fürsten André. Er liebte sie und musste in einigen Tagen ankommen und sie zu sich nehmen. Mehr wollte sie nicht. Siehst du, ich kenne ihn schon lange und auch Marie, deine Schwägerin. Diese kränkt keine Fliege. Sie hat mich gebeten, sie mit dir bekannt zu machen. Morgen gehst du mit deinem Vater zu ihr und da suche, dich beliebt zu machen. Du bist jünger als sie. Wenn dein Bräutigam ankommt, so bist du mit seiner Schwester und seinem Vater schon bekannt und sie werden dich schon lieben, nicht wahr? Ist das nicht das Beste? Ja, erwiderte Nathalie mit Widerstreben. Kapitel 117 Am anderen Tag fuhr Graf Rostov mit Nathalie auf den Rat von Marie Dimitrevna zum Fürsten Nikolai. Der Graf hatte diesen Besuch in gedrückter Stimmung unternommen. Nathalie dagegen, welche ihr bestes Kleid angelegt hatte, befand sich in heiterster Gemütsverfassung. Es ist nicht möglich, dass sie mich nicht lieben, dachte sie. Immer haben mich alle geliebt und ich bin so bereit, für sie alles zu tun, was sie wünschen, dass sie mich lieben müssen. Sie fuhren vor dem alten, düstern Hause Bolkonskis vor und traten in den Flur. Aber Nathalie bemerkte, dass ihr Vater ängstlich wurde und schüchtern mit leiser Stimme fragte, ob der Fürst zu Hause sei. Nach der Anmeldung ihrer Ankunft entstand einige Verwirrung unter der Dienerschaft. Ein Diener, welcher davon eilte, um sie anzumelden, wurde von einem anderen im Saal angehalten und sie flüsterten zusammen. Eine Kammerzofe kam herbeigelaufen und sagte eilig auch etwas, wobei sie den Namen der Fürstin Marie nannte. Endlich trat ein alter Diener mit verdrießlichem Gesicht ein und meldete, der Fürst könne niemand empfangen, aber die Fürstin lasse sie zu sich bitten. Zur Begrüßung der Gäste erschien zuerst Mademoiselle Bourienne. Sie empfing mit besonderer Höflichkeit Vater und Tochter und begleitete sie zur Fürstin. Marie kam mit aufgeregtem, erschrecktem und gerötetem Gesicht den Gästen schwerfällig entgegen und bemühte sich vergebens unbefangen und erfreut zu scheinen. Nathalie gefiel ihr vom ersten Blick an nicht, sie schien ihr zu eitel und zu leichtfertig fröhlich. Marie wusste selbst nicht, dass sie zuvor schon gegen ihre zukünftige Schwägerin eingenommen war, aus unwillkürlichem Neid auf ihre Schönheit, ihre Jugend und ihr Glück und auf die Liebe ihres Bruders. Als die Ankunft der Gäste gemeldet wurde, hatte der Alte geschrien, man solle ihnen Ruhe lassen. Fürstin Marie könne sie empfangen, wenn sie wolle. Marie ging Rostovs entgegen, befürchtete aber in jedem Augenblick, dass der Fürst irgendeinen Ausfall machen könne, da er durch die Ankunft Rostovs sehr aufgeregt zu sein schien. Hier habe ich ihnen meine Kleine gebracht, sagte der Graf mit einem Kratzfuß und blickte sich beständig unruhig um, als ob er fürchtete, dass der Alte Fürst kommen könnte. Schade, schade, dass der Fürst nicht gesund ist. Nach einigen weiteren allgemeinen Phrasen stand er auf. Wenn Sie erlauben, Fürstin, so lasse ich Ihnen auf eine Viertelstunde meine Nathalie auf dem Hals. Ich habe nur eine kleine Fahrt zu machen, bis zum Hundeplatz zu Anna Semyonowna, dann kehre ich zurück, um sie abzuholen. Der Graf hatte diesen schlauen, diplomatischen Zug erdacht, um den beiden zukünftigen Schwägerinnen Zeit zu lassen, miteinander bekannt zu werden und dann auch deshalb, um die Möglichkeit einer Begegnung mit dem Fürsten zu vermeiden, welchen er sehr fürchtete. Er sagte dies nicht seiner Tochter, aber Nathalie erriet die Ursache seiner Unruhe mit Missfallen. Sie errötete für ihren Vater, war dann aber wieder darüber ärgerlich, dass sie errötete und blickte Fürstin Marie mit herausfordernden Blicken an, welche sagten, sie fürchte niemand. Fürstin Marie sagte dem Grafen, sie sei sehr erfreut und bitte ihn sehr, recht lange bei Anna Semyonowna zu bleiben. Dann fuhr der Graf ab. Ungeachtet der sprechenden Blicke Maries, welche mit Nathalie allein zu bleiben wünschte, verließ Mademoiselle Bourienne nicht das Zimmer und führte das Gespräch über Moskauer Vergnügungen und Theater. Nathalie fühlte sich verletzt durch die Störung, durch die Ängstlichkeit ihres Vaters und durch den gezwungenen Ton der Fürstin Marie, welcher ihr eine Gnade zu erweisen schien damit, dass sie sie empfangen hatte. Darum war ihr alles unangenehm. Die Fürstin Marie gefiel ihr nicht. Sie erschien ihr sehr hässlich, affektiert und mürrisch. Unwillkürlich nahm Nathalie jenen nachlässigen Ton an, der die Fürstin Marie noch mehr abstieß. Nach fünf Minuten peinlichen, gezwungenen Gesprächs hörte man rasche Schritte in Pantoffeln näher kommen. Maries Gesicht drückte Schrecken aus. Die Tür wurde geöffnet und der Fürst kam herein in weißer Schlafmütze und Schlafrock. Ach, mein Fräulein, sagte er, mein Fräulein, Gräfin Rostov, wenn ich nicht irre, bitte um Entschuldigung. Ich wusste nicht, mein Fräulein. Gott sieht es, ich wusste es nicht, dass sie uns mit ihrem Besuch beehren. Ich kam nur zu meiner Tochter in diesem Kostüm. Bitte um Entschuldigung. Gott sieht es, ich wusste es nicht, wiederholte er so ungezwungen und so unangenehm, dass Fürstin Marie aufstand, die Augen niederschlug und weder ihren Vater noch Nathalie anzusehen wagte. Nathalie stand auf und setzte sich wieder. Auch sie wusste nicht, was sie tun sollte. Nur Mademoiselle Burien lachte vergnügt. Bitte um Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Gott sieht es, ich wusste es nicht, murmelte der Alte. Dann blickte er Nathalie vom Kopf bis zu Füßen an und verließ das Zimmer. Nathalie und die Fürstin Marie sahen einander schweigend an und je länger sie schwiegen, desto missfälliger wurden ihre Ansichten übereinander. Als der Graf zurückkehrte, war Nathalie mehr darüber erfreut, als die Höflichkeit zuließ und drängte zur Abfahrt. Sie verabscheute in diesem Augenblick diese alte, trockene Fürstin, welche sie durch ihr Schweigen in eine so unangenehme Lage brachte und während einer halben Stunde nichts vom Fürsten André sprach. Ich konnte doch nicht zuerst von ihm sprechen in Gegenwart dieser Französin, dachte Nathalie. Währenddessen quälte sich Marie mit denselben Gedanken. Sie wusste, was sie Nathalie hätte sagen sollen, aber sie vermochte es nicht, weil Mademoiselle Burien sie daran hinderte und dann auch deshalb nicht, weil sie selbst nicht wusste, weshalb das Gespräch über die Heirat ihr so peinlich war. Als der Fürst das Zimmer verlassen hatte, ging Marie mit raschen Schritten auf Nathalie zu, ergriff ihre Hand und sagte mit einem schweren Seufzer, Warten Sie, ich muss. Nathalie blickte die Fürstin Marie spöttisch an. Liebe Nathalie, sagte Marie, Sie müssen wissen, dass ich erfreut darüber bin, dass mein Bruder sein Glück gefunden hat. Sie unterbrach sich, da sie fühlte, dass sie die Unwahrheit sprach. Nathalie bemerkte ihr Zögern und erriet die Veranlassung desselben. Ich glaube, Fürstin, es ist jetzt nicht passend, darüber zu sprechen, sagte Nathalie mit äußerlicher Würde und Kälte und mit Tränen in den Augen. Was ich gesagt habe, das habe ich gesagt, dachte sie, sobald sie das Zimmer verlassen hatte. Lange wurde Nathalie an diesen Tagen bei Tisch erwartet. Sie saß in ihrem Zimmer, weinte und schluchzte wie ein Kind. Sonja stand neben ihr und küßte sie auf die Haare. Nathalie, was ist dir, fragte sie. Was kümmerst du dich um sie? Das geht alles vorüber, Nathalie. Nein, wenn du wüsstest, wie beleidigend das war, als ob ich... Sprich nicht davon, Nathalie. Du hast dir ja nichts vorzuwerfen, also was kümmerst du dich darum? Nathalie kam mit geröteten Augen zu Tisch. Marie Dimitrevna wusste schon, wie der Fürst Rostovs empfangen hatte, tat aber, als ob sie das verstörte Gesicht Nathalies nicht bemerkte und scherzte laut mit dem Grafen und anderen Gästen. Kapitel 118 An diesem Abend fuhren Rostovs zur Oper. Nathalie fuhr ungern dahin. Mein Gott, wenn er doch hier wäre, wie würde ich ihn umarmen, nicht so wie früher mit solcher einfältigen Schüchternheit und mich an ihn schmiegen, dachte sie, während sie nach dem Theater fuhren und blickte träumerisch in den trüben Schein der Straßenlaternen. Eilig sprangen Nathalie und Sonja vor dem Theater heraus und zogen die Kleider zurecht. Dann stieg auch der Graf aus, unterstützt von den Dienern und zwischen Damen und Herren und Zettelverkäufern hindurch gingen sie in den Logengang. Durch die geschlossenen Türen hörte man schon Musik, der Logendiener öffnete dienstfertig die Loge. Laut ertönte die Musik, die Logenreihen, die entblößten Schultern und Arme der Damen erglänzten in heller Beleuchtung. Das geräuschvolle Parterre war mit glänzenden Uniformen angefüllt. Eine Dame, welche in die Nebenloge trat, musterte Nathalie mit forschendem Blick. Der Vorhang war noch nicht aufgezogen, man spielte noch die Overtüre. Nathalie trat mit Sonja ein, setzte sich und überblickte die erleuchteten Logen gegenüber. Das lange nicht empfundene Gefühl, das hunderte von Augen ihrer entblößten Schultern und ihren Hals betrachteten, befiel sie plötzlich angenehm und unangenehm und ein ganzer Schwarm von Erinnerungen, Wünschen und Aufregung, welche diesem Gefühl entsprachen, erwachte. Die zwei bemerkenswert hübschen Mädchen Nathalie und Sonja und der alte Graf, den man lange in Moskau nicht gesehen hatte, zogen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Die Verlobung Nathalies mit dem Fürsten André war allein in unbestimmter Weise bekannt geworden und man betrachtete neugierig die Braut, welche eine der besten Partien Russlands machte. Nathalie war auf dem Lande noch hübscher geworden, wie ihr alle sagten, und wurde besonders an diesem Abend durch die Aufregung noch verschönert. Ihre schwarzen Augen blickten teilnahmslos in die Menge. Himmel, Michal Kirilitsch ist noch dicker geworden, sagte der alte Graf. Sieh doch, da ist auch unsere Anna Michalowna und Frau Karagin mit Julie und Boris. Man sieht leicht, dass sie Braut und Bräutigam sind. Drubitzkeu hat angehalten, denken Sie sich. Heute habe ich es erfahren, sagte Shinshin, der zu Rostovs in die Loge trat. Nathalie sah nach derselben Richtung wie ihr Vater und erblickte Julie, welche mit strahlendem Gesicht neben ihrer Mutter saß, mit einer Perlenschnur um den dicken, roten Hals, der stark gepudert war, wie Nathalie wusste. Hinter ihnen stand lächelnd Boris und beugte sich horchend zu Julie herab. Er blickte nach Rostovs und sagte einige Worte zu seiner Braut. Sie sprechen von uns, von mir mit ihm, dachte Nathalie. Wahrscheinlich will er die Eifersucht seiner Braut auf mich beruhigen. Das ist überflüssig, wenn sie nur wüssten, wie wenig mir an ihnen allen gelegen ist. Hinter ihnen saß mit Gott ergebener Miene die Fürstin Drubitz-Koi. Nathalie wandte sich ab und plötzlich erinnerte sie sich wieder an alles, was erniedrigend in ihrem Morgenbesuch war. Wie darf er mir die Aufnahme in seine Verwandtschaft verweigern? Ach, ich will nicht daran denken, bis er kommt, dachte sie und musterte die bekannten und unbekannten Gesichter im Parterre. In einer der ersten Reihen in der Mitte, mit dem Rücken an die Rampe gelehnt, stand Dolochow in persischem Kostüm. Obgleich er wusste, dass die Aufmerksamkeit des ganzen Theaters auf ihm gerichtet war, stand er so unbefangen da wie in seinem Zimmer. In seiner Nähe drängte sich die glänzende Jugend Moskaus. Lachend stieß der Graf die errötende Sonja an und machte sie auf ihren früheren Verehrer aufmerksam. Hast du ihn erkannt? fragte er sie. Wo ist er nun wieder hergekommen? fragte er Shin-Shin. Er war doch eine Zeit lang verschwunden. Ja, entwiderte Shin-Shin. Er war im Kaukasus. Dort lief er davon und man sagt, er sei Minister eines regierenden Fürsten in Persien gewesen. Dann habe er den Bruder des Schahs getötet. Und jetzt sind unsere Moskauer Damen ganz vernarrt in ihm. Dolochow der Perser, sonst hört man nichts. Man verehrt ihn, man ruft nach ihm wie nach Sterlet, sagte Shin-Shin. Dolochow und dieser Anatoly Kuragin haben allen unseren Damen den Kopf verdreht. In die Nebenloge trat eine hochgewachsene, schöne Dame mit einem großen Zopf und sehr tief ausgeschnittenem Kleid, welches ihre vollen Schultern und den weißen Hals sehen ließ, der von einer doppelten Perlenschnur umgeben war. Sie setzte sich mit geräuschvoller Umständlichkeit nieder unter dem Rauschen ihres schweren, seidenen Kleides. Unwillkürlich bewunderte Nathalie die Schönheit dieser Schultern und Perlen. Die Dame wandte sich um und als sie den Blicken des alten Grafen begegnete, nickte sie ihm lächelnd zu. Das war die Gräfin Besuchow, Peters Frau. Der alte Graf, welcher alle Welt kannte, redete sie sogleich an. Sind Sie schon lange hier, Gräfin? fragte er. Ich werde kommen und ihr Händchen küssen. Ich bin in Geschäften hierher gekommen und habe meine Mädchen mitgebracht. Die Semenov spielt unvergleichlich, schwatzte der alte Graf. Graf Peter hat uns nicht vergessen. Ist er hier? Ja, er wollte auch kommen, erwiderte Helene und blickte Nathalie forschend an. Der alte Graf setzte sich wieder auf seinen Platz. Hübsch, nicht wahr? flüsterte er Nathalie zu. Wunderbar, erwiderte Nathalie. Man könnte sich in sie verlieben. Die Overtüre ging zu Ende. Der Vorhang erhob sich, in den Logen und im Parterre wurde es still und alle die alten und jungen Herren in Uniformen und Frecken, alle die Damen mit Brillanten auf dem nackten Körper, blickten gespannt nach der Bühne. Kapitel 119 Auf der Bühne waren in der Mitte ebene Bretter, auf den Seiten standen gemalte Bilder, welche Bäume vorstellten. Im Hintergrund erstreckte sich Leinewand bis auf die Bretter herab. In der Mitte der Szene saßen Mädchen in roten Taillen und weißen Röcken. Die eine davon, eine sehr dicke Dame in weißem Seidenkleid, saß beiseite auf einem niedrigen Schemel. Alle sangen etwas. Als sie ihr Lied beendigt hatten, trat das Mädchen im weißen Kleid bis an den Souffleurkasten vor und ein Mann in seidenen, straff gespannten Beinkleidern auf den dicken Beinen trat mit einer Feder und einem Dolch auf sie zu, sang etwas und machte Gebärden mit den Armen dazu. Der Mann mit den straff gespannten Beinkleidern sang allein, dann sang sie, darauf schwiegen beide. Die Musik spielte weiter und der Mann erfasste die Hand des Mädchens im weißen Kleid und man sah, wie er auf den Takt wartete, um seine Partie mit ihr gleich zu beginnen. Sie sangen zu zweien und alles im Theater begann zu klatschen und zu schreien, worauf der Mann und das Mädchen auf der Szene, welche Verliebte vorstellten, sich lächelnd verneigten. Nach dem Landaufenthalt und in der ernsten Stimmung, in der sich Nathalie befand, erschien ihr das alles seltsam und erstaunlich. Sie vermochte dem Gang der Opern nicht zu folgen. Sie sah nur die seltsam gekleideten Männer und Frauen im hellen Licht, welche so sonderbare Bewegung machten, sprachen und sangen. Bald blickte sie nach den pomadisierten Köpfen im Parterre, bald nach den entblößten Damen in den Logen, besonders ihrer Nachbarin Helene, die, fast ganz entkleidet, mit ruhigem Lächeln auf die Bühne herabblickte. Als auf der Bühne alles still wurde, vor dem Anfang einer Arie, kreischte die Eingangstür zum Parterre auf der Seite, wo Rostovs Loge war und die Schritte eines Verspäteten wurden hörbar. Da ist er! Kuragin! flüsterte Shin Shin. Die Gräfin Besuchow blickte sich lächelnd nach dem Eintretenden um. Nathalie, die ihrem Blick folgte, sah einen ungewöhnlich hübschen Adjutanten, welcher mit zuversichtlichem und zugleich höflichem Wesen sich ihrer Loge näherte. Das war Anatol Kuragin, welchen Nathalie auf dem Ball in Petersburg gesehen hatte. Er trug jetzt die Uniform eines Adjutanten mit einer Epaulette und Achselbändern. Sein tänzelnder, dreister Gang wäre lächerlich erschienen, wenn er nicht so hübsch gewesen wäre und wenn nicht sein Gesicht einen solchen Ausdruck von gutmütiger Selbstzufriedenheit und Heiterkeit gezeigt hätte. Obgleich die Handlung ihren Fortgang nahm, schritt er ohne Übereilung, mit den Sporen und dem Säbel klirrend, gemütlich und mit hoch erhobenem Kopfe über den Teppich des Ganges. Mit einem Blick auf Nathalie näherte er sich seiner Schwester, legte die Hand auf den Rand ihrer Loge, winkte ihr mit dem Kopf zu und machte eine Frage, indem er auf Nathalie deutete. Sehr, sehr niedlich, sagte er, augenscheinlich über Nathalie. Dann setzte er sich in die erste Reihe neben Dolochow und stieß mit dem Ellbogen nachlässig diesen Dolochow an, gegen den sich alle mit solchem Respekt benahmen. Wie ähnlich Bruder und Schwester sind, sagte der Graf, und wie schön sind beide. Shin Shin erzählte dem Grafen halblaut eine Intrige Kuragins in Moskau und Nathalie horchte darauf, weil er über sie gesagt hatte, sehr niedlich. Der erste Akt ging zu Ende. Alles stand auf und geriet in Bewegung. Boris kam in Rostovs Loge, nahm sehr gleichmütig mit zerstreutem Lächeln die Glückwünsche entgegen und überbrachte Nathalie und Sonja die Bitte seiner Braut, bei ihrer Hochzeit zugegen zu sein. Dann ging er wieder. Mit heiterem, kokettem Lächeln sprach Nathalie mit ihm und beglückwünschte diesen selben Boris zu seiner Verlobung, in den sie früher verliebt gewesen war. In dem Zustand der Betäubung, in dem sie sich befand, erschien ihr alles einfach und natürlich. Die Loge Helenes füllte sich mit den vornehmsten und geistreichsten Herren, welche damit zeigen wollten, dass sie mit ihr bekannt seien. Vor dem Anfang des zweiten Akts erschien Peter, welchen Nathalie seit ihrer Ankunft noch nicht gesehen hatte. Sein Gesicht war trübe und er war noch dicker geworden, seit sie ihn zum letzten Male gesehen hatte. Anatol kam ihm entgegen, sagte ihm einige Worte, indem er nach der rostowschen Loge blickte. Als Peter Nathalie sah, wurde er lebhaft und ging rasch nach ihrer Loge. Er sprach lange mit Nathalie. Während des Gesprächs vernahm Nathalie in der Loge der Gräfin Besuchow eine männliche Stimme und als sie sich umwandte, begegnete sie den Blicken Kura Gienz. Er sah ihr gerade in die Augen mit einem entzückten, freundlichen Blick. Im zweiten Akt sah man auf der Bühne Monumente und in der Leinwand im Hintergrund war ein Loch, das den Mond vorstellte. Im Orchester spielten die Kontrabässe und von rechts und links kamen viele Leute in schwarzen Mänteln heraus. Die Leute machten Gebärden mit den Armen und hielten Dolche in den Händen. Dann liefen noch einige Leute herbei und zogen jenes Mädchen fort, das vorhin ein weißes, jetzt aber ein blaues Kleid trug. Sie zogen sie nicht gleich ganz fort, sondern sangen lange mit ihr und dann erst zogen sie sie fort und hinter den Kulissen wurde dreimal auf etwas Metallisches geschlagen. Alle ließen sich auf die Knie nieder und sangen ein Gebet. So oft Nathalie während dieses Abends in das Parterre sah, erblickte sie Anatol, welcher einen Arm über die Lehne seines Stuhls geworfen hatte und nach ihr hinüber sah. Sie bemerkte mit Vergnügen, dass sie ihn gefangen hatte und es kam ihr nicht in den Sinn, dass darin etwas Unerlaubtes liege. Als der zweite Akt zu Ende ging, stand die Gräfin Besuchow auf, wandte sich nach der Loge Rostovs, ihr Busen war ganz entblößt und winkte dem alten Grafen mit dem Finger und ohne auf die in ihre Loge Tretenden zu achten, sprach sie lächelnd mit ihm. Machen Sie mich mit ihren reizenden Töchtern bekannt, sagte sie. Die ganze Stadt ist entzückt und ich kenne sie noch nicht. Nathalie stand auf und verbeugte sich gegen die majestätische Gräfin. Sie errötete vor Vergnügen über diese Lobsprüche. Ich will jetzt auch Moskauerin werden, sagte Helene. Schämen Sie sich nicht, solche Perlen in der Einsamkeit zu vergraben? Die Gräfin Besuchow galt mit Recht für eine bezaubernde Frau. Sie verstand ganz natürlich und unbefangen zu schmeicheln. Nein, lieber Graf, Sie müssen mir erlauben, mich Ihren Töchtern zu widmen. Ich bin zwar nicht für lange hier, Sie auch nicht, aber ich werde mich bemühen, sie aufzuheitern. Ich habe schon in Petersburg viel von Ihnen gehört und wünsche, sie kennenzulernen, sagte sie zu Nathalie mit ihrem gleichmäßig schönen Lächeln. Ich habe von Ihnen gehört durch meinen Pagen Drubitzkoi, er wird nächstens heiraten, wie ich gehört habe, und von einem Freund meines Mannes, Volkonski, sagte sie mit besonderem Nachdruck, wodurch sie andeutete, dass sie seine Beziehungen zu Nathalie kenne. Sie bat den Grafen, um leichter Bekanntschaft zu machen, möge er einem der Fräulein erlauben, bis zum Ende des Theaters in ihrer Loge Platz zu nehmen und Nathalie ging zu ihr hinüber. Im dritten Akt wurde auf der Bühne ein Schloss vorgestellt, in dem viele Kerzen brannten und Bilder aufgehängt waren, welche Ritter vorstellten. In der Mitte standen wahrscheinlich der Kaiser und die Kaiserin. Der Zar winkte mit der rechten Hand und augenscheinlich eingeschüchtert sang er etwas ziemlich schlecht. Dann setzte er sich auf den purpurroten Thron. Das Mädchen, welches anfangs im Weißen, dann im Blauen Kleid erschienen war, stand jetzt im bloßen Hemd mit aufgelöstem Haar vor dem Thron. Sie sang kummervoll, der Kaiserin zugewendet. Aber der Zar winkte streng mit der Hand und von der Seite kamen barfüßige Männer und Frauen mit nackten Beinen heraus und tanzten alle zugleich, während die Violine sehr fein und heiter dazu spielte. Eines der Mädchen mit dicken, nackten Beinen und hageren Armen trennte sich von den übrigen, ging in die Kulissen, zog ihre Taille zurecht, kam in die Mitte heraus und begann zu springen und die Beine auszuwerfen. Im Parterre klatschte alles mit den Händen und schrie Bravo. Dann stellte sich ein Mann in eine Ecke, im Orchester wurde noch lauter gespielt mit Pauken und Trompeten und dieser Mann mit nackten Beinen begann sehr hoch zu springen und mit den Beinen zu zappeln. Der Mann war Duport, welcher 60.000 Franc jährlich für diese Kunst erhielt. Im Parterre und in den Logen klatschte und schrie alles aus aller Kraft und der Tänzer blieb stehen und verbeugte sich lächelnd nach allen Seiten. Dann tanzten noch andere Männer und Mädchen mit nackten Beinen, dann schrie der Zar wieder etwas dazwischen und alle begannen zu singen. Aber plötzlich entstand ein Sturm, im Orchester hörte man chromatische Läufe und Akkorde, alle sprangen auf und zogen wieder eine der Personen hinter die Kulissen, worauf der Vorhang fiel. Wieder erhob sich bei den Zuschauern ein schrecklicher Lärm und alles schrie mit entzückten Gesichtern, Duport, Duport. Nathalie fand das nicht mehr seltsam und blickte sich lachend um. Nicht wahr? Duport ist entzückend, sagte Helene. Oh ja, erwiderte Nathalie. Kapitel 120 Im Zwischenakt öffnete sich die Tür zu Helenes Loge und Anatol trat ein. Erlauben Sie mir, Ihnen meinen Bruder vorzustellen. Nathalie wandte über ihre nackte Schulter ihr hübsches Köpfchen Anatol zu. Er setzte sich zu ihr und sagte, er habe schon lange nach diesem Vergnügen getrachtet. Kuragin war in Gesellschaft von Damen viel geistreicher und einfacher als unter Männern. Er sprach ungezwungen und einfach und Nathalie sah mit Erstaunen, dass an diesem Menschen nicht nur nichts Schreckliches zu bemerken war, wovon sie so viel gehört hatte, sondern im Gegenteil nur ein naives, heiteres Lächeln. Kuragin fragte, wie Nathalie die Oper gefalle und erzählte, wie neulich die Semenov während der Vorstellung gefallen sei. Wissen Sie, Gräfin, sagte er plötzlich wie zu einer alten Bekannten, wir werden ein Karussell in Kostümen aufführen, Sie sollten daran teilnehmen. Es wird sehr heiter werden, alle versammeln sich bei Acharov. Ich bitte, kommen Sie, nicht wahr? Während er sprach, ließ er seine lächelnden Blicke über ihr Gesicht, ihren Hals und ihre bloßen Arme schweifen. Nathalie sah mit Vergnügen, dass er entzückt war, aber dennoch wurde ihr seine Gegenwart drückend. Wenn sie ihn nicht ansah, fühlte sie seinen Blick auf ihren Schultern und unwillkürlich wandte sie sich um und fing seinen Blick auf, damit er ihr lieber in die Augen sehe. Wenn sie sich aber in die Augen sahen, so fühlte sie mit Schrecken, dass zwischen ihm und ihr nicht jene Schranke der Schamhaftigkeit bestehe, welche sie immer zwischen sich und anderen Männern fand. Sie sprachen von den einfachsten Dingen und doch fühlte sie, dass sie ihm so nahe stehe wie niemals einem Mann. Nathalie blickte nach Helene und nach ihrem Vater, als ob sie fragen wollte, was das bedeute. Aber Helene war im Gespräch mit einem General und der Blick ihres Vaters sagte ihr nichts, als wie immer. Bist du vergnügt? Nun, das freut mich. In einem Augenblick, als Schweigen eintrat, währenddessen seine glänzenden Augen ruhig und hartnäckig auf sie gerichtet waren, fragte ihn Nathalie, um dieses Schweigen zu brechen, wie ihm Moskau gefalle und errötete. Beständig hatte sie das Gefühl, dass sie etwas Unpassendes tue oder spreche. Anatol lächelte ermutigt. Anfangsgefühl ist mir schlecht, denn was macht eine Stadt angenehm? Das sind hübsche Damen, nicht wahr? Nun, jetzt gefällt es mir sehr, sagte er mit einem bedeutsamen Blick. Sie kommen zu dem Karussell, Gräfin? Bitte, kommen Sie, drängte er, streckte die Hand nach ihrem Bouquet aus und sagte mit leiser Stimme, Sie werden die Schönste sein. Bitte kommen Sie, liebe Gräfin, und geben Sie mir zum Pfand diese Blumen. Nathalie verstand das, was er sagte, nicht so wie er selbst, aber sie fühlte, dass in den ihr unverständlichen Worten ein versteckter, unerlaubter Sinn lag. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte und wandte sich ab, als ob sie nicht gehört hätte, was er sagte. Was macht er jetzt? Ist er verwirrt? Er zürnt? Soll ich das wieder gut machen? Fragte sie sich selbst. Sie konnte sich nicht enthalten, sich umzublicken, und als sie seinen Augen begegnete, fühlte sie sich von seiner Nähe und Zuversichtlichkeit und der gutmütigen Freundlichkeit seines Lächelns besiegt. Sie lächelte ebenso wie er, indem sie sich gerade in die Augen sahen, und wieder fühlte sie mit Schrecken, dass zwischen ihm und ihr keine Schranke bestand. Wieder erhob sich der Vorhang. Anatol verließ die Loge ruhig und vergnügt. Nathalie kehrte zu ihrem Vater zurück. Alles, was vor ihr vorging, schien ihr jetzt ganz natürlich, aber alle früheren Gedanken an ihren Bräutigam, an Marie und das Landleben kam ihr nicht mehr in den Sinn, als ob das alles längst vergangen wäre. Im vierten Akt kam eine Art von Teufel, welcher sang und mit den Armen Gebärden machte, bis die Bretter unter ihm weggezogen wurden und er hinabsank. Nathalie sah nur dies vom ganzen vierten Akt. Sie war heftig erregt, und die Ursache davon war Kuragin, dem ihre Blicke folgten. Beim Verlassen des Theaters trat Anatol zu ihnen, rief ihren Wagen herbei und half beim Einsteigen, wobei er den Arm Nathalies über dem Ellenbogen drückte. Aufgeregt und errötend blickte sie sich um, seine Augen glänzten und er sah sie mit zärtlichem Lächeln an. Sobald Nathalie zu Hause angekommen war und alles klar überdenken konnte und plötzlich sich des Fürsten André erinnerte, entsetzte sie sich. Am Teetisch stöhnte sie laut und eilte errötend aus dem Zimmer. Mein Gott, ich bin verloren, sagte sie sich. Wie konnte ich es so weit kommen lassen? Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen und saß lange so da, bemüht, sich klare Rechenschaft zu geben von dem, was geschehen war. Aber sie begriff weder, was mit ihr vorgegangen war, noch was sie empfand. Alles erschien ihr dunkel, unklar und schrecklich. Dort in dem großen, hell erleuchteten Saal, wo bei der Musik du Porch und die Mädchen mit nackten Beinen tanzten und die alten Herren und die halbnackte Helene mit ruhigem Lächeln entzückt, Bravo, schrien, dort unter dem Schatten dieser Helene war alles klar und einfach gewesen. Jetzt aber, allein mit sich selbst, war ihr das unbegreiflich. Was bedeutet diese Angst, die ich vor ihm empfand und diese Gewissensbisse, die mich jetzt quälen, dachte sie. Nur der alten Gräfin hätte Nathalie in der Nacht im Bett alles erzählen können. Sonja aber, das wusste sie, mit ihrem strengen, keuschen Blick hätte entweder nichts begriffen oder wäre bei ihrem Geständnis in Entsetzen geraten. Daher suchte Nathalie allein mit sich selbst zu erforschen, was sie quälte. War sie verloren für die Liebe des Fürsten André oder nicht? fragte sie sich selbst. Und mit beruhigendem Spott erwiderte sie sich. Welche törichte Frage! Was ist denn vorgefallen? Nein, nichts. Ich habe nichts getan. Niemand wird es erfahren und ich werde ihn nicht mehr wiedersehen, sagte sie sich selbst. Nathalie beruhigte sich für einen Augenblick. Dann aber sagte ihr ein unbekanntes Gefühl, obgleich das alles wahr sei und obgleich nichts vorgefallen, sei doch die frühere Reinheit ihrer Liebe zum Fürsten André verloren. Und wieder sah sie in ihrer Einbildung das Gesicht Couragins, die Gebärden und das höfliche Lächeln dieses schönen und kecken Menschen, während er ihre Hand drückte. Anatol Couragin lebte in Moskau, weil sein Vater ihn aus Petersburg fortgesandt hatte, wo er mehr als 20.000 Rubel jährlich an barem Geld und ebenso viel an Schulden verlebte, welche die Gläubiger von seinem Vater verlangten. Der Vater erklärte seinem Sohn, er bezahle zum letzten Mal die Hälfte seiner Schulden, aber nur unter der Bedingung, dass er nach Moskau reise in der Stellung eines Adjutanten des Oberkommandierenden, die er ihm verschafft hatte, und dass er sich dort endlich bemühe, eine gute Partie zu machen. Er wies ihn an Fürstin Marie und Julie Karagin. Anatol fügte sich und fuhr nach Moskau, wo er bei Peter Aufenthalt nahm. Peter empfing ihn anfangs ungern, dann aber gewöhnte er sich an ihn, fuhr zuweilen mit ihm zu seinen Gelagen und gab ihm Geld unter dem Vorwand einer Anleihe. Anatol hatte, wie Chin Chin richtig bemerkte, sobald er nach Moskau kam, den jungen Damen den Kopf verdreht, besonders dadurch, dass er sie vernachlässigte und ihnen augenscheinlich Zigeunerinnen und Französinnen vorzog und mit einer von ihnen, Monselle Georges, intime Beziehungen unterhielt. Er fehlte bei keinem Gelage bei Danilov und anderen Lebemännern Moskaus, trank ganze Nächte durch, mehr als alle anderen und besuchte alle Abendgesellschaften und Bälle der höchsten Welt. Man sprach von einigen Intrigen mit moskauischen Damen und auf den Bällen machte er mehreren den Hof. Aber er suchte keine Annäherung an Mädchen, besonders reiche Erbinnen, welche nicht hässlich waren, umso weniger als Anatol, wie niemand außer seinen nächsten Freunden wusste, seit zwei Jahren verheiratet war. Als sein Regiment in Polen stand, hatte ein armer polnischer Edelmann ihn veranlasst, seine Tochter zu heiraten. Anatol hatte sehr bald seine Frau verlassen und von seinem Schwiegervater, dem er sich verpflichtete, Geld zu senden, sich dafür das Recht ausbedungen, als unverheiratet zu gelten. Anatol war immer zufrieden mit seiner Lage, mit sich selbst und mit anderen. Er war fest überzeugt davon, dass er nicht anders leben könne, als wie er lebte und dass er niemals im Leben etwas Schlimmes tun könne. Er war überzeugt, dass, wie die Ente dazu geschaffen ist, immer im Wasser zu leben, so auch er von Gott dazu geschaffen sei, 30.000 Rubel jährlich zu verleben und immer die höchsten Stellungen in der Gesellschaft einzunehmen. Er war so fest davon überzeugt, dass auch andere daran glaubten und ihm weder die höchste Stellung noch Geld verweigerten, das er augenscheinlich, ohne an das Zurückgeben zu denken, von allen entlehnte. Dolochow war in diesem Jahr wieder in Moskau erschienen nach all seinen Abenteuern und führte ein leichtsinniges Spielerleben. Anatol liebte Dolochow wegen seines Geistes und seiner Begabung. Dolochow aber, welcher einen Namen und Vornehmheit und die Verbindung Anatols nötig hatte als Köder, um junge Leute zu seiner Spielergesellschaft anzulocken, schloss sich eng an Kuragin an, benutzte ihn und machte sich über ihn lustig. Nathalie hatte einen starken Eindruck auf Kuragin gemacht. Beim Abendessen nach dem Theater hatte er Dolochow mit Kennermine ihre Hände, Schultern, Füße und Haare beschrieben und seinen Entschluss ausgesprochen, ihr den Hof zu machen. Was daraus folgen werde, daran dachte Anatol nicht. Er wusste überhaupt nie, was irgendeine seiner Handlungen zur Folge haben werde. Hübsch ist sie, aber nicht für uns, sagte Dolochow. Ich werde meiner Schwester sagen, sie soll sie zu Tisch einladen, erwiderte Anatol. Nun, was denkst du? Warte lieber, bis sie verheiratet ist. Du weißt, erwiderte Anatol, ich ziehe junge Mädchen vor. Sie sind leichter, konfus zu machen. Mit einem Mädchen bist du schon einmal hineingefallen. Nimm dich in Acht. Nun, zweimal passiert mir das nicht, erwiderte Anatol mit gleichmütigem Lachen. Kapitel 122 Am folgenden Tag blieben Rostovs zu Hause und es kam auch niemand zum Besuch. Maria Dimitrevna sprach heimlich mit dem Grafen und Nathalie erriet mit Verdruss, dass sie von dem alten Fürsten sprachen, dass sie etwas zu tun beabsichtigten. Sie erwartete jeden Augenblick den Fürsten André und sandte zweimal täglich Diener nach dem Postgebäude, um sich zu erkundigen, ob er noch nicht gekommen sei. Er kam nicht und sie fühlte sich jetzt mehr von Schwermut bedrückt als in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft. Sie fürchtete, er werde niemals kommen oder noch vor seiner Ankunft werde ihr etwas zustoßen. Wenn sie an ihn dachte, so erwachte sogleich auch die Erinnerung an ihren Besuch bei dem alten Fürsten, an Marie, an das Theater und an Kuragin. Den Hausgenossen erschien Nathalie lebhafter als gewöhnlich, aber sie war nicht mehr so ruhig und glücklich wie zuvor. Am Sonntag führte Marie Dimitrevna ihre Gäste zur Frühmesse. Als sie zurückkamen, fanden sie die Modistin, Madame Chalmé, vor. Nathalie wurden neue Kleider angemessen und anprobiert, was ihr eine willkommene Unterbrechung war. Während sie vor dem Spiegel stand, um zu sehen, ob der Rücken gut sitze, vernahm sie im Salon eine lebhafte Unterhaltung ihres Vaters mit einer weiblichen Stimme. Es war die Stimme Helenis. Die Tür öffnete sich und die Gräfin Besuchow trat strahlend mit freundlichem Lächeln im dunkelroten Sametkleid mit hohem Kragen ein. Reizend, sagte sie zu der errötenden Nathalie. Nein, das ist nicht zu verantworten, Graf, in Moskau zu leben und niemanden zu besuchen. Heute Abend wird Mamselle Georges bei mir deklamieren und wenn sie nicht ihre Schönheiten mitbringen, welche noch hübscher sind als Mamselle Georges, so will ich sie nicht mehr kennen. Mein Mann ist nicht da, er ist nach Iwer gefahren. Sonst hätte ich ihn zu ihnen gesandt. Sie schwatzte fortwährend heiter und freundschaftlich und bewunderte fortwährend die Schönheit Nathalies. Nathalie lächelte vergnügt und fühlte sich beinahe verliebt in diese schöne und liebenswürdige Frau. Helene war gekommen, weil Anatol sie gebeten hatte, ihn mit Nathalie zusammenzuführen. Ein Auftrag, von dessen Ausführung sie sich viel Vergnügen und Unterhaltung versprach. Obgleich sie früher Nathalie grollte, weil sie ihr in Petersburg Boris entfremdet hatte, dachte sie jetzt nicht mehr daran und wünschte Nathalie von Herzen nur Gutes. Ehe sie abfuhr, rief sie ihren Schützling beiseite. Gestern hat mein Bruder bei mir gespeist. Wir wollten sterben vor Lachen. Er isst nichts und seufzt nach ihnen. Er ist wahnsinnig in sie verliebt. Nathalie errötete tief bei diesen Worten. Wie sie errötet entzücken, sagte Helene. Aber kommen sie jedenfalls. Dass sie jemand lieben, ist doch kein Grund, sich einzuschließen. Und ich bin überzeugt, ihr Bräutigam kann auch nicht wünschen, dass sie vor Langeweile sterben. Sie weiß also, dass ich Braut bin, dachte Nathalie. Sie hat jedenfalls mit ihrem Mann, mit dem rechtschaffenen Peter, darüber gesprochen und gelacht. Es ist also ganz unbedenklich. Und unter dem Einfluss Helenes erschien ihr wieder alles einfach und natürlich, was ihr früher schrecklich erschienen war. Maria Dimitrevna kam zu Tisch nach Hause. Sie war schweigsam und ernst und schien mit dem alten Fürsten einen Zusammenstoß gehabt zu haben. Sie war noch zu sehr aufgeregt, um die Sache ruhig erzählen zu können. Auf die Frage des Grafen erwiderte sie, es sei alles gut und sie werde morgen erzählen. Über den Besuch der Gräfin Besuchow und die Einladung zu ihrer Abendgesellschaft sagte Maria Dimitrevna, ich liebe nicht, mit dieser Frau umzugehen und rate es euch auch nicht. Aber wenn du es versprochen hast, so fahre hin, mein Kind, das wird dich zerstreuen. Kapitel 123 Graf Rostov führte die Mädchen zur Gräfin Besuchow. Es waren ziemlich viele Gäste zugegen, die aber Nathalie fast alle unbekannt waren. Der alte Graf bemerkte mit Missvergnügen, dass die ganze Gesellschaft fast ausschließlich aus Herren und Damen bestand, die durch ihre freie Lebensweise bekannt waren. In einer Ecke stand Mamselle Georges, umgeben von jungen Leuten und noch einige Franzosen waren zugegen, darunter auch Metivier. Der Graf beschloss, sich nicht an den Kartentisch zu setzen und die Mädchen nicht zu verlassen und nach Hause zu fahren, sobald die Vorstellung von Mamselle Georges zu Ende sein werde. Anatol hatte augenscheinlich bei der Tür Rostovs Eintritt erwartet. Er begrüßte sogleich den Grafen, trat auf Nathalie zu und folgte ihr nach. Nathalie empfand wieder, wie im Theater, Vergnügen darüber, dass sie ihm gefiel. Helene empfing Nathalie strahlend und rühmte laut ihre Schönheit und ihre Toilette. Bald darauf verließ Mamselle Georges das Zimmer, um sich umzukleiden. Es wurden Stühle in Reihen aufgestellt und die Gesellschaft nahm Platz. Anatol brachte für Nathalie einen Stuhl herbei und wollte sich neben sie setzen. Aber der Graf, der keinen Blick von Nathalie abwandte, kam ihm zuvor und Anatol setzte sich hinter sie. Bald erschien Mamselle Georges mit entblößten, dicken Armen mit Grübchen. Sie hatte einen roten Schal über die eine Schulter geworfen und blickte streng und düster die Zuhörer an. Dann deklamierte sie einige französische Verse, worin von ihrer verbrecherischen Liebe zu ihrem Sohne die Rede war. Zuweilen erhob sie die Stimme, an anderen Stellen flüsterte sie und erhob feierlich den Kopf, zuweilen verstummte sie, keuchte und riss die Augen auf. »Entzückend! Wunderbar!« riefen alle Zuhörer. Nathalie sah die dicke Dame an, hörte und sah, verstand aber nichts von allem, was vorging. Sie fühlte sich wieder ganz in jener fremden Welt, in der man nicht wissen konnte, was gut und böse, was vernünftig und unsinnig ist. »Wie schön sie ist«, sagte Nathalie zu ihrem Vater, welcher mit den anderen aufstand und durch die Menge sich nach der Schauspielerin drängte. »Wenn ich sie sehe, finde ich das nicht«, sagte Anatol, welcher Nathalie nachfolgte. Er sprach so, dass niemand seine Worte hören konnte. »Sie sind bezaubernd. Vom ersten Augenblick an, wo ich sie sah, habe ich nicht aufgehört.« »Komm, komm, Nathalie«, sagte der Graf, als er zu seiner Tochter zurückkehrte. »Wie schön!« Nathalie trat schweigend zu ihrem Vater und sah ihn mit fragenden, verwunderten Blicken an. Nach einigen anderen Deklamationen fuhr Mamsel George davon und die Gräfin bat die Gesellschaft in den Saal. Der Graf wollte nach Hause fahren, aber Helene bat ihn, ihren improvisierten Ball nicht zu verderben. Sie blieben. Anatol forderte Nathalie zum Walzer auf und während des Tanzes drückte er zuweilen ihre Gestalt und ihre Hand, sagte ihr, sie sei verführerisch und er liebe sie. Während der Écossais, die sie wieder mit ihm tanzte, sah Anatol sie nur schweigend an. Nathalie war im Zweifel, ob sie nicht nur im Traum vernommen, was er ihr während des Walzers gesagt hatte. Am Ende der ersten Figur drückte er wieder ihren Arm. Nathalie schlug ihre erschreckten Augen auf, aber in seinem freundlichen Gesicht und Lächeln lag ein so zuversichtlich zärtlicher Ausdruck, dass sie nicht auszusprechen vermochte, was sie sagen wollte. Sie senkte die Augen. »Sprechen Sie nicht solche Dinge! Ich bin verlobt und liebe einen anderen,« sagte sie hastig. Anatol war weder verlegen noch erzürnt über das, was sie ihm sagte. »Sprechen Sie nicht davon! Was geht das mich an?« sagte er. »Ich sage nur, ich bin wahnsinnig verliebt in Sie. Bin ich etwa schuld, dass Sie so entzückend sind? An uns ist die Reihe.« Nathalie sah sich mit glänzenden Augen um und schien heiterer als gewöhnlich zu sein. Sie begriff fast nichts von den Vorgängen dieses Abends. Es wurde Écossais und Großvater getanzt und als ihr Vater sie aufforderte, nach Hause zu gehen, bat sie noch bleiben zu dürfen. Wo sie auch war, mit wem sie auch sprach, immer fühlte sie seinen Blick auf sich. Dann erinnerte sie sich, dass sie ihren Vater, um die Erlaubnis bat, in das Toilettenzimmer zu gehen, um ihr Kleid zu ordnen, dass Helene ihr nachfolgte und lachend von der Liebe ihres Bruders sprach und dass sie in dem kleinen Nebensalon wieder Anatol begegnete, worauf Helene verschwand, dass sie mit Anatol allein blieb, welcher ihre Hand ergriff und mit zärtlicher Stimme sagte, ich kann sie nicht besuchen, aber soll ich sie wirklich nie wiedersehen? Ich liebe sie wahnsinnig. Er vertrat ihr den Weg und näherte sein Gesicht dem Ihrigen. Seine glänzenden, großen Augen waren dem Ihrigen so nah, dass sie nichts anderes als diese Augen sah. Nathalie, flüsterte er mit fragender Stimme und drückte stark ihre Hände, Nathalie. Ich verstehe nichts und habe nichts zu sagen, antwortete ihr Blick. Heiße Lippen drückten sich auf ihre Lippen und in demselben Augenblick schon fühlte sie sich wieder frei. Im Zimmer hörte man Schritte und das Rauschen von Helenes Kleid. Nathalie blickte sich um, dann sah sie ihn errötend, zitternd und fragend an und ging zur Tür. Ein Wort, nur ein Wort, ich bitte sie, rief Anatol. Sie blieb stehen. Sie wünschte so sehr, dieses Wort zu hören, dass ihr erklären sollte, was geschehen war und auf das sie ihm antworten sollte. Nathalie, nur ein Wort, ein einziges, wiederholte er. Er wusste offenbar nicht, was er sagen sollte und wiederholte es, bis Helene sich ihnen näherte. Helene trat mit Nathalie wieder in den Salon. Ohne das Abendessen abzuwarten, fuhr Rostov mit den Mädchen nach Hause. Nathalie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, gequält von der unlöslichen Frage, wen sie liebe, Anatol oder den Fürsten André. Den Fürsten André liebte sie, sie erinnerte sich deutlich, wie sehr sie ihn geliebt hatte, aber Anatol liebte sie auch, das war unzweifelhaft. Wie hätte das sonst alles geschehen können, dachte sie. Was soll ich tun, wenn ich den einen liebe und den anderen auch, fragte sie sich, fand aber keine Antwort auf diese schreckliche Frage. Kapitel 124 Am anderen Morgen nach dem Frühstück saß Maria Dimitrevna auf ihrem Lehnstuhl und rief Nathalie und den alten Grafen zu sich. Ich habe mir jetzt die Sache überlegt, sagte sie, und das ist mein Rat. Gestern, wie ihr wisst, war ich beim Fürsten Wolkonski und sprach mit ihm. Er wollte mich anfahren, aber ich lasse mich nicht überschreien, ich habe ihm alles vorgesungen. Nun, was meint er, fragte der Graf. Der Fürst ist verrückt, will nichts hören. Nun, was ist da zu reden? Aber mein Rat ist der, ihr beendigt eure Geschäfte und fahrt nach Hause, nach Otratno, und dort wartet ihr. Ach nein, rief Nathalie. Doch, es ist durchaus nötig, sagte Maria Dimitrevna. Wenn jetzt der Bräutigam hierher kommt, so geht es nicht ohne Zank ab. Er muss allein mit dem Alten fertig werden und dann reist er euch nach. Das ist vernünftig. Wenn der alte Fürst nachgibt, so ist es besser, ihn später in Moskau oder Lisigori zu besuchen. Wenn nicht, so kann die Hochzeit gegen seinen Willen nur in Otratno stattfinden. Das ist vollkommen richtig, sagte der Graf. Es tut mir nur leid, dass ich ihn hier besuchte und ihm Nathalie vorstellte. Nein, da ist nichts zu bedauern. Da ihr einmal hier wart, so ging es nicht an, ihm keinen Besuch zu machen. Nun, wenn er nicht will, so ist es seine Sache. Und die Aussteuer ist auch fertig. Was habt ihr hier noch zu warten? Was nicht fertig ist, werde ich nachsenden. Und wenn es mir auch leid tut, so ist es am besten ihr Fahrt mit Gott. Sie suchte etwas in ihrer Handtasche und überreichte es Nathalie. Es war ein Brief von Fürstin Marie. Das ist für dich. Sie fürchtet, du möchtest glauben, sie liebe dich nicht. Nun ja, sie liebt mich auch nicht, bestätigte Nathalie. Sprich keinen Unsinn, rief Maria Dimitrevna. Ich glaube niemand mehr. Ich weiß einmal, dass sie mich nicht liebt, erwiderte Nathalie Kühn. Sie nahm den Brief mit einer trockenen, feindseligen Entschlossenheit in ihrer Miene, welche Maria Dimitrevna auffiel. Höre, Mütterchen, gib mir nicht so eine Antwort. Was ich sage, das ist wahr. Schreibe eine Antwort. Nathalie ging schweigend in ihr Zimmer, um den Brief zu lesen. Fürstin Marie schrieb, sie sei in Verzweiflung wegen des Missverständnisses, das ich zwischen sie eingedrängt habe. Was auch die Gefühle ihres Vaters sein mögen, sie bitte Nathalie zu glauben, dass sie nicht anders könne, als sie zu lieben, als diejenige, die ihr Bruder erwählt habe, für dessen Glück sie zu jedem Opfer bereit sei. Übrigens schrieb sie, sie müssen nicht glauben, dass mein Vater ihnen feindlich gesinnt sei. Er ist ein kranker, alter Mann und man muss ihn entschuldigen. Aber er ist gut und großmütig und wird diejenige lieben, die seinen Sohn glücklich macht. Marie bat schließlich Nathalie, ihr eine Zeit zu bestimmen, zu der sie sie besuchen könne. Nachdem Nathalie den Brief gelesen hatte, saß sie am Schreibtisch, um die Antwort zu schreiben. Liebe Fürstin, schrieb sie rasch französisch und dann hielt sie an. Was konnte sie noch weiter schreiben, nach dem, was gestern vorgefallen war? Ja, ja, das alles gehört der Vergangenheit an. Jetzt aber ist alles anders, dachte sie. Soll ich ihm einen Absagebrief schreiben? Ist das wirklich nötig? Es ist entsetzlich. Und um diesen schrecklichen Gedanken zu entfliehen, ging sie zu Sonja und sie wählten miteinander Muster aus. Nach Tisch ging Nathalie in ihr Zimmer und ergriff wieder den Brief von Marie. Ist wirklich alles zu Ende, dachte sie. Und so schnell ist das gekommen und hat alles vernichtet. Mit ihrer ganzen früheren Kraft erinnerte sie sich ihrer Liebe zu dem Fürsten André und fühlte zugleich, dass sie auch Couragin liebte. Sie stellte sich lebhaft als Frau des Fürsten André vor und das ihr längst gewohnte Bild des Glücks mit ihm. Zugleich aber sah sie, glühend vor Aufregung, vor sich alle Einzelheiten ihres gestrigen Wiedersehens mit Anatol. Warum kann ich nicht beide lieben, dachte sie zuweilen in vollkommener Geistesverwirrung. Nur dann wäre ich vollkommen glücklich. Jetzt aber soll ich wählen und wenn einer von beiden mir fehlt, kann ich nicht glücklich sein. Dem Fürsten alles zu sagen, was geschehen ist oder alles zu verbergen, beides ist unmöglich. Dem Fürsten alles zu sagen, was geschehen ist oder auch alles zu verbergen, beides ist unmöglich. Soll ich wirklich für immer von diesem Liebesglück mit dem Fürsten André Abschied nehmen, in dessen Erwartung ich so lange gelebt habe? Fräulein, flüsterte die Kammerzofe, welche in das Zimmer trat. Ein Herr hat mir befohlen, ihm das zu übergeben. Das Mädchen reichte ihr einen Brief. Aber um Gottes Willen, sagte das Mädchen. Nathalie erbrach, ohne sich zu besinnen, mit einer mechanischen Bewegung das Siegel und las einen Liebesbrief von Anatol, von dem sie kein Wort verstand. Sie hielt diesen leidenschaftlichen Liebesbrief in ihren zitternden Händen, den Dolochow für Anatol verfasst hatte, und fand darin den Wiederhall all dessen, was sie selbst zu fühlen glaubte. Seit gestern Abend ist mein Entschluss gefasst, von ihnen geliebt zu sein oder zu sterben. Es gibt keine andere Wahl für mich, so begann der Brief. Dann schrieb er, er wisse wohl, dass ihre Eltern sie ihm, Anatol, nicht geben würden, aus einem geheimnisvollen Grund, den er nur ihr allein anvertrauen könne. Aber wenn sie ihn liebe, so brauche sie nur das Wörtchen Ja auszusprechen, und keine menschliche Gewalt werde ihr wonniges Glück zu stören imstande sein. Die Liebe überwindet alles. Ja, ja, ich liebe ihn, dachte Nathalie, als sie den Brief zum zwanzigsten Mal gelesen hatte, wobei sie in jedem Wort einen tiefen, besonderen Sinn suchte. An diesem Abend fuhr Maria Dimitrevna zu Acharov und schlug den Mädchen vor, sie zu begleiten. Nathalie aber schützte Kopfschmerz vor und blieb zu Hause. Kapitel 125 Als Sonja spät am Abend zurückkehrte, traf sie zu ihrer Verwunderung Nathalie noch angekleidet, schlafend auf dem Divan. Vor ihr lag der offene Brief von Anatol. Sonja ergriff ihn und begann zu lesen. Sie las und sah Nathalie ins Gesicht, um eine Erklärung für das zu finden, was sie las. Doch vergebens. Das Gesicht war ruhig, milde und glücklich. Sonja legte die Hand auf das Herz, um nicht zu ersticken, setzte sich bleich und zitternd vor Schrecken und Aufregung auf einen Stuhl und brach in Tränen aus. Wie war es möglich, dass ich nichts bemerkt habe? Wie konnte das so weit kommen? Sie liebt also den Fürsten André nicht mehr? Und wie konnte sie Kuragin so viel erlauben? Er ist ein Betrüger und Bösewicht, das ist klar. Was wird Nikolai sagen, der gute, edle Nikolai, wenn er das erfährt? Das also bedeutete ihr aufgeregtes, entschlossenes Wesen vorgestern, gestern und heute, dachte Sonja. Aber es kann nicht sein, dass sie ihn liebt. Wahrscheinlich hat sie diesen Brief geöffnet, ohne zu wissen, woher er kam. Wahrscheinlich ist sie beleidigt. Sonja wischte die Tränen ab, ging auf Nathalie zu und betrachtete wieder ihr Gesicht. Nathalie, sagte sie kaum hörbar. Nathalie erwachte. Ah, du bist zurückgekommen. Sie umarmte Sonja innig und zärtlich, aber als sie die Verwirrung in Sonjas Minen bemerkte, wurde sie verlegen und argwöhnisch. Sonja, hast du den Brief gelesen? fragte sie. Ja, antwortete Sonja leise. Nathalie lächelte entzückt. Nein, Sonja, ich kann es dir nicht länger verbergen. Sonja, mein Täubchen, er schreibt mir, Sonja. Sonja traute ihren eigenen Ohren nicht und sah Nathalie starr in die Augen. Und Bolkanski? fragte sie. Ach, Sonja, ach, wenn du wissen könntest, wie glücklich ich bin, sagte Nathalie. Du weißt nicht, was Liebe ist. Aber Nathalie, ist das wirklich alles zu Ende? Nathalie sah Sonja mit weit aufgerissenen Augen an, als ob sie ihre Frage nicht verstehe. Du willst den Fürsten André aufgeben? fragte sie. Ach, du verstehst mich nicht, sprich keinen Unsinn, erwiderte Nathalie verdrießlich. Nein, ich kann es nicht glauben, wiederholte Sonja. Ich begreife es nicht, wie ist es möglich, dass du ein ganzes Jahr lang einen Mann liebst und dann plötzlich? Und diesen hast du ja nur dreimal gesehen. Nathalie, ich glaube dir nicht, du treibst Scherz, in drei Tagen alles zu vergessen und so. Drei Tage, erwiderte Nathalie. Mir scheint es, ich liebe ihn seit 100 Jahren und habe früher niemand geliebt. Das kannst du nicht verstehen, Sonja. Setze dich hierher. Nathalie umarmte und küsste sie. Man hat mir gesagt, dass das vorkommt und du hast es wahrscheinlich auch gehört. Aber ich habe jetzt eben erst diese Liebe empfunden. Das ist nicht wie früher. Sobald ich ihn sah, fühlte ich, dass er mein Gebieter ist und ich seine Sklavin bin und dass ich nicht anders kann, als ihn lieben. Ja, seine Sklavin. Was er mir befiehlt, das tue ich. Du kannst das nicht begreifen. Das kannst du nicht begreifen. Was soll ich machen, Sonja, sagte Nathalie mit glücklichem und doch angstvollem Gesicht. Aber bedenke doch, was du tust, erwiderte Sonja. Ich kann das nicht zulassen. Diesen geheimen Brief, wie konntest du es so weit kommen lassen, sagte Sonja mit Schrecken und Abscheu, den sie mit Mühe verbarg. Ich habe dir gesagt, erwiderte Nathalie, dass ich keinen Willen mehr habe. Verstehst du denn nicht? Ich liebe ihn. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde alles sagen, rief Sonja, während ihre Tränen hervorstürzten. Um Gottes Willen, wenn du es sagst, so bist du meine Feindin, rief Nathalie. Du willst mein Unglück. Du willst, dass man uns trennt. Beim Anblick dieser Angst Nathalies weinte Sonja Tränen der Beschämung und des Mitleids. Aber was ist denn zwischen euch vorgefallen, fragte sie. Was hat er dir gesagt? Warum macht er nicht ganz einfach einen Besuch? Nathalie antwortete nicht auf ihre Fragen. Um Gottes Willen, Sonja, sage niemand etwas davon. Quäle mich nicht, bat Nathalie. Bedenke, man darf sich in solche Sachen nicht einmischen. Ich habe dir alles entdeckt. Aber wozu diese Geheimnisse? Warum bittet er nicht offen um deine Hand? Fürst André hat dir volle Freiheit gegeben, im Fall es so weit kommen sollte. Aber ich kann es nicht glauben, Nathalie. Hast du bedacht, welche geheimen Gründe vorhanden sein können? Nathalie blickte Sonja mit verwunderten Augen an. Diese Frage schien ihr noch neu zu sein und sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Ich weiß nicht, welche Gründe, aber er muss wohl Gründe haben. Sonja seufzte und wiegte ungläubig den Kopf. Wenn Gründe vorhanden wären, begann sie, aber Nathalie erriet ihre Zweifel und unterbrach sie hastig. Sonja, du darfst nicht an ihm zweifeln. Nein, du darfst nicht, verstehst du, rief sie. Liebt er dich? Ob er mich liebt, wiederholte Nathalie mit mitleidigem Lächeln. Du hast ja den Brief gelesen und hast es gesehen. Aber wenn er ein unedler Mensch wäre. Er, ein unedler Mensch. Ach, wenn du ihn kennen würdest, erwiderte Nathalie. Wenn er ein edler Mensch wäre, so müsste er entweder seine Absichten offen erklären oder dich nicht mehr sehen. Aber wenn du das nicht willst, dann tue ich es. Ich schreibe ihm und sage alles Papa, erklärte Sonja mit Entschiedenheit. Ich kann nicht ohne ihn leben, rief Nathalie. Nathalie, ich begreife dich nicht. Denke an deinen Vater und an Nikolai. Ich habe niemand nötig und liebe niemand außer ihm. Wie unterstehst du dich, zu sagen, er sei unedel? Du weißt wohl nicht, dass ich ihn liebe, rief Nathalie. Sonja, geh, ich will nicht mit dir streiten. Geh, ich bitte dich. Du siehst, wie ich leide, rief Nathalie heftig mit zitternder, verzweifelter Stimme. Sonja verließ weinend das Zimmer. Nathalie trat an den Tisch und ohne einen Augenblick zu zögern, schrieb sie an die Fürstin Marie die Antwort, welche sie den ganzen Morgen nicht zustande gebracht hatte. In diesem Brief erklärte sie kurz, alle Missverständnisse seien zu Ende. Sie mache Gebrauch davon, dass Fürst André ihr beim Abschied großmütig Freiheit gelassen habe. Sie bitte ihn zu vergessen und ihr zu vergeben, aber sie könne nicht seine Frau sein. Alles das erschien ihr so einfach, so klar in diesem Augenblick. Die Abreise Rostovs nach dem Gut war auf Freitag festgesetzt und Mittwoch fuhr der Graf mit einem Käufer nach seinem Gut bei Moskau. Für diesen Tag waren Sonja und Nathalie zu einem großen Diner bei Karagin eingeladen und Maria Dimitrevna führte sie dahin. Hier traf Nathalie wieder mit Anatol zusammen und Sonja bemerkte, dass sie mit ihm heimlich etwas sprach und während des ganzen DINES noch aufgeregter war als zuvor. Als sie nach Hause zurückgekehrt waren, begann Nathalie Sonja die Aufklärung zu geben, welche diese erwartete. Siehst du, Sonja, du hast ihn falsch beurteilt, begann Nathalie mit milder Stimme, wie Kinder, wenn sie erwarten, dass man sie loben werde. Ich habe mich jetzt mit ihm ausgesprochen. Nun, was hat er gesagt, Nathalie? Wie freue ich mich, dass du mir nicht zurnst. Sage mir alles, die ganze Wahrheit. Was hat er gesagt? Nathalie dachte nach. Ach, Sonja, wenn du ihn so kennen würdest wie ich. Er sagte, er fragte mich, was ich Bolkonski versprochen habe und war erfreut, darüber zu hören, dass es von mir abhängt, ihm abzusagen. Aber du hast doch Bolkonski nicht abgesagt, fragte sie. Vielleicht doch. Vielleicht ist mit Bolkonski alles zu Ende. Warum denkst du so schlecht von mir? Ich denke nichts, ich begreife nur nicht. Warte nur, Sonja, du wirst alles begreifen, du wirst sehen, was er für ein Mann ist. Denke nichts Schlechtes, weder von mir noch von ihm. Ich denke über niemand etwas Schlechtes. Ich habe Liebe und Mitleid für alle, aber was soll ich machen? Sonja traute nicht dem zärtlichen Ton Nathalies. Je milder und freundschaftlicher Nathalie war, desto ernster und strenger wurde Sonjas Stimme. Nathalie, sagte sie, du hast mich gebeten, nicht mit dir darüber zu sprechen und ich habe geschwiegen. Jetzt aber hast du selbst begonnen. Nathalie, ich traue ihm nicht. Wozu dieses Geheimnis? Schon wieder, unterbrach sie Nathalie. Nathalie, mir ist Angst um dich. Was fürchtest du? Ich fürchte, du wirst ins Unglück gehen, seufzte Sonja entschieden, selbst erschrocken über das, was sie sagte. Nathalies Miene wurde zornig. Unglück, Unglück, das ist nicht deine Sache. Lasse mich, ich verabscheue dich. Nathalie, rief Sonja erschrocken, ich verabscheue dich, du bist meine Feindin für immer. Nathalie stürzte aus dem Zimmer. Von jetzt an vermiet sie Sonja. Mit dem Ausdruck von aufgeregter Verwunderung und Schuldbewusstsein ging sie durch die Zimmer, ergriff bald dies, bald das und warf es wieder weg. Sonja wandte kein Auge von ihr ab. Am Tage vor der erwarteten Rückkehr des Grafen bemerkte Sonja, dass Nathalie den ganzen Morgen am Fenster des Saales saß, als ob sie jemand erwartete und dass sie einem vorübergehenden Offizier, den Sonja für Anatol hielt, ein Zeichen gab. Sonja beobachtete Nathalie noch schärfer und bemerkte, dass sie bei Tisch und den ganzen Abend sich in einem schrecklich aufgeregten Zustand befand, unverständliche Antworten gab, in halben Sätzen zu sprechen anfing und über alles lachte. Nach dem Tee sah Sonja, dass die Kammerzofe Nathalie heimlich bei der Tür erwartete. Sonja horchte an der Tür und vernahm, dass wieder ein Brief gebracht wurde. Jetzt wurde es Sonja klar, dass Nathalie einen schrecklichen Plan für diesen Abend hatte. Sonja klopfte an ihre Tür an, aber Nathalie ließ sie nicht ein. Sie wird mit ihm entfliehen, dachte Sonja. Sie ist zu allen fähig. Heute hatte ihr Gesicht einen so besonderen, entschlossenen Ausdruck. Sie weinte, als sie ihrem Vater Adieu sagte. Ja, es ist kein Zweifel. Sie will mit ihm entfliehen. Aber was soll ich machen, dachte Sonja und erinnerte sich jetzt aller der Anzeichen, welche klar bewiesen, dass Nathalie im Begriffe war, ein schreckliches Vorhaben auszuführen. Der Graf ist nicht zu Hause. Was soll ich tun? Soll ich Couragin schreiben? Von ihm Aufklärung verlangen? Aber wird er antworten? Soll ich Peter schreiben, wie Fürst André gebeten hat, falls ein Unglück vorfallen sollte? Aber vielleicht hat sie wirklich Bolkonski abgesagt. Gestern hat sie an die Fürstin Marie einen Brief abgesandt. Wenn doch der Onkel da wäre. Maria Dimitrevna Mitteilung zu machen, welche eine so hohe Meinung von Nathalie hatte, erschien Sonja entsetzlich. Wie es auch sein mag, dachte Sonja, als sie im dunklen Korridor stand. Jetzt ist der Augenblick gekommen, zu beweisen, dass ich der Wohltaten ihrer Familie gedenke und Nikolai liebe. Wenn ich auch drei Nächte nicht schlafen sollte, ich verlasse diesen Korridor nicht und halte sie mit Gewalt zurück. Ich lasse es nicht zu, dass ihre Familie mit Schimpf beladen wird. Kapitel 126 Anatole war in letzter Zeit zu Dolochow gezogen. Der Plan der Entführung Nathalies war schon seit einigen Tagen von Dolochow überdacht und vorbereitet worden. Und an demselben Abend, wo Sonja an der Tür Nathalies horchend beschloss, sie zu überwachen, sollte dieser Plan wirklich zur Ausführung kommen. Nathalie hatte versprochen, um 10 Uhr abends durch die Hintertür hinaus zu gehen, wo Kuragin sie erwarten werde. Kuragin wollte sie dann in einer bereitstehenden Troika 60 Werst weit nach dem Dorfe Kamenka fahren, wo ein entlassener Priester sie erwarten und trauen sollte. In Kamenka sollten neue Pferde warten, um sie auf die Straße nach Warschau zu bringen und von dort wollten sie mit Postpferden nach dem Ausland reisen. Anatole hatte Pass und 10.000 Rubel bereit, die er von seiner Schwester entlehnt hatte, sowie 10.000 Rubel, die er mithilfe Dolochows entlehnt hatte. Zwei Zeugen, Hvostikow, ein früherer Gerichtsschreiber, welchen Dolochow bei seinen Spielpartien verwandte, und Makarin, ein verabschiedeter Husar, ein gutmütiger, schwacher Mensch, welcher eine unbegrenzte Verehrung für Kuragin hegte, saßen im ersten Zimmer beim Tee. In dem großen Kabinett Dolochows, dessen Wände bis zur Decke mit persischen Teppichen, Bärenfällen und Waffen behängt waren, saß Dolochow in Reisekleidung und großen Stiefeln vor einem geöffneten Schreibtisch, auf welchem Rechnungen und Geldhaufen lagen. Anatole ging mit aufgeknöpfter Uniform aus dem Zimmer, in dem die Zeugen saßen, durch das Kabinett in das Hinterzimmer, wo sein französischer Kammerdiener mit anderen die Koffer packte. Dolochow zählte Geld und machte Notizen. Nun, sagte er, Chvostikow muss 2000 bekommen. Nun gut, gib sie ihm, sagte Anatole. Makarin ist uneigennützig und geht für dich durch Wasser und Feuer. Nun, die Rechnung ist abgeschlossen, sagte Dolochow und zeigte ihm das Blatt. Ist's richtig? Ja, versteht sich, sagte Anatole. Dolochow schob den Schreibtisch zu. Höre einmal, sagte er mit spöttischem Lächeln. Gib die Geschichte auf. Noch ist Zeit. Dummkopf, erwiderte Anatole. Sprich keinen Unsinn, wenn du wüsstest. Wirklich, gib sie auf, sagte Dolochow. Nimm Vernunft an. Ist das etwa ein Spaß, was du da eingerührt hast? Ärgere mich nicht zum Teufel, erwiderte Anatole. Lasse deine dummen Scherze. Damit verließ er das Zimmer. Dolochow sah ihm mit verächtlichem Lächeln nach. Warte nur, rief er Anatole nach. Ich scherze nicht. Ich spreche vernünftig. Komm her, Anatole trat wieder ins Zimmer. Höre mich an. Ich spreche zum letzten Mal mit dir. Wozu sollte ich mit dir scherzen? Habe ich dir etwa Hindernisse in den Weg gelegt? Wer hat alles vorbereitet? Wer hat den Popen gefunden? Wer hat den Pass besorgt und Geld angeschafft? Das habe ich alles getan. Nun, ich danke dir. Du glaubst, ich sei nicht dankbar? Anatole seufzte und umarmte Dolochow. Ich habe dir geholfen, aber ich muss dir doch die Wahrheit sagen. Es ist eine gefährliche Geschichte und wenn man sie genau überlegt, eine dumme Geschichte. Nun, du entführst sie, gut. Aber was werden die Folgen sein? Man wird erfahren, dass du schon verheiratet bist und du wirst vor das Kriminalgericht kommen. Ach, Unsinn, Dummheiten, erwiderte Anatole wieder verdrießlich. Habe ich dir nicht schon alles auseinandergesetzt? Und mit jener besonderen Hartnäckigkeit eigensinniger, stumpfer Menschen für ihre eigenen Schlussfolgerungen, zu denen sie durch ihren eigenen Verstand gelangt sind, wiederholte er, was er Dolochow schon hundertmal erklärt hatte. Siehst du, wenn diese Heirat ungültig ist, so bin ich für nichts verantwortlich. Ist sie aber gültig, dann ist es ganz gleichgültig. Jenseits der Grenze wird niemand davon wissen. Ist's nicht so? Und nun schweig. Schweig. Ich sage dir, gib die Sache auf. Du bindest dich nur. Geh zum Teufel, rief Anatole, fuhr mit den Händen in die Haare und ging ins andere Zimmer. Sogleich aber kehrte er zurück und setzte sich auf einen Stuhl Dolochow gegenüber. Der Teufel weiß, was das ist. Sieh doch, wie es klopft. Er ergriff Dolochows Hand und legte sie auf sein Herz. Was für ein Füßchen, lieber Freund, und diese Blicke. Eine Göttin, rief er französisch. Mit kaltem Lächeln sah ihn Dolochow mit seinen hübschen, frechen Augen an, augenscheinlich in der Absicht, sich noch mehr über ihn lustig zu machen. Nun, und wenn das Geld ausgeht, was dann? Dann wiederholte Anatole mit aufrichtigem Erstaunen vor diesem Gedanken an die Zukunft. Was dann? Ich weiß nicht, was dann. Was sprichst du für Unsinn? Es ist Zeit. Anatole ging in das Hinterzimmer. Nun, habt ihr bald alles beisammen, rief er den Dienern zu. Dolochow nahm das Geld zusammen und befahl einem Diener, Essen und Trinken für die Reise aufzutragen. Dann ging er in das Zimmer, wo Chvostikow und Makarin saßen. Anatole lag gähnend auf dem Divan, den Kopf auf die Hände gestützt, lächelte gedankenvoll und flüsterte zärtliche Worte vor sich hin. Komm, iss etwas und trink, rief ihm Dolochow aus dem anderen Zimmer zu. Ich will nicht, erwiderte Anatole noch immer lächelnd. Komm, Balaga ist gekommen. Anatole stand auf und ging in das Speisezimmer. Balaga war ein bekannter Mietkutscher, welcher schon seit sechs Jahren Dolochow und Anatole kannte und sie mit seinem Dreigespann gefahren hatte. Nicht selten hatte er Anatole, als dessen Regiment in Iwer stand, abends aus Iwer fortgefahren, in der Dämmerung nach Moskau gebracht und in der folgenden Nacht wieder nach Hause gefahren. Mehr als einmal hatte er sie mit Zigeunerinnen und Dämchen, wie Balaga sagte, durch die Stadt gefahren. Mehr als einmal hatte er dabei Leute und Fahrzeuge überfahren und immer hatten ihn seine Herren, wie er sie nannte, herausgebissen. Mehr als einmal hatte er ein Pferd für sie zu Tode gejagt. Oft hatten sie ihn geschlagen, mit Champagner und Madeira betrunken gemacht, den er so sehr liebte. Und mehr als einen Spaß wusste er von jedem von ihnen, der einen gewöhnlichen Menschen schon lange nach Sibirien gebracht hätte. Aber er liebte dieses unsinnige Fahren, 18 Kilometer in der Stunde. Er liebte es, Droschken anzurennen, Fußgänger zu überfahren, und durch die Straßen Moskaus zu rasen. Das sind wirkliche Herren, meinte er. Auch Anatol und Olochow liebten Balaga wegen seiner Meisterschaft im Fahren. Von anderen nahm Balaga 25 Rubel für eine zweistündige Fahrt und fuhr auch nur selten selbst mit ihnen, sondern sandte meist seine Knechte. Aber mit seinen Herren fuhr er immer selbst und verlangte nie etwas dafür. Aber er wusste durch die Diener zu erfahren, wenn Geld da war und kam einmal im Laufe einiger Monate des Morgens betrunken, verbeugte sich tief und bat ihn herauszubeißen. Väterchen erlaucht, sagte er, ich habe kein Pferd mehr. Ich muss auf den Jahrmarkt fahren, bitte leihen Sie mir so viel Sie können. Und Anatol und Olochow, wenn sie bei Geld waren, gaben ihm tausend oder zweitausend Rubel. Balaga war ein untersetzter Bauer von etwa 27 Jahren mit rotem Gesicht und besonders rotem, dickem Hals, mit Stumpfnase, funkelnden kleinen Augen und kleinem Bart. Er trug einen feinen blauen Kaftan mit Seidenfutter. Er bekreuzigte sich in der Ecke des Vorzimmers. Guten Tag, euer Erlaucht, sagte er zu Anatol und streckte ihm die Hand entgegen. Ich sage dir, Balaga, sagte Anatol, indem er ihm die Hand auf die Schulter legte. Liebst du mich oder nicht? Was? Du musst mir einen Dienst erweisen. Das ganze Dreigespann mag zum Teufel gehen, aber um drei Uhr müssen wir dort sein. Wohin fahren wir? fragte Balaga, indem er die Augen zusammenkniff. Ich werde dir die Schnauze zerschlagen. Mach keine Scherze, schrie Anatol plötzlich die Augen aufreißend. Scherze, sagte lachend der Kutscher. Hat es mir je um etwas Leid getan für meine Herren? Ich werde fahren, so schnell die Pferde laufen können. Nun, setze dich, sagte Anatol. Was, setzen? fragte Dolochow. Ich kann stehen, gnädiger Herr. Setze dich, Dummkopf, trink, sagte Anatol und goss ihm ein großes Glas Madeira ein. Balagas Augen funkelten. Anstandshalber weigerte er sich zu trinken. Dann leerte er das Glas und wischte sich mit einem rotseidenen Tuch den Mund ab, das in seiner Mütze lag. Wann befehlen sie zu fahren, erlaucht? Anatol sah nach der Uhr. So gleich. Nimm dich in Acht, Balagar. Wirst du zu rechter Zeit ankommen? Warum nicht? fragte Balagar. Erinnerst du dich, erlaucht, wie wir nach Iwer fuhren? Kapitel 127 Anatole verließ das Zimmer und kam nach einigen Augenblicken zurück in einem Pelz, der mit einem silbergestickten Gürtel zusammengehalten wurde und einer Zobelmütze, die er auf die Seite gesetzt hatte und die seinem schönen Gesicht sehr gut stand. Er betrachtete sich im Spiegel und nahm ein Glas Wein. Nun, Fetja, lebe wohl, ich danke dir für alles, sagte Anatol zu Dullochow. Nun, Freunde und Genossen meiner Jugend, lebt wohl, wandte er sich an Makarin und den anderen zu. Obgleich alle mit ihm fuhren, wollte Anatol doch etwas Rührendes und Feierliches sagen. Nehmt alle die Gläser, auch du, Balagar. Nun, Genossen, Freunde meiner Jugend, wir haben gelebt und geschwärmt, nicht wahr? Ja, jetzt aber, wann werden wir uns wiedersehen? Ich fahre nach dem Ausland. Lebt wohl, Kinderchen. Auf eure Gesundheit. Hurra, sagte er. Er trank sein Glas aus und warf es auf den Fußboden. Bleiben Sie gesund, sagte Balagar, nachdem er auch sein Glas ausgetrunken hatte. Makarin umarmte Anatol mit Tränen in den Augen. Ach, Fürst, wie schwer ist es für mich, mich von dir zu trennen. Fahren, fahren, schrie Anatol. Balagar ging schon nach der Tür. Nein, halt, sagte Anatol. Schließt die Tür. Setzt euch alle. So, so. Man schloss die Tür und alle setzten sich. Nun, jetzt Marsch, Kinder, sagte Anatol aufspringend. Josef, der Diener, reichte Anatol ein Täschchen und den Säbel und alle gingen in das Vorzimmer hinaus. Und wo ist der Pelz? fragte Dolochow. Hey da, Ignati. Geh zu Matrena, Matvejevna. Ich lasse sie um den Pelz bitten. Den Zobelpelz. Ich weiß, wie es bei einer Entführung zugeht, sagte Dolochow mit den Augen blinzelnd. Sie kommt herausgelaufen, halb tot, halb lebend, hat sich etwas verspätet, dann kommen Tränen und Papachen und Mamachen und dann fängt sie an zu frieren und will zurück. Dann wickelst du sie gleich in den Pelz und trägst sie in die Troika. Der Diener brachte einen Damenfuchspelz. Dummkopf, ich habe dir ja gesagt, den Zobelpelz. Hey da, Matrena, den Zobelpelz, rief er so laut, dass seine Stimme weit durch die Zimmer ertönte. Eine hübsche, schlanke, bleiche Zigeunerin mit glänzenden, schwarzen Augen und schwarzen, lockigen Haaren in einem roten Schal lief mit einem Zobelpelz in der Hand herbei. Nun, es tut mir nicht leid darum, nimm ihn, sagte sie etwas schüchtern, indem sie ihrem Herrn den Pelz wehmütig überreichte. Ohne ihr zu antworten, nahm Dolochow den Pelz, barf ihn um Matrena und hüllte sie ein. Siehst du so, sagte Dolochow, und dann, sagte er und schlug ihr den Kragen auf, sodass von dem Gesicht nur eine kleine Öffnung blieb, dann siehst du so und erschob Anatols Kopf zu der Öffnung, die im Kragen freigeblieben war, aus welcher die glänzenden Augen Matrenas hervorsahen. Nun lebe wohl, lebe wohl, Matrena, wünsche mir Glück. Nun, Gott gäbe ihnen großes Glück, Fürst, sagte Matrena mit ihrer Zigeuneraussprache. Vor dem Hause standen zwei Dreigespanne, welche zwei junge Kutscher hielten. Balagar setzte sich auf das erste, hob die Ellenbogen in die Höhe und ergriff langsam die Zügel. Anatol und Dolochow stiegen ein, Makarin, Hvostikow und der Diener setzten sich in die zweite Troika. Ist alles fertig? fragte Balagar. Los, schrie er und wickelte die Zügel um die Hände. Die Troika fuhr den Nikitski-Boulevard hinab. Am Arbeitskollplatz fuhr sie einen Wagen an, etwas krachte, man hörte Geschrei und dann fuhr die Troika über den Platz hinüber. Bei der alten Stallschreiberstraße hielt Balagar die Pferde an. Anatol und Dolochow stiegen aus. Als sie an die Pforte des Hauses von Maria Dimitrevna kamen, pfiff Dolochow. Der Pfiff wurde beantwortet und darauf kam eine Zofe herausgelaufen. Gehen Sie in den Hof, sonst werden Sie gesehen. Sie wird gleich kommen, sagte das Mädchen. Dolochow blieb an der Pforte stehen. Anatol folgte der Zofe in den Hof und eilte auf die Vortreppe zu. Gavrila, der große, plumpe Kutscher Maria Dimitrevnas, kam ihm entgegen. Belieben Sie zur gnädigen Frau zu kommen, sagte er mit seiner Bassstimme, indem er den Rückweg zur Tür vertrat. Zu welcher gnädigen Frau? Wer bist du? fragte Anatol flüsternd. Belieben Sie einzutreten, ich habe Befehl, Sie hineinzuführen. Kuragin, zurück, schrie Dolochow. Verrat, zurück. Dolochow war bei dem Pferdchen, bei dem er zurückgeblieben war, im Handgemenge mit dem Dvornik, der sich bemühte, hinter Anatol das Pferdchen zu schließen. Mit einer letzten Anstrengung stieß Dolochow den Pferdner zurück, ergriff mit der Hand den herauseilenden Anatol, zog ihn durch das Pferdchen hinaus und lief mit ihm zurück zur Troika. Kapitel 128 Maria Dimitrevna hatte Sonja weinend im Korridor getroffen und sie genötigt, ihr alles einzugestehen. Sie ergriff den Brief, las ihn und trat mit dem Brief in der Hand in Nathalies Zimmer. Nichtswürdige, schamlose, rief sie, ich will nichts hören. Sie stieß Nathalie zurück, welche sie verwundert, aber mit trockenen Augen anblickte, schloss sie im Zimmer ein und befahl dem Dornig, die Leute, welche heute Abend kommen werden, einzulassen, aber niemand hinauszulassen und dem Kutscher Gavrila befahl sie, jene Leute zu ihr zu führen. Dann setzte sie sich in Erwartung der Entführer in den Salon. Als Gavrila ihr meldete, die Leute seien entflohen, stand sie ärgerlich auf, legte die Hände auf den Rücken und im Zimmer auf- und abgehend überlegte sie lange, was sie tun sollte. Um zwölf Uhr nachts ging sie an das Zimmer Nathalies. Sonja saß weinend im Korridor. Maria Dimitrevna, lassen Sie mich zu ihr um Gottes Willen, sagte sie, aber ohne ihr zu antworten schloss die Dame die Tür auf und trat ein. Abscheulich, nichtswürdig, in meinem Hause, eine so niedrige Person. Es tut mir nur um ihren Vater leid, dachte Maria Dimitrevna und bemühte sich, ihre Wut zu beherrschen. So schwer es auch sein wird, werde ich doch allen Befehlen zu schweigen und es dem Grafen verheimlichen. Mit entschiedenen Schritten trat sie ins Zimmer. Nathalie lag ruhig auf dem Divan. Sie hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt und lag noch in derselben Lage, in der sie Maria Dimitrevna verlassen hatte. Schön, sehr schön, sagte die Dame. In meinem Hause hält man Zusammenkünfte mit dem Liebhaber. Da ist nichts mehr zu verstellen. Nein, höre, wenn ich mit dir spreche. Maria Dimitrevna berührte sie an der Hand. Höre, wenn ich mit dir spreche. Du hast dich beschimpft wie das letzte Mädchen. Ich würde dich behandeln, wie du es verdienst. Aber es tut mir um deinen Vater leid. Ich will es ihm verschweigen. Nathalie änderte ihre Stellung nicht, aber ihr Körper wurde von lautlosen, krampfhaften Weinen erschüttert. Maria Dimitrevna blickte sich nach Sonja um und setzte sich neben Nathalie auf den Divan. Es ist sein Glück, dass er mir entkam. Aber ich werde ihn finden, sagte sie mit ihrer groben Stimme. Hörst du, was ich sage? Sie schob ihre große Hand unter Nathalies Gesicht und wandte es zu sich. Maria Dimitrevna und Sonja sahen mit Erstaunen Nathalies Gesicht an. Ihre Augen funkelten in trockenem Glanz, die Lippen waren geschlossen. Lassen Sie mich. Ich sterbe, sagte sie. Sie riss sich mit einer zornigen Anstrengung von Maria Dimitrevna los und nahm ihre frühere Lage wieder an. Nathalie, sagte Maria Dimitrevna, ich will nur dein Wohl. Höre mich an. Ich sage nichts darüber, wie sehr du dich vergangen hast. Das weißt du selbst. Nun, und morgen kommt dein Vater. Was soll ich ihm sagen? Wieder zuckte Nathalies Körper im krampfhaften Bein. Nun, wenn er es erfährt. Und dein Bruder. Und dein Bräutigam. Ich habe keinen Bräutigam. Ich habe ihm abgeschrieben, rief Nathalie. Gleich viel, fuhr Maria Dimitrevna fort. Sie werden es erfahren. Was dann? Ich kenne deinen Vater. Und wenn er ihn zum Duell herausfordert, wird das gut sein? Wie? Ach, lassen Sie mich. Warum haben Sie sich eingemischt? Warum? Warum? Wer hat sie gebeten? Schrie Nathalie, welche sich vom Divan erhoben hatte und Maria Dimitrevna zornig ansah. Was wolltest du tun? rief Maria Dimitrevna, wieder in Wut geratend. Hat man dich etwa eingeschlossen? Wer hat ihn verhindert, das Haus offen zu besuchen? Warum brauchte er dich, wie eine Zigeunerin zu entführen? Nun, und wenn er dich entführt hätte, glaubst du, man hätte ihn nicht gefunden? Dein Vater oder dein Bräutigam? Aber er ist ein Schurke, ein Elender. Er ist besser als ihr alle, schrie Nathalie aufspringt. Wenn sie nicht alles verhindert hätten. Ach, mein Gott, Sonja, warum? Geht, geht. Sie brach in ein so verzweifeltes Weinen aus, wie man nur einen Kummer ausweint, den man sich selbst zuzuschreiben hat. Maria Dimitrevna wollte widersprechen. Aber Nathalie schrie ihr zu. Gehen Sie, gehen Sie! Sie alle verabscheuen und verachten mich. Dann warf sie sich wieder auf den Divan. Maria Dimitrevna fuhr noch einige Zeit fort, ihr ins Gewissen zu reden. Sie sagte, das alles müsse dem Grafen verborgen bleiben. Niemand werde etwas erfahren, wenn es nur Nathalie alles vergessen und sich nicht anmarken lassen werde, dass etwas vorgefallen sei. Nathalie gab keine Antwort. Sie weinte nicht mehr und wurde von Frost geschüttelt. Maria Dimitrevna legte ihr ein Kissen unter, bedeckte sie mit zwei Decken und brachte ihr selbst Lindenblütentee. Aber Nathalie gab noch immer keine Antwort. Nun, mag sie schlafen, sagte Maria Dimitrevna, das Zimmer verlassend, in der Meinung, sie sei eingeschlafen. Aber Nathalie schlief nicht und sah mit starren Augen vor sich hin. Die ganze Nacht schlief Nathalie nicht, weinte auch nicht mehr und sprach kein Wort mit Sonja, welche mehrere Male aufstand und zu ihr ging. Am anderen Morgen um die Frühstückszeit kam der Graf an, wie er versprochen hatte. Er kam von dem Gut und war sehr heiter. Er hatte Aussicht, den Verkauf zustande zu bringen und jetzt hielt ihn nichts mehr in Moskau zurück. Er sehnte sich auch nach der Gräfin. Maria Dimitrevna kam ihm entgegen und sagte ihm, Nathalie sei gestern Abend erkrankt. Sie habe nach dem Arzt geschickt. Jetzt aber befinde sie sich besser. Nathalie verließ an diesem Morgen nicht ihr Zimmer. Mit festgeschlossenen Lippen und trockenen, starren Augen saß sie beim Fenster, betrachtete unruhig die Vorübergehenden in der Straße und blickte sich rasch um, wenn jemand ins Zimmer trat. Augenscheinlich erwartete sie, dass Couragin Nachricht senden oder selbst kommen werde. Als der Graf auf sie zutrat, wandte sie sich unruhig um und ihr Gesicht nahm den früheren, kalten und sogar zornigen Ausdruck wieder an. Sie erhob sich nicht einmal, um ihm entgegenzugehen. Was ist dir, mein Engel? Bist du krank? fragte der Graf. Nathalie schwieg. Ja, erwiderte sie endlich. Auf seine besorgten Fragen versicherte sie ihm, es sei nichts. Und Maria Dimitrevna bestätigte dem Grafen Nathalies Versicherung, es sei nichts vorgefallen. Obgleich der Graf an der Verwirrung der Mädchen und den verlegenen Gesichtern Sonjas und Maria Dimitrevnas nur zu deutlich sah, dass in seiner Abwesenheit etwas vorgefallen war, liebte er doch seine heitere Ruhe so sehr, dass er sich weiterer Fragen enthielt und sich einzureden suchte, es sei kein Grund zu Besorgnissen vorhanden. Kapitel 129 Seit der Ankunft seiner Frau in Moskau hatte Peter die Absicht zu verreisen, nur um nicht mit ihr zusammen zu sein. Bald nach der Ankunft Nathalies in Moskau veranlasste ihn der Eindruck, den sie auf ihn machte, die Ausführung seiner Absicht zu beeilen. Er fuhr nach Iwa zu der Witwe Bastejevs, welche schon lange versprochen hatte, ihm die Papiere des Verstorbenen zu übergeben. Als Peter nach Moskau zurückkehrte, erhielt er einen Brief von Maria Dimitrevna, welche ihn wegen einer wichtigen Sache zu sich rief. Auf dem Wege dahin rief ihn auf dem Iwaschen Boulevard jemand an. Peter, bist du schon lange wieder hier? rief eine bekannte Stimme. In einem zweispändigen Schlitten saß Anatol mit seinem beständigen Begleiter Makarin. Anatol saß gerade, in der klassischen Haltung kriegerischer Stutzer. Ein Biberkragen umschloss seinen Hals, sein Gesicht war gerötet und frisch, der Hut mit dem weißen Federbusch saß auf der Seite und ließ seine pomadisierten und mit Schnee beworfenen Haare sehen. Wirklich, das ist ein wahrer Weiser, dachte Peter. Er sieht nichts außer dem Augenblick des Vergnügens. Nichts beunruhigt ihn und deshalb ist er immer so heiter und zufrieden. Was würde ich darum geben, so zu sein wie er, dachte Peter neidisch. Im Vorzimmer sagte der Diener, welcher Peter den Pelz abnahm, Maria Dimitrevna lasse ihn zu sich ins Schlafzimmer bitten. Als Peter die Tür zum Saal öffnete, erblickte er Nathalie, welche am Fenster saß, mit hageren, bleichem und zornigem Gesicht. Mit kühler Würde verließ sie das Zimmer. Was ist geschehen? fragte Peter, als er zu Maria Dimitrevna eintrat. Schöne Geschichten, erwiderte sie. 55 Jahre habe ich in der Welt gelebt, aber einen solchen Skandal habe ich nicht erlebt. Sie nahm Peter sein Ehrenwort ab, über alles zu schweigen, was sie ihm sagen werde und teilte ihm dann mit, dass Nathalie ihrem Bräutigam ohne Wissen der Eltern einen Absagebrief geschrieben habe, dass die Veranlassung dazu, Anatol Kuragin war, mit dem Peters Frau sie bekannt gemacht habe und mit welchem Nathalie in Abwesenheit ihres Vaters entfliehen und sich heimlich verheiraten wollte. Peter hörte mit offenem Munde zu und traute seinen Ohren nicht. Das liebliche Bild Nathalies, die er von Jugend auf kannte, vermochte er nicht mit der neuen Vorstellung von ihrer Erniedrigung und Torheit zu vereinigen. Er dachte an seine Frau. Es ist eine wie die andere, sagte er zu sich selbst und dachte, nicht ihm allein sei das traurige Geschick beschieden, an ein abscheuliches Weib gebunden zu sein. Aber er war doch bis zu Tränen gerührt um Fürst André, dessen Stolz er kannte, und je mehr er seinen Freund bedauerte, mit desto größerer Verachtung dachte er an diese Nathalie, welche eben mit dem Ausdruck kalter Würde durch den Saal gegangen war. Er wusste nicht, dass das Herz Nathalies mit Verzweiflung und Beschämung erfüllt war und dass sie unschuldig daran war, dass ihr Gesicht unwillkürlich eine ruhige Würde ausdrückte. Heiraten, wiederholte Peter, er ist ja schon verheiratet. Es wird immer schöner. Ein prächtiger Junge, ein richtiger Schurke. Sie aber wartet immer noch, schon den zweiten Tag. Man muss es ihr sagen, damit sie wenigstens aufhört zu warten. Nachdem die Dame von Peter die Einzelheiten von Anatols Verheiratung erfahren und mit ihrem Zorn in heftigen Reden Luft gemacht hatte, teilte sie ihm mit, warum sie ihn berufen habe. Sie fürchte, der Graf oder Bolkonski, der jeden Augenblick ankommen könne, werde die Sache erfahren, die sie ihnen verbergen wolle und Kuragin zum Duell herausfordern. Und deshalb bat sie ihn, in ihrem Namen seinem Schwager zu befehlen, Moskau sogleich zu verlassen, und ihr nicht wieder unter die Augen zu kommen. Peter versprach, ihren Wunsch zu erfüllen. Nimm dich in Acht. Der Graf weiß noch nichts, sagte sie, als sie wieder in den Saal traten. Tu so, als ob du von nichts wüsstest. Ich werde ihr jetzt sagen, sie brauche nicht mehr zu warten. Bleibe hier zu Tisch, wenn du willst. Peter traf den alten Grafen, welcher sehr verwirrt und betrübt aussah. Nathalie hatte ihm an diesem Morgen gesagt, dass sie Bolkonski einen Absagebrief geschrieben habe. Schlimm, schlimm, Freundchen, sagte er zu Peter. Schlimm mit solchen Mädchen, wenn die Mutter nicht da ist. Wie tut es mir leid, dass ich hierher gekommen bin. Ich werde aufrichtig gegen sie sein. Haben sie schon gehört, dass sie ihren Bräutigam abgeschrieben hat, ohne jemanden zu fragen? Ich war ja nie sehr erfreut über diese Verlobung. Zugestanden, er ist ein guter Mensch, aber gegen den Willen des Vaters zu heiraten, bringt kein Glück. Und Nathalie wird nicht ohne Bräutigam bleiben. Die Sache hat schon zu lange gedauert. Aber einen solchen Schritt zu tun, ohne Vater und Mutter zu fragen. Und jetzt ist sie krank. Gott weiß, wie das werden wird. Peter sah, dass der Graf ganz zerfahren war und bemühte sich, das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu lenken. Aber der Graf kehrte immer wieder zu seinem Kummer zurück. Sonja trat mit sorgenvoller Miene in den Saal. Nathalie ist nicht ganz gesund. Sie ist in ihrem Zimmer und wünscht, sie zu sehen, sagte sie zu Peter. Maria Dimitrevna ist bei ihr und lässt sie auch bitten. Nun, sie sind sehr befreundet mit Bolkonski. Wahrscheinlich will sie ihnen einen Auftrag an ihn geben, sagte der Graf. Ach, mein Gott, mein Gott, wie schön war das alles. Er fasste sich in seine dünnen, grauen Haare und verließ das Zimmer. Maria Dimitrevna hatte Nathalie mitgeteilt, dass Anatol verheiratet sei. Aber Nathalie wollte ihr nicht glauben und verlangte eine Bestätigung von Peter selbst. Dies teilte Sonja Peter mit, während sie ihn durch den Korridor nach dem Zimmer Nathalies begleitete. Als Peter eintrat, begegnete er dem fieberhaft glänzenden, fragenden Blick Nathalies. Sie lächelte nicht und nickte ihm nicht zu wie früher, sondern sah ihn nur starr an und ihr Blick fragte nur eins, ob er ein Freund Anatols sei oder eben solch ein Feind wie alle anderen. Sonst schien er nicht für sie zu existieren. Er weiß alles, er wird dir sagen, ob ich die Wahrheit gesprochen habe, sagte Maria Dimitrevna. Wie ein verwundeter Hirsch nach den Hunden und Jägern blickt, sah Nathalie bald Maria Dimitrevna, bald Peter an. Nathalie Ilitschna begann Peter mit gesenkten Augen, voll Mitleid und voll Widerwillen gegen die Operation, die er ausführen sollte. Ob es wahr ist oder nicht wahr, das muss für sie ganz gleichgültig sein, denn es ist also nicht wahr, dass er verheiratet ist. Doch, es ist wahr. Ist er schon lange verheiratet? fragte sie. Ihr Ehrenwort. Peter gab ihr sein Ehrenwort. Ist er noch hier? fragte sie hastig. Ja, ich habe ihn soeben gesehen. Sie war nicht imstande zu sprechen und machte mit den Händen ein Zeichen, man solle sie allein lassen. Kapitel 130 Peter blieb nicht zu Tisch und machte sich sogleich auf den Weg, um Anatol zu suchen. Er suchte ihn lange vergebens an den verschiedensten Stellen und fuhr endlich in den Club. Auch hier war Anatol nicht und Peter erwartete ihn lange Zeit vergeblich. Dann speiste er und fuhr nach Hause. Währenddessen beriet sich Anatol mit Olochow, wie man die misslungene Geschichte wieder in Gang bringen könne. Es schien ihm unumgänglich nötig, Nathalie zu sehen. Abends fuhr er zu seiner Schwester, um sie zu überreden, ihm dabei behilflich zu sein. Als Peter nach Hause kam, meldete ihm der Diener, Fürst Anatol sei bei der Gräfin. Der Salon war voll Gäste. Ohne seine Frau zu begrüßen, die er seit seiner Rückkehr nicht gesehen hatte und die er in diesem Augenblick mehr als jemals verabscheute, trat er in den Saal, wo er Anatol fand, und ging sogleich auf ihn zu. Die Gräfin kam ihm entgegen. Ah, Peter, sagte sie, du weißt nicht, in welchem Zustand sich unser Anatol befindet. Sie stutzte beim Anblick seines gesenkten Kopfes, seiner glänzenden Augen, seines entschiedenen Gangs und jenes schrecklichen Ausdrucks der Wut und Kraft, den sie nach dem Duell mit Olochow kennengelernt hatte. Wo Sie sind, da ist auch Verworfenheit und Laster, erwiderte er seiner Frau. Anatole, kommen Sie, ich muss mit Ihnen sprechen, sagte er französisch. Anatole blickte sich nach seiner Schwester um und stand gehorsam auf. Peter ergriff seine Hand und zog ihn an sich, um das Zimmer zu verlassen. Wenn Sie sich erlauben, in meinem Salon, flüsterte Helene, aber Peter verließ das Zimmer ohne ihr zu antworten. In seinem Kabinett angekommen, schloss Peter die Tür und wandte sich Anatole zu, dessen Mine Unruhe zeigte. Sie haben der Gräfin Rostov versprochen, sie zu heiraten? Sie wollten sie entführen? Mein Lieber, erwiderte Anatole französisch, wie das ganze Gespräch geführt wurde. Ich halte mich nicht verpflichtet, auf Fragen, die in solchem Ton gestellt werden, zu antworten. Auf Peters bleichem Gesicht flammte die Wut auf. Er ergriff mit seiner großen Hand Anatole am Kragen der Uniform und schüttelte ihn so lange, bis Anatole's Gesicht einen genügenden Ausdruck von Schrecken annahm. Ich spreche nur, weil ich nötig habe, mit ihnen zu sprechen, wiederholte Peter. Was soll das heißen? Das ist ganz unsinnig, sagte Anatole, indem er den einen mit dem Tuch abgerissenen Knopf des Kragens befühlte. Sie sind ein nichtswürdiger Schurke. Ich weiß nicht, was mich abhält, ihnen den Kopf damit zu zerschmettern, rief Peter. Er hatte ein schweres Buch ergriffen, legte es aber sogleich wieder zurück. Haben Sie versprochen, sie zu heiraten? Ich dachte nicht daran, Peter unterbrach ihn. Haben Sie Briefe von ihr? Anatole steckte die Hand in die Tasche und brachte eine Brieftasche hervor. Peter nahm sie, stieß einen im Wege stehenden Tisch um und ließ sich auf dem Divan nieder. Ich werde Ihnen nichts tun, fürchten Sie sich nicht, sagte Peter, als er eine erschreckte Bewegung Anatole bemerkte. Brief 1, sagte er, als ob er eine Lektion sich selbst wiederholte. 2, fuhr er nach kurzem Schweigen fort. Dann stand er wieder auf und ging auf und ab. Sie müssen morgen Moskau verlassen. Wie kann ich? 3, fuhr Peter fort, ohne auf ihn zu hören. Sie dürfen nie ein Wort darüber sprechen, was zwischen Ihnen und der Gräfin vorgefallen ist. Ich weiß, ich kann Ihnen das nicht verbieten, aber wenn Sie noch einen Funken von Gewissen haben. Peter ging mehrmals schweigend auf und ab. Anatole saß am Tisch und biss sich auf die Lippen. Sie müssen doch begreifen, dass es außer Ihrem Vergnügen auch noch etwas anderes in der Welt gibt. Das Glück und die Ruhe anderer Menschen und dass Sie ein ganzes Leben vernichten, nur weil Sie sich amüsieren wollen. Amüsieren Sie sich mit Frauen von der Art meiner Frau. Bei Ihnen sind Sie im Recht. Diese wissen, was Sie von Ihnen wollen. Sie sind gewaffnet gegen Sie durch dieselbe Erfahrung in der Verworfenheit. Aber einem Mädchen die Ehe zu versprechen, sie zu betrügen, begreifen Sie denn nicht, dass das ebenso gemein ist, als einen Greis oder ein Kind zu ermorden? Peter schwieg und sah Anatole nicht mehr mit wütenden, sondern mit fragenden Blicken an. Davon weiß ich nichts und will nichts davon wissen, sagte Anatole. Der Dreister wurde, je mehr Peter seine Wut beherrschte. Aber Sie haben solche Ausdrücke gebraucht, wie ich Sie als Ehrenmann niemand erlaube. Peter sah ihn verwundert an, ohne zu begreifen, was er wollte. Obgleich das unter vier Augen geschah, kann ich doch nicht. Wie? Wollen Sie genug tun? fragte Peter spöttisch. Wenigstens können Sie Ihre Worte zurücknehmen. Wie? Wenn Sie wollen, dass ich Ihren Wunsch erfüllen soll. Wie? Ich nehme Sie zurück, sagte Peter hastig und bitte Sie um Entschuldigung. Unwillkürlich blickte er dabei nach dem abgerissenen Knopf. Und wenn Sie Geld brauchen? Anatols Miene zeigte ein schüchternes, gemeines Lächeln, das Peter an seiner Frau kennengelernt hatte. Oh, gemeine, herzlose Rasse, sagte er und verließ das Zimmer. Am anderen Tag reiste Anatole nach Petersburg. Kapitel 131 Peter fuhr zu Maria Dimitrevna, um ihr zu versichern, dass ihr Wunsch erfüllt und Kuragin aus Moskau fortgejagt sei. Das ganze Haus war in Angst und Aufregung. Nathalie war sehr krank und wie Maria Dimitrevna ihm als Geheimnis mitteilte, hatte sie in derselben Nacht, nachdem sie erfahren, dass Anatole verheiratet sei, sich mit Arsenik vergiftet, dass sie sich heimlich verschafft hatte. Nachdem sie einen Teil davon verschluckt, hatte das Entsetzen sie überwältigt, sie hatte Sonja geweckt und ihr gesagt, was sie getan hatte. Es wurden rechtzeitig Maßregeln gegen das Gift ergriffen und jetzt war sie außer Gefahr, aber noch immer so schwach, dass man nicht daran denken konnte, sie aufs Gut zu bringen. Deshalb hatte man nach der Gräfin gesandt. Peter sah den ganz bestürzten Grafen und die verweinte Sonja, konnte aber Nathalie nicht sehen. Als Peter an diesem Tage im Club speiste, hörte er von allen Seiten von der versuchten Entführung der Gräfin Rostov, denen er entgegentrat, indem er versicherte, sein Schwager habe Nathalie einen Antrag gemacht und einen Korb erhalten. Peter hielt sich für verpflichtet, die ganze Sache zu verheimlichen und den Ruf Nathalies wiederherzustellen. Mit Angst erwartete er die Rückkehr des Fürsten André und erkundigte sich jeden Tag bei dem alten Fürsten. Durch Mademoiselle Bourriens Vermittlung hatte der Fürst alle Gerüchte, die in der Stadt umliefen, erfahren und den Brief an Marie gelesen, in welchem Nathalie ihren Bräutigam abschrieb. Er war vergnügter als gewöhnlich und erwartete seinen Sohn mit großer Ungeduld. Einige Tage nach der Abreise Anatols erhielt Peter einen Brief vom Fürsten André, der ihn von seiner Ankunft benachrichtigte und ihn bat, ihn zu besuchen. In den ersten Stunden nach seiner Ankunft in Moskau erhielt Fürst André von seinem Vater den Absagebrief Nathalies an Marie, welchen Mademoiselle Bruyenne Marie entwendet und dem alten Fürsten gebracht hatte. Er erfuhr auch von seinem Vater die Geschichte über die Entführung Nathalies mit Ausschmückungen. Am Morgen nach der Ankunft des Fürsten André fuhr Peter zu ihm. Er hatte erwartet, André fast in demselben Zustand wie Nathalie zu finden und war deshalb verwundert, als er in den Saal trat und aus dem Kabinett die laute Stimme des Fürsten André vernahm, welcher lebhaft von einer Petersburger Intrige sprach. Der alte Fürst und eine andere Stimme unterbrachen ihn zuweilen. Marie kam Peter entgegen. Seufzend wies sie mit der Hand nach der Tür, wo Fürst André sich befand. Aber Peter sah an ihrem Gesicht, dass sie über das Vorgefallene erfreut war, sowie über die Art, wie ihr Bruder die Nachricht von der Treulosigkeit seiner Braut aufgenommen hatte. Er sagte, er habe das erwartet, bemerkte sie. Ich weiß, dass der Stolz ihm nicht erlaubt, seine Gefühle auszusprechen, aber er hat es doch besser, viel besser ertragen, als ich erwartet habe. Es sollte nun einmal so sein. Aber ist wirklich alles zu Ende? fragte Peter. Fürstin Marie sah ihn verwundert an und begriff nicht, wie er so fragen konnte. Peter trat ins Kabinett. Fürst André war sehr verändert, schien viel gesünder geworden zu sein, aber zwischen den Augenbrauen zeigte sich eine neue Querfalte. Er stand im Salonanzug seinem Vater und dem Fürsten Metzscherski gegenüber und sprach eifrig mit lebhaften Gebärden. Man sprach von Siparanski, von seiner plötzlichen Verschickung nach Sibirien und seinem angeblichen Verrat. Jetzt wird er von allen denen verurteilt, welche vor einem Monat ihn verherrlichten, sagte Fürst André, und welche nicht imstande waren, seine Ziele zu begreifen. Ein Menschen, der in Ungnade gefallen ist, zu verurteilen und alle Fehler anderer auf ihn zu wälzen, ist leicht. Aber ich sage, wenn etwas Gutes unter der jetzigen Regierung geschehen ist, so hat er, er allein es getan. Als er Peter erblickte, zuckte sein Gesicht und nahm sogleich einen zornigen Ausdruck an. Nun, du wirst immer dicker, sagte er lebhaft, aber die neue Falte auf seiner Stirn vertiefte sich. Ja, ich bin gesund, erwiderte er auf Peters Frage und lachte. Er sprach von den schrecklichen Wegen von der polnischen Grenze an, von Leuten, die er in der Schweiz getroffen hatte und Peter kannten und von Monsieur Dessal, den er als Erzieher seines Sohnes vom Ausland mitgebracht habe und mischte sich dann wieder mit Eifer in das Gespräch über Speranski. Wenn man Beweise von seinem Verrat und seiner geheimen Verbindung mit Napoleon hätte, so würde man sie dem ganzen Volk bekannt gemacht haben, sagte er. Persönlich liebte ich Speranski nicht, aber ich liebe die Wahrheit. Peter wusste, dass sein Freund das Bedürfnis nach Aufregung und Streit über eine fremde Sache nur deshalb empfand, um die ihn peinigenden Gedanken zu ersticken. Als Fürst Mischerski gegangen war, nahm André Peters Arm und lud ihn ein, in sein Zimmer zu kommen. Dort lagen offene Koffer und Taschen umher. Fürst André nahm aus einem der Koffer eine Schatulle und aus dieser ein Paket Papiere. Das alles tat er schweigend und hastig. Er erhob sich und hustete. Sein Gesicht war finster und die Lippen zusammengepresst. Verzeih, wenn ich dir beschwerlich falle. Peter begriff, dass André von Nathalie reden wollte und sein breites Gesicht drückte Teilnahme und Mitleiden aus. Aber André war erzürnt darüber und fuhr mit entschiedenem, lautem, unangenehmem Ton fort. Ich habe von der Gräfin Rostov einen Absagebrief erhalten und Gerüchte gehört, dass dein Schwager sich um ihre Hand bemüht oder etwas in der Art. Ist es wahr? Es ist wahr und nicht wahr, begann Peter. Aber Fürst André unterbrach ihn. Hier sind ihre Briefe und ihr Porträt. Er nahm das Paket vom Tisch und übergab es Peter. Übergib das der Gräfin, wenn du sie siehst. Sie ist sehr krank, sagte Peter. Sie ist also noch hier, fragte André. Und Fürst Couragin? Er ist schon lange abgereist. Sie war dem Tode nahe. Ich bedauere sehr ihre Krankheit, sagte Fürst André mit einem kalten, bösen, unangenehmen Lachen, das dem seines Vaters glich. Aber Herr Couragin hat wahrscheinlich die Gräfin Rostov seine Hand nicht würdig befunden, sagte André und schnaubte mehrmals. Er konnte nicht heiraten, weil er schon verheiratet war, sagte Peter. Fürst André lachte spöttisch nach Art seines Vaters. Wo ist er jetzt, dein Schwager? Kann ich ihn sehen? Er ist nach Peters... Ich weiß nicht genau, erwiderte Peter. Das ist ganz gleichgültig, sagte André. Sage der Gräfin Rostov, dass sie vollkommen frei war und ist und dass ich ihr das Beste wünsche. Peter ergriff das Paket Papiere. Fürst André blickte ihn einen Augenblick schweigend an, als ob er nachdenke, ob er nicht noch etwas zu sagen habe oder als ob er erwartete, ob Peter ihm noch etwas sagen werde. Hören Sie mich an, erinnern Sie sich unseres Streits in Petersburg, sagte Peter. Oh ja, erwiderte André rasch. Ich sagte, einer gefallenen Frau müsste man verzeihen. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich verzeihen könne. Ich kann es nicht. Kann man es vielleicht wieder gut machen, sagte Peter. Aber André unterbrach ihn. Ja, nochmals um ihre Hand bitten, großmütig sein und dergleichen. Ja, das wäre sehr edel. Aber ich bin nicht imstande, den Spuren dieses Herrn zu folgen. Willst du mein Freund sein, so sprich niemals mit mir davon. Nun, adieu, du wirst es ihr übergeben. Peter ging zu dem alten Fürsten und Marie. Der Alte schien heiterer als gewöhnlich zu sein, Marie aber war ebenso wie immer. Aber auch in ihrem Mitgefühl für ihren Bruder sah Peter ihre Freude darüber, dass die Heirat ihres Bruders vereitelt war. Peter begriff, welche Verachtung und Wut sie alle gegen die Rostovs hegten. Bei Tisch wurde über den bevorstehenden Krieg gesprochen. Fürst André sprach beständig. Bald stritt er mit seinem Vater, bald mit Dessal, dem schweizerischen Erzieher. Peter aber erkannte sehr wohl die Ursache dieser Spannung und Lebhaftigkeit. Kapitel 132 An demselben Abend machte Peter einen Besuch bei dem Grafen Rostov, um seinen Auftrag auszuführen. Nathalie lag im Bett und der Graf war im Club. Peter übergab die Briefe Sonja und ging zu Maria Dimitrevna, welche sehr gespannt darauf war, zu erfahren, wie Fürst André die Nachricht aufgenommen habe. Nach zehn Minuten kam Sonja zu Maria Dimitrevna. Nathalie wünscht durchaus den Grafen Peter Krilic zu sehen, sagte sie. Aber soll ich ihn zu ihr führen? Bei euch ist nicht aufgeräumt, sagte Maria Dimitrevna. Nein, sie hat sich angekleidet und ist in den Saal gegangen, erwiderte Sonja. Maria Dimitrevna zuckte mit den Achseln. Sie quält mich immer mit Fragen, wann die Gräfin komme. Nimm dich in Acht, sage ihr nicht alles, wandte sie sich zu Peter. Sie spricht kein böses Wort, sie ist nur immer traurig. Nathalie stand mitten im Saal mit bleichem, ernstem Gesicht, aber durchaus nicht beschämt, wie Peter erwartet hatte. Peter ging rasch auf sie zu, in der Erwartung, dass sie ihm wie immer die Hand reichen werde. Aber sie kam ihm entgegen, blieb vor ihm stehen, atmete schwer auf und ließ kraftlos die Arme sinken. Peter Krilic, sagte sie hastig, Fürst Bolkonski war ihr Freund und ist es noch. Er sagte mir damals, ich solle mich an sie wenden. Peter blickte sie schweigend an. Er hatte sich bemüht, sie zu verachten, aber jetzt brachte das Mitleid alle Vorwürfe zum Schweigen. Er ist jetzt hier, sagen Sie ihm, er möge mir vergeben, vergeben. Sie schwieg und atmete noch hastiger, weinte aber nicht. Ja, das werde ich ihm sagen, erwiderte Peter, aber er wusste nicht, was er sagen sollte. Nathalie war sichtlich erschrocken darüber, dass Peter sie falsch verstehen könne. Ich weiß, dass alles zu Ende ist, sagte sie hastig. Nein, es kann niemals sein. Mich quält nur der Gedanke, dass ich ihm Böses zugefügt habe. Sagen Sie ihm nur, ich bitte ihn zu verzeihen. Sie zitterte am ganzen Körper und musste sich niedersetzen. Ein noch nie empfundenes, überwältigendes Gefühl von Mitleid erfüllte Peter. Ich werde es ihm sagen, sagte er, aber eins möchte ich wissen. Was ist das? fragte Nathalies Blick. Ich möchte wissen, ob sie ihn liebten. Peter wusste nicht, wie er Anatol nennen sollte und errötete. Ob sie diesen schlechten Menschen liebten. Nennen Sie ihn nicht schlecht, sagte Nathalie, aber ich weiß nichts, nichts. Sie weinte. Sprechen wir nicht mehr davon, sagte Peter. So seltsam erschien Nathalie plötzlich diese milde, herzliche Stimme. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich werde ihm alles sagen, aber ich bitte Sie nur um eins. Sehen Sie mich immer als Ihren Freund an und wenn Sie Hilfe und Rat bedürfen, so denken Sie an mich. Er ergriff ihre Hand und küsste sie. Ich werde glücklich sein, wenn ich imstande bin, Peter stockte verwirrt. Sprechen Sie nicht so mit mir, ich verdiene das nicht, rief Nathalie und wollte das Zimmer verlassen, aber Peter hielt sie an der Hand zurück. Er wusste, dass er noch etwas zu sagen hatte, aber als er es aussprach, war er selbst über seine Worte verwundert. Hören Sie auf zu weinen, das ganze Leben liegt noch vor Ihnen, sagte er. Vor mir? Nein, für mich ist alles zu Ende, sagte sie mit Beschämung. Alles zu Ende, wiederholte er, wenn ich nicht ich wäre, sondern der schönste, größte und beste Mensch der Welt und frei wäre, so würde ich in diesem Augenblick Sie auf den Knien um Ihre Hand und Ihre Liebe bitten. Zum ersten Mal seit vielen Tagen weinte Nathalie Tränen der Dankbarkeit und Rührung. Mit einem Blick auf Peter verließ sie das Zimmer. Nach ihr eilte auch Peter fast im Lauf ins Vorzimmer hinaus. Er konnte die Tränen der Rührung und des Glücks kaum zurückhalten. Er vermochte nicht, den Amel zu finden, warf den Pelz um und setzte sich in den Schlitten. Wohin befehlen Sie? fragte der Kutscher. Wohin? wiederholte Peter. Wohin kann ich jetzt fahren? In den Club? Oder in Gesellschaft? Alle Menschen schienen ihm jetzt so armselig im Vergleich mit dem Gefühl der Verehrung und Liebe, das er empfunden hatte. Nach Hause, sagte Peter. Es war eine helle Frostnacht. Über den schmutzigen, halbdunklen Straßen, über den schwarzen Dächern wölbte sich der dunkle Himmel. Dort oben stand der helle, ungeheure Komet von 1812. Derselbe, welcher, wie man sagte, alle Schrecken und das Ende der Welt voraussagte. Aber in Peter erregte dieses Gestirn mit seinem langen, feurigen Schweif kein Gefühl des Schreckens. Im Gegenteil, mit tränenfeuchten Augen blickte er hinauf nach dem feurigen Kometen, welcher mit unbeschreiblicher Schnelligkeit unermessliche Strecken in parabolischer Linie durchlief. Die Erscheinung dieses Gestirns entsprach vollkommen dem, was in seiner zu neuem Leben erwachten Seele vorging. Kapitel 133 Am 29. Mai verließ Napoleon Dresden, wo er drei Wochen zugebracht hatte, umgeben von einem Hof von Fürsten, von Herzögen, Königen und sogar einem Kaiser. Vor seiner Abreise schmeichelte Napoleon den Prinzen und Königen, welche das verdient hatten und gab den Königen und Fürsten, mit denen er unzufrieden war, seine Ungnade zu erkennen, beschenkte die österreichische Kaiserin mit Brillanten und umarmte zärtlich die Kaiserin Maria Luise, welche die Trennung kaum noch ertragen zu können schien. Obgleich die Diplomatie noch fest an die Möglichkeit des Friedens glaubte und obgleich Napoleon selbst an Kaiser Alexander einen Brief geschrieben hatte, worin er ihn »Mein Herr Bruder« nannte und versicherte, er wünsche keinen Krieg, fuhr er doch zur Armee ab und gab auf jeder Station neue Befehle, um den Marsch der Armee gegen Osten zu beschleunigen. Er fuhr in einem sechsspännigen Reisewagen, umgeben von seinen Adjutanten über Posen, Thorn, Danzig nach Königsberg. Überall kamen ihm Tausende von Menschen zitternd und zögernd entgegen. Am 10. Juni holte er die Armee ein und übernachtete im Walde von Wilkowischki, wo auf dem Gute eines polnischen Grafen Quartier für ihn bereitgehalten wurde. Nachdem Napoleon am anderen Tag die Armee überholt hatte, fuhr er im Wagen an den Nimen, um die Örtlichkeit des Übergangs zu besichtigen. Er trug eine polnische Uniform und fuhr ans Ufer. Als er am jenseitigen Ufer Kosaken und die unabsehbare Ebene erblickte, gab er für alle unerwartet und allen strategischen und diplomatischen Rücksichten entgegen den Befehl zum Einmarsch und am nächsten Morgen begann die Armee, den Nimen zu überschreiten. Frühmorgens am 12. Juni trat er aus dem Zelt, welches am Ufer des Nimen für ihn errichtet worden war, und blickte durch ein Fernrohr nach den Heersäulen, welche aus dem Wald von Wilkowischki hervorkamen und sich über die drei Brücken, die über den Nimen geschlagen waren, ergossen. Den Truppen war es bekannt, dass der Kaiser zugegen war. Sie suchten ihn mit ihren Blicken und als sie vor dem Zelt auf der Höhe seine Gestalt im Mantel und Hut erblickten, warfen sie die Mützen in die Höhe und riefen »Viv l'Empereur!« »Oh, wenn der Kaiser selber da ist, dann geht's vorwärts. Jetzt gibt's einen lustigen Feldzug. Sieh doch, da ist er, hurra!« Und dort sind diese asiatischen Steppen wirklich ein sonderbares Land. Auf Wiedersehen, Bourgieu! Bourgieu! Wenn ich Gouverneur von Indien bin, mache ich dich zum Minister von Kaschmir. Hurra! Siehst du, da ist er! Ich habe ihn zweimal gesehen, den kleinen Korporal, riefen die Stimmen alter und junger Soldaten von den verschiedensten Charakteren und Lebensstellungen. Auf allen diesen Gesichtern sah man nur Freude über den Anfang des lang ersehnten Feldzugs und Enthusiasmus für den Mann im grauen Rock, der auf den Bergen stand. Am 13. Juni brachte man Napoleon ein kleines arabisches Vollblutpferd. Er stieg auf und ritt im Galopp zu einer der Brücken über den Niemen, unaufhörlich von den enthusiastischen Zurufen der Soldaten begleitet, die er augenscheinlich nur ertrug, weil man den Soldaten nicht verbieten konnte, ihre Begeisterung für ihn auf diese Weise auszudrücken. Aber diese Zurufe waren ihm lästig und störend. Er ritt über die schwankende Schiffbrücke hinüber, wandte sich scharf zur Linken und ritt im Galopp in der Richtung nach Kovno weiter, wohin seine glückstrahlenden, reitenden Gardejäger ihm vorausgaloppierten. Als er an die Willia kam, hielt er neben einem polnischen Ulanenregiment an, das am Ufer stand. Wie wat? schrien die Polen ebenso enthusiastisch. Ihre Reihen lösten sich auf und sie drängten aneinander, um ihn zu sehen. Napoleon stieg vom Pferde und setzte sich auf einen Balken, der am Ufer lag. Auf ein stummes Zeichen reichte man ihm das Fernrohr. Er legte es auf die Schulter eines herbeigeeilten Pagen und blickte nach dem anderen Ufer hinüber. Dann betrachtete er lachend die Landkarte, welche auf dem Balken ausgebreitet war. Ohne den Kopf zu erheben, sagte er etwas und zwei seiner Adjutanten galoppierten zu den polnischen Ulanen. Was hat er gesagt? fragten die polnischen Ulanen, als einer der Adjutanten sie erreichte. Sie brachten den Befehl, die Furt aufzusuchen und auf das jenseitige Ufer überzusetzen. Der polnische Ulanenoberst, ein schöner, alter Mann, blickte errötend vor Aufregung den Adjutanten an und fragte, ob es ihm erlaubt sein werde, mit seinen Ulanen den Fluss zu durchschwimmen, ohne die Furt aufzusuchen. Wie ein Knabe, der um die Erlaubnis bittet, ein Pferd zu besteigen, erwartete er gespannt die Erlaubnis, den Fluss unter den Augen des Kaisers zu durchschwimmen. Der Adjutant sagte, wahrscheinlich werde der Kaiser über diesen Eifer nicht unzufrieden sein. Kaum hatte der Adjutant dies gesagt, als der alte Offizier mit strahlenden Augen den Säbel in die Höhe hob und rief, wie ward, und den Ulanen befahl ihm zu folgen. Er gab dem Pferde die Sporen und ritt im Galopp an den Fluss. Er trieb sein Pferd an und ritt in den reißenden Strom. Die Ulanen Schwadronen galoppierte ihm nach. Es war kalt in der Mitte des Stroms. Die Ulanen hingen sich aneinander. Einige Pferde sanken ein und die Leute bemühten sich, nach dem anderen Ufer zu schwimmen. Und obgleich eine halbe Verst weiter ein Übergang war, waren sie doch stolz darauf, über diesen Fluss zu schwimmen oder zu ertrinken unter den Augen des Mannes, der auf dem Balken saß und nicht einmal nach ihnen sah, was sie machten. Der zurückkehrende Adjutant Mann im grauen Mantel stand auf, rief Berthier zu sich und ging mit ihm am Ufer auf und ab, gab Befehle und blickte zuweilen gemütlich nach den ertrinkenden Ulanen. Es war ihm nicht neu, dass seine Anwesenheit an allen Enden der Welt überall die Soldaten in einen sinnlosen Enthusiasmus versetzte. Etwa 40 Ulanen ertranken im Fluss, obgleich man Boote zur Hilfe sandte. Die meisten kehrten an das diesseitige durchschwammen den Fluss und erstiegen mit Mühe das andere Ufer. Sobald sie es erstiegen hatten, riefen sie und blickten entzückt nach der Stelle, wo Napoleon stand. Am Abend gab Napoleon den Befehl, dem polnischen Obersten, der sich ganz ohne Not in den Fluss gestürzt hatte, den Orden der Ehrenlegion zu verleihen, dessen Haupt Napoleon war. Kapitel 134 Währenddessen hielt sich der russische Kaiser seit mehr als zwei Wochen in Wilna auf, wo er Revuen und Manöver abhielt. Nichts war zum Kriege vorbereitet, den alle erwarteten. Es existierte kein Kriegsplan, von den drei Armeen hatte jede ihren besonderen Oberkommandierenden, aber einen Befehlshaber über alle Armeen gab es nicht und der Kaiser übernahm diesen Posten nicht. Je länger der Kaiser in Wilna war, desto weniger geschah für den bevorstehenden Krieg. Die Umgebung des Kaisers schien nur an Bälle und Festlichkeiten zu denken. An demselben Tag, wo Napoleon den Befehl zum Überschreiten des Niemen gab und seine Vortruppen die Kosaken zurückdrängten und die russische Grenze überschritten, war Kaiser Alexander auf einem Ball, den die Generaladjutanten vorbereitet hatten, im Landhaus des Generals Grafen Benningsen, der bei Wilna ein Gut besaß. Der Ball war glänzend, selten hatten sich so viele Schönheiten auf einer Stelle versammelt. Auch Boris Drubitzkoy, welcher seine Frau in Moskau zurückgelassen hatte, war zugegen und obgleich er kein Generaladjutant war, hatte er sich doch mit einer bedeutenden Summe für die Kosten des Festes unterschrieben. Boris war jetzt reich, suchte nicht mehr nach Gönnerschaften, sondern stand auf gleichem Fuß mit hohen Würdenträgern. Um zwölf Uhr nachts wurde noch getanzt. Helene, die keinen würdigen Tänzer hatte, forderte selbst Boris zur Mazurka auf. Gleichmütig blickte er über die glänzenden Schultern Helenes weg, welche aus einem dunklen Gasekleid mit Goldstickerei hervorsahen, erzählte von alten Bekannten und beobachtete dabei beständig den Kaiser, der nicht tanzte und bald an den einen, bald an den anderen freundliche Worte richtete, wie nur er sie auszusprechen verstand. Beim Anfang der Mazurka bemerkte Boris, dass der Generaladjutant Balaschev sich dem Kaiser näherte und stehen blieb, während der Kaiser mit einer polnischen Dame sprach. Der Kaiser blickte ihn fragend an und begriff, dass Balaschev eine wichtige Meldung zu machen habe. Er nickte der Dame zu und wandte sich an den General. Nach den ersten Worten desselben drückte sich auf dem Gesicht des Kaisers Verwunderung aus. Er nahm Balaschev unter den Arm und ging mit ihm durch den Saal, wo sich sogleich eine weite Gasse vor ihm öffnete. Boris bemerkte das aufgeregte Gesicht Araktscheyevs, des Kriegsministers, welcher Balaschev neidisch nachsah und dem Kaiser folgte. Aber der Kaiser bemerkte ihn nicht und ging mit Balaschev in den hell erleuchteten Wintergarten. Während Boris tanzte, quälte ihn beständig die Neugierde, was Balaschev Neues zu melden hatte und wie er das früher als andere erfahren könnte. Als er eine Dame zu wählen hatte, flüsterte er Helene zu, er wolle die Gräfin Potocki auffordern, welche auf den Balkon hinausgegangen sei. Er glitt über das Parkett bis zur Eingangstür des Saales und als er den Kaiser auf der Terrasse erblickte, hielt er an. Der Kaiser hatte sich mit Balaschev der Tür wieder zugewandt. Boris drückte sich diensteifrig, als ob er nicht mehr Zeit habe, zurückzutreten an die Wand und senkte den Kopf. Mit der Aufregung eines persönlich beleidigten Mannes sprach der Kaiser folgende Worte. Ohne Kriegserklärung in Russland einzufallen, ich werde nur dann Frieden schließen, wenn nicht ein bewaffneter Feind mehr auf meinem Boden steht, sagte er. Der Kaiser schien über die Ausdrucksform seines Gedankens sehr befriedigt zu sein, aber unzufrieden darüber, dass Boris seine Worte gehört hatte. Es soll niemand davon erfahren, fügte der Kaiser mit finsterer Miene hinzu. Boris begriff, dass das ihm galt, schloss die Augen und senkte den Kopf. Der Kaiser trat wieder in den Saal und blieb noch eine halbe Stunde auf dem Ball. So hatte Boris zuerst die Nachricht vom Übergang der Franzosen über den Nimen erfahren und benutzte dies auf geschickte Weise, um einigen hochgestellten Persönlichkeiten bemerklich zu machen, dass er vieles wisse, was anderen verborgen sei und dadurch in der Meinung dieser Personen zu steigen. Diese Nachricht kam besonders unerwartet nach einer monatelangen Erwartung und auf einem Ball in der ersten Aufregung hatte der Kaiser diesen später berühmt gewordenen Ausspruch gefunden, der ihm selbst so gefiel. Als der Kaiser von dem Ball zurückgekehrt war, sandte er um zwei Uhr nachts nach seinem Sekretär Tschischkow und befahl eine Proklamation an die Truppen zu schreiben, in der durchaus seine Worte wiederholt werden sollten, dass er nicht Frieden schließen werde, bis kein bewaffneter Franzose mehr auf russischem Boden stehe. Am folgenden Morgen schrieb er einen Brief an Napoleon, worin er seine Bereitwilligkeit zum Frieden aussprach. Kapitel 135 Am 13. Juni um zwei Uhr nachts ließ der Kaiser Ballaschef zu sich rufen, las ihm seinen Brief an Napoleon vor und trug ihm auf, den Brief dem französischen Kaiser persönlich zu übergeben. Der Kaiser hatte jene Worte in dem Brief an Napoleon nicht angewendet, weil er sie hier nicht für angebracht hielt, wo er einen letzten Versuch zur Versöhnung machen wollte, aber er schärfte Ballaschef ein, sie mündlich Napoleon zu wiederholen. Begleitet von einem Trompeter und zwei Kosaken ritt Ballaschef gegen morgen nach dem Dorfe Reconti zu dem französischen Vorposten und wurde von einem französischen Kavallerie-Posten angehalten. Der französische Husaren-Unteroffizier in dunkelblauer Uniform und Pelzmütze rief Ballaschef zu, zu halten und als dieser im Schritt weiterritt, rief der Unteroffizier zornig den russischen General an, ob er taub sei. Ballaschef nannte seinen Namen, worauf der Unteroffizier einen Soldaten zum Offizier schickte. Eben ging die Sonne auf und die Luft war frisch und taurig. Auf dem Wege vom Dorf wurde eine Herde fortgetrieben. Während Ballaschef sich nach dem Offizier umsah, blickten die Kosaken und die Franzosen einander neugierig an. Ein französischer Husaren-Oberst, der eben erst das Bett verlassen zu haben schien, kam auf einem schönen, wohlgenährten Pferd, begleitet von zwei Husaren vom Dorf her. Es war die erste Zeit des Feldzuges, wo die Truppen noch in bester Verfassung und in jener heiteren, unternehmungslustigen Stimmung sich befinden, welche immer den Anfang eines Feldzuges begleitet. Der französische Oberst unterdrückte mit Mühe ein Gähnen, war aber höflich und begriff die Bedeutung Ballaschefs. Er führte ihn an den Soldaten vorüber hinter die Kette und äußerte, sein Wunsch, dem Kaiser vorgestellt zu werden, werde wahrscheinlich sogleich erfüllt werden, da sich das Hauptquartier so viel Erwisse in der Nähe befinde. Als sie durch das Dorf und an einem Krug vorbeigeritten waren, kam ihnen eine Gruppe Reiter entgegen. An der Spitze derselben erblickten sie einen hochgewachsenen Reiter mit einem Federhut, mit schwarzen, auf die Schultern herabhängenden Haaren und einem roten Mantel. Dieser Reiter kam Ballaschef im Galopp entgegen, während seine Edelsteine an Armbändern und Goldstickereien in der Sonne glänzten. Der König von Neapel, flüsterte der französische Oberst. Es war wirklich Murat, welcher jetzt König von Neapel genannt wurde, obgleich dies ganz unbegreiflich war. Er war so fest überzeugt, dass er wirklich König von Neapel sei, dass er am Abend vor seiner Abreise von Neapel, als einige Italiener ihm bei einem Spaziergang mit seiner Frau durch die Straßen zuriefen, es lebe der König, mit melancholischem Lächeln zu seiner Gattin sagte, die Unglücklichen, sie wissen nicht, dass ich sie morgen verlasse. Als er den russischen General erblickte, warf er feierlich in königlicher Haltung den Kopf zurück und blickte fragend den französischen Oberst an. Dieser meldete seiner Majestät den Auftrag Balashefs, dessen Namen er nicht aussprechen konnte. De Balmasheve, sehr angenehm, ihre Bekanntschaft zu machen, General, sagte der König mit gnädiger Gebärde. Sogleich aber verließ ihn die königliche Würde und er verfiel in seinen gewohnten Ton. Nun, wie ist's, General? Es scheint, es kommt zum Kriege, sagte er. Der Kaiser wünscht keinen Krieg, wie eure Majestät sehen werden, sagte Balashef, der bei jeder Gelegenheit die Anrede eure Majestät anwendete und durch alle Fälle deklinierte. Das Gesicht Muras strahlte in einfältigem Vergnügen. Die königliche Würde legte Verpflichtungen auf. Er empfand die Notwendigkeit, mit dem Gesandten Alexanders von politischen Angelegenheiten als König und Verbündeter zu sprechen. Endlich richtete er sich feierlich auf und sagte mit einer königlichen Handbewegung, Ich halte sie nicht länger zurück, General, und wünsche ihnen allen Erfolg. Dann ritt er mit wallenden Federn zu seiner Suite zurück, die ihn ehrerbietig erwartete. Balashef erwartete nach den Worten Muras sehr bald dem Kaiser vorgestellt zu werden, aber er wurde zunächst nur zum Marschall Davout geführt. Kapitel 136 Davout war der Araktscheyev des Kaisers Napoleon. Araktscheyev war kein Feigling, aber ebenso pünktlich und grausam und wusste seine Ergebenheit nicht anders auszudrücken als durch Grausamkeit. Im Mechanismus eines Reichsorganismus sind solche Leute notwendig wie Wölfe im Organismus der Natur und sie sind immer vorhanden, wie wenig auch ihre Anwesenheit an der Spitze der Regierung erklärlich scheint. Nur durch diese Notwendigkeit wird es erklärlich, wie der grausame, ungebildete, unhöfliche Araktscheyev, der den Gernadieren selbst die Schnurrbarte in die Höhe drehte und aus Nervenschwäche keine Gefahr ertragen konnte, bei dem ritterlichen, edlen und milden Charakter Alexanders die Obergewalt erlangen konnte. Balashef traf Marschall Davout in der Scheune eines Bauernhauses an, auf einem Fässchen sitzend und mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt. Ein Adjutant stand neben ihm. Davout hätte ein besseres Unterkommen finden können, aber er war einer jener Menschen, welche absichtlich die düstere Umgebung aufsuchen, um das Recht zu haben, ein finsteres Wesen zu zeigen. Wie kann ich an die glückliche Seite des Menschenlebens denken, wenn ich hier, wie Sie sehen, in einer schmutzigen Scheune auf einem Fässchen sitze und arbeite, sagte seine Miene. Er vertiefte sich noch mehr in seine Arbeit und als er auf dem Gesicht Balashefs den unangenehmen Eindruck dieses Empfangs wahrnahm, erhob er den Kopf und fragte kühl, was er wünsche. Balashef schrieb diesen Empfang dem Umstand zu, dass Davout nicht wusste, dass er Generaladjutant des Kaisers Alexander und dessen Vertreter sei und beeilte sich daher, Davout seinen Stand und seine Bedeutung mitzuteilen. Wieder Erwarten aber wurde Davout noch finsterer und unhöflicher. Wo ist Ihr Brief, sagte er, geben Sie ihn her. Geben Sie her. Ich werde ihn dem Kaiser übersenden. Balashef erwiderte, er habe Befehl, den Brief dem Kaiser selbst zu übergeben. Die Befehle Ihres Kaisers werden in Ihrer Armee ausgeführt, erwiderte Davout. Hier aber müssen Sie tun, was man Ihnen sagt. Balashef zog den Brief aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Davout ergriff ihn und las die Adresse. Es steht Ihnen frei, mir Achtung zu erweisen oder nicht, sagte Balashef, aber erlauben Sie mir zu bemerken, dass ich die Ehre habe, Generaladjutant seiner Majestät zu sein. Man wird Ihnen erweisen, was Ihnen zukommt, sagte Davout, sichtlich befriedigt über die Aufregung Balashefs. Er steckte den Brief in die Tasche und verließ die Scheune. Bald darauf trat ein Adjutant des Marschalls, Herr de Castrier, ein und führte Balashef in ein für ihn bereitetes Quartier. Balashef speiste an diesem Tage in der Scheune mit dem Marschall auf einer Tür, welche über zwei Fässer gelegt war. Am anderen Tag fuhr Davout frühmorgens davon, nachdem er Balashef zu sich berufen und ihm eindringlich gesagt hatte, er bitte ihn hier zu bleiben und mit der Bagage weiterzurücken, wenn er dazu Auftrag habe, aber mit niemand zu sprechen, außer mit Herrn de Castrier. Nach viertägiger Einsamkeit und Langweile im Gefühl der Ohnmacht und Nichtigkeit, das besonders drückend war, nachdem er sich vor kurzem erst in der Sphäre der Macht befunden hatte, wurde Balashef mit der Bagage nach Vilna geführt, das die Franzosen eingenommen hatten. Am anderen Tage teilte ihm ein Kammerherr mit, Napoleon wünsche ihn, in Audienz zu empfangen. Vier Tage zuvor hatten vor dem Hause, in das Balashef geführt wurde, Schildwachen vom preobraschenskischen Regiment gestanden. Jetzt standen an derselben Stelle französische Grenadiere und eine glänzende Suite von Adjutanten und Generalen erwartete Napoleons Herauskommen. Sein Reitpferd stand vor der Vortreppe des Hauses bereit, neben dem Marmelugen Rustan. Napoleon empfing Balashef in demselben Hause in Vilna, von dem aus Alexander ihn abgesandt hatte. Kapitel 137 Obgleich Balashef an den Luxus des Hoflebens gewöhnt war, setzte ihn doch der Glanz am Hofe Napoleons in Erstaunen. Der Adjutant Graf Thüren führte ihn in ein großes Empfangszimmer, wo viele Generale, Kammerherren und polnische Magnaten warteten, von denen Balashef viele am Hofe des russischen Kaisers gesehen hatte. Nach kurzen Worten trat ein Kammerherr in das Empfangszimmer, verbeugte sich höflich vor Balashef und lud ihn ein, ihm zu folgen. Balashef trat in ein kleines Empfangszimmer, von dem eine Tür in das Kabinett führte, dasselbe, aus dem ihn Kaiser Alexander abgesandt hatte. Rasch öffneten sich beide Flügeltüren, alles verstummte und aus dem Kabinett kam Napoleon mit raschen, entschiedenen Schritten, in blauer Uniform, mit weißer Weste und Reitstiefeln. Sein weißer, dicker Hals trat scharf hervor aus dem schwarzen Kragen der Uniform. Er war mit kölnischem Wasser parfümiert. Auf seinem Gesicht mit dem scharf hervortretenden Kinn lag der Ausdruck kaiserlicher Majestät und Gnade. Er beantwortete die tiefe Verbeugung Balashefs mit einem Kopfnicken, trat auf ihn zu und begann so gleich zu sprechen, wie ein Mann, der jede Minute seiner Zeit zu schätzen weiß. Guten Tag, General, sagte er. Ich erhielt den Brief des Kaisers Alexander, den sie brachten und bin sehr erfreut, sie zu sehen. Er blickte mit seinen großen Augen Balashef in das Gesicht, sah aber dann so gleich daran vorüber. Augenscheinlich interessierte ihn die Persönlichkeit Balashefs nicht, sondern nur das, was in seiner eigenen Seele vorging. Alles, was außer ihm selbst lag, hatte für ihn keine Bedeutung. Ich wünsche keinen Krieg, sagte er, aber man hat mich dazu genötigt. Auch jetzt bin ich bereit, alle Erklärungen entgegenzunehmen, die sie mir geben können, begann er klar und kurz. Nach dem gemessenen, ruhigen Ton, in dem Napoleon sprach, war Balashef fest überzeugt, dass er den Frieden wünsche und in Verhandlungen eintreten wolle. Balashef erwiderte, der Kaiser Alexander vermöge keinen genügenden Grund zum Kriege zu erkennen und habe auch mit England keinerlei Beziehungen. Für jetzt noch nicht, bemerkte Napoleon, nickte aber wieder zum Zeichen, dass Balashef fortfahren möge. Nachdem Balashef die Erklärungen abgegeben hatte, zu denen er beauftragt worden war, erinnerte er sich an die Worte, bis kein bewaffneter Feind mehr auf russischem Boden stehe. Aber er vermochte diese Worte nicht in ihrer ganzen Schroffheit auszusprechen und sagte nur, unter der Bedingung, dass die französischen Truppen hinter den Niemann zurückgehen. Napoleon bemerkte Balashefs Verlegenheit bei diesen Worten. Sein Gesicht zuckte, er sprach immer lauter und hastiger und Balashef bemerkte unwillkürlich, wie Napoleons linke Wade zuckte. Ich wünsche den Frieden nicht weniger als Kaiser Alexander, begann er. Aber was verlangt man von mir? Die Zurückziehung ihrer Truppen hinter den Niemann, sagte Balashef. Hinter den Niemann, wiederholte Napoleon. Vor zwei Monaten hat man verlangt, ich soll hinter die Oder, hinter die Weichsel zurückgehen. Ein solches Verlangen kann man an einen Herzog von Baden richten, aber nicht an mich, schrie Napoleon. Auch wenn sie mir Petersburg und Moskau gäben, würde ich diese Bedingung nicht annehmen. Sie sagen, ich habe diesen Krieg angefangen? Wer ist früher zu der Armee gereist? Der Kaiser Alexander, nicht ich? Und welchen Zweck hat ihr Bündnis mit England? Was hat es ihnen gegeben? Je länger er sprach, desto weniger war er imstande, seine Rede zu lenken, welche sichtlich nur den Zweck hatte, sich selbst zu erheben und Alexander zu beleidigen, was er anfangs am wenigsten beabsichtigt hatte. Sobald er bemerkte, dass Balashef etwas sagen wollte, unterbrach er ihn hastig. Ich weiß, sie haben Frieden mit den Türken geschlossen, ohne die Moldau und die Wallachai zu erhalten. Ich hätte ihrem Kaiser diese Provinzen gegeben, so wie ich ihm Finnland gegeben habe. Aber so wie ich ihm Finnland gegeben habe. Jetzt aber wird er diese schönen Provinzen nie erhalten. Er hätte können Russland von dem Bottnischen Meerbusen bis zur Mündung der Donau ausdehnen, was Katharina die Große nicht vermochte, sagte Napoleon, immer hitziger werdend. Das alles hätte er meiner Freundschaft zu verdanken. Er zog die Tabaksdose aus der Tasche und nahm gierig eine Prise. Was er nur wünschen konnte, hätte ihr Kaiser von meiner Freundschaft erhalten können, sagte Napoleon die Achsel zuckend. Aber er fand es besser, sich mit meinen Feinden zu umgeben. Er berief Stein zu sich, den Verräter, der aus seinem Vaterland verjagt wurde, Armfeld, den verworfenen Intriganten, Winzingerode, den flüchtigen Untertanen Frankreichs und Bennigsen, einen Soldaten, der ein wenig besser ist als die anderen, aber dennoch unfähig, der 1807 nichts zu tun verstanden hatte. Einen Soldaten, der ein wenig besser ist als die anderen, aber dennoch unfähig, der 1807 nichts zu tun verstanden hatte. Napoleon vermochte kaum der raschen Folge seiner Vorstellungen, mit seinen Worten zu folgen, durch welche er sein Recht beweisen wollte, oder seine Gewalt, was bei ihm ein und derselbe Begriff war. Barclay, sagt man, sei der Tätigste, aber das kann ich nicht sagen, nach seinen ersten Begegnungen zu urteilen. Und was tun sie alle, diese Höflinge? Fühl macht Vorschläge, Arakcheyev streitet, Bennigsen beweist und Barclay weiß nicht, was er tun soll und so vergeht die Zeit. Nur Bagration ist ein wirklicher Krieger. Er ist dumm, aber er hat Erfahrung und Entschlossenheit. Und welche Rolle spielt euer junger Kaiser in dieser Menge? Schon vor vier Wochen hat der Feldzug begonnen und sie verstehen nicht, Wilna zu verteidigen. Sie sind in zwei Hälften zerschnitten und aus den polnischen Provinzen verjagt worden. Ihre Armee ist entmutigt. Im Gegenteil, Majestät, sagte Balashev, welcher mit Mühe diesem Feuerwerk von Worten folgte. Das Heer glüht vor Verlangen. Ich weiß, alles unterbrach ihn Napoleon. Ich kenne auch die Zahl ihrer Batterien so gut wie die meinigen. Ich habe nicht 200.000 Mann, ich habe mehr als das Doppelte. Und ich gebe ihnen mein Ehrenwort, dass ich 500.000 Mann auf diesem Ufer der Weichsel habe. Auf manche Phrase Napoleons wollte Balashev etwas erwidern, aber Napoleon ließ ihn nicht zu Worte kommen. Balashev wusste, dass alles, was Napoleon jetzt sagte, keine Bedeutung hatte, dass er sich selbst später dessen schämen werde. Was frage ich nach ihren Verbündeten, fuhr Napoleon fort. Ich habe auch Verbündete, das sind die Polen. Sie zählen 80.000 und schlagen sich wie Löwen und werden ihrer bei 200.000 sein. Noch mehr aufgeregt durch das, was er sagte, sprach Napoleon augenscheinlich die Unwahrheit. Und noch mehr erregt durch das Schweigen Balashevs trat er mit heftiger Gebärde ihm näher. Wissen Sie, dass ich, wenn sie Preußen gegen mich aufregen, es von der Karte Europas auslöschen werde? sagte er mit vor Wut zitternder Stimme. Ja, ich werde sie hinter die Düner werfen, hinter den Jepper, und ich werde ihnen Grenzen anweisen, welche zu verletzen ihnen in Europa nur in verbrecherischer Verblendung erlauben wird. Ja, das wird ihr Lohn sein. Schweigend ginge einige Male im Zimmer auf und ab. Er steckte die Tabaksdose in die Westentasche, zog sie wieder heraus und blieb vor Balashev schweigend mit spöttischen Blicken stehen. Und welches prächtige Reich hätte ihr Kaiser haben können? Balashev fühlte die Notwendigkeit, etwas zu erwidern und sagte, vom russischen Standpunkt aus erscheinen die Dinge nicht in so düsterem Licht. Napoleon schwieg und hörte augenscheinlich nicht, was er sagte. Russland erwartet von diesem Krieg das Beste, schloss Balashev. Napoleon zog wieder die Tabaksdose hervor, schnupfte und stieß zweimal mit dem Fuß auf den Fußboden. Die Tür öffnete sich, ein Kammerhaar reichte mit höflichem Bückling dem Kaiser seinen Hut und Handschuhe, ein anderer brachte das Taschentuch. Ohne sie anzublicken, wandte sich Napoleon an Balashev. Versichern Sie dem Kaiser Alexander, sagte er, meine Ergebenheit. Ich kenne ihn vollkommen und schätze seine bedeutenden Eigenschaften sehr hoch. Ich halte sie nicht länger auf. General, Sie werden meinen Brief an den Kaiser erhalten. Napoleon ging rasch zur Tür. Aus dem Empfangszimmer stürzten alle vorwärts und eilten die Treppe hinab. Balashev wurde zur kaiserlichen Tafel gezogen. Der Brief an den Kaiser, den Balashev erhielt, war der letzte Brief Napoleons an Alexander. Alle Einzelheiten des Gesprächs wurden dem russischen Kaiser mitgeteilt und der Krieg begann. Kapitel 138 Nach seinem Zusammentreffen mit Peter in Moskau fuhr Fürst André nach Petersburg, in Geschäften, wie er seinen Verwandten sagte. In Wirklichkeit aber, um dort den Fürsten Anatol Kuragin zu treffen, welchen er zu erschießen sich gedrungen fühlte. Kuragin, nachdem er sich bei seiner Ankunft in Petersburg sogleich erkundigt hatte, war nicht dort. Peter hatte seinem Schwager Nachricht gegeben, dass Fürst André in Suche. Anatol hielt sogleich eine Ernennung vom Kriegsminister und fuhr zur Armee in der Moldau. Zu derselben Zeit traf Fürst André in Petersburg seinen früheren General Kutusov, der ihm vorschlug, sogleich mit ihm zur Armee in der Moldau abzureisen, zu deren Oberkommandierenden der alte General ernannt worden war. Nachdem Fürst André dem Stab des Hauptquartiers zugezählt worden war, reiste er nach der Türkei ab. Fürst André hielt es für unnütz, an Kuragin zu schreiben und ihn herauszufordern. Solange Fürst André keinen neuen Anlass zum Duell hatte, musste eine Herausforderung seinerseits die Gräfin Rostov kompromittieren. Und deshalb wollte er eine persönliche Begegnung mit Kuragin abwarten, um einen neuen Grund zum Duell zu erhalten. Aber auch bei der Armee in der Moldau fand er Kuragin nicht, da dieser bald nach der Ankunft des Fürsten André nach Russland zurückgekehrt war. In dem neuen Lande und in einer neuen Lebensstellung wurde Fürst André das Leben leichter. Der Kriegsdienst war die geeignetste Tätigkeit für ihn. In der Stellung eines Adjutanten beim Stabe Kutusovs nahm er sich mit Ausdauer und Eifer der Geschäfte an und setzte Kutusovs durch seine Arbeitslust und Pünktlichkeit in Erstaunen. Nachdem er Kuragin in der Moldau nicht gefunden hatte, hielt er es nicht für notwendig, wieder nach Russland hinter ihm her zu galoppieren. Er war überzeugt, ihn früher oder später zu finden. Aber der Gedanke, dass die Beleidigung noch nicht gerecht war, vergiftete diese künstliche Ruhe, welche Fürst André bei seiner eifrigen und etwas ehrfürchtigen Tätigkeit äußerlich zeigte. Im Jahre 1812, als die Nachricht von dem bevorstehenden Krieg mit Napoleon nach Bukarest gelangte, bat Fürst André um Versetzung zur Westarmee. Kutusov, dem die eifrige Tätigkeit Bolkonskis ein Vorwurf wegen seiner Müßigkeit war, entließ ihn sehr gern und gab ihm eine Empfehlung an Barclay de Tolly. Ehe er zur Armee abfuhr, welche sich im Mai im Lager bei Drissa befand, machte Fürst André einen Besuch in Lisigori, das nah an seinem Weg lag. Die letzten drei Jahre hatten Fürst André so viele Umwälzungen gebracht, er hatte so Verschiedenes empfunden und durchschaut und Ost und West bereist, dass er mit einer Art von Erstaunen wahrnahm, wie in Lisigori alles denselben Verlauf nahm wie früher. Wie in einem verzauberten, schlafenden Schloss fuhr er durch die Allee bis zum Herrenhaus. Es herrschte dieselbe Würde, Reinlichkeit und Stille in diesem Haus mit denselben Möbeln und Wänden und demselben Geruch und denselben eingeschüchterten Gesichtern. Auch die etwas gealterte Fürstin Marie war ebenso schüchtern, unschön und durch immerwährende moralische Leiden gedrückt. Mademoiselle Bourienne war dasselbe selbstzufriedene, kokette Mädchen, welches jede Minute des Lebens freudig genoss und voll fröhlicher Hoffnung war. Sie schien André nur zuversichtlicher geworden zu sein. Der aus der Schweiz mitgebrachte Erzieher Dessal trug einen Rock von russischem Schnitt, sprach stotternd russisch mit den Dienstleuten, war immer derselbe beschränkte, gebildete, tugendhafte und pedantische Erzieher. Die einzige Veränderung an dem alten Fürsten war, dass er einen Zahn verloren hatte. Sein Wesen war dasselbe wie früher. Er war nur noch etwas zänkischer und verdrießlicher über das, was in der Welt vorging. Nur der kleine Nikolai war gewachsen und hatte sich verändert. Der rotwangige, lockenköpfige Knabe spielte heiter und vergnügt und zog die Oberlippe seines hübschen Mundes ebenso in die Höhe wie seine verstorbene Mutter. Er allein gehorchte nicht dem Gesetz der Unveränderlichkeit in diesem verzauberten Schloss. Aber wenn auch im Äußeren alles beim Alten geblieben war, so hatten sich doch die inneren Beziehungen aller dieser Personen sehr verändert, seit André sie nicht gesehen hatte. Die Familie war in zweieinander fremde und feindliche Lager geteilt, welche sich nur während seiner Anwesenheit vertrugen. Zu dem einen Lager gehörte der alte Fürst, Mademoiselle Bourienne und der Architekt, zu dem anderen Fürstin Marie, Dessal, Nikolai und der ganze weibliche Anhang. Während seiner Anwesenheit in Lisigori speisten die Bewohner miteinander, alle fühlten sich unbehaglich und Fürst André nahm wahr, dass er ein Gast war, für welchen man Ausnahmen machte und dass er alle durch seine Anwesenheit störte. Am ersten Tag war Fürst André schweigsam und als der alte Fürst dies bemerkte, wurde er mürrisch und ging sogleich nach Tisch in sein Zimmer. Als Fürst André abends zu ihm kam und ihn aufzuheitern suchte, lenkte der alte Fürst unerwartet das Gespräch auf die Fürstin Marie, welche er wegen ihres Aberglaubens und ihrer Abneigung gegen Mademoiselle Bourienne tadelte, die nach seiner Meinung allein ihm wirklich ergeben war. Der alte Fürst sagte, nur Marie sei schuld, dass er so krank sei, weil sie ihn absichtlich quäle und ärgere und sie verderbe auch den kleinen Fürsten Nikolai durch Verwöhnung und dumme Reden. Der alte wusste sehr gut, dass er seine Tochter quälte und ihr das Leben sehr schwer machte, aber er meinte, er könne nicht anders und sie verdiene das. Fürst André begreift das nicht und ich muss ihn darüber aufklären, dachte er. Wenn Sie mich fragen, sagte Fürst André ohne seinen Vater anzublicken, den er zum ersten Mal in seinem Leben innerlich tadelte, ich wollte nicht selbst davon reden, aber wenn Sie mich fragen, muss ich Ihnen offen meine Meinung aussprechen. An dem Missverständnis und dem Zwist zwischen Ihnen und Marie kann ich ihr keine Schuld beimessen. Ich weiß, wie sie sie liebt und verehrt, aber meine Meinung ist, wenn Missverständnisse vorliegen, ist die Veranlassung dazu das nichtswürdige Frauenzimmer, welches nicht die Genossin meiner Schwester sein sollte. Der alte blickte seinen Sohn anfangs erstaunt an. Welche Genossen, was meinst du? Hast du dich schon bereden lassen, wie? Väterchen, ich wollte nicht richten, sagte Fürst André in zärtlichem Ton, aber sie haben mich herausgefordert und ich kann nur sagen, Fürstin Marie ist unschuldig. Schuldig ist nur diese Französin. Ah, verurteilt, verurteilt, sagte der alte mit einiger Verlegenheit, wie Fürst André glaubte, dann aber plötzlich sprang er auf und schrie, fort, fort, lasse dich nicht wieder hier blicken. Fürst André wollte sogleich abreisen, aber Marie bat ihn, noch einen Tag zu bleiben. An diesem Tag sah er den alten Fürsten nicht, welcher nicht herauskam und niemand zu sich ließ, außer Mademoiselle Bourienne und Tichon und mehrmals fragte, ob sein Sohn abgereist sei. Am anderen Tage vor seiner Abreise war Fürst André in seinen Zimmern. Der gesunde, lockenköpfige Knabe saß auf seinem Knie. Fürst André erzählte ihm das Märchen vom Blaubart und verfiel in Nachdenken. Zu seinem Entsetzen empfand er keine Reue darüber, dass er den Vater gereizt hatte, noch Bedauern darüber, dass er ihn bald verlassen werde. Wichtiger als alles war für ihn das, dass er die frühere Zärtlichkeit zu seinem Sohn in sich selbst suchte und nicht fand. Nun erzähl doch, sagte der Kleine. Fürst André nahm ihn vom Knie herab, ohne zu antworten und ging im Zimmer auf und ab. Sobald Fürst André seine alltägliche Beschäftigung aufgegeben hatte und in die frühere Umgebung zurückgekehrt war, in der er sich einst glücklich gefühlt hatte, erfasste ihn die Schwermut mit neuer Kraft und es drängte ihn, diesen Erinnerungen zu entgehen und recht bald irgendeine Tätigkeit zu finden. Du fährst wirklich fort, André? fragte ihn seine Schwester. Gott sei Dank, dass ich fort kann, erwiderte er. Ich bedauere nur sehr, dass du das nicht auch kannst. Warum möchtest du das, erwiderte Marie? Jetzt, wo du in diesem schrecklichen Krieg ziehst und er so alt ist? Mademoiselle Bourienne sagte, er habe nach dir gefragt. Bei diesen Worten zuckten ihre Lippen. Fürst André wandte sich ab und ging wieder im Zimmer umher. Ach, mein Gott, sagte er, welche geringfügigen Ursachen können das Unglück der Menschen machen? Sie begriff, dass er unter geringfügigen Ursachen nicht nur Mademoiselle Bourienne, sondern auch jenen Menschen verstand, der sein Glück zerstört hatte. André, ich bitte dich, sagte sie mit strahlenden Augen, denke nicht, dass die Menschen den Kummer verursachen. Er sendet ihn. Sie sind nur seine Werkzeuge. Und wenn du auf jemand einen Groll hast, so vergiss ihn und vergib. Wir haben nicht das Recht zu strafen, und du wirst das Glück zu vergeben kennenlernen. Wenn ich ein Weib wäre, so würde ich das tun, Marie. Das ist die Tugend der Frauen. Aber ein Mann soll und kann nicht vergessen und vergeben, sagte er, und die Wut erwachte neu in seinem Herzen. Wenn sie mir zuredet zu vergeben, so bedeutet das, dass ich schon lange hätte strafen sollen, dachte er. Sie bat ihn, noch einen Tag zu warten. Stellte ihm vor, wie unglücklich der Vater sein werde, wenn er fortfahre, ohne sich mit ihm versöhnt zu haben. Aber André erwiderte, er werde wahrscheinlich bald von der Armee zurückkommen und wolle dem Vater schreiben. Er nahm Abschied von seiner Schwester. So muss es sein, dachte Fürst André, als er die Allee hinabfuhr. Sie ist ein bedauernswertes, unschuldiges Geschöpf. Der Alte fühlt sich schuldig ihr gegenüber, kann sich aber nicht ändern. Mein Knabe wird wachsen und sich des Lebens freuen. Und es wird ihm ebenso gehen wie allen. Er wird betrogen werden oder selbst betrügen. Warum gehe ich zur Armee? Ich weiß es selbst nicht. Ich muss jenen Menschen finden, den ich verachte, um ihm die Gelegenheit zu geben, mich zu töten und zu verlachen. Kapitel 139 Fürst André kam gegen Ende Juni im Hauptquartier an. Die erste Armee, bei der sich der Kaiser befand, lag in dem befestigten Lager bei Drissa. Die zweite Armee, welche, wie man sagte, durch starke französische Streitkräfte abgeschnitten war, suchte sich mit der ersten zu vereinigen. Alle waren unzufrieden über den Verlauf des Feldzugs. Aber niemand dachte daran, dass der Krieg sich weiter erstrecken könne, als über die westlichen polnischen Gouvernements. Fürst André traf Barclay de Tolli, dem er zugeteilt war, am Ufer der Drissa. Da sich in der Nähe des Lagers kein größeres Dorf befand, so war die große Anzahl von Generalen und Höflingen, die sich bei der Armee befand, in einem Umkreis von zehn Kilometern in den besten Häusern verteilt. Barclay de Tolli hatte sein Quartier vier Kilometer vom Kaiser entfernt. Er empfing Bolkonski kalt und trocken und sagte mit seiner deutschen Aussprache, er werde dem Kaiser über ihn Meldung machen und bis der Kaiser Bestimmung über seine Verwendung getroffen haben werde, bitte er ihn, bei seinem Stabe zu bleiben. Anatol Couragin fand André nicht bei der Armee. Er war in Petersburg und diese Nachricht war Bolkonski angenehm. Die Vorgänge des ungeheuren Krieges nahmen Fürst André ganz in Anspruch und er war erfreut, den Gedanken an Couragin auf einige Zeit loszuwerden. Während der ersten vier Tage besichtigte Fürst André das ganze befestigte Lager und suchte sich einen bestimmten Begriff davon zu machen. Die Frage, ob das Lager nützlich oder unnütz sei, ließ er unentschieden. Er hatte aus seiner Kriegserfahrung schon die Überzeugung gewonnen, dass die tiefsinnigsten Pläne nichts bedeuten und dass alles davon abhängt, wie man unvorhergesehenen Bewegungen des Feindes begegnet und durch wen und wie die Sache geleitet wird. Als der Kaiser sich noch in Vilna befand, war das Heer in drei Armeen geteilt. Die erste stand unter Barclay de Tolley, die zweite unter Bagration und die dritte unter Thomasow. Der Kaiser befand sich bei der ersten Armee, aber nicht in der Eigenschaft eines Oberkommandierenden. Er hatte auch nur einen Stab des kaiserlichen Hauptquartiers bei sich und nicht den eines Oberkommandierenden. Außerdem befand sich in der Nähe des Kaisers ohne Kommando Araktscheyev, der frühere Kriegsminister, dann Graf Bennigsen, im Rang der älteste General, der Großfürst, der Kanzler, Graf Rumjanzow, Stein, der frühere preußische Minister, der schwedische General Armfeld, ferner General Puhl, der hauptsächlich den Feldzugsplan ausgearbeitet hatte, General Paulucci und viele andere. Alle diese Personen hatten, wenn auch keine bestimmte Stellung, doch Einfluss. Und oft wusste ein Chorkommandierender nicht, in welcher Eigenschaft bald von Bennigsen, bald vom Großfürsten, bald von Araktscheyev ihm Befehle erteilt wurden und ob diese Herren für ihre Person sprachen oder ob ein ihm in Form eines Rats erteilter Befehl vom Kaiser ausging, ob man ihn erfüllen müsse oder nicht. Aber das waren innerliche Umstände. Der wirkliche Sinn der Anwesenheit des Kaisers und aller dieser Persönlichkeiten vom Standpunkt des Hofes aus war allen klar und war folgender. Der Kaiser nahm nicht das Oberkommando auf sich, aber verfügte über alle Armeen die Leute, die ihn umgaben waren, seine Gehilfen. Araktscheyev war der treue Vollführer, der Wächter der Ordnung und Leibwächter des Kaisers. Bennigsen war ein Gutsbesitzer aus dem wilnerschen Gouvernement, welcher anscheinend mit der Aufnahme und Bewirtung des Kaisers beschäftigt, in Wirklichkeit aber ein guter General war, nützlich im Rat und als stets bereiter Ersatzmann für Barclay. Der Großfürst war hier, weil es ihm so gefiel. Der frühere Minister Stein war da, weil er nützlich im Rat war und weil Kaiser Alexander seine Eigenschaften hochschätzte. Armfeld war ein boshafter Neider Napoleons, besaß großes Selbstvertrauen und hatte immer Einfluss auf Alexander. Paolucci war da, weil er dreist und entschieden sprechen konnte. Die Generale waren da, weil sie überall waren, wo der Kaiser war und endlich, was das Wichtigste war, Pfühl war da, weil er den Plan zum Krieg gegen Napoleon entworfen hatte und, nachdem er Alexander von der Zweckmäßigkeit dieses Planes überzeugt hatte, die ganze Kriegsführung leitete. Bei Pfühl war Wollzugen, der die Gedanken Pfühls in leichter, verständlicherer Form wiedergab als Pfühl selbst, der scharfe Kabinettstheoretiker, dessen Selbstvertrauen bis zur Verachtung aller übrigen ging. Außer den genannten russischen und ausländischen Persönlichkeiten befanden sich noch viele Leute zweiten Ranges bei der Armee, weil ihre Vorgesetzten dort waren. Während Fürst André ohne Kommando bei Drissa lebte, schrieb Shishkin, der kaiserliche Sekretär, einen Brief an den Kaiser, welchen Balashev und Arakchev unterschrieben. In dem Brief machte er Gebrauch von der kaiserlichen Erlaubnis, seine Meinung über den Verlauf der Dinge zu äußern und riet dem Kaiser ehrerbietig, das Heer zu verlassen unter dem Vorwand der Notwendigkeit, das Volk in der Residenz zum Krieg zu begeistern. Der Aufruf des Volkes zur Verteidigung des Vaterlandes, der die hauptsächlichste Grundlage des Sieges Russlands war, wurde dem Kaiser als Vorwand, um die Armee zu verlassen, vorgestellt und von ihm angenommen. Kapitel 140 Dieser Brief war dem Kaiser noch nicht übergeben worden, als Barclay bei Tisch Bolkonski mitteilte, der Kaiser wünsche ihn zu sehen, um sich nach der Armee in der Türkei zu erkundigen, und er habe im Quartier Bennixens um sechs Uhr abends zu erscheinen. An diesem selben Tag war die Nachricht von einer neuen Bewegung Napoleons eingelaufen, welche für die Armee gefährlich werden konnte. Eine Nachricht, die sich aber schließlich als unrichtig erwies. Und an dem selben Morgen ritt Oberst Michaud mit dem Kaiser aus, um sämtliche Befestigungen von Drissat zu besichtigen, und bewies ihm, dass dieses Lager, welches Pühl befestigt hatte und welches als Gipfel der taktischen Vollkommenheit angesehen worden war, ein Unsinn und der Untergang für die russische Armee sei. Fürst André erschien im Quartier des Generals Bennixen in einem kleinen Gutshof am Ufer des Flusses, fand aber weder Bennixen noch den Kaiser dort. Aber Tschernischew, der Flügeladjutant des Kaisers, empfing Bolkonski und sagte ihm, der Kaiser sei mit dem General Bennixen und Marquis Palucci heute schon zum zweiten Mal ausgeritten, um die Befestigung zu besichtigen, deren Wert man stark zu bezweifeln anfange. Tschernischew saß beim Fenster des ersten Zimmers mit einem französischen Roman. Früher war es wahrscheinlich der Salon gewesen. Ein altes Klavier, mit Teppichen bedeckt, stand an der Wand und in der einen Ecke das Bett des Adjutanten Bennixens. Dieser Adjutant war zugegen, er lag, wahrscheinlich infolge eines leichten Krankseins auf dem Bett und schlummerte. Aus dem Saal führten zwei Türen hinaus, die eine in das frühere Speisezimmer, die andere nach rechts in das Kabinett. Aus der ersten Tür hörte man Stimmen, welche Deutsch und zuweilen Französisch sprachen. Dort im früheren Speisezimmer war auf Wunsch des Kaisers, wenn nicht ein Kriegsrat, so doch eine Anzahl Personen versammelt. Der Kaiser liebte die Unbestimmtheit, deren Meinung über die bevorstehenden Schwierigkeiten er zu hören wünschte. Zu diesem halben Kriegsrat waren der schwedische General Armfeld, der Generaladjutant Volzogin, dann Winzigerode, Michaud, Toll, der durchaus kein Krieger war, ferner Graf Stein und endlich Pfühl selbst eingeladen, welcher, wie Fürst André hörte, die Grundlage des Ganzen war. Fürst André hatte Gelegenheit, ihn genau zu betrachten. Auf den ersten Blick erschien dem Fürsten André der General Pfühl in seiner schlecht sitzenden russischen Generalsuniform bekannt, obgleich er ihn nie gesehen hatte. Pfühl war von kleinem Wuchs, sehr hager, aber von breitem, gesundem, kräftigen Bau. Sein Gesicht war sehr faltig mit tiefliegenden Augen. Die Haare waren bei den Schläfen augenscheinlich hastig mit der Bürste zurückgekämmt und standen hinten pinselartig in die Höhe. Er trat mit unruhigen, ärgerlichen Blicken ins Zimmer und wandte sich mit einer ungeschickten Bewegung an Tschernischew, den er auf Deutsch fragte, wo der Kaiser sei. Als er hörte, der Kaiser besichtige die Befestigungen, lächelte er ironisch. In tiefem Bass und Schroff, wie selbstgefällige Deutsche sprechen, murmelte er vor sich hin, Unsinn, zum Teufel die ganze Geschichte, oder etwas der Art. Fürst André wollte durch das Zimmer gehen, aber Tschernischew stellte ihm Pfühl vor und bemerkte, Fürst André komme aus der Türkei, wo der Krieg so glücklich wie möglich beendigt worden sei. Das war wirklich ein regelmäßig taktischer Krieg. Und mit geringschätzigem Lachen ging er in das Zimmer, aus dem die Stimmen gehört wurden. Pfühl war augenscheinlich gereizt dadurch, dass man es wagte, ohne ihn seine Befestigungen zu besichtigen. Bei dieser einzigen kurzen Begegnung mit Pfühl bildete sich André ein klares Bild dieses Mannes. Pfühl war einer jener Leute mit einem unerschütterlichen, fanatischen Selbstvertrauen, wie man sie nur unter den Deutschen findet, weil nur die Deutschen Selbstvertrauen haben aufgrund einer abstrakten Idee der Wissenschaft, das heißt der angeblichen Erkenntnis der vollkommenen Wahrheit. Der Franzose hat Selbstvertrauen, weil er sich persönlich als Geist und Körper für unwiderstehlich bezaubernd hält, sowohl für Männer als für Damen. Der Engländer hat Stolz und Selbstvertrauen darum, weil er ein Bürger des besteingerichteten Reichs der Welt ist und darum als Engländer immer weiß, was er zu tun hat und überzeugt ist, dass alles, was er als Engländer tut, unzweifelhaft gut sei. Der Italiener hat Selbstvertrauen, weil er von lebhaftem Temperament ist und leicht sich und andere vergisst. Der Russe hat Selbstvertrauen eben deshalb, weil er nichts weiß und nichts wissen will, weil er nicht glaubt, dass man irgendetwas sicher wissen könne. Der Deutsche besitzt ein stärkeres und widerlicheres Selbstvertrauen als alle anderen, weil er sich einbildet, und er wisse die Wahrheit, die Wissenschaft, die er sich selbst erdacht hat, aber für absolute Wahrheit hält. So war auch Pfühl. Er hatte eine Wissenschaft, die Theorie der schiefen Bewegung, die er aus der Geschichte der Kriege Friedrichs des Großen abgeleitet hatte und alles, was ihm in der neuesten Kriegsgeschichte vorkam, erschien ihm als Unsinn, Barbarei, als roher Zusammenstoß, in welchem von beiden Seiten nur Missgriffe begangen werden. Er meinte, diese Kriege könnten nicht Kriege genannt werden, denn sie passten nicht in seine Theorie und konnten daher nicht Gegenstand der Wissenschaft sein. Im Jahre 1806 war Pfühl einer derjenigen, welche den Plan zu dem Kriege entworfen hatten, der mit jener endigte. Aber in dem unglücklichen Ausgang dieses Krieges sah er nicht den geringsten Beweis der Unrichtigkeit seiner Theorie. Er war einer jener Theoretiker, welche ihre Theorie so sehr lieben, dass sie das Ziel derselben darüber vergessen, ihre Anwendung auf die Praxis. Aus Liebe zur Theorie verabscheute er auch jede Praxis und wollte nichts davon wissen. Er sprach einige Worte mit dem Fürsten André und Tschernischew und ging dann in das andere Zimmer, von wo sogleich seine Bassstimme vernehmbar wurde.